Abschnitt 1 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 1 Vorwort zu Band 1 Der Verfasser des vorliegenden Werks, den ich seit dem Beginn meiner Verteidigertätigkeit als eifrigen und gewissenhaften Gerichtsberichterstatter kenne, hat mich ersucht, sein Buch durch ein kurzes Geleitwort einzuführen. Wenn es auch bei dem lebhaften Interesse, dessen es schon um seines Inhaltswillen gewiss sein darf, kaum eines solchen Vor- oder Fürworts bedurft hätte, so habe ich doch diesem Wunsche gern entsprochen. Handelt es sich doch nach meiner Überzeugung um eine durchaus verdienstliche Arbeit, die mit Recht die ernste Betrachtung aller derer beansprucht, die mit mir in der Geschichte des Verbrechens zwar ein besonders düsteres, aber deshalb um so lehrreicheres Kapitel der menschlichen Kulturgeschichte erblicken, ein Kapitel, das der praktische Kriminalist, sei er nun Beamter der Polizei oder Staatsanwalt, sei er Richter oder gar Verteidiger, nicht aufmerksam genug studieren, nicht gewissenhaft genug auf Schritt und Tritt beherzigen kann. Es gibt eben keinen erheblichen Straffall der Vergangenheit, aus dem die Strafrechtspflege von heute nicht fruchtbare Lehren für die Aufgaben des Tages schöpfen könnte und sollte. Niemandem aber, der jemals praktisch beruflichen oder theoretisch-wissenschaftlichen Anlass gehabt hat, sich auf diesem Wissensgebiet umzuschauen, ist die betrübende Erfahrung erspart geblieben, wie ungeheuer rasch unsere schnell lebende Zeit auch in diesen ernsten Dingen vergisst. Solange ein aufsehenerregender Straffall verhandelt wird, berichten die Tageszeitungen darüber mehr oder minder ausführlich, mehr oder minder gewissenhaft. Nach wenigen Tagen aber spricht man schon nicht mehr davon. Und wenn man gar nach nicht allzu langer Frist aus kriminalistischem oder kulturgeschichtlichem Interesse darauf zurückgreifen will, so ist es kaum und immer nur mit ungemeinen Schwierigkeiten möglich, sich auch nur die dürftigsten tatsächlichen Notizen über den einst so berühmten Fall zu beschaffen. Ich selber könnte hiervon ein langes und schmerzliches Lied singen. Alltäglich geht bei uns ein umfangreiches und wertvolles kriminalistisches Material unwiederbringlich verloren. Der Sensationshunger unseres Publikums verlangt eben nur nach der seinen Nerven kitzelnden Kost der cause célèbre von heute. Und nur ganz wenige haben ein Interesse an der getreuen Aufbewahrung dieser documents humains als eines Besitzes für immer. Und doch, wie unendlich wichtiger und interessanter sind diese, die uns die Nachtseiten der Menschenseele wirklichkeitsgetreu schauen lassen, damit wir im Sinne des buddhistischen Tattvam Asi, das bist du selber, Einkehr halten in unser eigenes Herz, als die müßigen Fantasieausgeburten jener modernen Sherlock-Holmes-Novellistik, um die sich die Leser reißen. Wie das Publikum aber, so die Literatur. Kaum auf einem praktisch wichtigen Wissensgebiete ist es bei uns um die geschichtlichen Quellen so kläglich bestellt wie auf diesem. Unsere Literatur, sonst überall so reich, ja überreich an nützlichen, wohl auch an unnützlichen Erzeugnissen, hier ist sie geradezu dürftig, hier lässt sie den Forscher fast bei jedem Schritt im Stiche. Wir besitzen nicht eine einzige Zeitschrift von dem Quellenwert der Gazette des Tribunaux oder des Droits, des Ecodei Tribunali oder der Belgique Judiquaire. Keine unserer großen Tageszeitungen erachtet die bemerkenswerteren Strafprozesse unserer Tage einer Betrachtung subspecchie eterni für würdig, wie es die Times so oft in ihren Leitartikeln getan. Der neue Piterwal und Belmonts verdienstvolles Tribunal sind seit Jahrzehnten eingegangen. Der deutsche Piterwal ist nicht über das vierte Heft hinausgediehen. Der Piterwal der Gegenwart und die gelegentlichen Prozessberichte in groß ausgezeichnetem Archiv genügen nicht annähernd dem Bedürfnis des Forschers. So wollen und dürfen wir den vorliegenden ersten Band eines Werkes, das sich gewissenhaft bemüht, eine empfindliche Lücke unserer Literatur an seinem Teile ausfüllen zu helfen, vom kriminalistischen wie vom allgemein kulturgeschichtlichen Standpunkt aus dankbar willkommen heißen. Der Verfasser hat die von ihm behandelten Fälle so darstellen wollen, wie er sie als draußen stehender sehen und schildern konnte. Nicht wie einst Feuerbach aufgrund eindringendsten Aktenstudiums mit unvergleichlicher psychologischer Spürkraft das fein verzweigte Wurzelgeflecht der verbrecherischen Tat aufzuzeigen trachtete, sondern als getreuer Chronist kriminalistischer Tagesereignisse, der uns schlicht und sachlich berichtet, was er als aufmerksamer Zeuge miterlebt und mit dem raschen Stift des Journalisten als lebendiges Augenblicksbild festgehalten hat. Die kriminalistischen Momentaufnahmen, die er uns bietet, empfangen von dieser Unmittelbarkeit des Eindrucks einen besonderen Reiz und einen eigenen Wert. Kaum einer unter seinen Fällen, dessen längst verblasstes Bild nicht durch seine Schilderung wieder lebensvoll in uns aufgefrischt würde, nicht einer, aus dem sich nicht nach irgendeiner Richtung Wichtiges lernen ließe. Entnehmen wir dem Prozesse Quileca einen wichtigen Beitrag zur Lehre von der Ähnlichkeitsbestimmung und der Wiedererkennung von Personen, so gewährt uns der Fall des Blumenmediums Anna Rote einen zugleich fesselnden und betrübenden Einblick in das Nebelheim der Selbsttäuschung, in eine verkehrte Welt des läppischsten Aberglaubens, von dem wir nicht wissen, ob wir ihn belächeln oder beweinen sollen. Noch mancherlei ließe sich hier zum Lobe des Buches sagen. Doch ein Vorwort soll nicht aufdringlich das Hoc Fabula Docet vorwegnehmen und schon im Voraus das Fazit ziehen, das für den Leser nur dann von bleibendem Werte ist, wenn er es selber gezogen hat. So mag denn nun das Buch für sich selber sprechen. Berlin, den 10. April 1910 Dr. Erich Sellow, Justizrat Ende von Abschnitt 1 Aufgenommen von Karlsson Abschnitt 2 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 2 Vorwort zu Band 2 Die beifällige Aufnahme, die der erste Band dieses Werkes bei einsichtigen Beurteilern gefunden hat, bestärkt mich in der Überzeugung von seiner Nützlichkeit und Zeitgemäßheit, wie ich sie in meinem Geleitworte zum ersten Bande ausgesprochen habe. Ich brauche das dort Gesagte nicht zu wiederholen, will mich vielmehr auf die Feststellung beschränken, dass alles, was ich dort zur empfehlenden Einführung des ersten Bandes sagen durfte, in gleichem Maße auch von dem zweiten gilt, vielleicht noch in stärkerem. Denn die wesentlich ausführlichere Behandlung, die der Herr Verfasser den in diesem Bande vereinigten Fällen hat angedeihen lassen, kann nur dazu dienen, ihrem Studium für den Kriminalisten, wie für jeden Gebildeten, ein noch stärkeres Interesse und einen gesteigerten Wert zu verleihen. Die Bedeutung solcher Fälle für den Psychologen, um deren Willen sich eben ihre dauernde Aufbewahrung lohnt, liegt ja vor allem in der Fülle des Details. Und wie mir scheint, ist es dem Herrn Verfasser in diesem zweiten Bande mehr noch als in dem ersten Fällen gelungen, die von ihm berichteten Fälle mit einem Reichtum lebensvoller Einzelheiten auszustatten, sodass sie vielfach selbst für den Mann vom Fach als eine Fundgrube kriminalistischen Erfahrungswissens werden gelten dürfen. Wollte ich auf Einzelheiten eingehen, so würde ich etwa den Beitrag hervorheben, den der Fall Gönchi zu dem Kapitel von den anonymen und pseudonymen Briefen liefert, oder das frappante Beispiel einer falschen Selbstbezichtigung im Falle Land, oder die verderbliche Wirkung plumper polizeilicher Beaufsichtigung, wie sie in der Verbrecherlaufbahn des Mörders Kneis eine nicht minder verhängnisvolle Rolle gespielt hat, als in der des Hauptmanns von Köpenick unerfreulichen Angedenkens. Die hier zusammengestellten Fälle bieten eine Reihe wechselvoller Bilder aus der Kriminalität unserer Tage, von denen fast jedes einzelne ein weit über die Augenblickssensation der corselebre hinausreichendes Interesse beansprucht. Der Fall Kneissel zeigt uns, dass die mittelalterliche Rinaldo-Romantik des freien Räuberlebens, wenn auch in modernisierter Form, auch heute noch fortbesteht, während uns die Fälle Hau und Brunke in den Personen ihrer Täter, jeder von ihnen in seiner Art gleich widerwärtig, einen ausschließlich der Gegenwart angehörigen Verbrechertypus in charakteristischer Ausprägung vor Augen stellen. Ich möchte in dieser Beziehung dem Fall Brunke eine besonders weitragende Bedeutung beimessen. Der jugendliche Verbrecher, der uns hier gezeichnet wird, vertritt in seinem kindischen Bildungsgrößenwahn und seiner grenzenlosen sittlichen Verlotterung, wie in seiner frühzeitigen geschlechtlichen Abgelebtheit und dem frivolen Spielen mit fremdem und eigenem Leben, eine Klasse moderner Überknaben, die sich, weniger von des Gedankens als von des Lasters Plässe angekränkelt, Schopenhauers und Nietzsches echteste Jünger dünken, wenn sie die Begriffe Pflicht und Sitte als albernes Vorurteil von sich gestreift haben. Wenn die Gerichtsberichterstattung ihre Aufgabe dahin fasst, uns solche treu nach dem Leben gezeichnete Gestalten aus dem Verbrechertum unserer Tage vorzuführen, so wird sie zu einer nützlichen Gehilfin jener von allen einsichtigen geforderten sittlich sozialen Hygiene erstarken, die uns nicht weniger Not tut, als ihre längst in Ehren stehende ältere Schwester, die physische. Zu den ganz modernen Fällen müssen wir auch den Fall Koschemann rechnen, der uns mit dem Dynamitattentat, um das es sich handelt, auf das Gebiet anarchistischer Mordgräuel hinüberführt. Dieser Fall scheint mir übrigens einer von denen zu sein, in denen das Schwert der Gerechtigkeit den Falschen getroffen hat. Ich habe ihn in der Wiederaufnahmeinstanz aus den Akten kennengelernt und bin danach für meine Person der Ansicht, dass Koschemanns Alibi für der entscheidende 8. Abendstunde des 29. Juni 1895 so gut wie fest steht. Auch von diesem Falle dürfte der durch die Erfahrung immer neu bestätigte Satz gelten, dass bei den Geschworenen der Abscheu vor der Tat nur zu häufig die Lücken der Beweisführung ergänzt. Es will mir scheinen, als lasse die Darstellung des Verfassers, so sehr sie sich auch hier wie überall lobeswürdiger Sachlichkeit befleißigt, doch die gleiche Auffassung durchblicken. Soweit mir die hier berichteten Fälle anderweit, sei es aus eigener anwaltlicher Erfahrung, sei es aus wissenschaftlicher Beschäftigung mit ihnen bekannt geworden sind, über zwei davon habe ich mich selber öffentlich ausgelassen, entsprechen sie im Großen und Ganzen dem Bilde, das ich mir selbst schon vorher von ihnen gebildet hatte. Über einzelne, wenig erhebliche Kleinigkeiten mag ich mit dem Verfasser umso weniger rechten, als darin ebenso gut meine Erinnerung die unzuverlässigere sein mag. Berlin, den 13. August 1910 Dr. Erich Sellow, Justizrat Ende von Abschnitt 2 Abschnitt 3 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 3 Vorwort zu Band 3 Vorrede Dieser dritte Band von Friedländers Kriminalprozessen scheint mir allgemeiner Beachtung nicht minder würdig als seine Vorgänger, die von berufenen Urteilern mit so lebhaftem Beifall begrüßt worden sind. In der Tat verdient das Bestreben des Herrn Verfassers, die merkwürdigsten unter den berühmten Kriminalprozessen unserer Zeit, des Zeitalters der kriminalistischen Corselebre, dem Grabe zu entreißen, das ihnen in den Spalten der heut gelesenen und morgen vergessenen Tageszeitungen beschieden ist, volle und dankbare Anerkennung. Nur wer selbst einmal auf diesem Gebiet die zeittötenden und nervenmaternden Forscher-Mühsale des ewigen Suchens und Nicht-Finden-Könnens durchgekostet, wer sich zum Beispiel, wie ich, jahrelang vergeblich bemüht hat, sich das Material für die wissenschaftliche Würdigung des berühmten Münchner Falles der Stiftsdame von Häusler zu beschaffen, vermag Friedländers Verdienst, um die Erleichterung kriminalistischer Forschung nach Gebühr zu würdigen. Ich wüßte beispielshalber nicht, wo ich mich in unserer Literatur anderswo nach einer umfassenden Darstellung des Falles der Gräfin Tarnowska umschauen sollte, dieser sozialen Tragödie, die uns in den Schicksalen ihrer drei gleich unerfreulichen Helden, der hysterischen gräflichen Dirne und der beiden männlichen Sklaven ihrer Wollust und ihrer Habgier, mit so erschütternder Klarheit zeigt, welchem Ende eine Gesellschaft zusteuert, die als Gesetz ihres Handelns einzig die Laune und das Gelüst des Augenblicks gelten lässt. Sehen wir schon im Falle Tarnowska jene unheimliche Macht am Werke, die wir Suggestion nennen, jene Macht, die den Willen des Menschen zum unfreien Werkzeug eines fremden Willens herabwürdigt und in deren Erkenntnis wir heute ein Schlüssel zur Deutung so mancher rätselvollen Erscheinung des menschlichen Seelenlebens zu besitzen glauben, so tritt uns der unheilvolle Einfluss solcher seelischen Ansteckung als ein Phänomen der Massenpsychologie in den berühmten Judenhetzprozessen aus dem letzten Viertel des verflossenen Jahrhunderts vollends greifbar vor Augen. In der anschaulichen Darstellung dieser Vorgänge erblicke ich das Hauptverdienst des vorliegenden Bandes. Dass noch immer dicht unter der dünnen Decke unserer gerühmten Kultur die uralten Menschenfeinde, die Dämonen des Aberglaubens, des Rassenhasses, des Neides und der Habgier, nur auf die Gelegenheit lauern, ihre schwachen Fesseln zu sprengen und die Menschen in wahnwitziger Betörung aufeinander zu hetzen, Wo könnten wir des mit erschreckenderer Deutlichkeit inne werden, als in der beschämenden Erinnerung an jene von uns selbst miterlebte Volksseuche, die in dem Kulturleben unserer Zeit einen der dunkelsten Flecke bedeutet? Unser Herz krampft sich zusammen, wenn wir der aberwitzigen Ausgeburten der Antivernunft und Antimoral gedenken müssen, die noch vor wenigen Jahrzehnten in den Hirnen und Herzen von Leuten spuken konnten, die sich gebildet, die sich gar mit Stolz Christen nannten. Welche Gefahren, in Sonderheit der Rechtspflege, von solcher gewissenlosen Aufpeitschung des Volksempfindens noch heutigen Tages drohen, lehrt uns Friedländers geschichtlich treue Darstellung der Konitzer Vorgänge, die umso tiefer wirkt, als sie sich von jeder sensationellen Parteitendenz frei hält. Wir werden diesen Teil des friedländischen Buchs als einen wertvollen Beitrag zu der leider noch immer erst zu schreibenden Geschichte der antisemitischen Bewegung unserer Tage schätzen dürfen, und wir Juristen insbesondere als einen ungewöhnlich lehrreichen zu der wichtigen Lehre von der Psychologie der Zeugenaussage. Der Zeuge, der in borniertem Fanatismus der vermeintlich guten Sache zu dienen glaubt, wenn er mit dreister Stirn seinen Meineid schwört, und der noch weit gefährlichere Zeuge, der sich in unbewusster Verblendung Dinge einredet, die er nicht gesehen und nicht gehört haben kann, sie alle und andere wohlbekannte mehr, der Zeuge mit dem von Vernehmung zu Vernehmung wachsenden Erinnerungsvermögen, der auf die Indizienjagd versessene Zeuge, all diese gefährlichen Wahrheitsfeinde treten uns in diesen Prozessen in mustergültiger Ausprägung vor die Augen, zu eindringlicher Warnung vor jener selbstgefälligen Selbsttäuschung, daß die Gräuel mittelalterlicher Hexen- und Judenverfolgungen für uns, die wir es ja so herrlich weit gebracht, nur noch eine verklungene Schauermär aus längst vergangenen Tagen seien. Neben den Betörten, die Betörer. Wenn wir jenen, der unwissenden, verblendeten Menge, unser Mitleid nicht ganz versagen dürfen, welche Empfindung ist diesen, den berufsmäßigen Hetzern, gegenüber am Platz, wie wir sie in Konitz bald in dieser, bald in jener Gestalt, behaglich und gewissenlos in den trüben Fluten, der von ihnen selbst entfesselten Volksleidenschaft fischen sehen. Doch, so könnte man mit dem Dichter fragen, wozu begrabenes Leid lebendig singen und gegen Tote Hass dem Herzen bringen. Aber es ist gut und nützlich, von Zeit zu Zeit die Erinnerung an erlebte Schmach wieder aufzufrischen. Vielleicht beugt man dadurch ihre allzu frühen Erneuerung vor. Vielleicht. Dürfen wir gar sagen, hoffentlich. Berlin, 13. Mai 1911 Dr. Sillo Ende von Abschnitt 3 Abschnitt 4 von Interessante Kriminalprozesse, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Interessante Kriminalprozesse, Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 4 Ein Raubmord im Eisenbahncoupé Unergründlich sind die inneren Seelenvorgänge eines Menschen. Der Psychologe steht, trotz aller Fortschritte der Wissenschaft, vor so manchem Verbrechen wie vor einem ewigen Rätsel. Wenn sich jemand in ein leeres Coupé zweiter Klasse setzt, und zwar in einen sogenannten Lokalzug, der fast alle 10 Minuten hält, so ist doch wohl die Befürchtung vollständig grundlos, dass ein Mitreisender in dies Coupé steigen könnte, in der Absicht, bei passender Gelegenheit einen Raubmord zu begehen. Auf diesen ungeheuerlichen Gedanken kann man um so weniger kommen, wenn der Mitreisende, der kurz vor Abgang des Zuges das Coupé betritt, ein junger, elegant gekleideter, etwa 17-jähriger Mensch mit warm Engelsgesicht ist. Der Altonaer Zahnarzt Klausen fuhr alle Sonnabendnachmittag nach seiner in Blankenese gelegenen Villa, um sich dort mit Frau und Kindern der sonntäglichen Ruhe zu erfreuen. So geschah es auch am Sonnabend, den 10. November 1906. Freudigen Gemüts begab sich Klausen nach dem Altonaer Hauptbahnhof, um mit dem 3.33 Uhr nachmittags abgehenden Zuge zu Frau und Kindern zu fahren. Der Zug war wenig besetzt. Das Coupé zweiter Klasse, in dem er Platz genommen hatte, war leer. Klausen freute sich zweifellos, seine Frau und Kinder nach sechstägiger Abwesenheit wieder in seine Arme schließen zu können. Nicht minder groß dürfte die Freude von Frau und Kindern gewesen sein, die mit Ungeduld den Gatten und Vater erwarteten. Daß Klausen in diesem Coupé das Opfer eines Raubmörders werden würde, konnte er nicht ahnen. Es war ja außer ihm niemand im Coupé. Da, kurz nach Abgang des Zuges, stieg ein allerliebstes, engelschönes, junges Kerlchen, aufs eleganteste gekleidet, ins Coupé und setzte sich mit einem freundlichen Gruß dem Zahnarzt gegenüber. Die feinen Umgangsformen des jungen Mannes ließen darauf schließen, daß er den besseren Ständen angehörte. Der Zahnarzt, der widerte kurz den Gruß seines Gegenübers, ließ sich aber in seiner Zeitungslektüre nicht stören. Einen Argwohn konnte er gegen das nette Bürschchen, dessen schöne blauen Augen so unschuldsvoll in die Welt sahen, nicht hegen. Und dennoch hatte sich dieser auffallend schöne Mensch den Zahnarzt als Opfer ausersehen. Er verbarg ein Beil in seiner Tasche, das seine Wirtsleute zum Holzspalten zu benutzen pflegten. Der Zahnarzt war ihm vollständig fremd. Der junge Mann war keineswegs ein professionierter Verbrecher, sondern bis zu diesem Augenblick ein hoch anständiger Mensch. Aber er hatte Hunger und, wie er behauptete, seit mehreren Tagen nichts gegessen. Da kam er auf den furchtbaren Gedanken, nach dem Bahnhof zu gehen, sich ein Billet zweiter Klasse bis Kleinflottbeck zu lösen und sich als dann ein Coupé auszusuchen, in dem ein einzelner, wohlhabender Mann saß. Zahnarzt Klausen erschien ihm als Opfer geeignet. Einige Schläge mit dem Beil, das er in seiner Tasche barg, mußten genügen, um den noblen Herrn zu töten. Die Gelegenheit war günstig, aber gleichgültig war dem jungen Mann sein schreckliches Vorhaben doch nicht. Er griff in die Hosentasche, um das Beil hervorzuholen. Aber da traten die Bilder seiner braven Eltern und seines einzigen Bruders vor seine Augen. Er zuckte, er schwankte. Aber auf der anderen Seite plagte ihn der Hunger. »Nur einige wohlgezielte Beilhiebe, und du bist in der Lage, dein Opfer zu berauben«, so schwirrte es in dem Gehirn des jugendlichen Unholz. Dieser dämonische Gedanke behielt die Oberhand. Da hielt der Zug in Großflottbeck. Niemand stieg ein, der Zug dampfte sofort wieder ab. Die nächste Station, die der Zug in wenigen Minuten erreicht, ist Kleinflottbeck. Dort muß der junge Mann den Zug verlassen. Sein Geld, es war das letzte, reichte nur für ein Billet vom Altonaer Hauptbahnhof nach Kleinflottbeck. Jetzt oder nie. Zahnarzt Klausen saß noch immer ruhig, seine Zeitung lesend in einer behaglichen Polsterecke. Der junge Unhold zog unbemerkt das Beil aus seiner Hosentasche und versetzte plötzlich damit dem Zahnarzt fünf Schläge auf den Kopf. Die Schläge waren von dem sehr stark gebauten Menschen ungemein kräftig gefühlt. Der Schädel war dem Zahnarzt vollständig zertrümmert, das Gehirn in weitem Bogen herumgespritzt. Bereits der erste Schlag war mit einer solchen Wucht geführt, daß er tödlich wirkte. Ohne einen Laut von sich zu geben, fiel der Zahnarzt vom Sitz. Der Mörder schlug aber noch weiter. Als er sich überzeugt hatte, daß sein Opfer tot war, kniete er auf die Leiche und raubte dieser Uhr, Kette und Portemonnaie. In diesem Augenblick pfiff der Zug, er war bald darauf in der Station Kleinflottbeck eingelaufen. Der vollständig mit Blut besudelte Mörder stieg aus. An der Sperre fiel er wohl dem Billetschaffner auf. »Sie sind ja von oben bis unten mit Blut bespritzt,« rief ihm der Schaffner zu. »Ich habe Nasenbluten gehabt,« gab der Mörder zur Antwort. Der Schaffner konnte unmöglich in diesem Menschen einen Raubmörder vermuten. Der Mörder flüchtete in eine Bedürfnisanstalt. Dort suchte er, so gut es ging, seine Kleidung zu säubern. Er öffnete das geraubte Portemonnaie. Viele Goldstücke blinkten ihm entgegen. »Damit kannst du schon eine Zeit lang leben,« dachte er. Er betrat einen Bäckerladen und kaufte sich ein Schrotbrot. Alsdann stieg er in einen Obstkeller, um sich Äpfel zu kaufen. Er war Vegetarier und Antialkoholiker. Er lebte ausschließlich von trockenem Schrotbrot und Wasser, und wenn er bei Kasse war, gönnte er sich den Genuß eines Apfels. Alkoholische Getränke miet er grundsätzlich. Er hatte noch niemals ein Wirtshaus betreten. Auch der intime Umgang mit Weibern war ihm bis dahin vollständig fremd. Sehr bald langte er zu Fuß in seiner Wohnung in Altona an. Das Beil, das seine Wirtsleute noch nicht vermisst hatten, legte er wieder an dieselbe Stelle, von der er es fortgenommen hatte. Nachdem er sein frugales Abendbrot eingenommen, die Nacht war inzwischen hereingebrochen, legte er sich zu Bett. Von Schlaf war aber keine Rede. Sein unglückliches Opfer umtaumelte seine Sinne. Er begann heftig zu weinen. Der Gedanke, daß er zum Raubmörder geworden, daß er ewige Schmach und Schande über seine Familie gebracht und womöglich entdeckt werde, ließ ihn kein Auge schließen. Kehren wir nun zu der Stätte des Verbrechens zurück. Kaum hatte der Mörder den Bahnhof in Kleinflottbeck verlassen, da wurde das entsetzliche Verbrechen entdeckt. Schaffner hatten aus dem Coupé Blutsickern sehen. Der Verdacht der Täterschaft lenkte sich sofort auf den jungen Menschen, der bluttriefend in Kleinflottbeck ausgestiegen war. Das Verbrechen erregte begreiflicherweise das größte Aufsehen. Noch an demselben Abend entfaltete die Polizei in weiter Umgebung eine fieberhafte Tätigkeit, um des Täters habhaft zu werden. Es wurde sofort ein öffentlicher Aufruf erlassen, in dem eine genaue Beschreibung des Mörders enthalten war. Eine Belohnung von tausend Mark wurde auf die Entdeckung des Mörders ausgesetzt. Den Wirtsleuten des jungen Mörders fiel die Beschreibung auf. Die Wirtin sagte zu ihrem Mann, »Weißt du, die Beschreibung passt auf unseren Schaumbrüggernisten.« »Wie kannst du so etwas sagen?« versetzte unwillig der Mann. »Der junge Mensch ist doch so solide und der Sohn sehr anständiger und bemittelter Eltern.« Am Sonntagmorgen, den November trat die Wirtin des Mörders zu ihm ins Zimmer. Der junge Mann, der sich die ganze Nacht ruhelos auf seinem Lager umhergewälzt hatte, war, obwohl bereits die Morgensonne ins Zimmer schien, gerade in tiefen Schlaf gesunken. »Herr Rücker, es ist Zeit zum Aufstehen, die Kirchenglocken läuten bereits.« Mit diesen Worten weckte die Wirtin den jungen Mann. Ängstlich schnellte diese auf und rieb sich schlaftrunken die Augen. »Haben Sie von dem furchtbaren Raubmord schon gehört, der gestern Nachmittag im Eisenbahnzug zwischen Altona und Kleinflottbeck passiert ist?« fragte die Wirtin. »Es herrscht eine furchtbare Aufregung in der Stadt. Auf die Ergreifung des Mörders ist eine Belohnung von tausend Mark ausgesetzt.« Der junge Mann wurde leichenblass, er vermochte kein Wort herauszubringen. Er sprang aus dem Bett und kleidete sich eiligst an. Fiebernd vor Angst riß er die Fenster auf. Da sah er mehrere Menschengruppen, die sich über den entsetzlichen Raubmord im Eisenbahncoupé lebhaft die Hände zusammenschlagend unterhielten. Eine dichte Menschenschar umlagerte eine öffentliche Anschlagsäule. Auf dieser prangte ein großes, feuerrotes Plakat, vom Altona-Polizeipräsidenten unterzeichnet. Es enthielt eine genaue Mitteilung von dem Raubmord im Eisenbahncoupé und eine ausführliche Beschreibung des mutmaßlichen Mörders, auf dessen Ergreifung eintausend Mark Belohnung ausgeboten wurden. Entsetzlich war dem jungen Mann dieser Anblick. Er schlug die Fenster zu und lief ruhelos im Zimmer auf und ab. Alsdann kleidete er sich vollständig an und verließ das Haus. Plan- und ziellos irrte er in den Straßen Altonas und Hamburgs umher. Bei jeder Annäherung eines Konstablers erschrak er. Da faßte er den Entschluß, es war das erste Mal in seinem Leben, in ein Wirtshaus zu gehen. Kaum hatte er an einem Tische Platz genommen, da gesellten sich drei Altersgenossen zu dem so überaus sympathisch aussehenden jungen Mann. Obwohl er nur mit Widerstreben das bestellte Biertrank und einige Rundstücke aß, es war auch das erste Mal in seinem Leben, ließ er sich von seinen Freunden zureden, es noch mit einigen weiteren Schoppen zu versuchen. Der ungewohnte Alkoholgenuß verursachte ihm einen kleinen Rausch. Mit dem geraubten Gelde bezahlte er für sich und seine neuen Freunde die Zeche. Als die jungen Leute bei dieser Gelegenheit merkten, daß der junge Mann im Besitz vielen Geldes sei, wußten sie ihn zu überreden, mit ihnen ein öffentliches Haus aufzusuchen. Der junge Mann sträubte sich wohl mit dem Bemerken, er empfinde für intimen weiblichen Verkehr keinerlei Neigung, schließlich ließ er sich aber doch überreden. Er sagte sich, dadurch kommst du vielleicht wenigstens für kurze Zeit auf andere Gedanken. Allein auch in den Armen der weiblichen Halbwelt, in den Räumen, die von Sekt, Musik, Liebe und fröhlichster Heiterkeit durchrauscht werden, fand der jugendliche Mörder keine Beruhigung. Der gespaltene Schädel und das verzerrte Gesicht des von ihm erschlagenen Opfers grinsten ihm unaufhörlich entgegen. Er eilte sehr bald nach Hause. Ruhe und Schlaf schienen aber für immer von ihm gewichen zu sein. Am Dienstag, den 13. November, war er, von Müdigkeit übermannt, endlich gegen 6 Uhr morgens eingeschlafen. Noch war es finster auf den Straßen. Da pochte es heftig an seine Tür. Der alte, altonaer Polizeiinspektor Engel mit drei Schutzleuten trat ins Zimmer. Sie weckten den jungen Mann, nötigten ihn sofort das Bett zu verlassen und sich anzukleiden. Alsdann befestigten sie ihm mit einer eisernen Kette die Hände auf dem Rücken und führten ihn zur Polizeiwache. Der junge Mann gestand nach anfänglichem Leugnen, den Raubmord im Eisenbahnkupi begangen zu haben. Er gab an, er heiße Thomas Rücker. Er sei am 28. Dezember 1888 zu Hermentitz in Böhmen geboren und katholischer Religion. Sein Vater sei Baumeister und ein wohlhabender Mann. Dieser wohne jetzt in Reichenberg in Böhmen. Auch seine Mutter lebe noch. Er habe nur noch einen jüngeren Bruder, der das Gymnasium in Reichenberg besuche. Auch er habe in Reichenberg das Gymnasium bis zur Obersekunde besucht. Er sollte Theologie studieren. Das Lernen sei ihm aber schwergefallen. Er sei deshalb von der Schule abgegangen und bei einem Reichenberger Gärtner in die Lehre getreten. Der Vater habe ihm auch Musikunterricht geben lassen. Er besitze eine wertvolle Geige, auf der er vorzüglich spielen könne. Nach beendeter Lehrzeit in Reichenberg sei er zwei Semester auf der Gärtnerlehranstalt in Oranienburg bei Berlin gewesen. Von dort sei er als Gärtnergehilfe nach Trier gegangen. Einige Zeit darauf sei er von dem Handelsgärtner Bernd in Wandsbeck engagiert worden. Er wurde aber von Bernd nach kurzer Zeit entlassen. Bernd habe ihm ins Arbeitsbuch geschrieben, er sei als Gärtner vollständig unbrauchbar. Bernd habe außerdem zu ihm gesagt, Ich bin erster Schriftführer des Deutschen Handelsgärtnerei-Verbandes. Ich werde dafür sorgen, dass Sie in Deutschland keine Arbeit mehr erhalten und ausgewiesen werden. Er konnte infolgedessen als Gärtnergehilfe keine Arbeit mehr erhalten. Bernd habe auch zu ihm gesagt, er werde auf die schwarze Liste gesetzt werden. Er habe aber in einer Hamburger Eisenwarenhandlung gegen einen Wochenlohn von 20 Mark eine Anstellung gefunden. Da er Vegetarier und Anti-Alkoholiker sei, konnte er mit einem Wochenlohn von 20 Mark sehr gut auskommen. Allein nach einiger Zeit sei er auch der Stellung in der Eisenwarenhandlung verlustig gegangen. Er konnte alsdann keine Beschäftigung mehr finden. Das wenige Geld, das er besaß, sei bald zu Ende gegangen. Er konnte sich daher nicht mehr ein Stückchen Schrotbrot kaufen. Er habe tagelang gehungert. Wenn er seinem Vater geschrieben hätte, würde er umgehend Geld erhalten haben. Es widerstrebte ihm aber, sich seinem Vater zu offenbaren. Als er nun eines Nachts vor Hunger nicht einschlafen konnte, kam ihm der Gedanke, auf den Bahnhof zu gehen, nach einem wohlhabenden, alleinreisenden Herrn Umschau zu halten, sich zu diesem nach Lösung eines Billets ins Coupé zu setzen, ihn bei passender Gelegenheit mit einem Beil zu erschlagen und alsdann zu berauben. In den letzten drei Tagen vor dem Morde hatte er kein Stückchen Brot mehr zu essen gehabt. Den Zahnarzt hatte er sich bereits als Opfer ausersehen, als er auf den Bahnhof kam. Mit Rücksicht auf den Umstand, dass Thomas Rücker zur Zeit der Tat noch nicht 18 Jahre alt war, konnte er nicht vor die Geschworenen gestellt werden. Am 19. Januar 1907 hatte er sich vor der Altonaer Strafkammer wegen Mordes und Raubes zu verantworten. Der jugendliche Raubmörder, der, die Hände auf dem Rücken gebunden, auf die Anklagebank geführt wurde, machte nicht nur durch seine prächtige Figur und sein hübsches Gesicht, sondern auch durch seine feinen Manieren, die Vornehmheit seines Auftretens und auch durch sein angenehmes Organ und seine gewählte, akzentfreie Sprache den denkbar günstigsten Eindruck. Es war schwer, den Gedanken zu fassen, dass dieser junge Mann ein kaltblütiger Raubmörder war. Vorsitzender Sie haben am 6. November 1906 ein Tagebuch mit dem Motto »Mit Gott« angelegt. Wie kamen Sie auf diesen Gedanken? Angeklagter Ich weiß es selbst nicht. Vorsitzender Aus welchem Grunde schrieben Sie als Motto »Mit Gott«? Angeklagter Das weiß ich selbst nicht. Vorsitzender War Ihnen vielleicht bekannt, dass die Kaufleute auf ihren Hauptbüchern das Motto »Mit Gott« schreiben? Angeklagter Nein Vorsitzender Sind Sie religiös erzogen? Angeklagter Jawohl Vorsitzender Haben Sie das religiöse Leben fortgesetzt? Angeklagter Ich bin hin und wieder in die Kirche gegangen. Vorsitzender Sie schrieben in das Tagebuch »Die Behandlung bei Bernd hat mir jede Lust für die Gärtnerei genommen. Er hat es fertig gebracht, mich zu ruinieren. Ich bin schon so lange arbeitslos. In solch arbeitsloser Zeit muß man immer tiefer sinken. Ich bin sehr tief gesunken. Wie soll das noch werden?« Vorsitzender Was meinten Sie damit? Sie sind schon tief gesunken. Angeklagter Wenn man gewissermaßen vagabund ist, dann ist man doch tief gesunken. Rücker hatte in das Tagebuch geschrieben, »Um einen Betrug zu begehen, fehlt mir der Mut. Dagegen könnte ich es fertig bringen, zur Stillung meines Hungers einen Menschen zu ermorden und zu berauben.« Der Angeklagte bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden, »Während er außer Arbeit war, habe er sehr viel, ganz besonders Fachliteratur gelesen.« Er habe wohl einmal einen Roman gelesen, in dem ein Raubmord im Eisenbahncoupé geschildert war. Dadurch sei er aber nicht auf den Gedanken gekommen, den Raubmord zu begehen. Er gebe zu, große Vorliebe für Süßigkeiten gehabt zu haben. Er sei wohl einmal auf den Gedanken gekommen, sich durch Geigenspielgeld zu verdienen, er habe den Gedanken aber niemals zur Tat werden lassen. Er habe auch Hamburger und Altonaer Zeitungen, Aufsätze und Gedichte eingesandt, aber kein Honorar dafür erhalten. Vorsitzende, Sie sollen einmal einer jungen Dame, als Sie in Oranienburg waren, erzählt haben, Sie hießen nicht Rücker, sondern Fernaldo. Rücker sei nur Ihr Pflegevater. Ihr Vater sei ein deutscher Edelmann, Ihre Mutter Zigeunerin gewesen. Angeklagter, das war eine Renommisterei. Vorsitzende, woher hatten Sie das Geld zur Lösung der Fahrkarte? Angeklagter, ich hatte mir eine Mark von meiner Wirtin geliehen. Die als Zeugen erschienenen Wirtsleute des Angeklagten bekundeten, Rücker sei ein sehr ordentlicher Mensch gewesen, der gänzlich zurückgezogen liebte. Sie hätten ihm eine schlechte Tat, am allerwenigsten aber ein solch entsetzliches Verbrechen nie zugetraut. Sie ahnten nicht, dass der junge Mann hungere. Wenn er sich ihnen offenbart hätte, dann würden sie ihm unbedenklich Geld geliehen haben, zumal ihnen bekannt war, dass er der Sohn wohlhabender Eltern sei. Er spielte so wundervoll Geige, dass die Leute auf der Straße weit und breit stehen blieben, um den melodischen Tönen zu lauschen. Es wurde festgestellt, dass der Angeklagte schon als Knabe vielfach an Kopfweh, bisweilen auch an Krämpfen gelitten habe. Der Angeklagte bemerkte noch auf Befragen des Vorsitzenden, Geräusche haben sehr empfindsam auf ihn gewirkt. Er habe an Schlaflosigkeit gelitten und sehr schwere Träume gehabt. Von Zeugen wurde bekundet, dass Rücker des Nachts laute Selbstgespräche geführt habe. Die Ärzte begutachteten jedoch, der Angeklagte habe zur Zeit der Tat nicht an geistiger Störung gelitten, seine freie Willensbildung war nicht ausgeschlossen. Im Verlauf der Verhandlung erschienen zwei Damen der Halbwelt, mit denen Rücker am Sonntag nach dem Morde in einem öffentlichen Hamburger Hause verkehrt hatte, als Zeuginnen. Auf Antrag des Staatsanwalts wurde während der Vernehmung dieser Zeuginnen wegen Gefährdung der öffentlichen Sittlichkeit die Öffentlichkeit ausgeschlossen, den Vertretern der Presse aber gestattet, im Saale zu bleiben. Die Bekundungen dieser Damen entziehen sich naturgemäß der Wiedergabe. Es sei nur mitgeteilt, dass die Zeuginnen bei dem intimen Verkehr den Eindruck gewonnen hätten, Rücker sei homosexuell veranlagt. Der Gerichtshof verurteilte den Angeklagten zu der höchsten zulässigen Strafe von 15 Jahren Gefängnis. Abschnitt 5 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 5 Prozess wieder das Grafen-Ehepaar Quilecki wegen Kindesunterschiebung Teil 1 Nirgends spiegelt sich das öffentliche Leben derartig wieder, als an der Stätte, wo Frau Justitia mit Zepter und Vage ihres Amtes waltet. Unaufhörlich wechseln die Bilder. Bald ist es ein Lustspiel, bald ein erschütterndes Drama, bald gar eine Tragödie, die zur richterlichen Aburteilung gelangt. Der Prozess wieder das Grafen-Ehepaar Quilecki, der im letzten Viertel des Jahres 1903 das Schwurgericht des Landes Berlin 20 Tage beschäftigte, zählt trotzdem zu den größten Seltenheiten. Handelte es sich doch um den spannenden Roman eines Grafenkindes, der nicht in einem Roman erzählt wird, sondern in rauer Wirklichkeit vor einem preußischen Schwurgerichtshof in der Hauptstadt des Deutschen Reiches verhandelt wurde. Und das Grafenkind, über dessen Geburt sich noch immer eine arme Bahnwärtersfrau und ein sehr reiches Grafen-Ehepaar streitet, erschien leibhaftig von einem preußischen Gerichtsdiener geführt vor dem Richtertisch. Der damals siebenjährige Graf Josef Adolf Stanislaus Quilecki, Erbe des großen, in der Provinz Posen gelegenen Majorats Vroblevo, ein auffallend schöner Knabe, soll der uneheliche Sohn eines blutarmen Krakauer Dienstmädchens sein, das inzwischen einen böhmischen Bahnwärter geheiratet hat. Kaum geboren, soll ihn seine arme Mutter für hundert österreichische Gulden verkauft haben. Nach einiger Zeit regte sich aber bei dem Mädchen die Mutterliebe. Sie empfand Sehnsucht nach ihrem Kinde und bereute, dass sie den hübschen Jungen für ein paar Silberlinge verschachert hatte. Sie wandte sich an die Hebamme, die den Verkauf des Kindes vermittelt hatte, und an den Krakauer Rechtsanwalt Dr. Filmowski, dem vom Gericht die Vormundschaft des Kindes übertragen war. Die Hebamme wusste, dass das Kind an eine Grafenfamilie nach Deutschland verkauft worden sei. Die Käuferin hatte der Mutter die Versicherung gegeben, das Kind werde es so gut haben, dass ihm eigentlich nur noch das Himmelreich fehlen werde. Inzwischen traf auch ein Mann aus Deutschland in der armseligen Wohnung des Krakauer Dienstmädchens ein. Dieser erzählte, ein Grafen-Ehepaar in der Provinz Posen, Besitzer eines umfangreichen Majorats, werde beschuldigt, einen Knaben aus Krakau gekauft zu haben, um den Anschein zu erwecken, es sei dem schon bejahten Grafen-Ehepaar ein männlicher Leibeserbe geboren worden. Das Grafenpaar bedürfe eines solchen, da durch die große Verschwendungssucht der Gräfin die gräfliche Familie eine große Schuldlast habe, sodass der Gerichtsvollzieher fast täglicher Gast im Grafenschloss sei und von den Familienangehörigen und der Dienerschaft Onkel genannt werde. Das Vorhandensein eines männlichen Leibeserben berechtige, die Grafenfamilie eine Hypothek auf das Majorat aufzunehmen, in den weiten Waldungen Holz in großen Massen fällen zu lassen und dies zu verkaufen. Ohne das Vorhandensein eines männlichen Leibeserben sei zu beiden Sachen die Genehmigung der Agnaten erforderlich, an die auch als dann nach dem Tode des Grafen das Majorat falle. Die Gräfin müsste, wenn ein männlicher Leibeserbe nicht vorhanden sei, nach dem Ableben ihres Gatten die gräfliche Besitzung verlassen. Der Mann war der Agent Hechelski aus Posen, der im Auftrage des Grafen Hector Kvilecki nach Krakau gekommen war, um die Verschacherung des Knaben festzustellen. Graf Hector würde der Erbe des Majorats sein, wenn der jetzige Majoratsherr Graf Bigneev Vesierski Kvilecki ohne männlichen Leibeserbe stürbe. Es wurde außerdem festgestellt, dass die im Jahre 1846 geborene Gräfin Isabella Vesierska Kvilecki Ende Januar 1897 von Vroblevo nach Berlin gekommen sei, hier in der Kaiserin Augusta Straße 74 eine Wohnung gemietet und am 27. Januar 1897 angeblich einen Knaben geboren habe. Es fiel auf, dass die Gräfin, deren letzte Schwangerschaft 18 Jahre zurücklag und die mit ihrem damals 58-jährigen Gatten eine sehr schlechte Ehe geführt, noch im 51. Lebensjahre Mutterfreuden erlebt habe. Es fiel auch auf, dass sie ihre Niederkunft nicht im Grafenschloss Vroblevo, wo sie alle Bequemlichkeiten hatte, abwartete, sondern eigens zu diesem Zweck eine Wohnung in Berlin gemietet hatte, hier ohne Hinzuziehung eines Arztes einen Knaben gebar und als der aus Vronke telegrafisch herbeigerufene langjährige Hausarzt, Sanitätsrat Dr. Rosinski die Gräfin und das Kind untersuchen wollte, die gräfliche Wöchnerin beide Untersuchungen mit Entschiedenheit ablehnte. Diese und noch andere Verdachtsgründe gelangten schließlich zur behördlichen Anzeige. Im Januar 1903 wurde Gräfin Isabella Kvileka verhaftet. Einige Zeit darauf wurde auch ihr Gatte, Graf Zvigniew Kvileki, in Haft genommen. Ende Oktober 1903 wurde das gräfliche Ehepaar unter der Anklage der Kindesunterschiebung vor das Schwurgericht Berlin I gestellt. Neben dem gräflichen Ehepaar saßen die Hebamme Katharina Ossowska wegen wissentlichen Nein-Eids, die Dienerin Josefa Knowska und die Dienerin Pronislava Kwertowska wegen Beihilfe zur Kindesunterschiebung auf der Anklagebank. Den Vorsitz des Gerichtshofs führte Landgerichtsdirektor Leuschner. Die Anklage vertraten 1. Staatsanwalt Steinbrecht und Staatsanwalt Dr. Müller. Die Verteidigung führten Justizrat Bronka und Rechtsanwalt Ludwig Schotzisner. Klammer auf Berlin. Klammer zu. Justizrat Dr. von Sitorski, Justizrat Dr. Lewinsky, Rechtsanwalt Dr. von Rychlowski, Rechtsanwalt Dr. Eger und Rechtsanwalt Dr. Iborowski. Klammer auf Posen. Klammer zu. Als medizinische Sachverständige wohnten der Verhandlung bei Prof. Dr. Dürsen, Gerichtsarzt Medizinalrat Dr. Störmer, Kreisarzt Medizinalrat Dr. Leppmann, Gerichtsarzt Prof. Dr. Strassmann und Prof. Dr. Alexander Brückner, Klammer auf Berlin, Klammer zu. Kreisarzt Dr. Paniarski, Klammer auf Posen, Klammer zu. Sanitätsrat Dr. Rosinski, Klammer auf Wronke, Klammer zu. Prof. Dr. Freund, Klammer auf Straßburg, Elsass, Klammer zu. Und als Schreibsachverständiger Rechnungsrat Junge, Klammer auf Berlin, Klammer zu. Da die Mehrheit der Zeugen nur polnisch verstand, waren Regierungsrat Brand und Regierungsrat Groß als Dolmetscher der polnischen Sprache hinzugezogen. Der große Schwurgerichtssaal des alten Moabiter Gerichtsgebäudes, in dem der Kampf um das Grafenkind 20 Tage geführt wurde, bot einen ganz seltenen Anblick. Ist es schon ein noch niemals vorgekommenes Ereignis, dass ein gräflicher Majoratsbesitzer nebst seiner Gattin aus der Untersuchungshaft auf die Anklagebank geführt wird, um sich wegen eines Verbrechens zu verantworten, das im Strafgesetzbuch mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bedroht ist, so veranschaulichten die Zeugen, weit über 200 an der Zahl, ein ganz eigenartiges Bild. In erster Reihe fiel der kleine Graf, Josef Stanislaus Gmilecki, der, ganz in weiß gekleidet, den Gerichtssaal betrat auf. Der kleine Junge mit schneeweißem, feingeschnittenen, klassisch schönen Antlitz, schwarzem, dichtem Lockenhaar und kohlschwarzen, großen Augen, hatte jedenfalls keine Ahnung, dass er die Hauptperson in diesem forensischen Drama bildete. Nicht weit von ihm stand seine angebliche Mutter, die jetzt verehrlichte, böhmische Bahnwärtersfrau, Cäzilie Meyer, geborene Pratscha, eine ärmlich gekleidete, aber noch immer hübsche Frau, mit ihrem kleinen, unehelichen Sohn Felix, der ein Jahr früher als der kleine Graf in einer abendseligen Dachkammer in einer Vorstadt Krakaus das Licht der Welt erblickt hat. Aber auch der angebliche Vater der beiden Knaben, Ritter von Ziegler, Hauptmann im 20. österreichischen Infanterieregiment aus Krakau, ein mittelgroßer, schneidiger, hübscher Mann von damals etwa 35 Jahren, war erschienen. Die große Mehrheit der Zeugen waren polnische Arbeiterinnen, aber auch einige Vertreter des polnischen Hochadels, wie die Agnaten, Mitglied des preußischen Herrenhauses, Graf Michislav Skwilecki und dessen Sohn, der Reichstagsabgeordnete und Rittmeister der Reserve, Graf Hector Skwilecki, ferner polnische Reichtags- und Landtagsabgeordnete, geistliche und endlich Polizeibeamte an der Spitze der bekannte Berliner Kriminalkommissar von Tretzko. Die Vernehmung der angeklagten Gräfin, die dem höchsten polnischen Adel entstammte und einstmals eine auffallende Schönheit gewesen sein soll, gestaltete sich ungefähr folgendermaßen. Vorsitzender, Klammer auf, zur Gräfin, Klammer zu. Bekennen Sie sich schuldig? Sie sind angeklagt, in Gemeinschaft mit Ihrem Ehemann ein Kind untergeschoben zu haben. Angeklagte Will ich ausgeblasen und hier Erde sein, wenn ich was weiß von solcher Secret, wie sagt man doch, Geheimnis? Vorsitzende Seit wann sind Sie verheiratet? Angeklagte Seit dem 12. Juli 1864 Vorsitzende Sie waren am 27. Januar 1897, als Sie einem Kinde das Leben gegeben haben wollen, 51 Jahre alt? Angeklagte Jawohl Vorsitzende Ihre Ehe soll nicht sehr friedlich gewesen sein Angeklagte Glücklich war sie nicht Vorsitzende Sie soll mehr wie nicht glücklich gewesen sein. Sie sollen Ihren Gatten oft mit sehr groben Schimpfworten bedacht haben Angeklagte Oft war ich böse, oft habe ich geschimpft. Es gab aber auch Zeiten, wo wir sehr gut lebten, namentlich in den letzten Jahren. Vorsitzende Also früher war Ihr eheliches Verhältnis mehr schlecht als gut? Angeklagte Es war bald so, bald so. Auf weiteres Befragen bemerkte die Angeklagte, sie habe fünf Kinder geboren. Der Älteste, ein Knabe, sei 1865 geboren und bald verstorben. Ihre älteste Tochter sei 1866, die zweite 1873 und die dritte 1879 geboren. Vorsitzende Sie sollen häufig von Ihrem Mann getrennt gelebt und sich gar nicht um ihn gekümmert haben. Angeklagte Ich bin häufig monatelang bei meinen Eltern gewesen, da war die Trennung doch natürlich. Vorsitzende Sie sollten schon vor Jahren den Offenbarungseid leisten, zogen es aber vor, ins Ausland zu gehen? Angeklagte Es waren Schulden meines Mannes, die mich nichts angingen. Ich habe alles, was wir nötig hatten, selbst gekauft und auch bezahlt. Vorsitzende Der Gerichtsvollzieher soll bei Ihnen aus und eingegangen sein. Er soll so häufig zu Ihnen gekommen sein, dass er Onkel genannt wurde. Angeklagte Das ist wahr. Vorsitzende Ihre Schuldenlast soll 450.000 Mark betragen haben. Sie sollen sehr verschwenderisch gelebt haben. Angeklagte Oh nein, ich habe sehr viel Geld ausgeben müssen, aber nicht für meine Person. Ich habe das Schloss aufbauen lassen und alles gekauft, was sich im Problem befindet. Es waren 20 Zimmer, aber keine Möbel oder sonst was. Das hat natürlich eine erhebliche Summe verschlungen. Mein Vater hat mir häufig Geld gegeben, um die Schulden meines Mannes zu bezahlen. Vorsitzender Sie sollen geäußert haben, ich muss mit meinem Körper eine Veränderung vornehmen, damit die Leute glauben, ich sei in gesegneten Umständen. Dann werden wir wieder Kredit erhalten. Angeklagte Herr Vorsitzender, das ist leeres Gerede. Vorsitzender Als sie im Sommer 1896 von Montreux nach Vroblevo zurückkehrten, sollen sie angegeben haben, sie seien in anderen Umständen. Angeklagte Das ist richtig. Vorsitzender Es wird nun von der Anklage angenommen, dass dies Heuchelei war, es sei ihnen nur darauf angekommen, einen männlichen Erbe vorweisen zu können, der einst Anspruch auf das Majorat hätte und dass sie deshalb ein fremdes Kind untergeschoben haben. Angeklagte Oh, bitte! Mein Mann ist so gesund, wie ein Mann nur sein kann. Vorsitzender Sie hatten ihren Verwandten angezeigt, dass sie nochmals Mutter werden würden und ihre Entbindung im Auslande vornehmen lassen wollten. Angeklagte Jawohl! Vorsitzende Sie wissen, dass ihre angebliche Schwangerschaft bei den Agnaten ein solches Misstrauen erregte, dass diese brieflich an sie die Aufforderung richteten, im Reichsgebiet zu entbinden. Sie wissen auch, dass wiederholt gesagt wurde, sie müssten in Posen auf offenen Markte entbunden werden, sonst glaube man es nicht. Angeklagte Das waren nur Späße! Der Angeklagte Graf Zvigniew eine schlechte Ehe geführt haben, zumal sie mehrere Liebesverhältnisse hatten. Angeklagte Weshalb sollte ich nicht Liebesverhältnisse haben? Klammer auf große Heiterkeit im Zuhörerraum. Klammer zu Der Vorsitzende setzte darauf die Vernehmung der Angeklagten Gräfin fort und hielt ihr vor, dass sie die im Jahre 1828 geborene Dienerin Anjela Andruszewska im Januar 1897 nach Krakau mit dem Auftrag gesandt habe, ihr einen neugeborenen Knaben mit schwarzen Augen und dunklem Haar zu besorgen. Die alte Frau, die 1900 gestorben sei, habe dies ihrer Tochter Hedwig auf dem Sterbebett erzählt und hinzugefügt, dass die Schwangerschaft der Gräfin eine Komödie gewesen sei. Der Vorsitzende hielt der Angeklagten ferner vor, dass der Droschkenkutscher sich gemeldet habe, der am 26. Januar 1897 zwei schwarz gekleidete verschleierte Damen die Polnischsprachen vor der Kaiserin Augustastraße nach dem schlesischen Bahnhof gefahren habe. Der Kutscher habe am Bahnhof lange Zeit warten müssen. Als die Damen aus dem Bahnhofsgebäude gekommen seien, hatte die eine unter ihrem Mantel einen großen Gegenstand. Er habe die Damen nach der Kaiserin-Augustastraße zurückgefahren und dafür 6 Mark und 1 Mark Trinkgeld erhalten. Die Angeklagte versicherte auf all diese Fragen, dass sie richtig entbunden habe. Die Angeklagte Hebamme Osofska bemerkte, sie habe aus Anhänglichkeit zu der gräflichen Familie der Gräfin schriftlich bescheinigt, dass sie richtig geboren habe und dies auf dem Gericht in Posen beschworen. Sie habe aber falsch geschworen. Sie müsse das bekennen, da ihr Gewissen sie bedrücke. Die Angeklagten Dienerinnen beteuern, sich der Beihilfe zur Kindesunterschiebung nicht schuldig gemacht zu haben. Eine große Anzahl Zeugen bestärkten den Verdacht der Kindesunterschiebung, einige Damen vom polnischen Hochadel beschworen jedoch, dass sie der Entbindung in der Kaiserin-Augustastraße beigewohnt haben bzw. bald nach geschehner Entbindung am Wöchnerinnenbett erschienen seien. Es habe eine richtige Entbindung stattgefunden. Sehr lange Zeit nahm die Vernehmung der Hedwig Andruszewska in Anspruch. Dieser versicherte, ihre Mutter habe ihr auf dem Sterbebett erzählt, die Entbindung der Gräfin sei eine Komödie gewesen. Die Mutter sei im Auftrage des gräflichen Ehepaars im Januar 1897 nach Krakau gefahren, um einen neugeborenen Knaben mit schwarzen Augen und dunklem Haar zu besorgen. Dies habe sie auch nach anfänglicher Weigerung getan. Sie habe einen solchen Knaben durch Vermittlung einer Krakauer Hebamme einem armen Dienstmädchen in einer Vorstadt Krakaus für 100 Gulden abgekauft, obwohl der Knabe schon einige Wochen alt war. Der Knabe sei nach Berlin gebracht worden. Dieser Knabe werde jetzt als von der Gräfin geboren ausgegeben. Von einer Anzahl Zeugen wurde Hedwig Andruszewska als wenig glaubwürdig und auch als rachsüchtig bezeichnet. Sie soll auch geäußert haben, sie werde sich an der Gräfin wegen schlechter Behandlung rächen. Mehrere Zeugen bekundeten. Die alte Andruszewska sei im ganzen Monat Januar und auch ganz bestimmt ab 26. und 27. Januar in Wroblevo gewesen. Die Warschauer Hebamme, die die Gräfin entbunden, weilte nicht mehr unter den Lebenden. Ihr Sohn, der nebst seiner Frau aus Warschau als Zeuge erschienen war, vermochte nichts von Belang zu bekunden. Von Bedeutung war die Zeugenaussage des Grafen Hector Quilecki, aus dessen Vernehmung Folgendes mitzuteilen ist. Vorsitzender Welches persönliche oder pekuniäre Interesse haben Sie selbst an dem Ausgang dieses Prozesses? Zeuge Ich habe vor allen Dingen das Interesse, dass die Wahrheit an den Tag komme. Ich betrachte es gewissermaßen als meine Pflicht, dahin zu wirken, dass mein Vater von dem Vorwurf befreit würde, dass sein bezüglich des Knaben erhobener Verdacht unberechtigt gewesen sei. Als Familienmitglied habe ich schließlich doch auch ein Interesse daran, dass die Familie rein bleibt und nicht ein Kind in die Familie kommt, dass der uneheliche Sohn einer sonst vielleicht ganz braven Person ist und den man dann als seinen Vetter und später vielleicht als Haupt der Familie anerkennen muss. Keineswegs leitet mich die Habsucht. Ich habe genug und brauche nicht nach der Übernahme des verlotterten Majorats zu streben, dass mindestens für eine Generation gar kein Geschäft ist. Ich halte es für die Pflicht eines jeden, der einmal in das Majorat eintreten würde, für diejenigen, die schuldig oder unschuldig aus dem Majorat heraus mussten, Sorge zu tragen. Ich halte es für meine Pflicht, die Lebensversicherungspolize des Herrn Grafen weiter zu zahlen, für die armen Kommtessen, die für die ganze Geschichte doch nichts können, zu sorgen, aber auch für den Jungen zu sorgen, der unglücklich ist, weil er aus seinen Verhältnissen herausgerissen und verzogen worden ist. Ich würde ihn nicht, wie angedeutet worden ist, zu irgendeinem Schuster oder Schneider, sondern ganz woanders hinbringen, um dafür zu sorgen, dass er nicht künftig zu einem Verbrecher würde. Von einem Plus aus der Bewirtschaftung des Majorats wird auf Jahre hinaus nicht die Rede sein können. Unsere Familie ist seit 500 Jahren in Ehren gewesen. Ich kenne keine Familie in ganz Europa, die es sich gefallen lassen würde, dass ein hergelaufenes, uneheliches Kind plötzlich der Besitzer eines Majorats werde. Ich bin an die ganze Geschichte nur höchst ungern herangetreten. Mir liegt an der Verurteilung nichts, denn es ist nicht angenehm, Angehörige seines Namens und seiner Familie hinter Schloss und Riegel zu wissen. Dieses Strafverfahren ist ja nur das Vorspiel, das Nachspiel wird in Posen kommen, denn nach Schluss dieses Prozesses werde ich den Zivilprozess in Posen aufnehmen. Richtig ist, dass einmal der Gräfin der Gedanke nahegelegt worden ist, zur Vermeidung des Eklats doch ins Ausland zu gehen. Es tut mir ja leid, dass es so weit gekommen ist, aber vor allen Dingen muss doch die Wahrheit an den Tag kommen. Vorsitzender Sie, Herr Zeuge, befinden sich in glänzender Vermögenslage. Sie sind zu einem Einkommen von 150.000 Mark veranlagt. Ihr Vater hat ein Vermögen von 1,3 Millionen Mark. Sein Besitz beträgt 30.000 Morgen. Zeuge Jawohl. Vorsitzender Wie groß ist Ihre eigene Familie? Zeuge Ich habe einen Sohn und drei Töchter. Ich würde natürlich stets dafür sorgen, dass die Gräfin, wenn sie aus der Herrschaft hinaus müsste, nicht auf die Straße gesetzt würde. Aber die Frau Gräfin geht wohl aus Hochmut oder weil sie nicht auf die Gnade von Verwandten angewiesen sein will, ihre eigenen Wege. Auf weiteres Befragen erklärte der Zeuge, Die Frau Gräfin hat einmal die Äußerung getan, wenn ich den Prozess verliere, so schieße ich den Jungen und mich tot. So spricht doch keine Frau, die die wirkliche Mutter eines Kindes ist. Ebenso hat der Vater einmal geäußert, er sei der letzte Majoratsherr aus seiner Familie und als man ihn auf seinen Knaben hinwies, hat er gesagt, Ach, ich wäre froh, wenn der Sohn nicht da wäre oder nicht lebte. Das ist doch auch bezeichnend genug. Graf Hektor bemerkte ferner auf Befragen, Zu dem Thema Bestechung ist so viel gelogen worden, dass es um aus der Haut zu fahren ist. Man hat gesagt, ich hätte der Ossowska 15.000 Thaler versprochen. Einem anderen soll ich 30.000 Mark versprochen haben. Man behauptet, ich hätte Millionen ausgegeben, die ich überhaupt nicht habe. Man hat gefabelt, ich wollte ich wollte nachts in Wroblevo den angeblichen Sohn stehlen, um ihn beiseite zu schaffen. Der Untersuchungsrichter hat mir sogar einmal in scherzhafter Form mitgeteilt, dass behauptet werde, ich wollte den Knaben ermorden. Ich habe geantwortet, Jawohl, ich sehe wohl gerade wie ein Mörder aus, Klammer auf, Heiterkeit, Klammer zu. Später erhielt ich von dem Dr. Filimowski in Krakau, der dort Rechtsgeschäfte betreibt, einen Brief des Inhalts, dass er die Angelegenheit des untergeschobenen Kindes gut kenne. Dr. Filimowski ist inzwischen durch Dekret des Bezirksgerichts in Krakau zum Vormund des kleinen Jungen, der in Wahrheit Leo Franz Parcher heißt, bestellt worden. Dr. Filimowski hat mir in den Briefe auch mitgeteilt, dass Professor Rosenblatt und ein Rechtsanwalt sich an diesen gewandt und gesagt hätten, er möchte doch die Familie nicht ins Unglück stürzen. Nachdem ihm Hechelski Bericht erstattet, sei er nach Krakau gefahren. Er habe dort der Zezilie Meier sechs bis acht Knabenfotografien vorgelegt und ihr gesagt, darunter befindet sich ihr Sohn, suchen Sie diesen doch einmal heraus. Sie hat auf die Fotografie des angeblichen kleinen Grafen gedeutet und gesagt, das ist er, das ist mein Sohn, darauf will ich schwören. Nach sieben Jahren konnte sie ihn natürlich nicht ohne weiteres erkennen, sie erkannte ihn aber an der Ähnlichkeit mit seinem älteren Bruder, der von demselben Vater stammt. Einige Zeit darauf meldete sich bei mir die Hedwig-Andruschewska und teilte mir alles auf die Kindesunterschiebung bezügliche mit. Ich dachte mir, dass ja schließlich alles Quatsch sei, was so unter vier Augen gesagt werde. Ich habe deshalb einen Fragebogen mit 25 Fragen aufgestellt, bin damit zum Distriktkommissar gegangen und habe dort die Antworten der Andruschewska von diesen unterschreiben lassen, wobei der Ortsgeistliche als Dolmetsch fungierte. Da die Leute bei uns den größten Respekt vor dem Distriktkommissar und dem Ortsgeistlichen haben, ist bei dieser Gelegenheit alles durchaus ordnungsgemäß zugegangen. Für die Reise habe ich der Hedwig 20 Mark gegeben. Natürlich habe ich auch gesagt, dass ich mich eventuell erkenntlich zeigen würde, falls durch die gerichtliche Untersuchung die Kindesunterschiebungsgeschichte als wahr sich erweisen wurde. Distriktkommissar Leithof, zu bekundete auf Befragen des Verteidigers Justizrats Bronka In seiner Gegend werden leider ungeheuer viel Meineide geleistet. Frau Biedermann, Portiersfrau des Hauses Kaiserin Augusta Straße Bekundete Sie habe die Gräfin schon am Abend des Januar wiederholt stöhnen gehört. Sie hatte am folgenden Tage keine Zweifel, dass die Gräfin geboren habe. Vorher habe sie Kinderschrei nicht gehört. Im weiteren Verlauf der Verhandlung bat Graf Hektor von Quilecki folgende Erklärung abgeben zu dürfen. Erstens nicht wir, sondern die angeklagten gräflichen Eheleute haben es für angezeigt erachtet, die Entscheidung über die Legitimität des Kindes den Gerichten zu übertragen, indem sie den Vorschlag meines Vaters, die Angelegenheit in dem diskreten Rahmen einer Erörterung im engen Familienkreise zu prüfen, abgelehnt hatten. Nachdem aber die Sache auf Anregung des gräflichen Ehepaares zur öffentlichen Besprechung bei Gerichten gelangte, musste man mit logischer Konsequenz verlangen, dass auch auf dieselbe Weise das gesamte durch uns durch dritte Personen enthüllte Material zur Aburteilung gelange. Zweitens Trotz meiner wiederholt abgegebenen Versicherung, dass meine Tätigkeit nicht durch Rücksichten auf pekuniere Vorteile veranlasst war, sind Zweifel an der Aufrichtigkeit meiner Worte erhoben worden. Um einen klaren Beweis für meine Absichten zu liefern, erkläre ich hiermit feierlich, dass ich auf das Majorat Vroblevo, falls die Frage an mich herantreten sollte, für meine Person verzichten werde. Prof. Dr. Dürsen gab sein Gutachten dahin ab, ich kann nicht den Beweis liefern, dass die Frau Gräfin nicht geboren hat. Ich kann aber nicht annehmen, dass gerade in diesem Falle eine Reihe von besonderen Umständen zusammengetroffen sein sollte, dass eine Entbindung nach Schema F für wahrscheinlich erscheinen ließen. Ich glaube daher nicht, dass die Gräfin 1896 schwanger war und 1897 geboren hat. Prof. Dr. Freund Strassburg zu bei. Auf Anregung des Gerichtsarztes Medizinalrats Dr. Störmer wurde beschlossen, eine Kommission, bestehend aus Medizinalrat Dr. Störmer, Prof. Dr. Strassmann und dem Porträtmaler Prof. Vogel mit der Prüfung der Ähnlichkeitsfrage zu betrauen. Rechtsanwalt Dr. Filimowski Krakau 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 Er sei durch Dekret des Krakauer Bezirksgerichts in Krakau am 1. April 1903 zum Vormund des kleinen Franz Parcha alias Grafen Josef Adolf Stanislaus von Quilecki ernannt worden. Die angebliche Mutter des Knaben Frau Cecilie Mayer habe ihm gesagt, sie wurde es lieber sehen, wenn der Knabe ein ehrsamer, wenn auch armer Mann werde, als ein Eindringling in eine gräfliche Familie. Ende von Abschnitt 5 Aufgenommen von Renate Berger Heidelberg Abschnitt 6 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 6 Prozess wieder das Grafen-Ehepaak Vilecki wegen Kindersunterschiebung Teil 2 An einem der letzten Verhandlungstage erstattete die Ähnlichkeitskommission zu der auch der Leiter des Polizeilichen Erkennungsdienstes nach dem Bertilong-Schen-System Polizeiinspektor Klatt hinzugezogen war ihr Gutachten. Außer dem kleinen Grafen und seinem angeblichen um ein Jahr älteren aber kleineren Bruder Felix Patscha die beide in weiß gekleidet von einem Gerichtsdiener in den Saal geführt wurden nahmen als Vergleichsobjekte vor dem Richtertischplatz die Tochter des angeklagten gräflichen Ehepaars Graf Brinsky Bruder der angeklagten Gräfin und Frau Cecilie Meyer Diese bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden unter Tränen das von ihr verkaufte Kind habe sie nur etwa viereinhalb Wochen gesehen seitdem habe sie es nicht mehr vor Augen bekommen sie behauptete die Ähnlichkeit zwischen ihrem früher geborenen Sohne und dem jüngeren kleinen Grafen sei ziemlich bedeutend Gerichtsarzt Medizinalrat Dr. Störmer erstattete darauf sein Gutachten die körperlichen Details die zum Vergleiche herangezogen wurden seien gewesen die Kopfform die Form des Gesichts das Verhalten der Jochbeine die Gestalt der Ohren Wölbung Verlauf und Behaarung der Augenbrauen das Verhalten der Regenbogenhäute Gestalt und Behaarung der Nasenwurzel die Form der Nasen die Schwingungslinien und Fülle der Lippen die Form der Mundwinkel der Verlauf der Mundspalte die Bildung der Zähne Gestalt des harten und weichen Gaumens die Konfiguration und Richtung des Kinns so dann sei die Gestalt der Hände Form und Länge der Finger und Nägel der Verlauf der Hautfurchen in den Handtellern sowie die Wölbung des Fußes endlich auch der Gang geprüft worden Zum Typus der Gräflich-Brindski-Quileckischen Familie gehören in erster Linie die mäßig-längliche Gesichtsbildung und eine ziemlich lange ein wenig gewogene und spitze an der Nasenwurzel schmale Nase bei dem kleinen Grafen finden sich Anklänge der Ohrform an die der Frau Gräfin und der Kommtessen wenn auch von einer Identität der Ohrform des Knaben mit irgendwelchen Mitgliedern der gräflichen Familie ganz bestimmt nicht die Rede sein kann Außerdem zeige der Knabe auch in der Art der Behaarung der Augenbrauen eine starke Anlehnung an die Familie der Frau Gräfin Er habe auch mit ihr die mäßige Behaarung der Nasenwurzel gemeinsam endlich auch die dunkelbraune Farbe der Regenbogenhaut Schließlich ähnele auch die Kinnbildung des Knaben derjenigen der Kommtessen ganz auffallend Jedoch unterscheide sich das Kinn des Knaben von dem der Gräfin wobei jedoch zu beachten sei dass das Kinn bei älteren Personen stärker hervortritt Von dem von zieglerischen Ohr unterscheide sich das des Knaben Josef Stanislaus in wesentlichen Punkten Einen Familientypus für die drei zum Vergleich vorhandenen Mitglieder der Meierschen Familie zu finden sei nicht gelungen Bezüglich der Ohren bestehe zwischen den drei Personen eine große Verschiedenheit Ein Vergleich der Frau Meier mit ihrem Sohne Felix sei dadurch besonders schwierig dass das Skelett dieses Kindes durch schwere englische Krankheit ganz wesentliche Veränderungen erfahren hat Aus demselben Grunde sei auch ein Vergleich dieses Knaben mit dem von Rachitis völlig verschonten Kinder Josef Stanislaus Umso mehr müsse es befremden dass bei den beiden Knaben genau die gleiche fehlerhafte Bildung im Bau der Genitalorgane wahrgenommen worden ist doch sei der vorgefundenen Missbildung kein allzu großer Wert beizulegen denn die Erfahrung der Kinderärzte lehre dass im Alter von sechs bis sieben Jahren der in Rede stehende Zustand doch noch dann und wann jedenfalls nicht allzu selten zur Beobachtung kommt so dass das Vorhandensein gerade dieser Missbildung der beiden Knaben immerhin ein Zufall sein kann sonstige anatomische Obereinstimmungen zwischen dem kleinen Grafen und dem kleinen Felix Patscha finden sich noch in dem Verlauf der Handlinien und in der Nase soweit die breite Nasenwurzel in Frage kommt die ganz und gar von dem quileckischen Typus abweiche augenfällige Unterschiede zeigen sich bei dem durch Ecke und Gegenecke gebildeten Schnitt am Ohr der Gang der beiden Kinder könne wegen der Knochenverkrümmung bei dem Felix Patscha überhaupt nicht miteinander verglichen werde was umzomehr zu bedauern sei als gerade der Gang bei dem Josef Stanislaus recht charakteristisch sei ziehe man nun das Fazit aus all diesen Betrachtungen so ergebe sich daß zwar eine unverkennbare Ähnlichkeit zwischen den Gesichtszügen des Josef Stanislaus und denen des Grafen und der Comtesse bestehe und das auch hinsichtlich der Ohrformen Anklänge zwischen dem Kinder und der Gräfin vorhanden seien aber auch nur Anklänge keineswegs eine Identität demnach habe die anatomische Untersuchung keine Anhaltspunkte für die sichere Zusammengehörigkeit des Knaben Josef Stanislaus zu der gräflichen Familie ergeben andererseits können die Sachverständigen aber auch nicht die Zusammengehörigkeit des umstrittenen Knaben zu der Familie der Frau Meier sicher beweisen der zweite Gutachter Gerichtsarzt Medizinalrat Prof. Dr. Straßmann schloß sich in den Einzelheiten dem Vorgutachten an Die Kommission sei vor eine Aufgabe gestellt gewesen wie sie wohl kaum jemals einem Gerichtsarzt vorgelegt worden sei Es fehlten hier die Grundlagen für ein wissenschaftliches Gutachten und man könne hier auch nur ein Wahrscheinlichkeitsgutachten erwarten Das Urteil über Ähnlichkeit sei ein sehr subjektives und es können Irrtümer vorkommen Eine sichere Unterlage bilde schon das Vorhandensein von besonderen Familieneigentümlichkeiten oder von Abnormitäten Er komme zu folgendem Ergebnisse Einerseits sei eine allgemeine Ähnlichkeit dieses Knaben mit dem anderen oder mit der Frau Meier nicht vorhanden Andererseits falle ins Gewicht dass die Genitalien der beiden Kinder dieselbe Abnormität zeigen Das Vorkommen dieser Abnormität sei zwar nichts Außergewöhnliches Auffallend sei es aber dass sie gerade bei diesen beiden Knaben gleichzeitig vorhanden sei Eine Abschätzung welches dieser beiden Momente gewichtiger sei lasse sich nicht machen Daher könne hieraus auch kein Schluss weder nach der einen noch nach der anderen Seite gezogen werden Der dritte Gutachter Kunstmaler Professor Hugo Vogel bemerkte auf Befragen dass sein Spezialfach Geschichte und Porträt sei Er erstattete als dann folgendes Gutachten Das Urteil das sie von mir verlangen wird ein subjektives bleiben müssen Hier erscheint die Feststellung der Ähnlichkeit umso schwieriger als der kleine Parcha entstellt ist durch schwere Rachitis Immerhin finde ich dass die Rachitis nicht imstande war die Ähnlichkeit zwischen dem kleinen Parcha und seiner Mutter zu verwischen Daraus ziehe ich den Schluss dass wenn eine Ähnlichkeit vorhanden gewesen wäre sie auch jetzt noch zu erkennen sein müsste zwischen dem kleinen Parcha und dem kleinen Grafen Der Typus der beiden Kinder ist für mich vom künstlerischen Standpunkt aus betrachtet ein ganz verschiedener Der kleine Graf hat ein geradliniges Profil das des kleinen Parcha ähnelt dem seiner Mutter und Tante Zwischen dem kleinen Grafen und der Frau Gräfin finde ich eine gewisse Ähnlichkeit Die ovale Gesichtsform der Frau Gräfin hat etwas viereckiges Das ist auch bei dem kleinen Josef Stanislaus der Fall Auf die Ohren soll je nach Versicherung der Herren Ärzte die Rachitis keine Einwirkung ausüben Ich habe die Ohren der beiden Knaben mit einigen Strichen gezeichnet und da finde ich als Künstler dass das Ohr des kleinen Parcha ein ziemlich gewöhnliches ist während das des kleinen Grafen ein recht charakteristisches rassiges Aussehen hat und in Bezug auf die Bildung eines kleinen Knöllchens hinter dem Ohre eine Übereinstimmung mit dem Ohr der Frau Gräfin zeigt Ich komme also zu dem Schluss dass eine unverkennbare Ähnlichkeit zwischen dem kleinen Parcha und seiner Mutter besteht das das aber andererseits auch eine Ähnlichkeit zwischen dem kleinen Grafen und der Frau Gräfin sowie seiner Schwester Comtesse Marie nicht zu leugnen ist Kriminalinspektor Klatt spricht sich auch dahin aus dass das abzugeben der Urteil unter den vorliegenden Verhältnissen nur ein subjektives sein könne Gerade bei Ähnlichkeitsfragen kämen die größten Irrtümer vor Als der Raubmörder Wetzel das schwere Verbrechen in Spandau begangen hatte und verfolgt wurde ließ eine Frau einen Mann arretieren indem sie mit aller Bestimmtheit den Mörder den sie unmittelbar nach der Tat gesehen wieder erkennen wollte Gleich ihr ginge es noch vielen anderen Leuten bis es sich heraus stellte dass der Verhaftete das Opfer einer auffallenden Ähnlichkeit mit dem Täter geworden war Einer der berühmtesten Kriminalbeamten die es gegeben Wolkenmarkt habe sich herausgestellt dass wohl China einen Kriminalschutzmann arretiert hatte Klammer auf Heiterkeit Klammer zu Der gleichen Ähnlichkeitstäuschungen hätten der Polizei schon viele Schwierigkeiten gemacht Der Sachverständige ließ sich dann über das Bertilonsche System aus und knüpfte hieran seine Betrachtungen über die Ohrenfrage Bekanntlich gäbe es nicht zwei Personen auf der Welt die vollständig gleiche Ohren hätten Ebenso wenig wie zwei vollständig gleiche Hände Das Ohr des kleinen Grafen habe an einer Stelle eine ähnliche Abflachung wie das der angeklagten Gräfin Es beständen aber außerdem so viele Unterschiede dass darauf unmöglich ein abschließendes Urteil sich aufbauen ließe Am 19. Verhandlungstage begannen die Plädoyer Staatsanwalt Dr. Müller führte aus Wenn Ihnen vor Jahr und Tag jemand mit den geradezu verblüffenden Einzelheiten des polnischen Dramas gekommen wäre so würden Sie diese für das Produkt einer überhitzten Romanfantasie oder für die Ausgrabung aus mittelalterlichen Chroniken gehalten haben Und in der Tat eine ganze Reihe von Momenten sind hier in Erscheinung getreten die einer weiten Vergangenheit anzugehören scheinen Kein Roban kein Theaterstück kann wie sich hier wieder zeigt an das wirkliche Leben mit seinen kaleidoskopartigen Mannigfaltigkeiten heranreichen Das wirkliche Leben schlägt in dieser Beziehung jede Konkurrenz Der Staatsanwalt beleuchtete alsdann in eingehender Weise die Zeugenaussagen und schloss mit etwa folgenden Worten Gegenüber diesen unwiderleglich feststehenden Tatsachen lassen sie sich meine Herren Geschworenen nicht durch allerlei Nebendinge von der Hauptsache ablenken Wenn sie dieser meiner Ansicht folgen und das verdächtige Verhalten der Gräfin vor und nach der angeblichen Entbindung das durch nichts zu beschönigen ist wenn sie ferner die ehelichen und wirtschaftlichen Verhältnisse und den mysteriösen Aufenthalt der Gräfin in Paris berücksichtigen so können sie sich der zwingenden Beweiskraft solcher Tatsachen unmöglich entziehen Die Beweise sind so zwingend und überzeugend dass man sich eigentlich an den Kopf fassen und sich fragen muss warum es erst noch der Entrollung eines so kolossalen Beweismaterials bedurfte Wer logisch denken kann der muss sich zu der Überzeugung bekennen dass die Gräfin das Verbrechen begangen hat Wenn sie noch mehr Beweise verlangen sollten dann würden vor Gerichtsverfahren direkt das Todesurteil sprechen Die Gräfin ist schuldig und zwar schuldig der Kindesunterschiebung um dadurch Vermögensvorteile zu erlangen Um nichts und wieder nichts wird diese Gräfin sicher nicht ein fremdes Bankert annehmen und ihr eigenes Nest beschmutzen Es handelt sich keineswegs in erster Linie um einen Kampf ums Majorat Diese Zivilstreitigkeiten müssen hier völlig im Hintergrunde bleiben Sie gehören vor das Zivilgericht Hier aber handelt es sich um ein Delikt gegen die allgemeine Rechts- und Staatsordnung das geeignet ist, den öffentlichen Glauben zu erschüttern, wie den auch das frühere Zivilurteil durch Lug und Trug zustande gekommen ist Meine Herren Geschworenen, ich bin am Schluss und lege das Urteil vertrauensvoll in ihre Hände Ob hoch oder niedrig Ob Gräfin oder armes Dienstmädchen Das dürfen Sie nicht in Betracht ziehen Sie haben allein dem Recht, zum Siege zu verhelfen Aber um eins bitte ich Sie noch Halten Sie sich nur an die Tatsachen und lassen Sie sich von diesen nicht durch das Beiwerk abbringen Halten Sie sich auch frei von allen Sentimentalitäts- und Gefühlsanwandlungen Nicht Sie, sondern das Zivilgericht hat über das Majorat die Entscheidung zu fällen Aber das eine sage ich Ihnen frei und offen Nach Lage der Akten und nach der Beweisaufnahme wird kein preußisches Zivilgericht darauf gebe ich Ihnen Brief und Siegel auch nur einen Augenblick zweifeln, die Identität des Kindes auszusprechen Zeigen Sie durch Ihren Spruch, dass der alte Satz noch immer Wahrheit hat Es gibt noch Richter in Berlin Ja, zeigen Sie, dass es noch Richter in Berlin gibt die sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen von finsteren Scheinmächten und von Leuten, die vermeiden Mein Eid auf Mein Eid schwören zu können und die nachher zu ihrem geistlichen Beichten gehen Legen Sie die Axt an die Wurzel des Übels das schon Opfer genug gehabt hat und noch mehr nach sich ziehen wird Der Zweck einer Strafe ist, zu bessern und zu sühnen Wenn Sie ein Schuldig sprechen werden dann wird das reinigend und sühnend wirken und den Leuten von Vroblevo wird dann vielleicht ein Licht aufgehen dass es etwas gibt, was höher steht als knechtische, sklavische, falsch verstandene Hingebung und das ist die Majestät des Gesetzes Erster Staatsanwalt Steinbrecht beantragte ebenfalls in längerer Rede gegen alle Angeklagte das Schuldig Gegen den Grafen Hector Kvilecki, so bemerkte der erste Staatsanwalt sei das ganze Polentum in Bewegung gesetzt worden Das Polentum sei erbittert, weil auf seine Anregung hier manch hässliches Bild aus dem polnischen Adelsleben enthüllt worden sei Deshalb stehe das ganze Polentum, hoch und niedrig gegen den Grafen Hector Deshalb sei man bestrebt, die fünf polnischen Angeklagten den deutschen Richtern zu entreißen Er glaube, an der Hand untrüglicher Tatsachen nachgewiesen zu haben dass die Gräfin das Kind untergeschoben habe dass dies aus gewinnsüchtiger Absicht geschehen sei ganz zweifellos Verteidiger Justizrat Vronka führte aus Die öffentliche Meinung, wie sie ja auch in der Presse zum Ausdruck kommt stellt sich auf den Standpunkt, es sei hier ein Kampf ums Majorat Diese Auffassung entspricht nicht der Auffassung der Gräfin Wensjerka Kvilecka Sie kämpft um ihr Kind und die Familie, die sie um sich gescharrt hat Sie kämpft um ihre Ehre und wir, die wir der Gräfin beistehen, kämpfen für das Recht Herr Staatsanwalt Dr. Müller hat gestern mit M-Phase betont dass es dem Kampf ums Recht gelte Aber die königliche Anklagebehörde hat nicht allein das Vorrecht das Recht zu finden gepachtet Auch wir nehmen es in Anspruch für uns Das objektive Recht hier zu finden wird ihre Aufgabe sein Die Art, wie der Kampf sich hier abgespielt hat gibt ihm etwas Sensationelles Soweit es sich darum handelte ob die Nachgeburt im Topf nach Berlin gebracht worden ist ob Schweineblut in Weinflaschen gefüllt worden ist wird es nach Art eines Kolportage-Romans das Herz eines Dienstmädchens, das Ackerstraße vier Treppen wohnt, erfreuen Das Sensationelle dieses Prozesses für uns Männer liegt in den Prozessualen Es liegt in der Befürchtung, dass hier etwas nicht stimme Weite Kreise haben hier diese Empfindung und man sagt sich, da müssen die Räder der Justiz nicht in Ordnung sein Sehen wir uns die Eigenart dieses Prozesses näher an Hinter mir sitzt eine Frau gegen deren Moralität niemand etwas vorgebracht hat mit einem makellosen Leben von dem wir gehört haben, wie sie ihr Vermögen für das Majorat aufgewendet hat Sieht diese Frau so aus, dass man sie fähig halten könnte aus gewinnsüchtiger Absicht ein gemeines Verbrechen zu begehen? Und von wem wird die Gräfin belastet? Von Fräulein Hedwig Andruszewska Von Herrn Peter Hechelski Von Frau Osowska Und von Frau Valentina Andruszewska Das sind die Zeugen, gegen die das Wort der Gräfin einfach verpufft im Winde Aber steht denn die Gräfin allein? Ich denke nein Und doch ist sie isoliert worden Sie beruft sich auf das Zeugnis von treuen Leuten die in ihrem Dienst standen von Leuten ferner, mit denen sie gesellschaftlich verkehrt Aber was geschieht mit diesen Leuten, die auftreten, um ihre Unschuld zu beweisen während man ihr doch umgekehrt die Schuld nachweisen muss? Die alte, treue Dienerin Knoska tritt für die Gräfin ein Man glaubt ihr nicht Eine Lehrersfrau, die Kwiatowska, tut dasselbe Man glaubt ihr nicht Frau von Moszewska, eine zwölffache Großmutter Man glaubt ihr nicht Denn ihr haftet ja der Makel an, dass sie die Schwester des Grafen ist Frau von Koczewska eilt über die Grenze Tritt für die Gräfin ein Man glaubt ihr nicht Die Wienzkowska hat jetzt andere Bekundungen gemacht wie früher Sie wird verhaftet Und ich bin der Ansicht, sie wird vielleicht heute noch nicht wissen Weshalb sie verhaftet worden ist Bei aller Hochachtung vor den Gründen, die ich respektiere Frage ich mich doch, ob diese Verhaftung gerechtfertigt gewesen ist Die Knoska und die Kwiatowska sind verhaftet Gegen die Frau von Koczewska, eine hochachtbare Dame Ist die Voruntersuchung eingeleitet Gegen die alte Frau von Moszewska ebenso Wohin kommen wir, wenn wir schon bei Frau von Koczewska annehmen wollen Dass sie aus besonderem Interesse gehandelt habe Dann erst bei den Belastungszeugen Da stehen wir als dann doch völlig vis-à-vis de rien Der Staatsanwalt hat nach dem Gesetz mehr Recht als die Verteidigung Er steht im Kontakt mit dem Untersuchungsrichter Und hat jederzeit das Recht der Akteneinsicht Das gibt ihm auch ein Übergewicht über die Verteidigung Zwar ist hier in diesem Saale das Wort gefallen Die Staatsanwaltschaft ist die objektivste Behörde der Welt Dass das Wort ehrlich gemeint ist, daran zweifle ich keinen Augenblick Das Wort gilt aber nur bis zur Eröffnung des Hauptverfahrens Das wird niemand mehr bestreiten Nachdem er gestern die Rede des Herrn Staatsanwalts Dr. Müller gehört hat In ihrer ganzen Leidenschaftlichkeit Mich hat es auf das Tiefste geschmerzt Dass ein Staatsanwalt, der die Ehre hat gegen uns zu plädoyieren Es gewagt hat, die Verteidigung vor der Öffentlichkeit zu beleidigen Das werde ich nachher näher begründen Da wurde gestern gesagt Aus Hechelski ist so manches herausgeholt worden Man hat gewisse Kniffe angewendet Schlimmer als die Folter und so weiter Weiter wurde gesagt Man hat versucht durch Kinkerlitzchen Die Aufmerksamkeit von den Tatsachen abzulenken Ich frage mich, wer ist denn dieses unpersönliche Mann? Hat der Herr Staatsanwalt die Herren Geschworenen gemeint? Das ist nicht anzunehmen Oder den Gerichtshof und den Herrn Vorsitzenden? Das ist ausgeschlossen Wer bleibt da noch übrig? Wir Die Verteidigung Die Frau Gräfin kann er auch nicht gemeint haben Denn sie hat ja kaum einmal zu einer Frage den Mund aufgetan Auch die Zeugen können nicht als diejenigen gemeint sein Die etwas herausgeholt haben Wer also bleibt anders übrig Als das Aschenbrödel Verteidigung? Herausgequetscht mit gewissen Kniffen wurde gesagt Das ist ja der negative Knigge Die Verteidigung hat erfahren Dass mit dem Zeugen Hechelski Nicht alles in Ordnung sein soll Und da sollen wir still schweigen? Wo sind die Kinkerlitzchen? Haben wir Zeugen ohne etwas mitzuteilen Nach Warschau geschickt? Versteckte Vorwürfe wurde weiter gesagt Was wir getan haben Geschah frei und offen Wir haben niemand draußen auf dem Korridor ausgefragt Am wenigsten hat der Herr Staatsanwalt Dr. Müller Der vor mir den großen Vorzug hat Bedeutend jünger zu sein Das Recht Jemand, der in diesem Saal alt und grau geworden ist Derartige heftige Vorwürfe zu machen Ende von Abschnitt 6 Aufgenommen von Renate Berger Heidelberg Abschnitt 7 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei Und im öffentlichen Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 7 Der Verteidiger erörtert im weiteren die Mängel der Voruntersuchung und Vofort Wer aber bezahlt den Geschworenen die Kosten für die vielen Verluste, die sie während dieser vierwöchigen Arbeit in ihren Berufe erleiden? Etwa der Staat, der sehr besorgt war, dem kleinen Sohne des Weichenstellers Meier ein weißes Mäntelchen auf Staatskosten zu besorgen? Wenn die Gräfin nach diesen zehn Monaten, die sie in körperlicher Pein im Untersuchungsarrest zugebracht, aus diesem Saale gehobenen Hauptes herausgeht, so wird sie ihre Pein nicht bereuen. Denn die Lehren, die dieser Prozess gibt, werden sicherlich nicht an der Kommission vorübergehen, die jetzt gerade mit der Reform der Strafprozessordnung beschäftigt ist. Ich komme noch mit einem Wort auf die ärztlichen Gutachten. Ich bedauere, dass die Überzeugung von der Schuld der Gräfin auch in diesem Saal hinübergestrahlt ist und den einen Sachverständigen, Herrn Prof. Dr. Dürsen, dessen Tätigkeit ich sonst bewundere, erfüllt hat. Ich habe bei dem Gutachten des Prof. Dürsen die Objektivität und Unparteilichkeit leider vermisst. Er hat wohl nach bestem Wissen und Gewissen sein Gutachten abgegeben, aber die Voraussetzungen zu seinem Gutachten sind derartig, dass man ihm unmöglich großen Wert beilegen kann. Wenn er nach einem Gutachten von dreiviertel Stunden endlich zu dem Schluss kam, ich glaube nicht, dass die Gräfin schwanger war, so hat er sich von Tatsachen leiten lassen, die auch andere ehrenwerte Männer schon bestochen haben und doch nichts beweisen. Ich kann mich auch bezüglich dieses Gutachtens auf die Öffentlichkeit berufen. Die Zeiten, wo in diesem Hause ein Mann sagen konnte, es gibt keine Öffentlichkeit, sind ja glücklicherweise vorüber. Das Volk spricht in solchen Sachen mit. Die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes und niemand kann mit Scheuklappen daran vorübergehen. Ich bedauere, dass es so weit gekommen ist, dass in einer Zeitung ein Artikel mit der Überschrift Prof. Dürsen als Staatsanwalt erscheinen konnte. Auch die Berliner Ärzteschaft wird sich wohl mit der Frage beschäftigen müssen, wie weit darf ein ärztlicher Sachverständiger in seinem Gutachten gehen. Der Staatsanwalt sagt, die Polen haben sich zusammengetan, um die Angeklagte den deutschen Richtern zu entreißen. Nun fragen Sie aber mal das Bürgertum, welches doch die adelige polnische Gräfin und die polnische Wirtschaft gar nichts angeht, wie es über die Sache denkt, und Sie werden allseitig Zustimmung zu der Auffassung der Verteidigung finden. Wie aber steht es mit der Stimme der Natur? Fest steht doch, dass in der Ähnlichkeitsfrage die Kunst und die Wissenschaft für die Behauptungen der Frau Gräfin greifbaren Stoff geliefert. Der Ritter von Ziegler ist hierher getreten und hat gesagt, ich weiß nicht, ob der Knabe mein Kind ist. Frau Meier ist hergetreten und hat gesagt, ich glaube, dass es mein Kind ist. Dagegen hat die Gräfin gesagt, es ist mein Kind. Wollen Sie dies Kind, welches von der Gräfin gehegt und gepflegt wird, der Mutter von der Brust reißen? Wollen Sie sich von einer gewissen Beretsamkeit überzeugen lassen? Ich dächte, die Berliner Richter und Geschworenen lassen sich durch Beretsamkeit nicht zwingen, sondern lediglich durch die Macht der Gründe und Tatsachen. Denken Sie daran, wie man den Grafen, der sich unbeobachtet wähnte, kniend am Bette des Knaben und ihn herzend und mit ihm spielend vorfand. Das ist die Stimme der Natur. Auch der Umschwung der öffentlichen Meinung ist zweifellos hervorgerufen durch die Macht der Tatsachen, durch die Beweisaufnahmen. Wenn Sie den Richterspruch in Übereinstimmung mit dieser öffentlichen Meinung fällen, dann folgen Sie ihr nicht, sondern zeigen nur, dass Sie richtig und zutreffend die Tatsachen erfasst haben. Ich zweifle nicht, dass nach dem Resultat dieser Beweisaufnahme das einzige Wort, das Sie, meine Herren Geschworenen, auf die Schuldfrage sprechen werden, das Wort Nein ist. Verteidigerrechtsanwalt Dr. Eger suchte den Nachweis zu führen, dass das Geständnis der Angeklagten Ossowska sowohl gegen sie selbst als auch gegen die anderen Angeklagten als Beweismittel ausscheide. Es fehlen alle Beweggründe, die bei einem richtigen Geständnis vorhanden zu sein pflegen. Ich hoffe daher auf einen Freispruch meiner Klientin. Verteidigerrechtsanwalt Ludwig Schotzisner Wenn die Gräfin alles, das, was auf sie hier eingestürmt ist, mit so großer Ruhe ertragen hat, so dankt sie es ihrem unerschütterlichen, felsenfesten Gottvertrauen. Als wir, Verteidiger, der Gräfin am Sonnabend den letzten Besuch im Gefängnis machten, fanden wir sie förmlich verklärt, strahlend. Sie sagte uns, heute wird in den Kirchen für mich gebetet. Meine Unschuld wird an den Tag kommen. Mir wird kein Haar gekrümmt werden. Still verließen wir das Untersuchungsgefängnis. Draußen sagte einer von uns, wie glücklich wären wir, wenn wir auch ein solches Gottvertrauen hätten. Der Herr Staatsanwalt hat geglaubt, eine Lanze für das Majorat brechen zu müssen. Wir haben gesehen, wie das Majorat nicht nur die Bande der Familie sprengt, sondern sogar demoralisierend wirkt. Als begannt wurde, dass nach langjähriger Pause die Gräfin sich wieder in anderen Umständen befinde, schlug das wie eine Bombe ein. Die Agnaten regten sich. Man sehe sich das große Heer der Mitwisser an und stelle sich ein Verbrechen vor, welches von so vielen Leuten genau gekannt wird. Der Staatsanwalt hat ausgeführt, dass in der Gegend von Vroblevo eine wahre Main-Eids-Seuche grassiere, die alle Entlastungszeugen ergriffen habe. Nur, oh Wunder, Herr Peter Hjelski und Fräulein Hedwig Andruszewska sind von dieser Seuche verschont geblieben. Und doch haben diese das Geld des Grafen Hector Quilecki deutlich Rollen hören. Wie heißt das wunderbare Serum, das gerade diese beiden Zeugen immun gemacht hat? Noch andere Merkwürdigkeiten sind aus diesem Prozess zu verzeichnen. Beispielsweise die Stellung der Staatsanwaltschaft zu dem gewiss hoch angesehenen Sachverständigen Prof. Dr. Dürsen. Der Staatsanwalt hat gesagt, das Strafverfahren gegen Prof. Dürsen sei wesentlich aus dem Grunde eingeleitet worden, um ihm Gelegenheit zu geben, sich zu gerechtfertigen. Ich weiß nicht, ob Prof. Dr. Dürsen über diese Fürsorge des Staatsanwalts sehr entzückt war. Das aber weiß ich, dass in Preußen sich keine Strafkammer gefunden hätte, die das Hauptverfahren eröffnet hätte, um einen Angeklagten Gelegenheit zu geben, sich zu gerechtfertigen. Nein, die Strafkammer, die das Verfahren eröffnete, hat den Prof. Dr. Dürsen für hinreichend verdächtig befunden, genauso wie hier andere Personen hinreichend verdächtig befunden wurden. Man hat in den Aussagen einzelner Entlastungszeugen Widersprüche entdeckt. Was sind diese Widersprüche aber gegen den Widerspruch des Gesetzgebers bei der Konstruktion der Schwurgerichte? Sie, meine Herren Geschworenen, sind dazu berufen, das entscheidende Wort über Schuld oder Unschuld der Angeklagten zu sprechen, und dann kommt ein Drei-Männer-Kollegium und entscheidet, ob ein Zeuge vereidigt werden soll oder nicht. Diese Entscheidung müsste doch gewiss auch den Herrn Geschworenen zustehen. Der zweite Herr Staatsanwalt hat den Herrn Geschworenen zugerufen. Wenn Ihnen diese Beweise noch immer nicht genügen, dann erklären Sie gewissermaßen den Bankrott der Schwurgerichte. Die Schwurgerichte sind ja manchem ein Dorn im Auge. Sie sind deshalb verdächtig, weil sie aus dem Jahre 1848 stammen. Ich glaube, das geschworenen Gericht wird noch lange den jüngsten Berliner Staatsanwalt überleben, dem ich im Übrigen ein recht langes Leben wünsche. Nun zum Grafen Hector Kvilecki. Die rechte Hand des Grafen Hector ist Herr Peter Chelsky. Das Medium ist Hedwig Andrzejewska. Ich muss dem Grafen Hector wirklich mit aufrichtigem Bedauern zurufen. Es tut mir in der Seele weh, dass ich dich in der Gesellschaft sehe. Er hat durch Chelsky in halb Europa arbeiten lassen und hat doch nichts erreicht. Ich halte es für erwiesen, dass die damals unvereheligte Cecilie Parcha ein Kind aus Not verkauft hat. Ich halte es aber nicht für erwiesen, dass der kleine Leo Parcha nach Berlin gekommen ist. Ich halte es auch nicht für erwiesen, dass der kleine Leo Parcha am 26. Januar 1897 auf die Reise gegangen ist. Aufgrund der verschiedenen Zeugenaussagen bin ich der Überzeugung, dass der Knabe Leo Parcha schon in der Zeit zwischen dem 12. und 14. Januar aus Krakau weggekommen ist. Der Hauptfehler, dass dies Rätsel noch nicht gelöst worden, liegt darin, dass man von Anfang an immer nur die Spur nach Vroblevo verfolgte. Und doch hat die Cecilie Meyer einen deutlichen Wink gegeben, wohin die Spur vielleicht führt. Sie hat gesagt, als sie nach Weggabe des Kindes von Reue gepackt in das Hotel rannte und dort sich nach der Frau erkundigen wollte, die das Kind erhalten haben könnte, sie die Auskunft erhalten habe, es habe eine Gräfin aus Oswice dort logiert. Aber niemand hat nach der Gräfin aus Oswice geforscht, denn an dem kleinen Leo habe niemand auf der Gotteswelt ein Interesse. Graf Hector hatte nur Interesse an dem kleinen Majoratsherrn. Man lukte nur immer nach Vroblevo und darum hat man andere Spuren nicht verfolgt und diese haben sich verwischt und verweht. Man suche nur fleißig nach und man wird vielleicht finden. Ich muss mich ein wenig länger mit dem Grafen Hector Quilecki beschäftigen. Er ist hier eidlich als Zeuge vernommen und er ist als Edelmann wissentlich nicht um Haaresbreite von der Wahrheit abgewichen. Er hat weit von sich gewiesen, dass er sich von materiellen Rücksichten leiten lasse. Er wollte angeblich nur verhindern, dass ein hergelaufener Knabe den Namen Graf Quilecki annahm. Ich weiß nicht, ob es ehrenhafter ist, wenn jemandes Vettern im Zuchthause sitzen, als wenn böse Zungen an der Echtheit des künftigen Majoratsbesitzers zweifeln. Herr Graf Hector Quilecki hat die Verhaftung seiner Verwandten beantragt nach der ganzen Strenge des Gesetzes. Graf Hector hat erklärt, dass er bei der Übernahme von Vroblevo keine Vorteile haben würde. Das Majorat bringt aber jährlich 70.000 Mark Revenuen, die der Herr Graf bekommen hätte, ohne einen Pfennigzahlen zu brauchen, und das soll ein schlechtes Geschäft sein? Und damit komme ich zu der Frage, was ist die Wahrheit? Über diese Frage hat man sich seit Jahrtausend den Kopf zergrübelt. Die Wahrheit ist eine spröde Schöne, die sich nicht demjenigen entschleiert, der da meint, sie aufgrund einer aus den Akten gewonnenen Voreingenommenheit gewinnen zu können. Einst hielt man für Wahrheit, dass die Erde stille stehe. Und sie bewegt sich doch. Im Interesse der angeblichen Wahrheit hat man Luther verfolgt, und der Moloch-Dienst der Wahrheit fordert auch in unseren Tagen noch immer Opfer. Eins dieser bedauernswerten Opfer ist die Zeugin Dinskowski, die mit ihrem Säugling ins Untersuchungsgefängnis wandern musste. Ich muss es nach meiner juristischen Ansicht, die ja vielleicht von anderen Juristen bestritten werden mag, hier offen aussprechen. Nach meiner Überzeugung war die Vereidigung dieser Zeugin bei dem Untersuchungsrichter ungesetzlich und unzulässig, denn nach § 65 Absatz 3 der Strafprozessordnung soll in dem Vorverfahren eine Vereidigung nur stattfinden, wenn die Vereidigung als Mittel zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage erforderlich erscheint. Der Untersuchungsrichter hielt ja aber die Aussage der Zeugin, die sie vor ihm abgegeben, für wahr, und deshalb war die Vereidigung für den Untersuchungsrichter unzulässig. Und nun ist diese schwache, konfuse Frau zu ihrem Unglück auch hier in der Hauptverhandlung vorher vereidigt worden, und daher stammen für sie die traurigen Folgen. Meine Herren, dieser Prozess wäre längst zu Ende, wenn nicht die Staatsanwaltschaft die Anklage wie eine verlorene Festung mit Todesverachtung verteidigt hätte. Jeder Tag brachte neue Wunden, und die schlimmste Wunde war für die Anklage, als wir hier nach dreitagigem Warten die Aussage des Quell aus Warschau entgegenahmen. Da brach das morsche Gebäude zusammen, die Anklage löste sich in Atome auf. Es ist nichts übrig geblieben, daran kann auch die gestrige Würdigung der Zeugenaussagen durch den zweiten Herrn Staatsanwalt nichts ändern. Der zweite Herr Staatsanwalt hat im Wesentlichen nur die Anklageschrift vorgetragen, die er selbst verfasst hat, und seine Ausführungen hin und wieder gewürzt durch ein Wörtlein, das die Schriftsprache nicht kennt und nicht verträgt. Er hat von Leuten gesprochen, die heute einen Mein-Eid leisten und morgen beichten. Ich bin nicht Katholik, aber ich habe mich gewundert, dass ein Staatsbeamter, eine Stütze von Thron und Altar, hier so wenig achtungsvoll von einer Einrichtung der katholischen Kirche gesprochen hat. Staatsanwalt Dr. Müller Das kann ich nicht zulassen. R. A. Schott-Ziesner Klammer auf, fortfahrend Klammer zu Bitte mich nicht zu stören. Der zweite Herr Staatsanwalt hat dann weiter davon gesprochen, wie der Zivilprozess unter allen Umständen zugunsten des Grafen Hector und zu Ungunsten der Gräfin entschieden wird. Mit Emphase hat er gesagt, er gebe ihnen Brief und Siegel dafür. Nun, dieser Siegel kostet viel Geld und diese Prophezeiung ist falsch. Dieser Zivilprozess wird niemals stattfinden, weil er nicht stattfinden kann. Denn gegen ein Versäubnisurteil ist ein Wiederaufnahmeverfahren fast unmöglich. Er wird aber auch deshalb nicht stattfinden, weil auch in der Brust des Mannes, mit dem wir uns ausgiebig hier beschäftigen mussten, der Friede eingezogen sein wird und er sich unter ihr Urteil beugen und wieder ein Edelmann sein wird wie früher. Er wird vornehm um Verzeihung bitten, davon bin ich überzeugt. Meine Herren Geschworenen, schwer war die Bürde Ihres Amtes und schwerwiegend sind die Folgen, die sich an Ihren Spruch knüpfen. Es handelt sich darum, soll die Frau Gräfin ins Zuchthaus wandern, soll den Eltern das Kind, dem Kinder die Eltern genommen werden. Was des Kindes hart, hat uns Graf Hector in einer schwachen Stunde verraten. Er sagte, ich werde es nicht zum Schuster und Schneider bringen und man wird sorgen müssen, dass es nicht zum Verbrecher wird. Was berechtigt denn Herrn Grafen Hector, so von diesem schönen Knaben zu sprechen, der in seiner Unschuld keine Ahnung hat, welchen Kampf hier die Verteidiger seiner Eltern durchkämpfen, dessen unschuldsvolle Seele nichts ahnt von den Niederungen dieses Lebens. Sprechen Sie die Angeklagten frei und geben Sie denen endlich die Ruhe wieder, die seit sechs Jahren verleumdet und verfolgt werden wie ein gehetztes Wild. Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. von Rychlowski Der Kampf um das Majorat reiche weit zurück. Schon von vornherein hätten die Agnaten das Kind im Mutterleibe bekämpft, weil man befürchten mußte, dass das Kind ein Knabe, also ein unerwünschter Konkurrent, in der Nachfolgeschaft sein könnte. Das Vorgehen der Agnaten mußte die Gräfin erbittern, und daß der Trotz über die Klugheit siegte, hat die arme Frau ja schwer genug büßen müssen. Graf Hector Quilecki hat hier betont, daß er nicht um das Majorat, sondern um die Ehre kämpfe. Das mag glauben wer will, vielleicht liegt hier ja auch eine Selbsttäuschung vor. Wie erklärt man es sich denn dann, daß die Agnaten, wie auch dieser Prozess ausfallen möge, einen zweiten Zivilprozess um das Majorat führen wollen? Nun hat hier Graf Hector erklärt, daß er persönlich auf das Majorat verzichte. Diese nicht sagende, unverbindliche und verspätete Erklärung hat mich an die Fabel von dem Fuchs und den Trauben erinnert. Für die Mitstreiter des Herrn Grafen Hector handelte es sich jedenfalls aber nicht um eine Ehrensache, sondern um eine Geschäftsfrage. Das Laienauge und das Künstlerauge sind sich hier darin einig, daß der schöne Knabe der Gräfin überaus ähnlich sieht. Wenn alles schwinden sollte, so ist meine Herren Geschworenen dies der feste Punkt. Sie werden nimmermehr einer Mutter ihr Ebenbild vom Busen reißen und es einer anderen Frau zu sprechen. Der Staatsanwalt hat von großer Fantasie gesprochen. Die größte Fantasie hat aber er selbst entwickelt, indem er ausführte, daß der Knabe sich den schönen Schwestern angepasst haben kann. Klammer auf Heiterkeit, Klammer zu. Der Staatsanwalt ist auch auf das alte polnische Ancien Regime zu sprechen gekommen. Ich könnte darauf erwidern, dränge aber meine Worte von den Lippen zurück, denn ich verschmähe es, in diesen Saal Sachen hineinzutragen, die nicht dahin gehören. Der Staatsanwalt hat Ihnen, meine Herren Geschworenen, auch vorgeführt, dass Sie dem Institut des Geschworenen Gerichts Schaden zufügen könnten, wenn Sie die Angeklagten nicht schuldig sprechen. Sie haben nach Ihrem Eide nur nach bestem Gewissen und Wissen Ihren Spruch zu fällen. Dass es zu solchem Prozess kommen konnte, ist sehr bedauerlich, aber begreiflich. Graf Hektor hatte schon bei dem Wosener Prozess 100.000 Mark ausgesetzt, falls er den Prozess gewönne. Noch eine solche Prämie und vielleicht machen neue Leute neue Enthüllungen über das große Geheimnis. Ich zweifle nicht, dass die Gräfin als Siegerin, wenn auch mit vernichtetem Lebensglück, diesen Saal verlässt, dass sie ihr die Ehre und die lang entbehrte Freiheit wiedergeben werden. Nach mehrstündiger Beratung verneinten die Geschworenen bezüglich aller Angeklagten die Schuldfragen. Dementsprechend sprach der Gerichtshof alle Angeklagten frei, erklärte die Haftbefehle für aufgehoben und legte die Kosten des Verfahrens der Staatskasse auf. Noch während der Plädoyer hatten sich vor dem Gerichtsgebäude viele Tausende von Menschen angesammelt. Der Wahrspruch der Geschworenen wurde in dem überfüllten Zuschaueraum mit lautem Bravo begleitet. In demselben Augenblick schallten von der Straße aus Tausenden von Kehlen stürmische Hochrufe in den Saal. Ende von Abschnitt 7 Aufgenommen von Renate Berger Heidelberg Abschnitt 8 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Das ist deine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind dezenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Availlen im Mai 2015 Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 8 Der Hannoversche Spieler- und Wucherprozess Olle ehrliche Seemann Eine der schlimmsten Leidenschaften, die in der ganzen Kulturwelt gefrönt wird, ist zweifellos das Spiel und zwar ganz besonders das Karten- und Roulettespiel in den verschiedensten Formen, wenn es nicht zur Unterhaltung, sondern als Glücksspiel zur Zwecke des Corriger la fortune betrieben wird. Den Spielbanken in Wiesbaden, Baden-Baden und Homburg wurde 1866 nach geschehener Annexion von dem Fürsten Bismarck ein jähes Ende bereitet. Soweit mir bekannt, ist der Inhaber dieser Spielbanken, Monsieur Blanc, damals nach Monaco übersiedelt. Aber nicht nur dort, sondern auch in Nizza, Ostende und anderen Orten wird dem Glücksspiel in leidenschaftlichster Weise noch heute abgelegen. Obwohl das gewerbsmäßige Glücksspiel in Deutschland gesetzlich verboten ist, wird in allen Gesellschaftskreisen noch vielfach dieser Leidenschaft gefrönt. Der große Spielerprozess in Hannover und der Prozess gegen den Club der »Harmlosen« in Berlin haben blitzartig in das Spielerwesen hineingeleuchtet. Im Oktober 1893 erregte ein vor der Strafkammer des Landgerichts Hannover geführter Spieler- und Wucherprozess ein ganz unendliches Aufsehen und zwar hauptsächlich, weil weit über 100 Offiziere aller Truppengattungen vom Generalmajor bis zum Leutnant abwärts aus allen Garnisonsorten Deutschlands als Zeugen geladen waren. Angeklagt waren 1. Bankier Max Rosenberg 2. Bankier Albert Hess, genannt Seemann 3. Bankier Louis Abter 4. Bankier Ludwig Süßmann 5. Rentier Johann Ferle 6. Rittmeister AD Freiherr von Meierring 7. Rentier Samuel Seemann, genannt der olle ehrliche Seemann 8. Bankier Julius Rosenberg 9. Geschäftsreisender Ludwig Stamer Max Rosenberg, Abter, Albert Hess und Rentier Albert Arnold Lichtner betrieben in Hannover ein Bankgeschäft. Das heißt, sie boten unter dem Deckmantel eines solchen, den Offizieren der Hannoverischen Garnison und denen der Hannoverischen Militärreitschule durch zirkulare Gelddarlehen an. Wenn nun ein Offizier Geld geliehen haben wollte, so trugen die Bankiers zunächst Bedenken. Schließlich erklärten sie sich bereit, die verlangte Summe auf Wechsel- und Ehrenschein gegen 5 bis 6 Prozent Zinsen und 1 bis 2 Prozent Provision, die sofort in Abzug gebracht wurde, zu leihen. Bares Geld erhielten aber die Offiziere in nur kleinen Beträgen. Den größten Betrag erhielten sie in Gestalt von braunschweigischen, sächsischen und Hamburger Lotterielosen. Und zwar nicht in Originallosen, sondern in Anteilscheinen, sogenannten Verzichtlosen. Das heißt, die Offiziere hatten nur auf die Klasse, auf die der Anteilschein lautete, ein Anrecht, aber auch nur bis zu einem Gewinn von 2.000 Mark. Wenn das Los mit einem höheren Gewinn herauskam, so fiel er den Darleiern zu. Auf die folgende Klasse hatten die Offiziere in den meisten Fällen kein Anrecht. Auf die letzte Klasse, die bekanntlich die meisten Chancen bietet, hatten die Verzichtslose niemals Anrecht. Es war keine Seltenheit, dass ein Offizier Verzichtslose in Betrage von 10.000 Mark und darüber in Besitze hatte. Wenn nun am Verfalltage der Wechsel nicht eingelöst werden konnte, so war, um eine Prolongation des Wechsels zu bewirken, ein neuer Loskauf erforderlich, und zwar in noch höherem Betrage als bei der ersten Ausstellung des Wechsels. Es kam infolgedessen vor, dass ein Offizier, der sich einige 100 Mark geliehen hatte, in kurzer Zeit eine Schuldenlast von vielen tausend Mark hatte. Bei einer Prolongation der Wechsel oder einem zweiten Darlehen erhielten diejenigen, die für bestimmte Losnummern die erste oder mehrere Vorklassen bereits bezahlt hatten, andere Losnummern, wofür sie wiederum die Vorklassen bezahlen mussten. Deren bisherige Nummern erhielten andere Offiziere, die die Vorklassen auch noch einmal bezahlen mussten. Ein Offizier, der sich von ABDA 2.500 Mark lieh, musste für 8.500 Mark Verzichtlose nehmen, sodass der zu unterschreibende Wechsel auf 11.000 Mark lautete. Der Vater eines Offiziers, ein Rittergutsbesitzer, übergab demselben ABDA 2.000 Mark mit dem Auftrage, damit Schulden seines Sohnes zu bezahlen. ABDA berechnete sich für seine Bemühungen 300 Mark. Die Schulden hat er nicht bezahlt, sondern das Geld für sich behalten. Max Rosenberg, Hess, Ferle, Samuel Seemann, von Meierring, Starmer, ABDA, der bereits erwähnte Rentier Lichtner und ein Leutnant AD Freiherr von Zedlitz-Neukirch besuchten alle größeren Badeorte und Rennplätze des In- und Auslandes und große deutsche Städte, in denen sie durch Fallspielen eine große Anzahl Offiziere, Rittergutsbesitzer, Studenten usw. in des Wortes vollster Bedeutung ausplünderten. Sie stellten ihre Kumpane unter falschem Namen als Großfabrikanten oder Großindustrielle, Barone oder Grafen vor und flüsterten den Offizieren ins Ohr, diese Herren hätten stets viel Geld bei sich, seien leidenschaftliche Spieler, hätten aber kein Glück im Spiel, es sei daher ein leichtes, diesen Leuten 50.000 bis 80.000 Mark abzunehmen. Wenn sich nun die herangeschleppten Opfer zum Spiel verleiten ließen, dann wendete sich das Blättchen. Die Großindustriellen waren ausnahmsweise stark vom Glück begünstigt, denn sie spielten mittelst doppelter Roulette bzw. gezeichneter Karten und wussten auch durch Winke aller Art das Glück stets an sich zu fesseln, sodass die Offiziere, Studenten usw. oftmals in einer Nacht viele Tausend Mark verloren. Wenn nun die Gerupften nicht das genügend bare Geld bei sich hatten, mussten sie für den Restbetrag einen Wechsel geben. Wenn Samuel Seemann, der in Berlin wohnte, mit seiner Roulette aber die Welt durchzog, nach Hannover kam, da bestellte von Meiering die geeigneten Zimmer im Hotel de Russie da selbst. Er sorgte außerdem dafür, dass zahlreiche Offiziere ins Hotel kamen und dass beim Spiel keine Störung eintrat. Den aufwartenden Kellnern nahm von Meiering die bestellten Speisen und Getränke vor der Tür ab. Lichtner schrieb einmal an seine Konkubine aus Baden-Baden, ich habe so ziemlich ein großes Unternehmen durchgeführt, jedenfalls habe ich mich nicht umsonst geplagt. Dieser Brief bezog sich auf ein Spiel in Baden-Baden, bei welchem er am Tage vorher in Gemeinschaft mit von Meiering einem Rittergutsbesitzer Landfried 60.000 Mark abgenommen hatte. Um den Verlierer nicht misstrauisch zu machen, verlor Lichtner zum Schein ebenfalls 16.000 Mark. Von Zedlitz wusste Landfried zu überreden, für 6.000 Mark für ihn eine Bürgschaft zu leisten. Von Zedlitz versicherte dem Landfried, die Bürgschaft sei eine bloße Form, seine Mutter, die sehr begütert sei, werde die 6.000 Mark sofort bezahlen. Landfried musste jedoch die 6.000 Mark bezahlen, denn die Mutter des von Zedlitz, einst mal eine sehr begüterte Dame, hatte durch den Leichtsinn ihres Sohnes längst ihr ganzes Vermögen verloren. Stamer schrieb von Homburg an von Zedlitz eine Postkarte, gestern großes Jö mit Boditzka nach allen Richtungen hin angeschossen. Es wird höchste Zeit für den Blattschuss auf Friedländer. Mit Friedländer wurde der Rittergutsbesitzer Landfried bezeichnet, dem bereits in Baden-Baden in einer Nacht 10.000 Mark abgenommen worden waren und der in Homburg von Neuem gerupft werden sollte. Zu den interessantesten Persönlichkeiten auf der Anklagebank gehörte der Richtmeister A.D. Freiherr von Meierring. Dieser bekundete auf Befragen des Vorsitzenden, Landgerichtsdirektors Heinroth, er habe bei Bresa zwei Güter besessen. Das eine hatte einen Kaufpreis von 180.000 Thalern, das andere von 110.000 Thalern. Für eins hatte er 120.000 Thaler, für das andere 80.000 Thaler angezahlt. Im Jahre 1880 sei er genötigt gewesen, beide Güter zu verkaufen. Er habe 855.000 Mark und 360.000 Mark dafür erhalten. Er sei als dann mit seiner Familie nach Coburg 1885 nach Hannover gezogen. Vorsitzender, Sie haben bereits im Jahre 1879 in Straßburg den Manifestationseid geleistet? Von Meierring, ich war damals bereits im Vermögensverfall. Vorsitzender, wovon haben Sie nach dem Verkauf Ihrer Güter gelebt? Von Meierring, ich hatte zusammen mit meiner Schwiegermutter eine jährliche Rente von 22.000 Mark. Vorsitzender, nachdem Sie Ihre Güter verkauft hatten, haben Sie noch den Rest Ihres väterlichen Erbteils von 82.000 Mark erhalten, wodurch sind Sie trotzdem derartigen pekuniäre Bedrängnis gekommen. Von Meierring, einmal durch Spielverluste, andererseits infolge Unterhaltung eines großen Haushalts. Vorsitzender, Ihr Haushalt muss allerdings sehr kostspielig gewesen sein, denn Sie wurden von einem Metzgermeister wegen 8.000 Mark, die Sie ihm für Fleisch schuldeten, verklagt. Aus der Rechnung geht hervor, dass Sie von dem Metzgermeister für etwa 4.000 Mark jährlich Fleisch bezogen, und zwar war dies nicht der einzige Metzgermeister, bei dem Sie Fleisch kauften. Ihr jährlicher Fleischbedarf muss sich auf 5.000 bis 6.000 Mark belaufen haben. Von Meierring, das ist richtig. Vorsitzender, Sie behaupten, Sie seien durch Ihre Spielwut in Vermögensverfall geraten, während die Anklage behauptet, Sie hätten durch das Spielen Ihre Vermögenslage aufbessern wollen und auch wirklich aufgebessert. Von Meierring, das bestreite ich ganz entschieden. Vorsitzender, wie kamen Sie mit Pferde und Lichtner zusammen, diese Leute stehen doch gesellschaftlich weit unter Ihnen. Von Meierring, ich habe auch gesellschaftlich mit diesen Leuten nicht verkehrt, als Spieler waren sie mir aber sympathisch. Von Meierring gab auf weiteres Befragen zu, dass er mit Lichtner, Albert Hess und dem Rittergutsbesitzer Landfried in Oeynhausen gespielt und dass dabei Landfried 14.000 Mark in wenigen Stunden verloren habe. In Baden-Baden habe Landfried 50.000 Mark, Lichtner 40.000 Mark verloren. Es haben dabei noch mitgespielt von Zedlitz und ein Fräulein Schenk aus Berlin. Vorsitzender, wer hatte nun die 90.000 Mark gewonnen? Von Meierring, ich habe 62.000 Mark, das übrige von Zedlitz und Fräulein Schenk gewonnen. Ich habe aber von Lichtner das Geld nicht erhalten, da ich ihm viel schuldete. Der Vorsitzende hält dem Angeklagten vor, dass er in Gotha mit zwei Offizieren und einem Redakteur in Gemeinschaft mit Lichtner gespielt und dass einer der Offiziere ihn beschuldigt habe, ergebe dem Oberkellner falsche Karten zur Verteilung. Der Angeklagte bestritt dies. Vorsitzender, im Jahre 1891 haben sie mit Fährle und dem Hauptmann von Boditzka in Homburg von der Höhe gespielt. Hauptsächlich soll dabei Fährle gewonnen haben. Sie sollen sich plötzlich verabschiedet haben unter der Angabe, dass sie ein Rendezvous hatten. Bald darauf verschwand auch Fährle. Von Boditzka verfolgte sie beide und traf sie nicht auf dem Platze, wo sie das Rendezvous haben wollten, sondern vor ihrem Hotel. Bald darauf sollten sie mit Fährle in ihr Zimmer gegangen sein. Von Boditzka folgte ihnen und als er die Tür aufmachte, zählten sie mit Fährle die gewonnenen Geldrollen. Von Meiering Das geschah, weil ich mir von Fährle Geld borgen wollte, Fährle mir aber sagte, dass er nicht so viel besitze. Vorsitzender Die Anklage behauptet, dass sie gemeinschaftliche Sache mit Fährle beim Spiel gemacht haben und ins Hotel gegangen seien, um sich den Raub zu teilen. Von Meiering Das bestreite ich ganz entschieden. Im weiteren Verlauf wurde von Meiering allgemein als der Schlepper bezeichnet. Er besitzt im Villenviertel von Hannover eine hochelegante, fürstlich eingerichtete Wohnung. In dieser veranstaltete er Bälle und andere Festlichkeiten, bei denen Offiziere der Hannoverischen Garnison, insbesondere aber die zur Reitschule nach Hannover kommandierten Offiziere stets eingeladen waren. Von Meiering dinierte auch vielfach mit Offizieren in den feinsten Hotels und sagte gewöhnlich nach aufgehobener Tafel Ich gehe zum Je. Von Meiering beschränkte seine Tätigkeit keineswegs auf Hannover. Er besuchte, wie bereits erwähnt, alle besseren Badeorte und Rennplätze, um Kavaliere zum Spiel zu verleiten. Ganz zufällig traf er an allen diesen Orten mit Fährle, Abder und Lichtner zusammen, die er als Barone, Groß Industrielle und so weiter vorstellte. Fährle wurde allgemein Herr Kommerzienrat tituliert. Eines Abends spielte von Meiering und Lichtner mit einem Offizier. Lichtner gewann, der Offizier verlor etwa 50.000 Mark. Als der Offizier schließlich in die Toilette ging, sah er in einem Spiegel, das von Meiering dem Lichtner einen vorwurfsvollen Blick zuwarf und mit dem Kopf schüttelte. Lichtner, der von Meiering zumeist als Baron von Lichtner und als der Sohn eines österreichischen Großindustriellen vorgestellt wurde, der für seinen Vater in Linden bei Hannover eine große Samtfabrik verwalte, war in Wirklichkeit ein internationaler Hochstapler. Er hatte in Wien in einem Modewarenhandlungshause gelernt und auch eine Zeit lang als Kommiss konditioniert. Er ist aber frühzeitig auf die Bahn des Verbrechens geraten. Er war vielfach wegen Veruntreuung, Hazardspiels, Wuchers und ähnlicher Straftaten, mit langjährigem schwerem Kerker, verschärft mit Fasten, bestraft. Er war, gleich allen anderen Angeklagten, verhaftet. Es gelang ihm aber, aus dem Gefängnislazarett zu entfliehen. Erst nach langer Zeit wurde er in Pressburg verhaftet und, da er österreichischer Untertan war, in seiner Vaterstadt Wien angeklagt. Ende April 1894 hatte er sich wegen der in Deutschland begangenen Straftaten vor dem Kaiserlichen Landesgericht in Wien zu verantworten. Er wurde zu fünf Jahren schweren Kerkers, verschärft mit Fasten an einem Tage jenes Monats und mit Zulässigkeit von Polizeiaufsicht bestraft. Starmer war ebenfalls entflohen. Freiherr von Zedlitz war nicht aufzufinden. Ein eben solcher Hochstapler wie Lichtner war Fährle. Dieser gab auf Befragen des Vorsitzenden zu, dass er 17 Jahre lang in Österreich, Ungarn, Deutschland, Belgien, Holland, der Schweiz als Roulette-Bankhalter umhergezogen sei und sich dadurch ein Vermögen erworben habe. In Straßburg, Elsass, wurde er wegen Diebstahls bestraft. Er hatte in Baden-Baden beim Roulettspiel 5 Napoleon-Dor entwendet. Obwohl der Mann, der in seiner Jugend auf den Straßen Zeitungen verkauft hat, vollständig falsch deutsch sprach, hat er in den feinsten Badeorten mit hohen Offizieren, Rittergutsbesitzern und so weiter gespielt und stets große Summen gewonnen. Er soll eine ganz besondere Fingerfertigkeit besessen und vielfach mit gezeichneten Karten gespielt haben. Wo Fährle war, da war von Meiering nicht weit. Dieser stellte Fährle als Kommerzienrat vor. Damit war Fährle in die bessere Gesellschaft eingeführt. Im Wiener Café in Hannover ließ Fährle einmal zwei Karten, ein rotes Ass und ein Pik-Bube, verschwinden. Der Oberkellner fand beide Karten in der Tasche des Fährle. Er warf deshalb Fährle aus dem Café hinaus. Aber auch die anderen Angeklagten sollen mit gezeichneten Karten gespielt haben. Ein Offizier hat einmal vor dem Spiel die Bildseiten, aber nicht die Rückseiten der Karten untersucht. Ein junger Offizier traf eines Tages im Speisesaal des Hotels Englischer Hof in Frankfurt am Main den Freiherrn von Zedlitz. Dieser stellte ihm von Meiering vor. Plötzlich kam ein Herr in den Saal. Die Herren begrüßten ihn und von Zedlitz sagte, da ist der Herr von Linden aus Berlin. Von Meiering versetzte, den Herrn habe ich vor einiger Zeit in Helgoland kennengelernt. Von Zedlitz sagte, das ist ein sehr reicher Mann, mit dem können wir einmal ein Jöchen wagen, der hat mindestens immer 50.000 Mark bei sich, wir müssen aber dabei sehr vorsichtig zu Werke gehen. Von Meiering stimmte zu und die Herren näherten sich dem Herrn von Lindner. Vorsitzender, kam es Ihnen so vor, als sollte dieser Herr von Lindner eingefangen werden? Zeuge, jawohl. Es wurde verabredet, in das Zimmer des Herrn von Zedlitz zu gehen und dort Macau zu spielen. Ich wollte aber nur Ecarte spielen. Wir spielten etwa zehn Minuten Ecarte. Als dann wurde gesagt, das Spiel ist doch gar zu langweilig. Wir wollen lieber Macau spielen. Ich willigte ein und verlor 3000 Mark. Vorsitzende, wer gewann denn? Zeuge, Herr von Lindner. Vorsitzender, das war Lichtner. Zeuge, jawohl. Ich hörte später, dass es Lichtner war. Ein nicht minder gefährlicher Betrüger war Samuel Seemann, genannt der olle ehrliche Seemann. Dieser spielte nicht bloß mit gezeichneten Karten, er zog auch mit einer Roulette in der Welt umher. Seemann wohnte überall in den feinsten Hotels. Sobald in irgendeinem Ort die Offiziere erfuhren, Seemann sei mit seiner Roulette eingetroffen, da strömten sie in Schaden zu diesem Mann, um sich am Roulette-Spiel zu beteiligen. Ein Offizier von Hohem Adel, als Zeuge vernommen, bemerkte, ich sagte mir, ob ich nach Monaco gehe oder zu Seemann, das bleibt sich im Grunde genommen ziemlich gleich. Ein anderer Offizier bekundete als Zeuge, er habe einige Male bei Seemann im Hotel de Russie in Hannover Roulette gespielt. Er habe den Eindruck gehabt, dass Seemann, der stets die Bank hielt, Betrügereien mache. Er hatte die Empfindung, dass zwei Kugeln in der Roulette waren. Wenn die richtige Kugel fiel, dann überschlug sie sich einige Male und fiel laut klappernd über die Felder. Wenn dagegen die falsche Kugel fiel, dann entstand ein dumpfes Geräusch und die Kugel fiel, ohne sich zu überschlagen oder zu klappern auf die Felder. Angeklagter Samuel Seemann Ich habe eine zweite Kugel nicht gehabt. Ich bitte im Übrigen, Herr Vorsitzender, alle Herren Offiziere nach meinem Renommee zu fragen. Obwohl ich leider schon seit vielen Jahren dieses Geschäft betreibe, so hieß ich doch allgemein der olle, ehrliche Seemann. Allgemein große Heiterkeit Ein gefährlicher Spieler und Wucherer war auch der angeklagte Abter. Auch dieser spielte mit falschen Karten und hat Offizieren innerhalb weniger Stunden 30.000 bis 40.000 Mark abgewonnen. Im Laufe der Verhandlung erschien als Zeuge Kaufmann Engelke, Schöneberg bei Berlin. Dieser bekundete auf Befragen des Vorsitzenden, Fährle habe in den letzten zwei Jahren mit Lichtner nicht verkehrt. Lichtner habe ihn einmal zum Zwecke einer Schuldregulierung zu Fährle gesandt. Fährle habe aber das Geschäft mit dem Bemerkten abgelehnt, er wolle mit Lichtner nichts mehr zu tun haben. Vorsitzender Sagte Fährle etwa, es komme ihm so vor, als sei Lichtner ein Falschspieler, der die Offiziere ausräubere? Zeuge Herr Vorsitzender, darüber spricht man in Spielerkreisen nicht. Einer weiß vom anderen, was er in dieser Beziehung leisten kann, gesprochen wird aber darüber nicht. Es wurde in der Verhandlung außerdem festgestellt, dass vielfach in Eisenbahncoupés gespielt und dabei sehr beträchtliche Summen Offizieren abgewonnen wurden. In diesem Prozess war Sachverständiger für Karten- und Roulette-Spiel Kriminalkommissar Freiherr von Mannteufel und ein gewerbsmäßiger Spieler namens Hingst, Berlin. Der bekannte Spieler Konrad Reuter, Berlin, erschien unter vielen anderen als Zeuge. Die Anklagebehörde wurde vertreten von Staatsanwalt Wilhelm und Gerichtsassessor Seel. Die Verteidigung führten Rechtsanwalt Dr. Kius, Hannover, Justizrat Dr. Seckels, Göttingen, Justizrat Lenzberg, Hannover, Rechtsanwalt Dr. Fritz Friedmann, Rechtsanwalt Dr. Alfred Gotthelf und Rechtsanwalt Elsbach, Berlin, Rechtsanwalt Ascher, Hannover und Rechtsanwalt Dr. Oppenheimer, Hamburg. Es dürfte auch von Interesse sein, einen Blick auf die Anklagebank zu werfen. Der Rittmeister der Landwehrkavallerie, Spross einer alten Adelsfamilie, Freiherr von Meierring, war ein stattlicher, großer Mann. Einen großen, hellgrauen Mantel um die Schulter gehängt, betrat er gewöhnlich die Anklagebank. Von Meierring saß zwischen Pferde und dem ollen, ehrlichen Seemann. Er wechselte aber mit seinen Mitangeklagten kein Wort. Er grüßte höchstens die Berichterstatter, denen er die Bitte aussprach, mit Rücksicht auf seine Kinder ihn glimpflich zu behandeln. Sein schön gepflegter, dunkelblonder, am Kinn ausrasierter Vollbart war bereits etwas grau meliert. Auch sein dunkelblondes, elegant frisiertes Haupthaar war etwas gelichtet und schon zum Teil ergraut. Seine Verteidigung war eine sehr geschickte. Nur Abder war ihm an Ruhe überlegen. Abder war noch ein junger Mann, mittelgroß. Er hatte volles schwarzes Haupthaar, schwarzen gepflegten Vollbart. Er trug eine goldene Brille. Sein nicht unschönes Gesicht verriet eine gewisse Verschmitztheit. Recht ehrwürdig sah Pferde aus, man konnte ihn für einen Kommerzienrat halten. Er war ein großer, starker, älterer Herr mit kahlem Kopf und grauem Vollbart. Er sprach wohl falsch Deutsch, dies machte jedoch nicht den Eindruck, als sei er ungebildet. Seine Aussprache ließ vielmehr auf einen Ausländer schließen. Er war in Offenbach am Main geboren, aber in Ungarn erzogen. Mit großer Unruhe schweiften seine lebhaften Augen im Saale umher. Mit fieberhafter Aufregung verfolgte er die Aussagen der ihn belastenden Zeugen. »Es ist nicht wahr, was Sie da sagen, Herr Leutnant«, rief er einige Male in den Saal hinein. Der Vorsitzende hatte alle Mühe, den Mann in den vorgeschriebenen Schranken zu halten. Selbst sein Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Fritz Friedmann, musste ihm mehrfach den Mund verbieten. Eine echte Biedermann-Physionomie hatte Samuel Seemann, der olle ehrliche Seemann. Er war ein ziemlich großer Mann mit vollem, grauem Haupthaar und eben solchem Vollbart. Er besaß eine große Ruhe. Julius Rosenberg und Susmann machten den Eindruck anständiger Kaufleute. Nach zehntägiger Verhandlung wurden verurteilt von Meiering zu vier Jahren Gefängnis und fünf Jahren Ehrverlust, Ferle zu vier Jahren Gefängnis und fünf Jahren Ehrverlust, Samuel Seemann zu zwei Jahren Gefängnis und fünf Jahren Ehrverlust, Abda zu vier Jahren Gefängnis und fünf Jahren Ehrverlust, Hess zu zwei Jahren Gefängnis und fünf Jahren Ehrverlust, Julius Rosenberg wegen Lotterievergehens zu 750 Mark, Susmann wegen desselben Vergehens zu 1000 Mark Geldstrafe. Max Rosenberg wurde freigesprochen. Von Meiering hatte sich einige Tage nach dem Urteilsspruch in seiner Zelle erhängt. Samuel Seemann, der olle ehrliche Seemann, ist nach etwa dreiviertel Jahren im Gefängnis zu Hameln gestorben. Ende von Abschnitt 8 Abschnitt 9 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Hawaii im April 2014 Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 9 Die Leiche im Koffer Schnöde Habsucht, die Haupttriebfehler aller Leidenschaften, ist zumeist die Ursache der größten Verbrechen. Schnödeste Habsucht war es auch, die den noch Jugendlichen, bis dahin vollständig unbescholtenen Möbelhändler Wilhelm Mayer aus dem idyllisch gelegenen Badeort Wildungen vor das Schwurgericht des Landgerichts Kassel wegen Mordes führte. Ende April 1906 kam, Bahnlagern, Frankfurt am Main, ein großer Koffer aus Wildungen an. Nach einigen Tagen entströmte dem Koffer ein ekelhafter Geruch. Der Koffer wurde geöffnet. Er barg eine stark in Verwesung übergegangene, von Maden und Würmern bereits angefressene, anscheinend weibliche Leiche, die mit Chlorkalk vollständig überschüttet war. Es wurde sofort festgestellt, dass ein Mord begangen worden und die ermordete, die 76-jährige Rentiere Marie Vogel, geborene Lange, aus Wildungen war. Der Verdacht der Täterschaft lenkte sich sogleich auf den Möbelhändler Wilhelm Mayer aus Wildungen. Mayer, 1875 geboren, war gelernter Dekorateur und kam als blutjunger Mensch nach New York. Dort ist es ihm zunächst sehr schlecht ergangen. Er hat sich als Flaschenspüler, später als Hausdiener und Kellner, notdürftig durchs Leben geschlagen. Eines Tages lernte er auf der Straße in New York die alte Vogel kennen. Obwohl diese fast seine Urgroßmutter hätte sein können, so entspannt sich zwischen der Vogel und Mayer sehr bald ein intimes Verhältnis. Nach einigen Jahren ist Mayer mit der Vogel nach Europa zurückgekehrt. Hier haben sie zunächst einige größere Reisen unternommen. Schließlich zogen sie nach Bad Wildungen und eröffneten dort ein Möbelgeschäft. In Wildungen lernte Mayer ein hübsches, junges Mädchen namens Sophie Christiani kennen. Aus diesem Anlass wurde die alte Vogel ungemein eifersüchtig. Es kam fast allabendlich zwischen der alten Frau und Mayer zu sehr heftigen Auftritten. Eines Tages erzählte Mayer seinen Bekannten, Tante Vogel ist auf längere Zeit verreist. Mayer nannte die alte Vogel Tante. Sie soll ihm, sogleich nachdem sie sich in New York kennengelernt hatten, vorgeredet haben, dass sie seine Tante sei. In dem idyllischen Badeort munkelte man wohl allerlei, zumal von der Abreise der alten Frau niemand etwas wahrgenommen hatte. Auch war es aufgefallen, dass Mayer plötzlich mit sehr wertvollen Brillantringen prallte und solche zum Kauf anbot. Man wusste auch, dass die alte Vogel viele kostbare Brillantringe, sowie überhaupt ein großes Vermögen besaß. In dem Hause, in dem die alte Vogel mit Mayer wohnte, war nach einiger Zeit ein ekelhafter Geruch wahrzunehmen. Es kam aber niemand auf den furchtbaren Gedanken, Mayer könnte die alte Frau ermordet haben. Etwa neun Monate nach der angeblichen Abreise der alten Vogel sandte Mayer einen sehr schweren Koffer bahnlagernd nach Frankfurt am Main. Er hatte schon vorher das Möbelgeschäft, das ihm Frau Vogel eingerichtet hatte, verkauft und war, sobald er den Koffer abgesandt hatte, mit der Christiani aus Wildungen verschwunden. Nachdem der Inhalt des Koffers in Frankfurt festgestellt war, wurde hinter Mayer ein Steckbrief erlassen. Er wurde in New York, wohin er sich mit der Christiani gewandt hatte, kurze Zeit nach seiner Ankunft ergriffen und nach Deutschland zurücktransportiert. Er bestritt, die Vogel ermordet zu haben, sondern gab an. Aus Anlass seines Liebesverhältnisses mit der Christiani sei es allabendlich zwischen ihm und der Vogel zu heftigen Auftritten gekommen. Als er eines Abends nach Hause kam, war alles still. Er zündete Licht an und als er in das Schlafzimmer der Vogel trat, saß diese leblos auf dem Stuhl. Sie hatte sich, während sie auf dem Stuhle saß, mit einem Strick erdrosselt. Er machte zunächst, aber ohne Erfolg, Wiederbelebungsversuche. Alsdann wollte er polizeiliche Anzeige erstatten. Er nahm aber davon Abstand, da er befürchtete, er werde in den Verdacht kommen, die alte Frau ermordet zu haben. Er entkleidete daher die Leiche und legte sie ins Bett. Da aber die Leiche nach einigen Tagen zu riechen begann, packte er sie in einen großen Koffer, das heißt, er zwängte sie hinein, indem er ihr die einzelnen Glieder zerbrach. Zwecks Dämpfung des Leichengeruchs überschüttete er die Leiche mit Chlorkalk. Der Koffer, in dem die Leiche lag, stand vor seinem Bett. Er habe also neun volle Monate neben der Leiche geschlafen. Diese Erzählung hielt auch Meyer vor dem Schwurgericht in Kassel, vor dem er sich vom 5. bis 11. Dezember 1906 wegen Mordes zu verantworten hatte, aufrecht. Der Angeklagte behauptete außerdem, er habe mit der alten Vogel keinen intimen Verkehr unterhalten. Die Vogel habe wenige Tage vor ihrem Tode mehrere goldene Brillantringe ins Klosett geworfen, wahrscheinlich aus Hass gegen ihn. Die Aufstellung der Möbel in der Vogelschen Wohnung ließen jedoch keinen Zweifel, dass Meyer und die Vogel wie ein Ehepaar verkehrt haben. Außerdem wurde auf Gerichtsbeschluss das Vogelsche Klosett und die gesamten Abflüsse aufs Genaueste untersucht, es war jedoch kein Brillantring zu finden. Der entleerte und desinfizierte Koffer wurde den Geschworenen gezeigt. Letztere forderten jedoch die sofortige Entfernung des Koffers aus dem Gerichtssaal, da er noch immer einen Leichengeruch von sich gab. Die medizinischen Sachverständigen hielten es für im höchsten Grade wahrscheinlich, daß Meyer die alte Frau erwürgt habe. Die Geschworenen erklärten ihn des schweren Raubes im Sinne des § 251 des StGB für schuldig. Der Gerichtshof verurteilte daraufhin Meyer zu 15 Jahren Zuchthaus, 10 Jahren Ehrverlust und Zulässigkeit von Polizeiaufsicht. Ende von Abschnitt 9 Abschnitt 10 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org Aufgenommen von Jan Münter Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 10 Der Raubmörder Hennig Viel erzählt man sich von der großen Verschlagenheit der Räuberhauptleute früherer Jahrhunderte. Die Verbrecher vergangener Zeiten sind ins Grab gesunken, sie haben vielfach auf dem Schafott ihr Leben beschlossen. Es entstehen neue Verbrechertypen, Kinder der Neuzeit, die an Verschlagenheit, Tücke und Grausamkeit ihre Vorgänger noch weit übertreffen. Zu diesen Verbrechern zählte auch der Raubmörder Hennig, der vor einigen Jahren die gesamte Bevölkerung Deutschlands und wohl auch des Auslandes aufs Lebhafteste beschäftigte. Anfang Dezember 1905 wurde der 21 Jahre alte Hausdiener und Kellner August Giernot in dem Wannseher Forst erschossen aufgefunden. Da bei der Leiche Uhr und Kette vorhanden war und ein Revolver daneben lag, glaubte man zunächst an einen Selbstmord. Es wurde jedoch sehr bald festgestellt, dass Giernot einem Raubmörder zum Opfer gefallen war. Giernot wohnte in Berlin bei seinem Bruder, einem Schneidermeister, in der Andreasstraße 25. Der junge Mann hatte in Zeitungen annonciert, dass er eine Stellung suche. Aus Anlass dieser Annonce erschien am 4. Dezember 1905 ein Mann bei Giernot, der sich als Oberinspektor Reimann aus Potsdam vorstellte. Er sagte dem jungen Mann, er sei in der Lage, ihm eine gute Stellung in einem vornehmen Restaurant in der Wannseegegend zu verschaffen, wenn er eine Bürgschaft von 500 Mark leisten könne. Giernot war über diese Nachricht sehr erfreut. Er kleidete sich sofort an, steckte seine Zeugnisse und sein Sparkassenbuch, das über 750 Mark lautete, zu sich und folgte dem freundlichen Stellenvermittler. Er ahnte nicht, dass dies sein Todesgang sein werde. Als der angebliche Oberinspektor Reimann mit Giernot sich in dem einsamen Wannseher Forst befand, zog Reimann plötzlich einen Revolver aus der Tasche und schoss damit den ahnungslosen jungen Mann zweimal in den Kopf. Giernot fiel sofort tot zur Erde. Die Beraubung der Leiche Der angebliche Oberinspektor war augenscheinlich bemüht, den Anschein zu erwecken, dass Giernot sich selbst erschossen habe. Er legte den Revolver neben die Leiche und belies dem ermordeten Uhr, Kette und Portemonnaie. Er begnügte sich mit der Entnahme der Ausweispapiere und des Sparkassenbuchs. Damit begab er sich nach Berlin. In der Friedrichstraße 22 bei dem Geldvermittler Werner verpfändete er das Sparkassenbuch für 500 Mark. Auf Verlangen des Werner stellte er diesem auf den Namen August Giernot einen Schuldschein über 500 Mark aus. Die Auffindung des Leichnams Schneidermeister Giernot und dessen Familie warteten vergeblich auf die Rückkunft ihres Verwandten. Der angebliche Oberinspektor Reimann vergnügte sich inzwischen mit dem geraubten Gelde in dem Strudel der Weltstadt. Nach einigen Tagen erhielt Schneidermeister Giernot die Nachricht, sein Bruder August sei im Wannseer Forst als Leiche aufgefunden worden. Der Schneidermeister bezweifelte sofort, dass sein Bruder sich erschossen habe, zumal er feststellte, dass die Ausweispapiere und das Sparkassenbuch fehlten. Das geheimnisvolle Vorkommnis in dem Wannseer Forst wurde sogleich durch die Zeitungen bekannt. Dadurch wurde der Geldvermittler Werner aufmerksam. Er teilte der Polizei mit, dass und in welcher Weise er in den Besitz des Sparkassenbuchs von August Giernot gekommen war. Feststellung des Mörders Die Polizei stellte aufgrund der Handschrift des angeblichen Oberinspektors Reimann und des Verbrecheralbums fest, dass der Oberinspektor Reimann mit dem Lederarbeiter Karl Rudolf Hennig identisch sei. Es wurde sogleich ein Steckbrief erlassen und eine Belohnung von 500 Mark ausgesetzt. Allein es verging mehrere Wochen, ohne dass von dem Raubmörder eine Spur zu entdecken war. Die Verhaftung und die Flucht Hennigs Am 6. Februar 1906 kam eine in der Corinna Straße 54 in Berlin wohnende Witwe Schulz auf das in der Wörther Straße 1 belegene 17. Polizeirevier mit der Mitteilung Seit einigen Tagen wohne ein junger Mann bei ihr, der sich Heine aus Hamburg nenne. Dieser Mann komme ihr sehr sonderbar vor. Nachdem sie das Bildnis des steckbrieflich verfolgten Raubmörders Hennig gesehen, vermute sie in dem angeblichen Heine den Raubmörder Hennig. Der Reviervorsteher beauftragte sofort zwei Kriminalbeamte, sich den angeblichen Heine aus Hamburg näher anzusehen. Die beiden Kriminalbeamten forderten, in der Wohnung der Witwe Schulz angelangt, den angeblichen Heine auf, ihnen zu folgen. Letzterer entsprach sogleich auf das Bereitwilligste dieser Aufforderung. Ob die Beamten in dem angeblichen Heine den vielgesuchten Raubmörder Hennig erkannten, ist nicht festgestellt worden. Auf der Treppe zur Revierwache drehte sich Hennig, denn er war es, plötzlich um, riss einen Revolver aus der Tasche und schlug auf den eben folgenden Kriminalschutzmann Wolk an. Glücklicherweise war die Waffe gesichert, so dass sie versagte. Hennig drehte nun den Revolver um und versetzte dem Beamten einen Hieb über den Kopf, so dass der Beamte zur Erde taumelte. In rasender Flucht stürzte darauf Hennig davon, hinter ihm eine von Sekunde zu Sekunde größer werdende Menschenmenge. Während des Laufens war es Hennig gelungen, die Schusswaffe zu entsichern. Einen Postbeamten, der ihn aufhalten wollte, streifte seine Kugel. Der Mörder stürmte nun in das offenstehende Haus Schönhauser Allee 28, eilte auf den Boden und kroch durch eine enge Luke aufs offene Dach. Unten hatten sich inzwischen zahlreiche Schutzleute und eine unübersehbare Menschenmenge angesammelt. Hennig schoss zweimal nach unten, glücklicherweise ohne jemanden zu treffen. Hierauf übersprang er einen abgrundtiefen Schacht von bedrohlicher Breite und lief mit Windeseile auf den flachen Dachfürsten der Häuser entlang. Auf dem Hause Treskostraße 14 machte er Halt. Hier schwang er sich wiederum durch eine Dachluke, stürmte die Treppe hinunter, geradewegs zu dem im Erdgeschoss wohnenden Schuhmacher Krause. Diesen ersuchte er mit der größten Gemütsruhe, ihm sofort seine zerrissenen Stiefel zu flicken. Der brave Meister, der von der tollen Henning-Jagd kein Wort gehört hatte, begann sofort, die zerrissenen Stiefel zu flicken. »Hübsch sind solche Pantoffeln«, sagte Hennig, auf ein paar grau-grüne Pantoffeln weisend. In demselben Augenblick streifte er sie sich über. »Und wie praktisch solch eine Mütze zur Arbeit ist!« Mit diesen Worten stülpte er die Mütze des Meisters auf den Kopf und verließ eiligen Schrittes die Schuhmacher-Werkstatt. Der Meister, der mit der Reparatur der Stiefel aufs emsigste beschäftigt war, glaubte, sein Kunde sei nur einmal ausgetreten. Hennig trat auf die Straße, ging unbehelligt durch eine Schar von Schutzleuten und das nach vielen Tausenden zählende Publikum hindurch und war im Augenblick verschwunden. Erst nach längerer Zeit wurden die Schutzleute gewahr, dass der Mann, den sie für einen harmlosen Schuhmacher hielten, der Raubmörder Hennig war. Die nochmalige Fahndung nach Hennig Nun begann die Jagd nach Hennig von Neuem und zwar mit noch bedeutend größerer Anstrengung. Der Potsdamer Regierungspräsident setzte eine Belohnung von 3000 Mark für Ergreifung des Mörders aus. Alle Hebel wurden in Bewegung gesetzt. Hennig, dessen Flucht in den Singspielhallen, in Zirkus und Theater zum Gegenstande des Witzes gemacht und auf allen Spielplätzen der Jugend nachgeahmt wurde, war und blieb spurlos verschwunden. Hennigs Ergreifung in Stettin Am 14. März 1906 wurde einem Beamten der Stettiner Wach- und Schließgesellschaft auf offener Straße in Stettin ein Fahrrad gestohlen. Der Beamte setzte dem Dieb nach. Es gelang dem Beamten, nicht bloß das Fahrrad wiederzubekommen, sondern auch den fliehenden Dieb einzuholen und ihn der Polizei zu übergeben. Auf dem Polizeibüro wurde sofort festgestellt, dass der Fahrraddieb der Raubmörder Hennig sei. Die Erhebung der Anklage Unter sicherer Bedeckung wurde Hennig nach Berlin und von dort nach Potsdam gebracht. Da die Ermordung des Geernot in dem zwischen Wannsee und Glienicke gelegenen Forst, also auf Potsdamer Gebiet, verübt worden ist, so hatte sich Hennig am 30. April 1906 vor dem Schwurgericht des Potsdamer Landgerichts wegen Mordes, mehrfachen Mordversuchs, Diebstahls und Urkundenfälschung zu verantworten. Hennig war am 30. Oktober 1874 in Berlin als Sohn eines ehrsamen Handwerksmeisters geboren. Nachdem er die Volksschule verlassen, ist er zu einem Lederarbeiter in die Lehre gekommen. Schon im Jahre 1890, also kaum 16 Jahre alt, wurde er wegen Körperverletzung mittels gefährlichen Werkzeugs zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt. Drei Jahre später stand er wegen schwerer Ladendiebstähle vor Gericht. Er war eine Zeit lang einer der gefährlichsten Einbrecher Berlins. Als solcher verbüßte er eine mehrjährige Zuchthausstrafe. Nachdem er das Zuchthaus verlassen, beging er die unglaublichsten Betrügereien, fälschte Pfandscheine und wurde schließlich Heiratsschwindler. Er hatte ein sehr ansprechendes Äußeres. In der Maske eines Agenten, Kaufmanns oder Fabrikanten näherte er sich jungen Mädchen und verwitweten Frauen und, wenn er sie im Besitz einiger Geldmittel oder entsprechender Sparkassenbücher wusste, versprach er ihnen die Ehe. Durch schnellen Wechsel seiner Namen glückte es ihm stets, sich der Festnahme zu entziehen, sobald eine der Betrogenen ihn der Behörde überliefern wollte. Er trat auch als Herr von Hohenheim, von Nordheim usw. auf. Der Pseudo-Aristokrat setzte seine Heiratsschwindelein auch nach seiner am 6. Februar erfolgten Flucht über die Dächer fort. Da im Potsdamer Gerichtsgefängnis keine Mörderzelle vorhanden war, wurde Hennig in die Mörderzelle des Moabiter-Untersuchungsgefängnisses gesperrt, aus der einen Weichen ausgeschlossen ist. Am Morgen des 30. April 1906 wurde Hennig, stark gefesselt, von sechs handfesten Transporteuren von Berlin nach Potsdam gebracht. Sechs Schutzleute und zwei Gerichtsdiener wurden im Potsdamer Schwurgerichtssaal vor die Anklagebank postiert. Der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Barchewitz, forderte die Schutzleute auf, den Angeklagten scharf zu beobachten. Sobald er nur den leisesten Versuch unternehme zu entfliehen, sollten sie ihm sofort Fesseln anlegen. Hennig machte keinen Fluchtversuch. Er bemerkte, er habe sich nach seiner Flucht über die Dächer noch einige Tage in Berlin aufgehalten und sei als dann mit einem Freund nach Stettin übergesiedelt. Dort habe er bis zu seiner Ergreifung teils vom Heiratsschwindel, teils von Diebstählen gelebt. Er bestritt, den Kellner Giernot erschossen zu haben. Dies habe sein Freund Franz und ein anderer Unbekannter getan, den er in einer Verbrecherkneipe in der Linienstraße in Berlin kennengelernt habe. Er habe dem Giernot nur das Sparkassenbuch und die Ausweispapiere geraubt. Im Laufe der Verhandlung erschien der alte Vater Hennigs vor Gram gebeugt als Zeuge. Der alte Mann konnte vor Weinen kaum sprechen. Er bemerkte mit Tränen erstickter Stimme, er habe für seinen Sohn, der nicht unbegabt war, alles aufgewendet, um ihn zu einem ordentlichen, tüchtigen Menschen zu erziehen. Alle seine anderen Kinder seien brav und ordentlich. Es breche ihm das Herz, seinen Sohn als Raubmörder auf der Anklagebank sehen zu müssen. Vorsitzender Landgerichtsdirektor Barchewitz Herr Hennig, ich kann Ihren großen Schmerz begreifen. Sie müssen sich aber in dem Bewusstsein trösten, dass Sie Ihre Vaterpflichten voll erfüllt haben. Wir Väter können ihm nichts weiter tun, als unsere Kinder zu ordentlichen Menschen zu erziehen. Wenn das nicht gelingt, dann haben wir keine Schuld. Heftig weinend verließ der alte Mann den Gerichtssaal. Den Angeklagten schien dieser dramatische Vorgang gar nicht zu berühren. Er hielt zum Schluss noch eine längere Verteidigungsrede, die eine gewisse Gewandtheit in gerichtlichen Dingen verriet. Unter großer Heiterkeit des überfüllten Zuhörerraums erinnerte er die Geschworenen an den juristischen Grundsatz in dubio pro reo und er suchte sie, ihn nicht zum Tode zu verurteilen. Die Verhandlung ergab jedoch in unwiderleglicher Weise die volle Schuld des Angeklagten. Er wurde zum Tode verurteilt und obwohl er noch im letzten Augenblick den Antrag stellte, seinen Freund Franz suchen zu dürfen, wurde er im Dezember 1906 auf dem Hofe des Potsdamer Gerichtsgebäudes hingerichtet. Abschnitt 11 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 11 Der Knabenmord in Xanten Teil 1 Am Niederrhein, in nächster Nähe der holländischen Grenze, liegt, fern vom großen Weltverkehr, das kleine Städtchen Xanten. Die Bewohner des Städtchens führten im Allgemeinen ein sehr beschauliches Dasein. Obwohl einige Industrie vorhanden, so waren Lohn- oder gar Klassenkämpfe in jener Gegend vollständig unbekannt. Aber auch vom Antisemitismus war in jener Gegend, in der die Bevölkerung überwiegend katholisch ist, nichts zu spüren. Die Katholiken lebten mit den wenigen Protestanten und Juden in voller Eintracht. Dieses idyllische Bild erhielt plötzlich eine vollständige Veränderung. Am 29. Juni 1891, Peter-Paul-Tag, gegen 6.30 Uhr abends, wurde in der Scheune des Stadtverordneten Küppers in Xanten die Leiche des fünfeinhalbjährigen katholischen Knaben Johann Hegmann entdeckt. Dem Knaben war der Hals bis zum Rückenwirbel durchschnitten. Außerdem war im Kinn eine große Schnittwunde bemerkbar. Die Leiche lag auf Spreu. Die Händchen des ermordeten Kindes waren zusammengeballt und preßten Spreu und Mohnköpfe, die in der Scheune in großen Mengen umherlagen, fest zusammen. Die Nachricht von dem Morde verbreitete sich begreiflicherweise mit Windeseile im Städtchen. Sehr bald wurde die Behauptung laut, der Knabe sei von den Juden zu rituellen Zwecken geschlachtet worden, denn die Juden haben für ihre Osterkuchen, Matzes, Christenblut nötig. Einer der Hauptrufer war der Handelsmann, ehemaliger Metzgermeister, Junkermann. Dieser behauptete mit großer Entschiedenheit, es liege ein Ritualmord vor, denn einmal wisse er von seinem Sohne, dem Doktor, dass die Juden zu rituellen Zwecken Christenblut nötig haben und andererseits kenne er als ehemaliger Metzgermeister den Schechtschnitt ganz genau. Er habe sich das ermordete Kind angesehen. Danach sei er überzeugt, dass ein Ritualmord vorliege. Der Verdacht der Täterschaft lenkte sich sofort auf den ehemaligen Schächter der Xantener jüdischen Gemeinde, Adolf Wolf Buschhoff. Dieser hatte dicht neben der küperschen Scheune eine Fleischhandlung. Der ermordete, ein hübscher, munterer Knabe, wurde bereits gegen 10.30 Uhr vormittags vermisst. Er soll kurze Zeit vorher vor dem Buschhoffschen Laden mit anderen Kindern gespielt haben. Ein dem Trunke ergebener Mann von 68 Jahren namens Mölders und der 10-jährige Knabe Gerhard Heister wollten gesehen haben, dass der kleine Hegmann in den Buschhoffschen Laden gezogen worden sei. Andere Leute wollten gesehen haben, dass Frau Buschhoff und ihre Tochter Hermine den Knaben ins Haus gerufen haben. Man wollte auch gesehen haben, dass am Nachmittag des 29. Juni Hermine Buschhoff einen schweren Gegenstand, den sie in ein Tuch eingehüllt hatte, in die küpersche Scheune getragen habe. Ein Jude namens Isaac habe in einem benachbarten Garten gestanden und der Hermine durch einen Wink das Zeichen gegeben, dass sie nicht beobachtet werde. Dr. Medsteiner, die Leiche des Ermordeten kurzer Zeit nach der Auffindung untersucht, behauptete, es sei nicht so viel Blut vorhanden gewesen, als man nach Art des Schnittes hätte finden müssen. Es sei der Ansicht, in der Scheune habe nur eine Nachblutung stattgefunden, der Mord sei nicht in der Scheune geschehen. Es wurde auch behauptet, der kleine Hegmann habe dem Buschhoff einen Grabstein beschädigt. Buschhoff beschäftigte sich, auch mit der Herstellung von Grabsteinen. Buschhoff habe deshalb den Knaben heftig geschlagen, so dass er in Starkramm verfallen sei. Daraufhin habe er den Knaben geschlachtet, das Blut in einem Gefäß aufgefangen und den Leichnam von seiner Tochter in die Scheune tragen lassen. Mehreren Leuten fiel auch das Benehmen Buschhoffs auf. Als die Nachricht von der Auffindung der Leiche in Xanten bekannt wurde, befand sich Buschhoff in einem Restaurant. Er soll, als er von der Auffindung der Leiche hörte, sehr erschrocken sein. Auch soll es aufgefallen sein, dass er an jenem Tage nicht so lebhaft wie sonst diskutiert habe. Eine Frau wollte gesehen haben, dass, als Buschhoff nach Bekanntwerden des Mordes nach Hause ging, sein 13-jähriger Sohn Sigmund ihm etwas ins Ohr sagte. Buschhoff soll darauf versetzt haben, es wird ja nicht auskommen. Diese Frau blieb auch in der Hauptverhandlung vor dem Schwurgericht zu Kleve bei ihrer Behauptung, obwohl ihr vorgehalten wurde, dass Buschhoff sehr schwerhörig sei, so dass man ihm unmöglich etwas ins Ohr flüstern konnte. Buschhoff weigerte sich auch, in die Scheune zu gehen, in der der ermordete Knabe lag. Er gehörte nämlich dem jüdischen Priesterstamme an. Den Angehörigen dieses Stammes ist es nach den Vorschriften des Alten Testaments verboten, in einen Raum zu gehen, in dem Tote liegen. Nur, wenn es sich um Blutsverwandte handelt, darf der Raum betreten werden. Die Weigerung des Buschhoff, in die Scheune zu gehen und sich den ermordeten Knaben anzusehen, wurde selbstverständlich als Schuldbewusstsein aufgefasst. Die Behauptung, die Juden haben den Knaben zu rituellen Zwecken geschlachtet, verbreitete sich immer mehr im Städtchen und ehe man es sich versah, war in den Straßen Xandens ein Judenkrawall ausgebrochen. Die Wohnungen und Läden der Juden wurden mit Steinen bombardiert, die Juden auf offener Straße unter Hepp-Hepp-Geschrei misshandelt. Am schlimmsten erging es der Familie Buschhoff. Diese musste vor der Wut des Pöbels flüchten. Der Bürgermeister musste polizeiliche und schließlich militärische Hilfe herbeirufen. Der Vorstand der Xandener jüdischen Gemeinde ersuchte telegrafisch den Minister des Innern, auf ihre Kosten einen tüchtigen Kriminalbeamten nach Xanden zu senden, dem es vielleicht gelingen werde, den Mörder zu entdecken. Der Minister entsandte sogleich den damaligen Kriminalkommissar Wolf aus Berlin nach Xanden. Am 14. Oktober 1891 verhaftete Kriminalkommissar Wolf Buschhoff nebst Frau und Tochter. Am 20. Dezember 1891 wurden die drei Verhafteten entlassen, da sich nicht der geringste Anhalt für die Täterschaft ergab. Im Februar 1892 wurde Buschhoff, und zwar diesmal allein, von Neuem verhaftet. Der Kreisphysikus Dr. Bauer Mörs, dem ersten Staatsanwalt Baumgart zu Kleve, mitgeteilt hatte, er habe die Buschhoffschen Schächtermesser untersucht und festgestellt, dass mit dem Schächtermesser Nummer 13 der Mord geschehen sein könne. Es wurde schließlich die Anklage wegen Mordes gegen Buschhoff erhoben. Er hatte sich vom 4. bis 14. Juli 1892 vor dem Schwurgericht zu Kleve zu verantworten. Den Vorsitz dieser Gerichtsverhandlung, die in der ganzen Kulturwelt mit größter Spannung verfolgt wurde, führte Landgerichtsdirektor Glut. Die Anklage vertraten der damalige Oberstaatsanwalt Hamm, Köln und der erste Staatsanwalt Baumgart, Kleve. Die Verteidigung hatten übernommen die Rechtsanwälte Fleischhauer, Kleve, Stapper, Düsseldorf und Gammersbach, Köln. Buschhoff bestritt mit größter Entschiedenheit, von dem Morde etwas zu wissen. Kreisphysikus Dr. Bauer bekundete, er könne nur sagen, dass das Buschhoffsche Schächtermesser Nummer 13 geeignet sei zur Ausführung des Mordes. Der Mord könne aber auch mit einem anderen Instrument ausgeführt sein. Er kenne den Schächtschnitt ganz genau. Von einem Schächtschnitt könne keine Rede sein. Es sei bei dem Ermordeten so viel Blut gefunden worden, als ein 5,5-jähriger Knappe verlieren könne. Er habe die Überzeugung, der Fundort sei der Tatort. Kreiswundarzt Dr. Nünninghoff und die Mitglieder des Medizinalkollegiums der Rheinprovinz, Geheimer Regierungs- und Medizinalrat Dr. Kirchgesser, Koblenz, Geheimer Medizinalrat Dr. Pellmann, Bonn, Prof. Dr. Köster, Bonn, und Geheimer Medizinalrat Dr. Trendlenburg, Bonn, schlossen sich dem Gutachten des Kreisphysikus Dr. Bauer vollständig an. Geheimer Regierungs- und Medizinalrat Dr. Kirchgesser bekundete, das Medizinalkollegium der Rheinprovinz habe sehr eingehende Versuche vorgenommen und festgestellt, dass das vorgefundene Blut der Menge entsprach, die der Ermordete verloren haben müsse. Die Tat sei anscheinend von einem Menschen ausgeführt worden, der in der Messerführung nicht geübt war. Das Medizinalkollegium habe auch genaue Erhebungen angestellt, ob der Schnitt ein Schächtschnitt war. Es habe sich aber nicht der geringste Anhalt dafür ergeben. Beim Schächtschnitt sei es Vorschrift, dass das Messer senkrecht angesetzt werde, der Täter habe aber das Messer schräg angesetzt. Auch alle anderen Vorschriften, die beim Schächtschnitt zu beobachten seien, waren nicht vorhanden. Ebenso sei für einen Ritualmord nicht der geringste Anhalt. Alle anderen medizinischen Sachverständigen schlossen sich diesem Gutachten vollständig an. Geheimer Medizinalrat Prof. Dr. Pellmann, Vorsteher einer Irrenanstalt, bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden, es liege die Möglichkeit vor, dass der Mord von einem Verrückten ausgeführt worden sei. Im Laufe der Verhandlung äußerte Dr. Medsteiner in einer Kleverrestauration, nachdem er das Gutachten der medizinischen Sachverständigen gehört, sei er auch zu der Ansicht gekommen, dass der Fundort der Tatort sei. Diese Äußerung wurde dem Verteidiger, Rechtsanwalt Fleischhauer, mitgeteilt. Auf dessen Antrag wurde Dr. Steiner nochmals aus Xanten vorgeladen. Er bekundete auf Befragen des Vorsitzenden, ich war bei der ersten Leichenbesichtigung nicht berechtigt, die Leiche zu entkleiden. Ich hatte auch keine Zeit, den Erdboden genau zu untersuchen, mir schien es aber, als wäre wenig Blut in der Scheune gewesen. Nachdem ich jedoch den medizinischen Sachverständigen gehört, dass so viel Blut in der Scheune war, wie ein so jugendlicher Körper nur verlieren konnte, schließe ich mich dem Gutachten der medizinischen Sachverständigen an. Ich bemerke also, ich halte den Fundort für den Tatort. Brauchen die Juden Christenblut? Auf Ladung der Verteidigung erschien im Laufe der Verhandlung Prof. Dr. Nöldecke, Straßburg, Elsass, Prof. der semitischen Sprachen an der Straßburg-Universität als Sachverständiger. Verteidigern der Rechtsanwalt Gammersbach Die Verteidigung hat den Herrn Professor geladen, da behauptet worden ist, der Knabe sei ermordet worden, weil die Juden zu ihren rituellen Zwecken Christenblut brauchen. Der Herr Professor ist nun in der Talmudischen Wissenschaft eine Autorität ersten Ranges. Ich richte deshalb die Frage an den Herrn Professor, ob in den Religionssatzungen der Juden die Blutabzapfung Andersgläubiger geboten ist. Prof. Dr. Nöldecke, Der Talmud ist allerdings eine Sammlung von Gesetzen und Erklärungen vieler Jahrhunderte und in solchem Umfange, dass niemand mit voller Sicherheit sagen kann, was nicht im Talmud steht. Ich habe aber genau den Talmud nach einer solchen Stelle durchforscht und kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass eine Satzung, wonach den Juden die Blutabzapfung Andersgläubiger geboten ist, nicht im Talmud enthalten ist. Verteidigender Rechtsanwalt Gammersbach Im Jahre 1883 hat in Wien ein Prozess Rohling wie der Bloch stattgefunden. In diesem Prozess sind Sie, Herr Professor, ebenfalls als Sachverständiger aufgetreten und haben bekundet, dass Ihnen keine Stelle in einem jüdischen Gesetzbuch bekannt sei, die von Ritualmord handelt. Prof. Dr. Nöldecke Der bekannte Prof. Rohling behauptete damals, dass wohl nicht im Talmud aber im Soha und Sefer-Halkutim der Ritualmord vorgeschrieben sei. Wenn auch diese Bücher nicht von allen Juden anerkannt werden, so galten sie doch bei einem Teile der Juden noch als heilig. Ich habe nun im Soha und Sefer-Halkutim nachgeforscht, aber auch nichts gefunden, was auf einen Ritualmord hindeutet. Ich kann es nur als durch und durch frivol bezeichnen, wenn man behauptet, die Juden brauchen zu rituellen Zwecken Christenblut. Ich füge hinzu, mit derselben Sicherheit, wie ich behaupten kann, im Talmud stehe nichts vom Eisenbahnwesen, mit derselben Sicherheit kann ich behaupten, dass im Talmud nichts vom Ritualmord enthalten ist. Der verstorbene Prof. Dr. Delitzsch in Leipzig, einer der größten Kenner des Talmud, hat die Blutbeschuldigung aufs Bestimmteste widerlegt und sie auch als frivol bezeichnet. Prof. Dr. Eisenmenger, der kein Judenfreund, aber ein sehr ehrlicher Charakter war, hat ebenfalls bekundet, er habe keine Stelle gefunden, die darauf hindeutet, dass den Juden der Ritualmord vorgeschrieben sei. Verteidiger Ist es nicht den Juden geboten, nicht einmal den Anschein zu erwecken, als ob sie Blut genießen würden? Sachverständiger Das ist richtig. Verteidiger In dem Prozess Roling wie der Bloch wurde vom Prof. Dr. Delitzsch ein Gutachten abgegeben. In diesem ist folgende Mitteilung enthalten. Ein spanischer Jude, wegen Ritualmordes angeklagt, bemerkte, Uns Juden ist aufs strengste verboten, Tierblut zu genießen. Nun sollen wir gar Menschenblut genießen. Wenn ein Jude sich während des Essens am Munde verwundet und ihm Blut auf ein Stückchen Essware herabträufelt, so muss er das Blut abkratzen. Es ist allerdings keine Sünde, wenn er das Blut mit isst, denn es ist ja von ihm selbst. Aber man soll auch nicht den Schein erwecken, als ob man Blut esse. Diesem Gutachten des Prof. Delitzsch ist eine ganze Reihe Universitäten und christliche Talmud-Gelehrte wie Lagarde, Dillmann, Strack und auch Kardinal-Fürstbischof Dr. Kopp in Breslau beigetreten. Der katholische Professor an der Universität zu Innsbruck, Dr. Bickel, hat die Blutbeschuldigung der Juden ebenfalls für Schwindel erklärt, er hat aber gebeten, ihn von bestimmten Gutachten zu entbinden, da er seit 20 Jahren mit Roling befreundet sei. Prof. Dr. Nöldecke Ich kann dies alles nur bestätigen. Ich will noch bemerken, im Jahre 1714 wurde die Theologische Fakultät der Universität Leipzig von dem Herzog Karl August aufgefordert, sich zu äußern, ob den Juden der Ritualmord vorgeschrieben sei. Die Fakultät antwortete, in den jüdischen Religionssatzungen ist absolut nichts von Ritualmord enthalten. Am 9. Verhandlungstage begab sich, auf Antrag des Oberstaatsanwalts des Hamm, der Gerichtshof, die Geschworenen, die Staatsanwälte und Verteidiger zwecks örtlicher Augenscheinnahme nach Xanten. Dort wurde festgestellt, dass am Tage vorher fremde Radfahrer ins Städtchen gekommen waren und das Buschhoffsche Haus vollständig demoliert hatten. Nachdem die Prozessbeteiligten nach Kleve zurückgekehrt waren, begannen die Plädoyers. Oberstaatsanwalt Hamm. Meine Herren Geschworenen, der gegenwärtige Prozess hat schon lange vor dieser Verhandlung die große Öffentlichkeit beschäftigt. Er hat zum Gegenstand einer hässlichen Hetze sozialer und politischer Parteien dienen müssen. Die behördlichen Organe, die von Amts wegen zur Führung der Untersuchung verpflichtet waren, wurden in der gemeinsten Weise angegriffen. Parteimänner und Parteiblätter haben sich nicht entblödet, dem richterlichen Urteil vorzugreifen und den Versuch zu machen, durch allerlei Hetzartikel das sachliche Urteil zu trügen. Allein die große Aufmerksamkeit, mit der die Herren Geschworenen der Verhandlung gefolgt sind, gibt mir Gewähr, dass sie sich allen Stürmen von außen unzugänglich erweisen und nur aufgrund des Ergebnisses der Verhandlung nach bester eigener Überzeugung ihren Wahrspruch abgeben werden. Der Oberstaatsanwalt ruft als dann den Geschworenen in ausführlicher Weise den Gang der Verhandlung ins Gedächtnis und fuhr darauf fort, die Verteidigung hat es für nötig gehalten, durch Ladung eines Sachverständigen zu beweisen, dass es einen Ritualmord nicht gäbe. Ich hielt dies Sachverständigen Gutachten für überflüssig. Es ist ja möglich, dass es Juden gibt, die Christenblut zu Heilzwecken oder rituellen Zwecken für notwendig halten. Das könnte ja möglich sein, ohne, dass es im Talmud steht. Aber es kümmert uns nichts. Hier liegt jedenfalls kein Ritualmord vor. Das ist festgestellt durch die medizinischen Sachverständigen, die bekundet haben, dass der Mord am Fundort geschehen ist, dass so viel Blut bei der Leiche gefunden wurde, wie diese novellieren konnte, dass der Halsschnitt kein Schächtschnitt gewesen und auch der Mord nicht mit einem Schächtmesser ausgeführt ist. Wie die medizinischen Sachverständigen bekundet haben, ist sofort aufs Eingehendste untersucht worden, ob ein Lustmord vorliegt. Hierfür haben sich aber auch keine Anhaltspunkte ergeben. Ich komme nun zu dem Hauptpunkt, der wesentlich zur Erhebung der Anklage für Anlassung gegeben hat. Es ist das die Aussage des Zeugen Mölders. Ich bemerke, dass die Staatsanwaltschaft auf dem Standpunkt stehe, dass die Anklage auch dann aufrecht zu erhalten ist, wenn das Motiv des Mordes nicht nachgewiesen ist. Und ich muss bekennen, die Aussage des Zeugen Mölders ist auch heute bei der Ortsbesichtigung nicht erschüttert worden. Die Aussage des Zeugen Mölders steht aber auch nicht allein. Zwei Knaben unterstützen sie. Da ist zunächst der Knabe Stefan Kernder. Dieser soll zu seinen Eltern gesagt haben, er habe gesehen, wie Frau Buschhoff den kleinen Hegmann in das Haus gezogen hat. Allein der Knabe Kernder hat einmal dies seinen Eltern erzählt, eine volle Woche nach dem Morde, und andererseits hat sich der Knabe trotz aller Bemühungen nicht vernehmen lassen. Endlich ist zu erwägen, dass der Knabe als ihn die Schwester des kleinen Hegmann fragte, ob er nicht wisse, wo ihr Brüderchen sei, gesagt hat, der ist nach den Kirschen gegangen. Wir können auch nicht wissen, was der Knabe seinen Eltern gesagt hat und was sie selbst ihm zugesetzt haben. Da wir auch den Knaben nicht selbst gehört haben, so können wir dessen Aussage kein Gewicht beiliegen. Ich komme zu dem Knaben Gerhard Heister, der uns auch heute gezeigt, in welcher Stellung er auf dem Prellstein gesessen hat. Aber auch dieser Knabe hat es zwei Wochen nach dem Morde seine Wahrnehmungen mitgeteilt, nachdem die Möldersche Aussage längst bekannt war. Es wird deshalb auf die Aussage des Knaben Heister auch kein Gewicht zu legen sein. Aber trotzdem halte ich den Mölders für vollständig glaubwürdig. Es ist richtig, Mölders trinkt gerne Schnaps und an dem Tage, als er das erste Mal zu dem Herrn Amtsrichter ging, hatte er vielleicht schon verschiedene Schnäpse getrunken, aber an dem Vormittag, an dem er seine Wahrnehmungen machte, hatte er nur einen Schnaps getrunken. Ich muss nun bekennen, wenn der Angeklagte nicht in vollem Umfange und in überzeugendster Weise sein Alibi nachgewiesen hätte, würde ich keinen Anstand nehmen, aufgrund der Aussage des Mölders, das schuldig gegen den Angeklagten zu beantragen. Sobald festgestellt ist, der Knabe ist zuletzt im Buschhoffs Haus gewesen, dann muss Buschhoff über den Verbleib Rechenschaft geben. Ich wiederhole, dieses Moment war die Hauptveranlassung, dass gegen Buschhoff Frau und Tochter Anklage erhoben wurde. Die Strafkammer hat beschlossen, das Verfahren gegen Frau und Tochter einzustellen. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb Beschwerde geführt, das Oberlandesgericht diese Beschwerde aber zurückgewiesen. So ist die Anklage gegen Buschhoff allein übrig geblieben. Es steht nun fest, dass der ermordete Knabe nach 10 Uhr vormittags nicht mehr gesehen und dass die Tat in der Scheune begangen worden ist. Es kann deshalb keinem Zweifel unterlegen, dass der Knabe gleich nach 10 Uhr vormittags in der Küperschen Fruchtscheune ermordet worden ist. Buschhoff hat aber in glaubwürdigster Weise hin die Tat unmöglich begangen haben. Ich habe bereits gesagt, der Mangel eines Motivs ist es nicht, der die Staatsanwaltschaft veranlassen wird, das nicht schuldig zu beantragen. Die Staatsanwaltschaft kann die Auffassung des Kriminalkommissars Wolf nicht teilen, wonach Buschhoff den Mord begangen haben könnte, weil ihm der Knabe einen Grabstein beschädigt habe. Dieser winzige Schaden kann den Angeklagten zu dem Knaben einmal gesagt haben soll, du kommst in den Turm, kann keinerlei Anhaltspunkte für ein Motiv gewähren, denn der Zeuge Wesentrupp hat uns bekundet, Buschhoff habe diese Drohung nur ausgesprochen, damit ihm die Knaben die Grabsteine nicht beschädigen sollen. Da eben keinerlei Motiv vorhanden war, so wurde behauptet, es liege ein Ritualmord vor. Bei einem Ritualmord bedarf es keines weiteren Motivs. Der Mörder kann ein ganz guter braver Mann sein, ein Zeugnis, das dem Buschhoff von den meisten Zeugen ausgestallt wurde. Er hat aber trotzdem den Mord begangen, weil die Juden entweder zu Heilzwecken oder zu rituellen Dingen Christenblut gebrauchen. Ich habe bereits ausgeführt, dass hierfür nicht die geringsten Anhaltspunkte vorhanden sind. Dieser Glaube wäre während eine ganze Fülle von Blut gefunden wurde. Der Versuch, ein Kind in das Buschhoffsche Haus zu ziehen, gelang allerdings heute. Allein es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Wirklichkeit und der Versuch, den ein Schwurgericht, das etwas Bestimmtes sehen will, anstellt, zweierlei Dinge sind. Jedenfalls hat sich Mölders geirrt. Es ist einmal möglich, das Kind ist in den Portenweg gezogen worden, oder Ullenbom'sche Kind, das Mölders ebenso wenig wie den kleinen Hegmann kannte, in das Buschhoffsche Haus gezogen wurde. Ich komme nun, nach den Ergebnissen der Beweisaufnahme, zu der Überzeugung, dass dem Buschenhof die Tat nicht nur nicht nachgewiesen ist, sondern dass die Verhandlung seine volle Unschuld ergeben hat. Nun wird man sagen, es ist doch ein Mordgeschehen, wer ist der Täter? In dieser Beziehung hat leider die Verhandlung keinerlei Anhaltspunkte ergeben, aber sie hatte doch wenigstens das Ergebnis, dass die Unschuld des Buschhoff nachgewiesen wurde. Ich beantrage daher aus voller Überzeugung das Nichtschuldig und gebe mich der Hoffnung hin, dass die Verhandlung beigetragen haben wird, zur Befestigung des Glaubens an die Unparteilichkeit und Gerechtigkeit der preußischen Richter. Erster Staatsanwalt Baumgart bemerkte nach eingehender Würdigung der Beweisaufnahme, ich komme nach alledem zu dem Schluss, dass Buschhoff auch nicht der Mitwisserschaft des Mordes verdächtigt ist. Wäre Buschhoff der Mörder oder auch nur Mitwisser des Mordes, dann wäre sein Auftreten am Tage des Mordes jedenfalls nicht ein solch unbefangenes gewesen. Man müsste denn annehmen, dass er ein ganz raffinierter Mörder ist. Sie haben ja den Mann vor sich, ich überlasse dies daher ihrem Urteile. Bedauerlich ist es ja, dass durch diese Verhandlung die Mordtat keine Aufklärung erfahren hat. Aufgeklärt ist aber die Unschuld des Buschhoff. Dieser ist weder der Mörder noch der Mordhilfe noch der Mitwisser. Und ich bemerke Ihnen ausdrücklich, meine Herren Geschworenen, dass wir es hier nicht mit einem Non-Liquid zu tun haben. Dass das Verbrechen nicht aufgeklärt ist, bedauere ich ganz außerordentlich, und zwar umso mehr, da ich mir gleich nach Entdeckung der Tat alle Mühe gab, Klarheit in die Sache zu bringen, den Täter zu ermitteln. Ich habe sofort in dem in Xanten erscheinenden Bote für Stadt und Land einen Aufruf an die Bevölkerung erlassen, die Tätigkeit der Behörde nicht durch religiöse Erregungen zu stören. Leider hatte diese meine Bitte keinen Erfolg. Ich hoffe, dass, wenn die religiöse Erregung sich wieder gelegt und die Behörde in der Lage ist, klar zu sehen, es doch noch gelingen wird, den wirklichen Schuldigen zu ermitteln. Es ist gesagt worden, die Sache bleibt unaufgeklärt, weil es sich um einen Juden handelt. Nein, meine Herren Geschworenen, nicht, weil es sich um einen Juden handelt, ist die Sache unaufgeklärt, sondern weil die Sache unklar ist, deshalb hat man zu einem Juden gegriffen. Man behauptete, es ist von einem Juden ein Ritualmord begangen worden. Dazu bedarf es keiner weiteren Motive, es bedarf bloß allgemeiner Verdächtigungen. Allein Sie, meine Herren Geschworenen, haben die Pflicht, alles, was außerhalb dieses Saales vorgeht, unbeachtet zu lassen, sondern lediglich aufgrund der Tatsachen, die sie selbst mit eigenen Augen und Ohren gesehen und gehört, ihr Urteil abzugeben. Aufgrund der Beweisaufnahme kann ich nicht anders als aus Pflicht und Gewissen den Antrag auf nicht schuldig stellen. Ich bitte Sie, meine Herren Geschworenen, sprechen Sie den Angeklagten frei. Ende von Abschnitt 11 Aufgenommen von Julia Niedermeier Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 12 Der Knabenmord in Xanten Teil 2 Verteidiger Rechtsanwalt Stapper Düsseldorf führte aus Wenn Ihr Urteil woran ich nicht zweifle auf nicht schuldig lautet dann wird dieser Tag ein Ehrentag für Sie sein denn Sie geben einem anständigen schwer geprüften Manne die Freiheit einer Familie den Gatten und Vater einer Gemeinde ein Mitglied wieder das bisher in der unerhörtesten Weise dem Hass und der Verfolgung eines urteilslosen Pöbels ausgesetzt war Sofort als Zitat entdeckt wurde stand es bei der Menge fest es müsse ein Ritualmord geschehen sein Das alte mittelalterliche Märchen das man schon längst begraben glaubte war wieder aufgetaucht Die Hauptsache war dass Dr. Steiner feststellte dass kein Blut oder zu wenig Blut bei der Leiche gefunden wurde Mit Blitzesschnelle verbreitete sich das Blutmärchen durch ganz Deutschland und wurde von Herrn Dr. Van Hausen sofort nach Emmerich getragen Sie erinnern sich meine Herren Geschworenen das Herr Dr. Van Hausen erst nachdem er die Obduktionsbefunde hier eingesehen die Erklärung abgegeben hat Nun habe ich mich überzeugt Ich halte auch den Fundort für den Tatort Ich habe zur Zeit mein Urteil aufgrund oberflächlicher Besichtigung abgegeben Es ist ja noch ein anderes Motiv für den Mord angegeben worden Sie erinnern sich dass Herr Kriminalkommissar Wolf der Meinung gewesen ist Buschhoff habe den Knaben getötet weil er ihm den kleinen Schaden am Grabstein zugefügt habe Eine solche Annahme kann wohl die Fantasie eines Dichters sein der einen Kriminalroman zu schreiben beabsichtigt Der Richter kann aber eine solche Vermutung nie und nimmer für wahrhalten Ich muss ausdrücklich bemerken meine Herren dass gleich nach Entdeckung der Tat die Behörden sich alle Mühe gegeben haben den Täter zu ermitteln Herr Landgerichtsrat Prixius hat ebenfalls das Beweisen die vielen von ihm vorgenommenen Vernehmungen alles mögliche getan um Klarheit zu schaffen Wäre der Mord nicht sofort zum Objekt einer Glaubenshetze gemacht worden wer weiß ob es nicht gelungen wäre schon nach den ersten acht bis vierzehn Tagen den Mörder zu entdecken Sie werden sich erinnern meine Herren Geschworenen dass in einer geradezu unerhörten bisher noch nicht dagewesenen Weise die Gerichtsbehörden aus Anlass dieses Verbrechens angegriffen worden sind Sie erinnern sich vielleicht meine Herren jener Sitzung des Abgeordnetenhauses in der der Abgeordnete Rickard vorlas dass eine Zeitung geschrieben habe es liegt ein Ritualmord vor Buschhoff und kein anderer ist der Mörder wenn man erwägt wie alle Bemühungen der Behörden den Schuldigen zu ermitteln durch das Blutmärchen getrübt worden sind dann muss man die Überzeugung gewinnen das System in dieser Hetze liegt die Leute haben gar kein Interesse dass der wirkliche Schuldige ermittelt werde die Tat an sich war ihnen ein willkommenes Agitationsmittel es ist hier nicht meine Aufgabe eine Rede gegen das Treiben der Antisemiten zu halten wenn die Leute es als ihre Aufgabe betrachten dahin zu wirken dass die Juden aus Deutschland getrieben und die Zeiten des Augustus wieder herbeigeführt werden habe ich an Simbi meine Aufgabe als Verteidiger ist eine ganz andere allein erwägen sie meine Herren Geschworenen wenn es dem Buschhof nicht gelungen wäre in so überzeugender Weise sein Alibi nachzuweisen was hätte als dann diese Hetze für Folgen haben können der Verteidiger erörterte hierauf den eigentlichen Tatbestand und fuhr als dann fort ich habe nicht notwendig ihnen noch eine Schilderung von dem Angeklagten zu geben er dürfte ihnen durch die zehntägige Verhandlung hinlänglich bekannt geworden sein ich will sie bloß an den wahrhaft dramatischen Vorgang mit dem Sack erinnern ich muss gestehen als der Sack mit den rotbraunen Flecken dem Angeklagten vorgelegt wurde da glaubte ich fast selbst es könnten irgendwelche Anhaltspunkte für die Schuld des Angeklagten festgestellt werden allein sie erinnern sich mit welcher Unbefangenheit der Angeklagte vortrat und auf die Frage des Vorsitzenden wie er die rotbraunen Flecken an dem Sack erkläre die natürlichste Antwort von der Welt gab er habe den Sack bei der Fleischräucherung benutzt und die verdächtigen Flecken seinen Rauchflecken aber außerdem ist doch auch der Lebenswandel des Angeklagten in Betracht zu ziehen sie sie haben gehört dass Buschow aus Anlass des Sterbetages seines Vaters des Morgens und Abends in die Synagoge ging dass er dieses Sterbetages wegen bis Mittag fastete dass er er sich mit seiner Familie zu Tisch setzte betete jemand der so pietätvoll seiner verstorbenen eltern gedenkt und als lohn dafür die liebe seiner kinder erweckt ist nicht das Holz aus dem Mörder geschnitzt werden der Verteidiger ging noch des Näheren auf die Bekundungen des Zeugen Mölders ein und suchte den Nachweis zu führen dass die große Erregung in Xanten die Leute zu einer fixen Idee geführt habe an die sie selbst glaubten der Verteidiger schloss ich teile nicht die Hoffnung des Herrn ersten Staatsanwalts dass nach Schluss dieser Verhandlung die Hetze beendet sein wird wir werden aber nach Abgabe ihres Wahrspruches sagen können die Wahrheit hat gesiegt Verteidiger Rechtsanwalt Fleischhauer Kleve Es dürfte Ihnen bekannt sein meine Herren Geschworenen dass ich aus Anlass der Übernahme der Verteidigung in der unerhörtesten Weise angegriffen worden bin selbst im Abgeordneten Hause hat sich ein Mann dessen Stellung voraussetzen sollte dass er wenigstens bei der Wahrheit bleibt mich in der unqualifizierbarsten Weise verdächtigt ich kann Ihnen die Versicherung geben meine Herren Geschworenen dass ich trotz all dieser Verunglimpfungen es für meine höchste Ehre gehalten habe gerade den angeklagten Buschhoff dessen Unschuld von Anfang so klar zutage lag zu verteidigen meine zehnjährige Tätigkeit als hiesiger Anwalt enthebt mich der Mühe mich ihnen gegenüber noch weiter zu rechtfertigen umso mehr da die Ehre der Angreifer nicht höher steht als ihre Angriffe ich kann Ihnen aber auch die Versicherung geben dass ich nie und nimmer einen Mann verteidigen würde von dem ich auch nur vermuten könnte das Blut an seinen Fingern klebt wäre ich von der Unschuld des Buschhoff nicht überzeugt hätte ich in dieser Beziehung auch nur noch einen Zweifel ich stände sicherlich nicht an dieser Stelle Sie werden sich zu erinnern wissen meine Herren dass als im Dezember vorigen Jahres die Haftentlassung des Angeklagten erfolgte sich ein Sturm der Entrüstung in der antisemitischen Presse erhob obwohl mit dieser Haftentlassung das Verfahren noch nicht eingestellt war zu dieser Hetze gesellte sich der Messerbefund des Kreisphysikus Dr. Bauer dies war die Veranlassung dass die Wiederverhaftung Buschhoffs und schließlich auch die Eröffnung des Hauptverfahrens beschlossen wurde Letzteres geschah nicht weil man an seine Schuld glaubte sondern weil man der Welt den Beweis liefern wollte dass an all den Verdächtigungen kein wahres Wort ist und die Verhandlung deren Leitung an Unparteilichkeit jedenfalls nichts zu wünschen übrig ließ hat die Unschuld des Buschhoff in glänzendster Weise nachgewiesen Der Herr Erster Staatsanwalt hat Recht wenn er sagte mit größerer Genauigkeit hat noch niemals ein Angeklagter sein Alibi nachgewiesen Und wie benahm sich der Angeklagte Er der so sehr verfolgte und geschmiede der unter der furchtbaren Anklage einen Mord begangen zu haben sich seit so langer Zeit in Untersuchungshaft befindet er hat nicht ein hartes Wort gegen die ihn belastenden Zeugen die Bald fiel den Zeugen die große Theilnahme bald die Theilnahmlosigkeit auf jedenfalls hat die Verhandlung ergeben daß kein Zeuge den Hegmannschen Eheleuten so viel Theilnahme bekundet hat als gerade der Angeklagte dieser hat sich aber auch als ein in jeder Beziehung wahrheitsliebender Mann erwiesen und nicht eine Unwahrheit konnte ihm nachgewiesen werden als ihm gesagt wurde er solle bei unerheblichen Dingen nicht aufs Leugnen legen da antwortete er ich kann doch nichts zugeben was nicht wahr ist der Verteidiger ging hierauf des Näheren auf die Zeugenaussagen ein und fuhr als dann fort ich kann die Hoffnung des Herrn ersten Staatsanwalts auch nicht teilen daß die antisemitische Hetze mit diesem Prozess ein Ende haben wird ich fürchte es wird weiter gelogen werden es ist eine allbekannte Tatsache daß um eine Wahrheit zu verwischen mindestens sieben Lügen notwendig sind ich bin aber der Meinung es sind sieben mal siebzig Lügen notwendig um das Lügen Gebäude der Antisemiten aufrecht zu erhalten allein die große Sorgfalt und Aufmerksamkeit mit der sie meine Herren Geschworenen den Verhandlungen gefolgt sind gibt mir die Gewähr daß wenn auch die Lügen nicht verstummen werden so doch in diesem Saale Recht und Gerechtigkeit geübt werden wird ich gebe mich ferner der Hoffnung hin daß mit diesem Prozess das alte Blutmärchen aus der Welt verschwinden wird wenn sie aus diesem Saale fortgehen dann ersuche ich sie das Bild eines Mannes in ihr Herz aufzunehmen der obwohl seit so langer Zeit der Freiheit beraubt seiner Familie entrissen und durch eine Wüste hetze genötigt mit Ergebung getragen hat weil er weiß dass er unschuldig ist weil er weiß dass die Wahrheit an den Tag kommen muss und dass in Preußen noch Recht und Gerechtigkeit geübt wird ich kann meine Verteidigung umso mehr abkürzen da die Vertreter der Anklagebehörde in diesem Prozess das schönste Recht der Staatsanwaltschaft ausgeübt haben das nicht bloß darin besteht den Schuldigen zu verfolgen sondern auch dem unschuldig verteidiger rechtsanwalt gammersbach köln meine herren geschworenen als die verhandlung begann da haben wir die akten nannten die freisprechung erwartet nachdem wir aber die beweisaufnahme gehört ist diese erwartung bei uns zur gewißheit geworden es ist ihnen bekannt daß die bevölkerung in xanten höchst wahrscheinlich veranlaßt durch das gutachten der herren dr steiner und van hausen sofort die behauptung aufstellte es ist ein ritual mord begangen worden es unterliegt keinem zweifel daß dieses gerücht das haupthemmnis für eine erfolgreiche tätigkeit bildete die sache zu klären als wir hörten daß die anklage erhoben worden sei da war ich mit meinen kollegen der überzeugung daß die staatsanwaltschaft nicht den volksaber glauben des blutmärchens teile sondern dass sie andere gründe für die erhebung der anklage habe für die staatsanwaltschaft war davon waren wir von vornherein überzeugt ein wissenschaftliches gutachten über den ritualmord nicht erforderlich allein sie haben gesehen meine herren daß im hintergrunde der zeugenaussagen der ritualmord stand man konnte es dem zeugen malmann nachfüllen daß er im herzen die überzeugung von dem ritualmorde hatte und aus diesem grunde das angebliche fehlen des blutes bei der leiche und der angebliche schechtschnitt war die veranlassung daß dieser alte volks aberglaube auftauchen konnte das märchen ist so thöricht daß ich kurz darüber hinweg gehen könnte wenn ich nicht wüßte daß es in den köpfen der unwissenden bevölkerung spukt und zu politischen parteizwecken genährt wird wenn man uns christen vorwerfen würde wir brauchen das blut andersgläubiger und müssen daher morde begehen dann würde ich antworten in unseren grundgesetzen in den zehn geboten steht du sollst nicht töten damit ist eigentlich die ganze beschuldigung widerlegt wir dürfen aber nicht vergessen dass wir christen die zehn gebote erst seit 1900 jahren unser eigen nennen während die juden die zehn gebote seit über 3000 jahren haben es kommt aber noch hinzu dass den juden der blutgenuss überhaupt verboten ist in dem auch jedem christen zugänglichen alten testament ist zu lesen ihr sollt kein blut essen wer blut isst der soll ausgerottet werden aus meinem volke ich werde mein antlitz von ihm abwenden es ist charakteristisch dass in china und madagaskar von der dortigen bevölkerung dieselbe anschuldigung gegen die christen erhoben wird und als ursache der christen verfolgung dient und ehe das christentum seinen siegeslauf antrat noch ehe es die herrschende religion war da da die römer den christen dasselbe märchen angedichtet und zahllose christen wurden deshalb verfolgt der aber glaube dass die juden blut brauchen ist bei uns im 13 jahrhundert aufgetaucht damals und zwölf hat innocenz der vierte sich mit sehr heftigen worten gegen diesen volks aberglauben gewendet ich will sie mit dem verlesen der bullen nicht behelligen es würde dies schließlich stundenlang aufhalten allein seit dem dreizehnten jahrhundert ist das märchen nicht mehr aus der welt verschwunden es ist immer wieder aufgetaucht und hat zu judenverfolgungen veranlassungen gegeben wiederholt haben sich gelehrte damit beschäftigt und gutachten abgegeben sie haben von dem sachverständigen professor dr nöldecker gehört dass im jahre 1714 die theologische fakultät der universität zu leipzig auf veranlassung des landesherrn ein gutachten dahin abgegeben hat dass der ritualmord in den religiösen satzungen der juden nicht vorgeschrieben sei und dass keine anhaltspunkte für diesen volksaberglauben in der jüdischen literatur vorhanden seien in dem im jahre 1883 vor dem wiener landgericht geführten prozesse des bekannten professors rohling wieder den österreichischen abgeordneten bloch traten professor dr nöldecker und lizenziat wünsche als sachverständige auf beide sachverständige gaben dasselbe gutachten ab sie haben gehört das herr professor dr nöldecker sagte ebenso bestimmt wie ich behaupten kann im talmud steht nichts von dem eisenbahnwesen mit derselben bestimmtheit kann ich sagen im talmud steht nichts vom ritualmord schwingt haben sie haben gehört dass herr professor dr nöldecker die immer wiederkehrende behauptung dass den juden der ritualmord geboten sei als frivol bezeichnete sie haben außerdem von herrn professor dr nöldecker gehört dass der katholische professor dr bickel an der universität zu innsbruck indem er die abgabe eines gutachtens über den ritualmord ablehnte letzteren als schwindel bezeichnete ich erinnere sie im weiteren daran dass herr professor dr nöldecker eine reihe hervorragender orientalisten wie den geheimen regierungsrat professor dr de lagarde die professoren delitzsch und strack nannte die sich in derselben weise wie er über den ritualmord ausgesprochen haben sie haben endlich von herrn professor dr nöldecker gehört dass der talmud nicht bloß den blutgenuss an sich verbietet sondern sogar vorschreibt selbst den schein zu vermeiden als ob man blut genieße professor dr delitzsch hat begutachtet dass weder im soha noch im sefer halkutim etwas von einem ritualmord enthalten sei ich muss nun hervorheben dass kein zeuge dem buschhoff ein anderes motiv als den ritualmord untergeschoben hat es ist uns allerdings von berufener seite gesagt worden zur aufrechterhaltung der anklage bedarf es keines motivs bei einem spitzbuben einem raufbold mag wohl dieser grundsatz mit recht zur anwendung gelangen allein wenn man einen mann wie den angeklagten buschhoff eines so schweren verbrechens wie des vorliegenden beschuldigt dann entsteht doch Ursache des verbrechens das von dem kriminalkommissar wolf vermutete motiv ist schon aus psychologischen gründen zu verwerfen es ist einmal undenkbar daß der angeklagte den knaben geschlagen und um zu verhüten daß dies herauskomme den knaben ermordet hat und andererseits ist nicht anzunehmen daß der knabe wenn er misshandelt worden sprach und willenlos geworden wäre sondern er hätte zweifellos geschrien und geweint diese ansicht ist auch Herr Geheimrat Pellmann niemand aber hat den knaben weinen oder schreien gehört ich erachte es für überflüssig nochmals auf den objektiven Tatbestand einzugehen der angeklagte hat nicht bloß in der überzeugendsten weise sein alibi nachgewiesen es ist ihm selbst von seinen erbittertsten feinden das zeugnis eines gutmütigen braven und ehrlichen mannes ausgestellt worden sie sind außerdem selbst zeuge gewesen wie der angeklagte beim anblick seines zerstörten besitztums in tränen ausbrach und wie er in der unbefangensten weise jede auskunft gab so übel es ihm auch ergangen ist er hatte kein wort des hasses oder des zornes weil er weiß dass er unschuldig ist und weil er gottvertrauen hat als ich ihm sagte dass nun die öffentliche verhandlung stattfinden werde da versetzte er gott sei dank da wird meine unschuld zutage treten sie die richter der tatfrage sind nun berufen über das schicksal buschhoffs zu entscheiden ich spreche im einverständnis mit den herren vertreten der staatsanwaltschaft und dem meiner herren kollegen wenn ich sage ihr wahrspruch kann nur lauten auf ehre und gewissen bezeuge ich vor gott und den menschen der angeklagte buschhoff ist unschuldig ein zum himmel schreiendes schweres verbrechen so bemerkte der vorsitzende landgerichtsdirektor glut bei der hierauf folgenden rechtsbelehrung ist ihrer beurteilung unterbreitet das gesetz verbietet mir in eine würdigung der beweismittel einzutreten ich glaube auch die verhandlung in einer weise geleitet zu haben dass niemand erraten kann ob ich für freisprechung oder für verurteilung des angeklagten bin ich will jedoch bemerken dass das gericht bei dieser verhandlung ein von allen anderen verhandlungen ein abweichendes verfahren beobachtet hat während sonst sobald die öffentliche verhandlung begonnen neue beweise nicht mehr zugelassen werden sind wir mit rücksicht auf die große tragweite und die wichtigkeit des falles auf alle uns im laufe der verhandlung angebotenen beweise eingegangen alle diese beweise haben sich als eitel dunst erwiesen die anonymen briefschreiber werden vielleicht ihre freude daran haben dass es ihnen gelungen ist den gerichtshof derartig hinters licht zu führen ich gönne ihnen diese freude wir haben die genugtuung dass wir in dem prozess der in der ganzen welt das größte aufsehen erregt nichts versäumt haben dass wir weder mühe noch zeit gescheut haben um aufklärung zu schaffen ich freue mich dass auch die herren geschworenen mit der größten Aufmerksamkeit dem gange Öffnung der Verhandlung an sie gerichtete Ermahnung nur auf der Grundlage der Verhandlung nach bestem Wissen und Gewissen ihren Wahrspruch abzugeben befolgen werden sie wissen dass die politischen und sozialen Gegensätze sich immer mehr verschärfen dass die Bevölkerung Deutschlands zum Teil aus Judenfreunden zum Teil aus Judengegnern besteht den Ausdruck Antisemiten will ich nicht gebrauchen allein die Wogen des Parteigetriebes dürfen nicht bis an den Richtertisch heranreichen der Richter steht auf einer höheren Warte als auf der Zinne der Partei dieses Dichterwort muss in seiner Variation auch ihnen als Richtschnur dienen vor dem Richterstuhle sind alle Menschen gleich der Richter hat nicht danach zu fragen ob der Angeklagte ein Jude oder ein Christ ist er soll ohne Ansehen der Person urteilen und sich von dem Parteigetriebe der Außenwelt nicht beeinflussen lassen sie haben eine Reihe von Zuschriften erhalten ich bin aber überzeugt sie werden keinerlei fremden Einfluss auf sich einwirken lassen sie haben die Pflicht sowohl der Anklage als auch dem Angeklagten gerecht zu werden und zwar lediglich aufgrund der ihnen vorgeführten Verhandlung ich hielt es für nötig dies hervorzuheben um damit gleichzeitig der vorsitzende gab im weiteren den geschworenen die vorgeschriebene rechtsbelehrung und bemerkte ihnen daß der antrag des staatsanwalts auf nicht schuldig sie nicht verpflichte dem antrage zu zustimmen der vorsitzende schloß die rechtsbelehrung mit den worten nun lege ich das schicksal der anklage und des angeklagten vertrauensvoll in ihre hände die beratung der geschworenen dauerte kaum eine halbe als der obmann graf von lohe den wahrspruch verkündete die geschworenen haben die schuldfrage verneint brach das publikum in stürmische bravo rufe aus der vorsitzende verkündete als dann im namen seiner majestät des königs hat der gerichtshof für recht erkannt dass nachdem die herren geschworenen die schuldfrage verneint haben der angeklagte buschoff von der anklage des mordes freizusprechen und die kosten des verfahrens der staatskasse aufzuerlegen seien außerdem hat der gerichtshof beschlossen den angeklagten sofort aus der haft zu entlassen das publikum begleitete das freisprechende urteil mit einem stürmischen bravo buschoff weinte heftig buschoff konnte selbstverständlich nicht mehr nach xanten zurückkehren sein zerstörtes besitztum verkaufte er er lebte noch einige jahre in ehrenfeld bei köln durch mildtätige sammlungen war es ihm möglich sich einen neuen erwerbszeig zu gründen die große aufregung und lange haft hatten aber seine gesundheit untergraben er ist vor einigen jahren gestorben Ende von Abschnitt 12 Aufgenommen von Julia Niedermeier Abschnitt 13 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox .org Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 13 Die Geheimnisse des Alexianer Klosters Mariaberg Teil 1 Von jeher haftete den Klöstern etwas Sagenhaftes an Der Umstand dass die Klöster mit einer hohen Mauer umgeben waren dass kein unbefugter Eintritt fand und die Klosterbewohner nur selten in die Außenwelt kamen verlieh den Klöstern etwas Geheimnisvolles Es war daher begreiflich dass als im Sommer 1895 vor der Strafkammer des Aachener Landgerichts in einem Beleidigungsprozess die Geheimnisse eines Klosters aufgerollt wurden die ganze Kulturwelt den Prozess mit atemloser Spannung verfolgte In einer Vorstadt Aachens erhob sich ein lang gestreckter grauer Bau Ein Kruzifix und das Mutter-Gottes-Bild waren wohl der einzige Schmuck dieses dürftigen Gebäudes das augenscheinlich schon viele Jahrhunderte überdauert hatte Es war das Kloster Mariaberg das den Alexianerbrüdern einem katholischen Laienorden zum Aufenthalt diente Die Brüder beschäftigten sich mit Krankenpflege In der Hauptsache fanden Epileptiker Aufnahme Aber auch Geisteskranke wurden in dem Kloster gepflegt Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts verlangte ein katholischer Geistlicher aus Schottland namens Forbes in das Kloster Mariaberg aufgenommen zu werden Er kam auf Empfehlung des Bischofs von Schottland da ihm der Bischof dies Kloster als gutes Sanatorium empfohlen hatte Anfänglich gefiel es dem schottischen Geistlichen im Kloster Mariaberg Es standen ihm zwei Zimmer zur Verfügung und er hatte über die Behandlung keine Klage zu führen Eines Abends kam jedoch Forbes etwas spät nach Hause Er hatte seinen Urlaub wesentlich überschritten und wohl auch ein paar Glas Bier mehr getrunken als sich für einen Geistlichen geziemte Er soll stark nach Alkohol gerochen und den Eindruck eines Betrunkenen gemacht haben Aus diesem Anlass wurde er von dem Pförtner sehr unwirsch empfangen Da er wie die Brüder behaupteten torkelte und sehr aufgeregt war wurde er in eine Zelle gesperrt In dieser hat er ein Fenster eingeschlagen Die Brüder riefen deshalb den Kreis Physikus und Aachener Polizeiarzt Geheimrat Medizinalrat Dr. Kribben herbei Dieser erklärte den Geistlichen für gemeingefährlich geisteskrank Pastor Forbes wurde deshalb zu den tobsüchtigen Geisteskranken gesperrt und von diesen erst wieder abgesondert als er sich beruhigt hatte Im Jahre 1893 wurde ein Fikar namens Rheindorf der an einem Magen- und Nervenleiden erkrankt war auf Verfügung des Kardinals und Erzbischofs Dr. Kremens zu Köln in der Demeritenanstalt Marienthal bei Hamm an der Sieg aufgenommen Der Zustand des Fikars besserte sich aber nicht Er bat deshalb nach Verlauf von drei Monaten ihm zu gestatten die Anstalt zu verlassen und einen eigenen Haushalt gründen zu dürfen Erzbischof Dr. Kremens verfügte jedoch dass Fikar Rheindorf sich in das Aachener Alexianer Kloster Mariaberg zu begeben habe In dem betreffenden Schreiben des Erzbischofs hieß es Gehen Sie mit Zuversicht nach Mariaberg Dort werden Sie eine so vorzügliche Pflege und Aufwartung erhalten wie sie Ihnen in dem kostspieligsten eigenen Haushalte nicht gewährt werden kann Fikar Rheindorf will nun in dieser Anstalt sehr inhuman behandelt worden sein Er schrieb trotzdem an den Erzbischof dass es ihm in Mariaberg sehr gut gefalle Die Klosterbrüder ließen ihm die beste Behandlung zuteil werden Er bitte jedoch Behufsregelung eines Rechtsverhältnisses ihm einen Tag Urlaub zu gewähren Der Erzbischof willfahrte diesem Gesuche Rheindorf hatte jedoch dieses Schreiben nur an den Erzbischof gerichtet um durch List aus dem Kloster zu entkommen Er begab sich zu einem Freunde nach Iserlohn Von Letzterem wurde er einem Rechtskonsulenten und Schriftsteller namens Heinrich Melage zugeführt Dieser war bemüht die vollständige Freilassung des Fikars aus Mariaberg bei dem Erzbischof zu bewirken Die Bemühungen Melages hatten auch schließlich den Erfolg dass der Fikar auf Verfügung des Erzbischofs in dem Mariahospital zu Ratingen bei Düsseldorf Aufnahme fand und später wieder als Geistlicher in Köln angestellt wurde Fikar Reindorf erzählte außerdem dem Melage Im Kloster Mariaberg herrschten heillose Zustände Die Kranken würden von den Brüdern in furchtbarer Weise misshandelt Das Essen sei miserabel In dem Kloster befinde sich schon seit 39 Monaten ein schottischer Geistlicher Dieser der auf Befehl seines Bischofs nach dem Kloster Mariaberg gesandt wurde sei für geisteskrank erklärt worden obwohl er vollständig geistig gesund sei Beweis hierfür sei dass er die Messe lese und Andachten abhalte Dieser Geistliche der ebenfalls von den Brüdern misshandelt werde und dem jeder Verkehr mit der Außenwelt vollständig abgeschnitten sei sei der deutschen Sprache nicht mächtig Er in Klammern Reindorf der die englische Sprache beherrsche sei der einzige Mensch in dem Kloster gewesen der sich mit dem Schotten unterhalten konnte er habe letzteren in seinen Plan eingeweiht da habe der Mann gesagt wenn du in Freiheit bist lieber Bruder dann gedenke deines Bruders der hier seit 39 Monaten in schrecklichster Gefangenschaft schmachtet obwohl ich nichts Unrechtes begangen habe vielleicht kannst du mich auch befreien Mellage wandte sich daraufhin an die Staatsanwaltschaft in Aachen diese wies ihn an die Polizei Mellage begab sich infolgedessen am 30. Mai 1894 in Begleitung des Aachener Polizeikommissars Lohe und des Aachener Hoteliers Ose in das Kloster Mariaberg Ose war der englischen Sprache mächtig als diese drei Herren nach Mariaberg kamen wurden sie von dem Subrektor Bruder Heinrich in folgender Weise empfangen So das ist ja recht hübsch dass sie uns besuche wollen wir nicht zuerst ein Fläschchen Wein trinke Kommissar Nein dazu haben wir nicht Zeit wir müssen bald wieder weg Bruder Heinrich Kommissar das glaube ich wohl aber für diesmal muss ich darauf verzichten wir haben schon so häufig freundschaftlich zusammen verkehrt heute habe ich etwas dienstliches hier zu verrichten Bruder Heinrich Nun dann lassen wir uns wenigstens erste Präschen nehme Klammer auf der Subrektor holte Herr, nee, das möchte er nicht tun, nee, nee. Der Herr Forbes ist so krank und so schwach. O, jott, nee, das geht nicht. Was wohl da denn mit dem Herr Forbes? Das ist ja ne Kaplanus Schottland. Kommissar, das schadet nichts. Wir wünschen ihn zu sehen. Dieser Herr, auf Melage deutend, hat ein großes Interesse daran. Bruder Heinrich, ist das dann ne Verwandte von der Herr Forbes? Kommissar, das weiß ich nicht, fragen Sie ihn selbst. Bruder Heinrich, zu Melage gewandt. Herr, sieh der Verwandt mit dem Herr Forbes. Melage, nein, ich bin dem Herrn wildfremd. Bruder Heinrich, ja, dann könnt er dat och nit jod verlange, besonders wo der Herr so krank is. Zum Kommissar gewandt. Ik löf, dat is ne Kriminalmann aus neugroßen Stadt. Kommissar, wer oder was der Herr is, darauf kommt es einstweil nicht an. Holen Sie uns nur Herrn Forbes herbei. Melage, sagen Sie, Bruder Heinrich, kann Herr Forbes noch die Messe lesen und Andacht abhalten? Bruder Heinrich, ja, Herr, dat jod noch so ebel mit em. Melage, ist der Herr denn noch immer irrsinnig? Bruder Heinrich, oh, gewiss dat, der is sehr bös und tobsüchtig und schlädt ömsig. Dat macht er was in Krankheit. Melage, nun bringen Sie ihn mal her, wir wollen ihn schon bändigen, wenn er wild werden sollte. Bruder Heinrich, no, wenn dann nit anders is, dann in Gottes Name. Ever ein paar Minütsche müsste ich gedulde. Der Herr is jedenfalls am Betel. Nach längeren Verhandlungen mit Bruder Heinrich und dem Rektor der Anstalt, Bruder Overbeck, wurde Forbes ins Sprechzimmer geholt und nachdem er rasiert worden war, auf das Aachener Polizeipräsidium gebracht. Dort wurde er wiederum dem Polizeiarzt, Kreisphysikus, Geheimrat, Medizinalrat Dr. Kribben vorgestellt. Dieser erklärte nach kurzer Untersuchung, er halte den Mann nicht mehr für geisteskrank und habe gegen seine Entlassung aus dem Kloster nichts einzuwenden. Melage nahm darauf Forbes zu sich nach Iserlohn. Die Staatsanwaltschaft leitete gegen die Vorsteher des Alexianerklosters Maria Berg ein Strafverfahren wegen widerrechtlicher Freiheitsberaubung ein. Dies Verfahren wurde jedoch nach kurzer Zeit wieder eingestellt. Inzwischen hatte sich die Presse der Sache bemächtigt. Dadurch und infolge eines Aufrufs erhielt Melage ein so großes Material, dass er im Verlage von Hermann Riesel und Co. in Hagen unter dem Titel »39 Monate bei gesundem Geiste als irrsinnig eingekerkert«, Erlebnisse des katholischen geistlichen M.Forbes aus Schottland im Alexianerkloster Maria Berg in Aachen während der Zeit vom 18. Februar 1891 bis 30. Mai 1894 eine Broschüre herausgab. Die Vorsteher des Alexianerklosters, der dirigierende Anstaltsarzt, Sanitätsrat Dr. Kapellmann und der Aachener Regierungspräsident stellten deshalb Strafantrag wegen Verleumdung. Ende November 1894 wurde auf Beschluss des Landgerichts zu Hagen die vorläufige Beschlagnahme der Broschüre verfügt und als dann gegen Melage, den Inhaber der Verlagsfirma Hermann Riesel & Co., Verlagsbuchhändler Warnatsch in Hagen und gegen den Redakteur des Iserlohner Kreisanzeigers Max Scharre aufgrund der Paragraphen 185 und 186 des Strafgesetzbuches Anklage erhoben. Melage, Warnatsch und Scharre hatten sich infolgedessen vor der ersten Strafkammer des Aachener Landgerichts zu verantworten. Vorsitzender des Gerichtshofs war Landgerichtsrat Dahmen. Die Anklage vertrat Staatsanwalt Pult. Vertreter der Beleidigten, die sich der Anklage als Nebenkläger angeschlossen hatten, war Rechtsanwalt Oster Aachen. Die Verteidigung führte Rechtsanwalt Lenzmann Lüdenscheid und Rechtsanwalt Dr. Victor Niemeyer Essen-Ruhr. Als Vertreter des Landesdirektors der Rheinprovinz wohnte Landesrat Brandts der Verhandlung bei. Der Kaiser ließ sich von dem medizinischen Sachverständigen Geheimrat-Medizinalrat Prof. Dr. Finkelnburg Bonn täglich eingehend berichten. Der dirigierende Arzt des Alexianerklosters Maria Berg, Sanitätsrat Dr. Kapellmann, bekundete als Zeuge, Forbes wurde im Jahre 1890 als freiwilliger Pensionär aufgenommen. Er sagte, er sei von seinem Bischof zunächst in ein belgisches Kloster verwiesen worden. Dort habe es ihm nicht gefallen. Er wünsche daher, in das Alexianerkloster aufgenommen zu werden. Diesem Gesuche wurde entsprochen. Nach etwa einem Jahre wurde mir von den Brüdern gemeldet, dass Forbes stark dem Trunke ergeben sei. Sobald er betrunken nach Hause komme, beginne er zu toben. Es sei deshalb notwendig, ihn in eine Isolierzelle zu sperren. Ich sagte, das lässt sich nicht tun. Der Mann ist freiwillig in das Kloster gekommen. Ohne Genehmigung des Kreisphysikus dürfen wir ihn daher nicht in die Irrenstation bringen. Der Bezirksphysikus, Geheimrat-Medizinalrat Dr. Krippen, untersuchte den Forbes, erklärte ihn für irrsinnig und befahl, ihn in die Irrenstation zu bringen. Vorsitzender, haben Sie den Forbes untersucht? Zeuge, Forbes ließ sich nicht untersuchen. Es wurde mir aber mitgeteilt, dass Forbes sehr häufig betrunken nach Hause kam, als dann sehr erregt war und auch oftmals Geschäftshäuser besuchte und dort Damen ansprach. Er soll sich auf seinen Spaziergängen so benommen haben, dass es geraten schien, ihn nicht mehr ausgehen zu lassen. Er wollte auch schließlich nicht mehr ausgehen. Staatsanwalt, hatte die Anstalt Maria Berg die Berechtigung, Pensionäre aufzunehmen? Zeuge, Jawohl. Staatsanwalt, in erster Reihe ist aber das Kloster eine Irrenanstalt? Zeuge, Jawohl. Staatsanwalt, wie viel Kranke zählt wohl die Anstalt? Zeuge, Augenblicklich zählt die Anstalt 600 Kranke, darunter 150 Idioten, die zumeist unheilbar sind. Die Epileptiker sind in den meisten Fällen von ihren Gemeinden im Interesse der öffentlichen Sicherheit der Anstalt überwiesen. Vorsitzender, haben Sie täglich die Anstalt besucht? Zeuge, das war mir selbstverständlich nicht möglich. Vorsitzender, es wird behauptet, dass dem Kreisphysikus Dr. Kribben, als er den Forbes auf seinen Geisteszustand untersuchen sollte, ein Strohmann vorgeführt wurde. Zeuge, darüber kann ich nichts sagen. Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Niemeyer, sind denn die Pensionäre gesunde Leute? Zeuge, Nein. Verteidiger, Sie dürfen also gesunde Leute nicht aufnehmen? Zeuge, Nein. Verteidiger, und trotzdem nahmen Sie Forbes auf? Zeuge, Forbes sagte uns, dass er von seinem Bischof geschickt sei. Wir fragten deshalb beim Bischof an und erhielten zur Antwort, dass Forbes dem Trunke ergeben sei. Verteidiger, der Brief des Bischofs ist in englischer Sprache geschrieben. Haben Sie den Brief gelesen? Zeuge, Nein. Verteidiger, sind Sie der englischen Sprache mächtig? Zeuge, Nein. Verteidiger, haben Sie sich überzeugt, dass die Übersetzung des Briefes korrekt gewesen ist? Zeuge, ich habe auf den Übersetzer vertraut. Verteidiger, wer hat den Brief übersetzt? Zeuge, das weiß ich nicht mehr. Verteidiger, Sie sagten vorhin, Forbes wollte sich von Ihnen nicht sprechen lassen. Nun sprechen Sie aber nicht Englisch und Forbes nicht Deutsch. Wie dachten Sie sich die Unterhaltung? Zeuge, etwas Deutsch konnte Forbes wohl. Verteidiger, Forbes kann heute noch nur sehr mangelhaft Deutsch. Wenn er aber schon damals etwas Deutsch verstand, weshalb ließ er sich denn nicht von Ihnen sprechen? Zeuge, das weiß ich nicht. Forbes lief einfach fort. Verteidiger, haben Sie sich keine Gedanken darüber gemacht? Zeuge, Nein. Verteidiger, machen Sie sich auch heute noch keine Gedanken darüber? Zeuge, Nein. Verteidiger, Rechtsanwalt Lenzmann, ist Ihnen bekannt, dass in der Anstalt Mariaberg als Strafmittel die Dusche angewandt wird? Zeuge, eine Dusche wird wohl bisweilen angewandt. Ich kann aber nicht begreifen, weshalb sich die Kranken dagegen sträubten, da das Wasser der Dusche nicht einmal kalt war. Verteidiger, war das Wasser erwärmt? Zeuge, Jawohl, es waren etwa 20 Grad Wärme. Jedenfalls war die Dusche kein Strafmittel. Verteidiger, es ist doch aber sehr eigentümlich, dass die Kranken sämtlich vor der Dusche eine heillose Angst hatten. Zeuge, darüber kann ich nicht sagen. Verteidiger, stieg Ihnen niemals der Gedanke auf, dass der Bischof von Schottland den Forbes nach Mariaberg geschickt habe, weil er sich renitent benommen habe? Zeuge, Nein. Verteidiger, ist denn dem Zeugen bekannt, dass Geistliche gesetzlich nicht länger als drei Monate in einer Demeritenanstalt festgehalten werden dürfen? Zeuge, das weiß ich nicht. Verteidiger, hat eine Besichtigung der Leichen in der Anstalt Mariaberg ärztlicherseits stattgefunden? Zeuge, in der Regel nicht. Verteidiger, können Sie sich erinnern, ob in Ausnahmefällen Leichen ärztlicherseits besichtigt worden seien? Zeuge, in einzelnen Ausnahmen ist das wohl geschehen. Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Niemeyer, Sie geben zu, dass Zwangsmittel gegen Kranke angewandt wurden? Zeuge, es gibt Fälle, in denen die Zwangsmittel unentbehrlich sind. Verteidiger, ist Ihnen bekannt, dass Zwangsmittel gegen Geisteskranke wissenschaftlich verpönt sind? Zeuge, das ist mir nicht bekannt. Verteidiger, können Sie aus der medizinischen Literatur oder sonst wie einen namhaften Mediziner nennen, der auf Ihrem Standpunkt steht? Zeuge, ich bemerke, dass ich auch nicht auf dem Standpunkt der Anwendung von Zwangsmitteln stehe. Ich bin jedoch der Meinung, dass ein vollständiger Ausschluss der Zwangsmittel nicht möglich ist. Es gibt unter den Irren und Epileptikern ganz besonders, wenn die Geistesgestörtheit durch Trunkenheit entstanden ist, so viele nichtswürdige Elemente, dass in gewissen Fällen Zwangsmittel durchaus geboten sind. Verteidiger, sind auch in der Anstalt Maria Berg Zwangsmaßregeln auf Ihre Veranlassung angewendet worden? Zeuge, in einzelnen Fällen wohl. Verteidiger, Rechtsanwalt Lenzmann, ist Ihnen bekannt, dass es Vorsteher von Trinkerasylen wie zum Beispiel Pastor von Bodelschwing in Bielefeld gibt, die die Trunksucht als eine Art Teufelsbesessenheit betrachten und stehen Sie auch auf diesem Standpunkt? Zeuge, ich kenne wohl diese Ansicht, ich stehe aber gewiss nicht auf diesem Standpunkt. Vertreter der Nebenkläger, Rechtsanwalt Oster Sind Sie der Meinung, dass die Anlegung der Zwangsjacke und anderer Zwangsmittel bisweilen im Interesse der eigenen Sicherheit und der der anderen Kranken geboten ist? Zeuge, allerdings, in der Anstalt Amelbüren in Westfalen ist vor kurzer Zeit ein Bruder von einem irrsinnigen Tod geschlagen worden. Rechtsanwalt Oster Werden nicht alle Kranken, die vom Kreisphysikus für Geistesgestört erklärt worden sind, von Ihnen beobachtet? Zeuge, allerdings, alle diese Kranken werden von mir mehrere Monate beobachtet. Verteidiger, Rechtsanwalt Lenzmann Haben Sie das auch bei Forbes getan? Zeuge, nein, dieser Mann war so störrig, dass eine Beobachtung kaum möglich war. Auch ist bei Deliranten eine Beobachtung kaum notwendig. Verteidiger, Sie haben zugegeben, dass Strafmittel auch auf Ihre Veranlassung angewendet worden sind. In welchen Fällen wurden diese Zwangsmaßregeln angewendet? Zeuge, wenn der Kranke nicht anders zu bändigen war oder wenn er Fluchtversuche machte oder unflätige Gespräche führte. Verteidiger, ist Ihnen der Spottkittel und die schmutzige Station bekannt? Zeuge, es wird allerdings Kranken, die sich selbst beschmutzen, ein sogenannter Kittel angelegt, damit sie sich nicht die Kleidung beschmutzen. Verteidiger, ist Ihnen bekannt, dass auch andere Kranke zur Strafe in die schmutzige Station gebracht werden? Zeuge, das ist mir nicht bekannt. Verteidiger, ist Ihnen bekannt, dass Forbes, ein gewisser Häuseler, ein Mann namens Hahn und andere zur Strafe auf die schmutzige Station gebracht worden sind? Zeuge, das ist mir nicht bekannt. Polizeiarzt und Kreisphysikus, Geheimrat, Medizinalrat Dr. Kribben bekundete als Zeuge. Im Jahre 1891 wurde ich von den Alexianerbrüdern in das Kloster Mariaberg zu einem angeblich Tobsüchtigen gerufen. Es wurde mir ein katholischer Geistlicher aus Schottland, Mr. Forbes, vorgestellt, der furchtbar erregt war und stark nach Spirituosenroch. Der Mann führte wirre Redensarten. Er schimpfte auf seinen Bischof, auf die Königin von England und sagte, er sei ein freier Engländer und lasse sich hier nicht einsperren. Da mir außerdem mitgeteilt wurde, dass der Mann schon seit vielen Jahren dem Trunke ergeben sei, so erklärte ich ihn für geistesgestört. Im Mai 1894 wurde mir der Mann nochmals auf dem Polizeipräsidium vorgestellt. Ich habe ihn wiederum untersucht und fand ihn sehr ruhig. Ich konnte den Mann nicht für gesund erklären. Ich attestierte daher, ich kann den Mann nicht für vollsinnig erklären gegen seine Entlassung aus der Irrenanstalt, liegen aber keine Bedenken vor. Vorsitzender Wissen Sie genau, dass der Mann, der Ihnen 1894 auf dem Polizeipräsidium vorgestellt wurde, derselbe Mann war, den Sie 1891 im Kloster Mariaberg untersucht haben? Zeuge Jawohl, ich habe ihn sofort wiedererkannt. Verteidiger Rechtsanwalt Lenzmann Wie lange haben Sie 1891 den Forbes beobachtet? Zeuge Etwa 15 Minuten Verteidiger Sie sind also der Meinung, dass, wenn Sie einen Mann 15 Minuten beobachten, der eine Ihnen unverständliche Sprache spricht, nach Alkohol riecht und sehr erregt ist, dann sind Sie in der Lage, ihn für verrückt zu erklären? Zeuge Das war es nicht allein. Es wurde mir außerdem mitgeteilt, dass sein Bischof geschrieben hätte. Er sei schon seit vielen Jahren dem Tronke ergeben. Verteidiger Haben Sie den Brief des Bischofs gelesen? Zeuge Nein Verteidiger Also die bloße Mitteilung von Anstaltsbrüdern, ehemaligen Schneidern, Schustern und Maurergesellen lassen Sie sich als Grundlage dienen, um einen Mann für verrückt zu erklären? Zeuge Der Mann war aber total betrunken und tobte Verteidiger Ist Ihnen nicht der Gedanke gekommen, dass der Mann einen augenblicklichen, starken Rausch haben kann, dessen Wirkungen am folgenden Tage beseitigt sein können? Zeuge Mein Gott, der Mann war ja tobsüchtig Verteidiger Haben Sie denn noch niemals gehört, dass betrunkene Leute, die auf die Polizeiwache gebracht waren, aus ganz natürlichem Freiheitstrangel die Fenster einschlugen? Kam Ihnen nicht der Gedanke, dass nur ein akuter Rausch vorhanden sein kann? Zeuge Nach den Mitteilungen der Brüder konnte ich das nicht annehmen Verteidiger Dann ist es doch möglich, wenn ich zufällig in berauschtem Zustande ins Alexianerkloster gebracht, dort eingesperrt werde und aus innerem Freiheitsdrange ein Fenster einschlage, Sie mich auch für verrückt erklären, wenn Ihnen nur ein ehemaliger Schuster oder Schneidergeselle sagt, der Rechtsanwalt Lenzmann ist schon seit langer Zeit dem Trunke ergeben? Zeuge Diese Frage finde ich etwas komisch Verteidiger Herr Geheimrat, ich bin weit entfernt, hier komische Fragen zu stellen Die Sache ist mir bitterer Ernst Nach dem, was wir hier von Ihnen gehört haben, ist es zweifellos möglich, jeden beliebigen Menschen für geistesgestört zu erklären und ihn in ein Irrenhaus zu sperren Zeuge Das kann ich nicht zugeben Ein Mann, der sich so gebärdet wie Forbes und schon seit Jahren dem Trunke ergeben ist, ist geistesgestört Verteidiger Ich konstatiere, dass Sie lediglich aufgrund von Mitteilungen der Anstaltsbrüder angenommen haben, dass Forbes an chronischer Trunksucht leidet Mussten Sie sich denn nicht sagen, dass Sie durch Ihr Zeugnis den Mann den Anstaltsbrüdern auf Gnade und Ungnade überlieferten? Zeuge Ich habe nur auf einen Tag die Internierung angeordnet Verteidiger Forbes ist aber jahrelang interniert gewesen Zeuge Wenn der Zustand sich nicht bessert, sind Anstaltsleiter berechtigt, den Kranken auch länger zu internieren Verteidigerrechtsanwalt Dr. Niemeyer Haben Sie den Forbes noch nach Ihrer einmaligen 15 Minuten langen Untersuchung beobachtet? Zeuge Dazu hatte ich keine Verpflichtung Verteidiger Ich frage Sie ja doch bloß, beantworten Sie gefälligst meine Frage Sie haben sich also niemals mehr um den Mann gekümmert? Zeuge Nein Verteidiger Sind Sie mit Sanitätsrat Dr. Kapellmann oftmals zusammengekommen? Zeuge Jawohl Verteidiger Haben Sie jemals mit Sanitätsrat Kapellmann über Forbes gesprochen? Zeuge Nein Verteidiger Haben Ihnen nicht die Brüder auch erzählt, dass Forbes auf seinen Spaziergängen oftmals Urteile über die Schönheit junger Mädchen abgegeben hat? Zeuge Jawohl Die Brüder ärgerten sich darüber und wollten deshalb nicht mehr mit ihm ausgehen Verteidiger Diente Ihnen diese Urteilsabgabe auch als Grundlage zur Beurteilung des Geisteszustandes des Forbes? Zeuge Das gerade nicht, ich fand aber dieses Benehmen für wenig passend Vertreter der Nebenkläger, Rechtsanwalt Oster Wurde Ihnen nicht mitgeteilt, dass Forbes sich sehr häufig jungen Damen gegenüber auffallend benommen hat? Zeuge Jawohl Staatsanwalt Ich glaube, der Verteidiger Lenzmann befindet sich doch in einem kleinen Irrtum. Der Geheimrat hat den Forbes am Morgen untersucht, nachdem der Rausch doch schon verflogen war. Es kann also dann von einer akuten Betrunkenheit nicht die Rede gewesen sein. Zeuge Das ist richtig Verteidiger, Rechtsanwalt Lenzmann Sie erklärten aber vorhin, dass der Mann stark berauscht war und stark nach Spirituosenroch. Zeuge Es war das ein süßlicher Geruch, wie er bei Alkoholikern wahrzunehmen ist, deren Rausch schon heil verflogen ist. Verteidiger Dann wollen Sie Ihre vorherige Bekundung, dass der Mann Ihnen total betrunken vorkam, widerrufen? Zeuge Ich habe mich so bestimmt nicht ausgedrückt. Verteidiger Das haben Sie doch getan. Pfarrer Reindorf, der auf ausdrücklichen Befehl des Kardinal-Erzbischofs Dr. Kremens nach Mariaberg gekommen war, bekundete als Zeuge, er sei in Mariaberg wie ein Gefangener und Verbrecher behandelt worden. Er sei im Dienste der Mission lange Zeit in Amerika gewesen, habe dort die Cholera und das Malaria-Fieber durchgemacht. Er sei infolgedessen furchtbar nervös gewesen. Er habe außerdem an einer Zahnkrankheit gelitten. Der Anstaltsarzt Dr. Chantrain habe ihm Mürrentinktur verordnet. Da dies nichts half, habe er den Arzt gebeten, zu einem Spezialarzt gehen zu dürfen. Dr. Chantrain habe aber diese Bitte abgelehnt. Er habe Dr. Chantrain außerdem ersucht, mit Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand das Kloster verlassen zu dürfen. Dr. Chantrain habe ihm als Antwort den Rücken zugewendet und die Tür hinter ihm zugeschlagen. Er durfte auch das Kloster nicht zwecks Spazierengehens verlassen. Auf seine Beschwerde habe Sanitätsrat Dr. Kapellmann gesagt, die bischöfliche Behörde will es nicht haben. Er, Pfarrer Reindorf, habe nicht nur vollständig unzuträgliche Kost erhalten, sondern es seien während des Essens auch verschiedene Unsauberkeiten und ekelerregende Unappetitlichkeiten vorgekommen. Alle Briefe, sowohl die Ankommenden als auch die Hinausgehenden, gingen durch die Hände der Brüder. Kaplan Schröder, Medebach im Sauerland, bekundete als Zeuge. Er sei als Franziskanerpater viele Jahre in Amerika gewesen. Als er 1880 aus Amerika zurückgekehrt war, sei einmal ein fremder Herr zu ihm gekommen und habe ihn in einen Zustand versetzt, dass ihm seine Sinne vollständig schwanden. Als er aufwachte, habe er sich im Alexianerkloster Mariaberg befunden. Auf welche Weise er in das Kloster gekommen, wisse er nicht. Er habe sich nun krank gefühlt, obwohl er früher ganz gesund gewesen sei. Er habe einmal den Versuch gemacht, aus der Anstalt zu entfliehen und habe bei der Polizei Schutz gesucht. Die Polizei habe ihm aber keinen Schutz gewährt, sondern ihn in die Anstalt zurückgebracht. Er sei deshalb zur Strafe auf acht Tage in die schmutzige Station gebracht worden. In dieser Station beschmutzen die Irren sich selbst und gebärden sich wie wilde Tiere. Er habe einmal das Essen verweigert. Es sei ihm deshalb zur Strafe die Zwangsjacke angezogen und er als dann von dem Bruder Wollenweber gepackt und in den Rücken gestoßen worden. Sanitätsrat Dr. Kapellmann bekundete, dass der Zeuge an Verfolgungswahnsinn gelitten und auf Beschluss des hiesigen Amtsgerichts entmündigt worden sei. Kaplan Forbes bekundete mithilfe eines Dolmetschers als Zeuge, eines Abends sei er später nach Hause gekommen, als er versprochen hatte. Er hatte ein Glas Bier und einen Cognac getrunken. Betrunken sei er jedoch nicht gewesen. Der Pförtner habe ihn gleich bei seinem Eintritt angegriffen und ihn vergewaltigt. Als dann seien vier Brüder gekommen, hätten ihn gefesselt und ihn während der Nacht in diesem Zustande in eine Zelle gesperrt. Am folgenden Morgen habe er sich bei Dr. Chantrain und Herrn Geheimrat Dr. Kribben, dessen Amtseigenschaft er allerdings nicht kannte, beschwert. Er habe den Herren gesagt, es sei in höchstem Grade unwürdig, einen gebildeten Mann derartig zu behandeln. Geheimrat Dr. Kribben sei ihm als ein Herr von nobler Gesinnung vorgekommen. Dieser habe auch zu ihm gesagt, seien Sie mir ruhig, dann wird Ihnen nichts weiter passieren. Einige Zeit darauf habe er an seine Mutter einen Brief geschrieben. Seine Mutter sei aber eine Protestantin. Dies habe Bruder Overbeck erfahren und ihm deshalb verboten, an seine Mutter zu schreiben. Als er dagegen Verwahrung einlegte, habe ihn Bruder Overbeck an den Schultern gefasst und ihn misshandelt. Er, Forbes, sei darüber sehr aufgeregt gewesen, ganz besonders deshalb, weil ihm das als katholischer Priester passieren musste. Einige Zeit später habe er verlangt, zu einem englischen geistlichen Beichten gehen zu dürfen. Er habe sich bereit erklärt, in Gemeinschaft mit einem Bruder zu dem englischen Geistlichen zu gehen. Der Rektor, Bruder Overbeck, habe jedoch diese seine Bitte abgeschlagen und ihm anbefohlen, zu einem geistlichen Namens Thiel Beichten zu gehen. Da er sich weigerte, dies zu tun, sagte ihm Overbeck, wenn Sie zu dem Priester Thiel nicht beichten gehen, dann stecken wir Sie unter die Tollen. Sehr bald darauf erschien in dem Kloster ein englischer Geistlicher, höchstwahrscheinlich ein Abgesandter des Bischofs Monsignore Donald von Aberdeen und sagte den Brüdern, er, Forbes, sei ein gemeingefährlicher Mensch, dem jeder Verkehr mit der Außenwelt zu untersagen sei. Der englische Geistliche habe ihm selbst gesagt, dass er ein Abgesandter des Bischofs Monsignore Donald von Aberdeen sei und welchen Auftrag er den Brüdern überbracht habe. Er sei der Überzeugung, dass dieser englische Geistliche auch in das Kloster eingesperrt worden wäre, wenn er Geld gehabt hätte. Es sei ihm jeder Verkehr mit der Außenwelt abgeschnitten gewesen. Er habe sich darüber nicht beschwert, da er befürchtete, als dann noch schlechter behandelt zu werden. Die Dusche sei gegen ihn nicht angewendet worden, er sei aber eines Abends in seinem Zimmer von den Brüdern mit Stricken gefesselt worden. Es sei ihm gelungen, diese Fesseln am Bettpfosten abzustreifen. Er habe nachher an seinen Bischof geschrieben, ihm diese Behandlung mitgeteilt und diesen gebeten, ihn zu befreien, da er sich nicht denken konnte, dass der Bischof mit dieser Behandlung einverstanden sei. Er habe jedoch vom Bischof keine Antwort erhalten. Er vermute, dass die Brüder den Brief nicht abgeschickt haben. Bruder Heinrich habe ihm einmal gedroht, wenn er nicht artig sei, werde er alles, was er von ihm wisse, in der Germania in Berlin veröffentlichen. Er sei einmal ohne Begleitung ausgegangen. Schon mittags, als er weggegangen sei, habe ihm der Bruder Leonhardt ein sehr böses Gesicht gemacht, was ihm sehr bedenklich vorgekommen sei. Er sei in ein Wirtshaus gegangen und habe dort ein Glas Bier, einen Kognak und eine Tasse Kaffee getrunken. Ein Mann, den er sofort für einen Spion der Anstalt hielt, sei ihm bei seinem Weggange aus der Anstalt auf dem Fuße gefolgt. Dieser Mann sei ihm auch ins Wirtshaus nachgekommen und habe ihn schließlich aufgefordert, mit ihm nach Hause zu gehen. Da er sich dessen geweigert, habe der Mann eine Droschke geholt und ihn mit Hilfe eines hinzukommenden Bruders in diese gezerrt und sei mit ihm nach dem Kloster Mariaberg gefahren. Dort angekommen, sei er von den Brüdern misshandelt worden. Er sei seiner Stellung als Geistlicher entsetzt worden, da sein Patron, der Gutsbesitzer, sich bei seinem Bischof über ihn beschwert habe. Er habe sich in dem Streit zwischen den Gutsbesitzern und Pächtern auf Seite der Letzteren gestellt. Er sei alsdann drei Jahre bei seinen Eltern gewesen, um sich dort zu erholen. Ende von Abschnitt 13 Aufgenommen von Martin Habecke Abschnitt 14 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 14 Die Geheimnisse des Alexianer-Klosters Maria Berg Teil 2 Canonicus John Cameron Bewley in Schottland bekundete mittels Dolmetscher, Forbes sei Pfarrer in einem Nonnenkloster gewesen und habe dort die Nonnen gegen die Oberin aufgehetzt. Verteidigerrechtsanwalt Lenzmann Ist dem Zeugen bekannt, dass die Oberin von Forbes etwas verlangte, was dieser als Geistlicher zurückweisen musste? Staatsanwalt Das ist allerdings deutlich. Zeuge Davon weiß ich nichts. Bruder Alexander, ehemaliger Bahnassistent Barth, machte als Zeuge folgende Aussage Eines Abends im Mai 1890 sei er von dem Bruder Heinrich in das Zimmer des Forbes gerufen worden. Forbes sei stark angetrunken gewesen und als er das Zimmer betrat, nahm Forbes ein Kruzifix von der Wand und wollte ihn schlagen. Dies sei ihm aber nicht gelungen. Er habe dem Forbes die Zwangsjacke angelegt aber Bruder Heinrich. Staatsanwalt Hielten Sie den Forbes für betrunken oder für verrückt? Zeuge Für betrunken. Staatsanwalt Einem Betrunkenen legt man doch nicht die Zwangsjacke an. Zeuge Ich hatte nur die Befehle meiner Vorgesetzten auszuführen. Vorsitzender Haben Sie sonst eine besondere Wahrnehmung an Forbes gemacht? Zeuge Nein, ich wurde sehr bald nach jenem Vorfall nach England versetzt. Vorsitzender Haben Sie außerdem einmal gesehen, dass an Kranken Strafmittel angewendet wurden? Zeuge Ich habe einmal gesehen, dass ein Kranker eine halbe Stunde knien musste. Vorsitzender Wurde ihm das befohlen? Zeuge Jawohl, von dem Werther Krings. Verteidiger Rechtsanwalt Lenzmann Haben Sie einmal gesehen, dass gegen Kranke die Dusche angewendet wurde? Zeuge Ja, ich habe einmal gesehen, wie ein Kranker in der Dusche war. Verteidiger Wie lange wurde der Kranke in dieser Weise im Wasser gehalten? Zeuge Mehrere Minuten Verteidiger Kannten Sie die schmutzige Station, in der sich Kranke befinden, die den Kot unter sich gehen lassen? Zeuge Jawohl Verteidiger Sind auch Kranke, die nicht den Kot unter sich gehen ließen, Berufsbestrafung in die schmutzige Station gebracht worden? Zeuge Jawohl, aus meiner Station ist einmal ein Mann namens Friedrich Hahn zwei Tage lang Berufsbestrafung in die schmutzige Station gebracht worden. Verteidiger Wer hatte die Überführung des Kranken in die schmutzige Station anbefohlen? Zeuge Der Rektor Bruder Overbeck Der Rektor des Klosters Mariaberg, Bruder Paulus Overbeck, ein ehemaliger Schuhmacher, bekundete als Zeuge, er sei früher in einem belgischen Kloster gewesen. Dort seien Strafmittel wie Dusche, Tauchbad und Zwangsjacke gesetzlich eingeführt. Als er nach Mariaberg kam, habe er diese Strafmittel auch dort eingeführt und gegen widerspenstige Geisteskranke und Epileptiker angewandt. Den Anstaltsärzten habe er weder von der Einführung noch von der Anwendung dieser Strafmittel Mitteilung gemacht. Er gebe zu, dass auch Epileptiker und Geisteskranke in Notfällen geschlagen wurden. Auf Befragen der Verteidiger, ob das Briefgeheimnis in Mariaberg gewahrt worden sei, verweigerte Bruder Overbeck die Antwort. Er habe den Kaplan Forbes für anstaltsbedürftig gehalten, weil er sehr aufgeregt war. Er habe Forbes nur in Begleitung eines Bruders ausgehen lassen, weil ein Abgesandter des Bischofs von Schottland ihm sagte, man müsse auf Forbes Acht geben, er wolle ausreißen. Schließlich wollte aber kein Bruder mehr mit Forbes ausgehen, weil er sich gegen Damen unpassend benahm. Vorsitzender Inwiefern geschah das? Bruder Overbeck Er lachte die ihm begegnenden jungen Damen an und äußerte seine Bewunderung über die schönen Nasen, die prächtigen Kusslippen, den stattlichen Wuchs der jungen Damen. Der katholische geistliche Goit-Zirk bekundete als Zeuge, er sei eine Zeit lang hausgeistlicher im Kloster Mariaberg gewesen. Er habe einmal an das erzbischöfliche Vikariat berichtet. Es sei eine öftere Revision des Klosters erforderlich, da die Kranken sich über die schlechte Kost und hartherzige Behandlung beklagen. Er habe außerdem veranlasst, dass zwei junge Leute von 17 und 18 Jahren aus der Anstalt entlassen wurden, weil ihre Anwesenheit nicht mehr erforderlich sei. Er wurde deshalb von den Brüdern in die Ecke gestoßen. Die Beköstigung im Kloster Mariaberg sei ganz miserabel gewesen. Eines Abends war er im katholischen Gesellenverein und kam etwas spät nach Hause. Als ihm der Pförtner auf sein Klingeln öffnete und er eintreten wollte, habe ihn der Pförtner mit Gewalt zurückgestoßen und mit den Worten »Schlafen Sie heute draußen« die Pforte zugeschlagen. Die Wirtschaftlerin des Pfarrers Reindorf, Frau Fiesel, bekundete, Bruder Heinrich habe zu ihr einmal gesagt, »Wer es hier gut haben will, der muss sich mit den Brüdern gut verhalten. Wer hier hereinkommt, der kommt ohne den Willen der Brüder nicht mehr hinaus. Hier hat weder der Generalfikar noch die Döckdach etwas zu sagen. Wir sind klüger als die Döckdach. Wer hier drin ist, der wird zahm gemacht. Wer hier herauskommt, der ist zahm.« Umso größer war die Spannung als darauf, der Subrektor Bruder Heinrich als Zeuge aufgerufen wurde. Ein kleines, altes Männchen von abschreckend hässlichem Aussehen betrat den Gerichtssaal. Er bekundete auf Befragen, dass er mit seinem bürgerlichen Namen Josef Schoper heiße und früher Schneidergeselle war. Dem Kaplan Forbes sei einmal die Zwangsjacke angelegt worden, weil er betrunken und infolgedessen sehr aufgeregt gewesen sei. Die von der Fiesel bekundete Äußerung habe er nicht getan. Er blieb auch dabei, als ihm die Fiesel und Pfarrer Reindorf die Aussage mit voller Bestimmtheit vorhielten und der Vorsitzende ihn darauf aufmerksam machte, dass er einen Eid geleistet habe. Landwirtschaftsgehilfe Josef Nelleser machte folgende Aussage. »Ich war elf Monate Wärter in Mariaberg. Ich habe in meiner Station niemals einen Anstaltsarzt gesehen. Ich sah einmal, wie ein Bruder einen Kranken zu Boden stieß, mit dem Fuße trat und in die Seite schlug. Ein anderes Mal sah ich, wie ein Kranker, der nicht schnell genug gehen konnte, von einem Bruder und einem Wärter die Treppe hinabgezerrt und als dann über den Fußboden geschleift wurde. Ein weiteres Mal sah ich, wie ein Bruder einen Kranken mit einem Schlüsselbund auf den Hinterkopf schlug. »Vorsitzender, wie viel Schlüssel enthielt dieser Schlüsselbund?« Zeuge, »Fünf bis sechs Schlüssel.« »Vorsitzender, wie waren die Schlüssel beschaffen?« Zeuge, »Es waren gewichtige Türschlüssel.« »Vorsitzender, wie hieß der Bruder, der in dieser Weise mit dem Schlüsselbund schlug?« »Zeuge, Bruder Kajus.« »Vorsitzender, nun erzählen Sie einmal, wie es mit dem Bottich gehandhabt wurde.« »Zeuge, Die Epileptiker Josef Schäfer, Opré und Louis Meyer erzählten mir, sie seien in folgender Weise bestraft worden. Sie wurden in den Bottichraum gebracht. Es ist das ein leerer Raum, in dem eine Badewanne steht. Dort wurden die Kranken vollständig entkleidet, darauf gefesselt und als dann in die mit eiskaltem Wasser gefüllte Wanne gesteckt, und zwar derartig, dass der Kopf unter Wasser kam. Wenn die Kranken zu ersticken drohten, dann wurde der Kopf aus dem Wasser herausgezogen, damit die Kranken einen Augenblick Luft schnappen konnten. Nach einigen Minuten ging diese Prozedur von neuem los und dauerte so etwa eine halbe Stunde. »Vorsitzender, wissen Sie, aus welcher Veranlassung dies geschah?« »Zeuge, zur Strafe.« »Vorsitzender, was hatten die Kranken denn verbrochen?« »Zeuge, Opré soll einmal gelogen haben, Schäfer soll einige Wärter im Gesicht gekratzt haben.« »Vorsitzender, haben die Kranken üble Folgen durch diese Prozedur davon getragen?« »Zeuge, davon weiß ich nichts.« »Vorsitzender, stand denn diese Strafe jemals im Verhältnis zu den begangenen Verbrechen?« »Zeuge, niemals. Ich kann nur sagen, dass ich die ganze Prozedur als eine geradezu unerhörte, unmenschliche Strafe angesehen habe.« Der Zeuge bekundete im Weiteren, dass Kranke oftmals gefesselt in die Kirche geführt wurden. Die Kranken wurden auch oftmals von den Brüdern ohne jede Veranlassung blutig geschlagen. Ein Kranker wurde einmal von dem Bruder Ezechiel derartig mit einem Schlüssel auf den Hinterkopf geschlagen, dass er ein großes Loch in den Kopf bekam. Als ein Wärter deshalb diesen Kranken zu Bett bringen wollte, sagte Bruder Rochus, »Ich werde den Kerl die Treppe hinunterwerfen und ihm noch ein Loch in den Kopf schlagen.« Ein Kranker sei durch die Misshandlung eines Bruders gestorben. Er habe schließlich die Misshandlungen nicht mehr mit ansehen können und habe deshalb gekündigt. Ein buckliger, ganz kleiner, schwächlicher Zwerg bekundete, er sei ein Jahr als Epileptiker in Mariaberg gewesen. Eines Tages, als er aus der Kirche kam, habe er den Bruder Ezechiel gebeten, ihm seine Zelle aufzuschließen. Als Antwort habe ihm Bruder Ezechiel ein paar heftige Ohrfeigen gegeben und ihn mit der Faust auf den Kopf und ins Kreuz geschlagen. Als er sich das verbat, habe ihm Bruder Ezechiel die Treppe hinuntergeworfen. Barbier Meven machte folgende Bekundung. Er sei 30 Jahre in Mariaberg tätig gewesen. Als die melagische Broschüre erschien, habe er sofort gesagt, der Verfasser ist gut unterrichtet. Das Schlagen mit dem Schlüsselbund auf den Kopf sei ihm nicht mehr aufgefallen, daran sei er schon gewöhnt gewesen. Er habe einmal gesehen, wie ein Kranker zwischen ein eisernes Gitter und einen glühenden eisernen Ofen gestellt wurde. Vorsitzender War der Kranke ein Epileptiker oder ein Verrückter? Zeuge Ich glaube, es war ein Verrückter. Vorsitzender Hat man den Kranken gefesselt? Zeuge Nein Vorsitzender Dann lag doch die Gefahr nahe, dass er auf den glühenden eisernen Ofen fallen und jämmerlich verbrennen konnte. Zeuge Gewiß, diese Gefahr war vorhanden. Vorsitzender Wissen Sie, weshalb diese Strafe vollstreckt wurde? Zeuge Nein Vorsitzender Blieb nun der Kranke auf einer Stelle stehen oder lief er um den Ofen herum? Zeuge Er lief unaufhörlich laut schreiend herum. Vorsitzender Brannte der eiserne Ofen? Zeuge Jawohl, der Ofen brannte lichterloh. Er habe gesehen, dass Kranke die sogenannte Kübeldusche bekamen. Ein Kranker, der früher im Zuchthause zu werden war, habe ihm einmal gesagt, das Essen im Zuchthause sei bedeutend besser als in Mariaberg. Das sei kein Essen für Menschen, sondern fürs Vieh. Er, Zeuge, habe 1890 die Stellung in Mariaberg aufgegeben. Schreiner Krämer, er sei eine Zeit lang Wärter im Kloster Mariaberg gewesen. Bruder Thomas habe einmal einen Kranken mit einem großen Schlüsselbund heftig auf den Kopf geschlagen, ihn als dann in eine Zelle schaffen und hilflos liegen lassen. Am anderen Morgen sei der Mann tot gewesen. Bruder Karl habe einmal einem Kranken eine Schlinge um den Hals geworfen und ihn damit gewürgt. Bruder Irenaeus, der mit dem Schlüsselbund erschlagene Krank ist am folgenden Abend gegen sechs Uhr gestorben. Verteidiger Rechtsanwalt Lenzmann, haben Sie zu dem Verstorbenen einen Arzt hinzugezogen? Zeuge, nein. Verteidiger, hielten Sie es nicht für Ihre Christenpflicht, den armen Menschen ärztliche Hilfe zu bringen? Zeuge, der Mann machte auf mich den Eindruck eines Tobsüchtigen. In solchem Falle ist ärztliche Hilfe nicht notwendig. Verteidiger, Sie sagten vorhin, Sie hätten nachmittags gegen drei Uhr dem Sterbenden Speise und Trank gebracht. Zeuge, allerdings. Verteidiger, tobte er da noch? Zeuge, nein, da war er schon ruhiger. Verteidiger, Sie hielten es aber nicht für notwendig, dem Mann ärztlich Hilfe zu bringen. Zeuge, nein. Als dann bemerkte Barbier Meven, es sei einmal im Alexianerkloster die Frage gestellt worden, worin besteht der Unterschied zwischen dem Himmel und dem Alexianerkloster? Bruder Leonhard bemerkte darauf, in den Himmel ist schwer hinein, aus dem Alexianerkloster ist schwer herauskommen. Bäcker Kaspar Kleinschmidt machte folgende Bekundung. Er sei eines Tages auf Veranlassung seiner Frau, die ihn gern beiseite geschafft hätte, von der Polizei nach Mariaberg gebracht worden. Gefehlt habe ihm gar nichts, er sei damals ebenso gesund gewesen wie heute. Er sei zwei Monate in Mariaberg festgehalten worden. Als er Herrn Sanitätsrat Dr. Kapellmann bat, ihn herauszulassen, habe dieser ihm geantwortet, hier ist kein Gefängnis, sondern eine Irrenanstalt, da kommen sie nicht ohne weiteres heraus. Er habe Misshandlungen in Mariaberg nicht beobachtet. Das Essen sei allerdings miserabel gewesen. Es gab gewöhnlich des Mittags Gerstensuppe, ein Stückchen Leberwurst oder einen halben Hering. Verteidigerrechtsanwalt Lenzmann Ich frage Herrn Sanitätsrat Dr. Kapellmann, ob es wahr ist, dass er dem Zeugen auf seine Bitte, ihn freizulassen, geantwortet hat, es ist hier kein Gefängnis, sondern eine Irrenanstalt, da können sie nicht so ohne weiteres heraus. Dr. Kapellmann, das kann ich selbstverständlich nicht gesagt haben. Verteidigerrechtsanwalt Lenzmann Herr Sanitätsrat, was gab Ihnen Veranlassung, den Zeugen in die Irrenanstalt aufzunehmen? Dr. Kapellmann Der Mann litt an Verfolgungswahnsinn. Verteidiger Woraus entnehmen Sie das? Dr. Kapellmann Aus den Mitteilungen seiner Frau. Verteidiger Die Angaben seiner Frau genügten Ihnen, um den Mann in Ihrer Irrenanstalt zu internieren? Dr. Kapellmann Ich hatte auch ein Attest des Kreisphysikus Dr. Baum. Verteidiger Ich bemerke Ihnen, dass Dr. Baum dessen Amtseigenschaft auf dem Atteste nicht ausgedrückt ist, es ist bloß mit Dr. Baum unterzeichnet, in dem Attest bemerkt, er könne die Geisteskrankheit noch nicht feststellen. Haben Sie nun, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, von Herrn Dr. Baum wenigstens nachträglich ein motiviertes Zeugnis verlangt? Sanitätsrat Dr. Kapellmann Nein. Verteidiger Haben Sie sich ferner um das Schicksal des Mannes bekümmert? Zeuge Nein. Verteidiger Also die Angaben der Frau des Mannes genügten Ihnen, um den Mann festzuhalten? Dr. Kapellmann Die müssen mir vorläufig genügen. Verteidiger Herr Sanitätsrat, es wird schon seit Jahren in allen Zeitungen darüber Klage geführt, dass Privat- Irrenanstalten bequeme Städten sind, in die böse Frauen ihnen unbequemen Männer mit Leichtigkeit schaffen lassen können. Nun hat Ihnen doch der Zeuge gesagt, seine Einlieferung in die Irrenanstalt sei auf Betreiben seiner Frau von dem hiesigen Polizeikommissar Zimmermann angeordnet worden. Er, der Zeuge, hege den Verdacht, dass der Polizeikommissar mit seiner Frau ein unerlaubtes Verhältnis unterhalte. Hat Ihnen diese Angabe des Mannes nicht Veranlassung gegeben, eine Untersuchung über die Wahrheit dieser Angaben anzustellen? Dr. Kapellmann Nein, wie konnte ich das auch feststellen? Geschäftsreisender Josef Junior, früher Aufseher in Kloster Mariaberg, berichtete über eine große Anzahl von den Brüdern an den Kranken begangenen Misshandlungen. Bruder Heinrich habe einen Kranken mit einem Schlüsselbund in heftiger Weise in die Seite und mit einem Schuhabsatz auf den Kopf geschlagen. Bruder Ezechiel habe einen Kranken furchtbar geohrfeigt und mit dem Fuß zur Erde gestoßen. Bruder Gregor und Bruder Heinrich haben einmal einem Kranken angeblich aus Scherz beim Waschen eiskaltes Wasser in den Nacken gegossen. Vorsitzender Was war das für ein Kranker? Zeuge Das weiß ich nicht, es war jedenfalls ein sehr armseliger Mensch. Bruder Karius habe einmal in der schmutzigen Station einen Kranken von hinten mit aller Gewalt zu Boden gestoßen. Ein anderer Kranker, ein sehr alter Mann, sei von den Brüdern derartig misshandelt worden, dass er einen Leistenbruch davon getragen habe. Dieserselbe Kranke habe ihm einmal einige Zähne gezeigt, die ihm die Brüder ausgeschlagen hatten. Es wurden alsdann die Zwangsjacke, ein Fußriemen, ein Handriemen, ein paar lederne Zwangshandschuhe und eine dicke, kurze, eiserne Kette, die an zwei eisernen Armfesseln befestigt war, vorgelegt. Auf Aufforderen des Vorsitzenden zog Bruder Provinzial Welter dem Bruder Overbeck die Zwangsjacke an. Bruder Overbeck machte dabei ein sehr bedenkliches Gesicht. Ein ehemaliger Wärter bemerkte, die Zwangsjacke wurde den Kranken derartig fest angelegt, dass sie kaum noch atmen konnten. Der Hauptsachverständige, Geheimrat, Medizinalrat, Professor Dr. Finkelnburg, Bonn, begutachtete, Forbes sei weder geisteskrank noch leide er an Größenwahn. Sein ethisches Empfinden sei wohl bezüglich seiner alkoholischen Exzesse und deren Folgen etwas abgestumpft, wie dies bei allen Trunksüchtigen der Fall sei. Im Übrigen sei Forbes vollständig geistig intakt und eine Notwendigkeit, ihn zu internieren, habe durchaus nicht vorgelegen. Eine provisorische Internierung zum Zwecke ärztlicher Beobachtung wäre vielleicht zu empfehlen gewesen. Auf Befragen des Verteidigers, Rechtsanwalts, Dr. Niemeyer, bemerkte Geheimrat, Medizinalrat, Professor Dr. Finkelnburg. Ein verwöhnter Mann wie Forbes würde auch in einer guten Anstalt an seiner Gesundheit Schaden gelitten haben. Nachdem ich aus der Beweisaufnahme erfahren, welche Zustände in Maria Berg herrschen, muss ich nur meine Verwunderung aussprechen, dass Forbes nach so jahrelanger Internierung und nach solcher Behandlung, wie sie ihm in Maria Berg zuteil geworden, nicht geisteskrank geworden ist. Eine solche Gefahr lag zweifellos vor. Herr Forbes kann mithin Herrn Mellage mit vollem Recht als seinen Befreier und Erretter ansehen. Die anderen medizinischen Sachverständigen schlossen sich dem Gutachten des Geheimrat, Medizinalrats Professor Dr. Finkelnburg fast vollständig an. Noch eine ganze Anzahl Leute, alle Altersklassen bekundeten Zeugen eidlich, sie seien, da sie an Epilepsie leiden, im Kloster Mariaberg gewesen und seien der geringfügigsten Vergehen wegen von den Brüdern geduscht und aufs schwerste misshandelt worden. Der 55-jährige Epileptiker Launer machte folgende Angaben. Er habe mit dem Bruder Basilius einmal wegen Gemüse Streit bekommen. Bruder Basilius habe ihn deshalb ins Gesicht geschlagen, zu Boden geworfen, furchtbar mit Füßen getreten, sodass er ganz mit Beulen bedeckt war, fünf Löcher in den Kopf bekam und ungeheure Schmerzen hatte. Alsdann wurde er 14 Tage lang fast täglich geduscht. Er wurde in einen leeren Raum gebracht, wo eine Badewanne stand. Er wurde zunächst gefesselt, alsdann kopfüber unter die Dusche gesteckt, sodass er keine Luft bekam. Diese Prozedur wurde zehnmal wiederholt. Vorsitzender Und das geschah täglich 14 Tage lang? Zeuge Fast täglich. Eines Tages sei er nicht schnell genug die Treppe zur Kirche hinaufgegangen. Bruder Pankratius habe ihn zur Eile angetrieben und da er sich deshalb verantwortete, habe ihn Bruder Pankratius die Treppe hinuntergeworfen, ihn furchtbar geschlagen, mit Füßen getreten und nun sei er zur Strafe wieder 14 Tage lang geduscht worden. Dr. Chantrain Der Mann sei sehr streitsüchtig und leide an Verfolgungswahnsinn. Er sei auch in der letzten Zeit schwachsinnig geworden. Er leide an eingebildeten Schmerzen und bilde sich ein, Verletzungen erhalten zu haben. Verteidiger Rechtsanwalt Lenzmann Wodurch wissen Sie das? Dr. Chantrain Das ist mir mitgeteilt worden. Verteidiger Ich bitte Sie doch aber auseinander zu halten, was Sie selbst gesehen haben und was Sie vom Hören sagen wissen. Selbstverständlich hat Ihnen dies ein Bruder mitgeteilt? Dr. Chantrain Jawohl Verteidiger Rechtsanwalt Lenzmann Hat Ihnen auch der Mann selbst über Schmerzen geklagt? Dr. Chantrain Jawohl Verteidiger Und Sie hielten das für Einbildung? Dr. Chantrain Jawohl Verteidiger Woher entnahmen Sie das? Dr. Chantrain Weil ich wusste, dass der Mann an Einbildung leidet. Verteidiger Woraus entnahmen Sie das? Dr. Chantrain Wenn mir der Mann ein Jahr lang über Rückenschmerzen klagt, dann muss man doch annehmen, dass er sich die Schmerzen einbildet. Verteidiger Haben Sie jemals den Urin des Mannes untersucht? Dr. Chantrain Ich glaube nicht. Verteidiger Ich wünsche eine bestimmte Antwort von Ihnen. Dr. Chantrain Bestimmt kann ich es nicht sagen. Verteidiger Ich bin nicht Mediziner, bin aber der Meinung, wenn der Arzt den Schmerz nicht erkennen kann, dann nimmt er zunächst eine Harnuntersuchung vor. Dr. Chantrain schweigt. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Niemeyer Herr Doktor, wenn jemand über Kopfschmerz klagt, ist als dann der Kopfschmerz an einer äußeren Erscheinung zu erkennen? Dr. Chantrain Bisweilen allerdings. Verteidiger Rechtsanwalt Lenzmann Wir verzichten darauf, über dieses Thema die medizinischen Experten zu vernehmen. Wir trauen dem Hohen Gerichtshof so viel medizinische Kenntnis zu, dass er sich über dieses Thema selbst ein Bild wird machen können. Schreinermeister Sauren machte folgende Aussagen. Er habe mehrere Jahre in Mariaberg als Schreinermeister gearbeitet. Er habe einmal gesehen, dass Forbes, als er eines Abends gegen sieben Uhr nach Hause kam, von einer Anzahl Brüdern ergriffen, geschlagen, gestoßen und zur Treppe hinauf in eine Zelle gezerrt wurde. Forbes habe geschrien und gebeten, ihn loszulassen. Er werde allein gehen. Diesem Verlangen haben aber die Brüder nicht entsprochen. Er habe außerdem mehrfach gesehen, Kranke von Wärtern und Brüdern misshandelt, gestoßen, geschlagen und getreten wurden. Einmal habe er gesehen, wie der Wärter Krings einem Kranken ein Bein stellte. Bruder Heinrich habe einen Kranken mit einem Schlüsselbund auf den Kopf geschlagen. Er selbst sah einmal von dem Bruder Florian heftig auf die Schulter geschlagen worden, weil er in die Küche gekommen sei. Er habe nicht gewusst, dass er verboten sei, in die Küche zu gehen. Er habe sich dagegen verwahrt und dem Bruder Florian gesagt, Sie haben kein Recht, mich zu schlagen. Ich bin kein Kranker. Verteidiger Rechtsanwalt Lenzmann wurden oftmals mit den Worten gedroht, nimm dich in Acht, sonst kommst du nach dem Käufchen. Käufchen ist der Wärter der schmutzigen Station. Sauren bekundete noch, es sei ihm einmal erzählt worden, dass vor acht Jahren in Mariaberg ein Kranker erschlagen worden sei. Ein anderer Zeuge bekundete, ein Kranker sei von dem Bruder Pankratius einmal ganz furchtbar geschlagen und als dann mehrere Tage in eine Zelle gesperrt worden. Bertha Käufchen habe mehrfach Kranke im Hofe des Klosters an einen Baum fest gebunden. Vorsitzender Haben Sie das selbst gesehen? Zeuge Jawohl, das habe ich mehrfach gesehen. Vorsitzender Wie lange mögen wohl diese Kranken am Baum fest gebunden gewesen sein? Zeuge Den ganzen Tag. Vorsitzender Waren Brüder dabei? Zeuge Jawohl, der Rektor Overbeck. Vorsitzender Können Sie das beeiden? Zeuge Jawohl, mit reinstem Gewissen. Die medizinischen Sachverständigen wurden schließlich aufgefordert, ihr Endurteil über die Zustände in Maria Berg abzugeben. Geheimrat Medizinalrat Prof. Dr. Finkelnburg Ich muss Ich muss bemerken, dass ich vergeblich nach Worten suche, um für die Zustände in Maria Berg, wie sie uns durch die Beweisaufnahme hier vorgeführt worden sind, die richtige Bezeichnung zu finden. Mich haben diese hier bekundeten Vorgänge mit Entsetzen und Abscheu erfüllt. Derartige Dinge sollte man weder in Deutschland noch in einem anderen zivilisierten Lande für möglich halten. Dr. Besser und Geheimrat Sanitätsrat Dr. Ripping erklärten, dass sie sich diesem Gutachten vollständig anschließen können. Medizinalrat Dr. Gerlach Ich kann mich auch nur dem Gutachten des Herrn Geheimrats Finkelnburg anschließen. Ich will aber noch bemerken, dass nächst den Misshandlungen es in hohem Grade zu verurteilen ist, dass den Kranken ärztliche Hilfe versagt und die gesamte Krankenpflege den Brüdern überlassen wurde. Die Kranken bedürfen schon der ärztlichen Behandlung im Interesse der Hygiene. In Maria Berg wurden die Verhältnisse geradezu auf den Kopf gestellt. Ich bin der Ansicht, dass die Ärzte der Kranken wegen da sind und nicht die Kranken der Ärzte wegen. Es heißt doch alles auf den Kopf stellen, wenn Kranke, die den Arzt verlangen, sich bei diesem in seinem Zimmer melden müssen. In jeder anderen Krankenanstalt kommt der Arzt unaufgefordert zu dem Kranken. Auf Befragen des Staatsanwalts und des Vertreters der Nebenkläger Rechtsanwalt Oster erklären die medizinischen Sachverständigen wiederholt, dass die Psychiatrie alle Zucht und Strafmittel gegen Kranke grundsätzlich verwirft. Zwangsmittel, die zur eigenen Sicherheit des Kranken geboten erscheinen, dürfen nur von einem Arzt angeordnet und auch nur in dessen Beisein angewendet werden. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Niemeyer Wir könnten noch einige 30 Zeugen vorführen, die über arge Misshandlungen, die die Brüder in Maria Berg an Kranken vorgenommen haben, bekunden würden. Wir hatten außerdem die Absicht, den Antrag zu stellen, wegen Gefährdung der öffentlichen Sittlichkeit die Öffentlichkeit auszuschließen und eine Reihe von Zeugen vorzuführen, die bekundet hätten, dass im Kloster Maria Berg im Beisein und zum Teil unter Teilnahme der Brüder wieder natürliche Unzucht getrieben worden sei. Die Verteidigung hat jedoch nicht die Absicht, ohne dass eine dringende Notwendigkeit vorliegt, noch mehr Schmutz aufzuwirbeln. Die Verteidigung verzichtet deshalb auf jede weitere Beweisaufnahme, da die Zustände in Maria Berg Abschnitt 15 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 15 Die Geheimnisse des Alexianer Klosters Mariaberg Teil 3 Staatsanwalt Pult, der am vorletzten Tage zur Begründung der Anklage das Wort nahm, führte unter anderem aus, die Anklage ist auch erhoben worden wegen einer Reihe von Behauptungen, dass im Alexianer Kloster Mariaberg die Kranken in ärgster Weise misshandelt worden seien. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme bin ich genötigt, die Anklage nach dieser Richtung fallen zu lassen. Es ist in der Tat festgestellt, dass im Kloster Mariaberg Dinge vorgekommen sind, die die schwersten Strafen rechtfertigen. Die Staatsanwaltschaft wird diesen Dingen näher treten und aufgrund der hier zu Tage getretenen Vorkommnisse und noch weiter anzustellender Erhebungen die strengste Ahnung vornehmen. Darauf können sie sich verlassen. Allein so sehr diese Vorkommnisse zu bedauern sind, so kann ich Herrn Melage trotzdem den Vorwurf nicht ersparen, dass er sich auch in dieser Behauptung der Übertreibung schuldig gemacht hat. Ich bin nun der Meinung, dass ebenso wenig wie dem angeklagten Melage auch den beiden anderen Angeklagten der § 193 des Strafgesetzbuches zur Seite steht. Was das Strafmaß anlangt, so wird zu berücksichtigen sein, dass der angeklagte Melage nicht aus niederen Motiven gehandelt hat. Im Gegenteil, ich muss ausdrücklich anerkennen, dass Melage sich das Verdienst erworben hat, schwere Missstände aufgedeckt zu haben. Dieses Moment wird bei Abmessung der Strafe zu berücksichtigen sein. Ich bedauere bloß, dass Melage die Broschüre in so wenig sachlicher Weise geschrieben hat, dass er sich bei Abfassung der Broschüre zu argen Gehässigkeiten hat hinreißen lassen. Ich beantrage gegen Melage der Broschüre 300 Mark gegen den angeklagten Scharre, der für alle vier Artikel im Iserlohner Kreisanzeiger verantwortlich zu machen ist, zusammen 80 Mark und gegen den Verleger der Broschüre den Buchhändler Warnatsch 200 Mark Geldstrafe. Im Unvermögensfalle beantrage ich für je 5 Mark einen Tag Gefängnis. Ich beantrage außerdem auf Vernichtung der Broschüre und der inkriminierten Artikel des Iserlohner Kreisanzeigers zu erkennen und endlich den beleidigten Sanitätsrat Dr. Kappellmann, Bruder Provinzial Welter, Rektor Overbeck und dem hiesigen Regierungspräsidenten das Recht zuzusprechen, sechs Wochen nach Zustellung des Urteils den Tenor im hiesigen politischen Tageblatt im Echo der Gegenwart in der Köln Zeitung, in der Köln Volkszeitung und im Iserlohner Kreisanzeiger zu veröffentlichen und den Angeklagten die Kosten des Verfahrens auch die der Nebenkläger aufzuerlegen. Der Vertreter der Nebenkläger, Rechtsanwalt Oster, führte aus, ich kann als Vertreter der Nebenkläger die Anklage wegen der Behauptung, dass Kranke in Maria Berg misshandelt wurden, nicht fallen lassen. Ich halte den Beweis der Wahrheit bezüglich aller dieser Behauptungen nicht für erbracht. Man darf doch nicht außer Acht lassen, dass die Zeugen hier sämtlich in großer Erregung aufgetreten seien und wohl kaum von einer Übertreibung freizusprechen sind. Man darf andererseits nicht außer Acht lassen, dass in Irrenanstalten ohne Zwangsmittel überhaupt nicht auszukommen ist. Dass den Angeklagten der Paragraf 193 des Strafgesetzbuches nicht zur Seite steht, hat der Herr Staatsanwalt bereits hervorgehoben. Ich will bloß noch hinzufügen, dem Angeklagten Mellage war bekannt, dass er sich arger Übertreibungen schuldig gemacht hat. Es ist im Weiteren zu berücksichtigen, dass die ärgsten Vorwürfe und Beleidigungen erhoben worden sind gegen Klosterbrüder, die nicht materieller Vorteile wägen, sondern lediglich aus Liebe zu ihrem Gott und ihrer Kirche sich in den schweren Tag und Nacht die härteste Arbeit erfordernden Dienst der Irren- und Krankenpflege stellen. Verteidigerrechtsanwalt Dr. Niemeyer Essen Die Ausführungen des Herrn Staatsanwalts haben mich in nicht geringes Staunen gesetzt. Ich bin mit Spannung der Rede des Herrn Staatsanwalts gefolgt, da ich erwartet habe, nach diesem Ergebnis der Beweisaufnahme werde er sich auf unseren Standpunkt stellen. Ich bin deshalb umso mehr enttäuscht und muss bekennen, ich hätte etwas mehr Objektivität von dem Herrn Staatsanwalt erwartet. Vorsitzender Herr Verteidiger, ich bin entfernt, sie in ihren Ausführungen irgendwie zu beschränken, ich muss sie aber dringend ersuchen, sachlich zu bleiben. Es ist doch nicht gut angängig, dem Herrn Staatsanwalt Mangel an Objektivität vorzuwerfen. Verteidiger, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich vielleicht etwas zu weit gegangen bin. Allein, ich bin förmlich aus dem siebenten Himmel gefallen, als ich die Rede des Herrn Staatsanwalts hörte. Denn ich, sowohl als auch Herr Rechtsanwalt Lenzmann, fühlen uns nicht als Verteidiger armer Sünder, sondern als Rechtsbeistände eines Mannes, dessen Handlungsweise die größte Anerkennung verdient, der dem Vaterlande, ja, der ganzen Menschheit einen ganz unendlich großen Dienst geleistet hat, der ein Werk christlicher Nächstenliebe vollbracht hat, das für die Kultur und den menschlichen Fortschritt von höchster Bedeutung ist. Welche Bedeutung das große Publikum dem Werke des Herrn Mellage beilegt, hat der hier als Zeuge aufgetretene Major Löbeke bekundet, indem er sagte, obwohl ich ein politischer Gegner des Herrn Mellage bin, so bin ich doch stolz darauf, dass gerade ein engerer Landsmann von mir ein solch edles Befreiungswerk vollbracht hat. Und mit Recht wird Mellage als Menschenbefreier gefeiert. Ohne das Vorgehen säße Herr Forbes noch heute hinter den Mauern des Klosters Mariaberg und wäre zweifellos dort gestorben. Das Charakteristische in dem ganzen Prozess ist, dass der Subrektor Bruder Heinrich, der am meisten beleidigte, sich dem Strafantrage nicht angeschlossen hat, obwohl die Staatsanwaltschaft allen Brüdern dazu die beste Gelegenheit bot. Bruder Heinrich wird für die Unterlassung des Strafantrages seinen guten Grund gehabt haben. Ich behaupte, das Kloster Mariaberg ist eine Anstalt, die unter anderem dazu dient, widerspenstige Geistliche unschädlich zu machen. Dies hat sowohl der Fall Forbes als auch der Fall Reindorf zur Genüge dargetan. Reindorf ging aus Anlass des Kulturkampfes im Dienste der christlichen Mission nach Amerika. Als er nach Deutschland zurückkam, fiel er in Ungnade und wurde deshalb in die Demeriten Anstalt nach Mariatal gesandt. Nach dem Deutschen Reichsgesetz ist es nicht gestattet, länger als drei Monate geistlich in einer Demeritenanstalt gefangen zu halten. Reindorf verlangte nach Ablauf der drei Monate mit Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand in eine Privatpflege gehen zu dürfen. Er wurde jedoch von dem Erzbischof nach Mariaberg mit den Worten befohlen, er werde dort eine Pflege erhalten, wie er sie in der kostspieligsten Privatpflege nicht bekommen könne. Und als Reindorf sich durchaus weigerte nach Mariaberg zu gehen, wurde ihm bedeutet, wenn er sich nicht unverzüglich nach Mariaberg begebe, habe er noch strengere Maßregeln zu erwarten. Mein Kollege hat bereits hervorgehoben, dass hier eine Nötigung vorliegt. Ich will hierbei bemerken, dass dieser Prozess sich nicht gegen den Ultramontanismus oder Katholizismus richtet, sondern lediglich in objektiver Weise Missstände, schreiende Missstände aufdeckt. Ich freue mich, dass selbst Zentrumsblätter dies eingesehen haben und über vollständig objektiv berichten. Ich fahre in der Beleuchtung des Falles Reindorf fort und bemerke, der erwähnte Befehl des Erzbischofs war sicherer wie eine militärische Eskorte, die einen Sträfling ins Zuchthaus schafft. Wir haben aus dem Munde des Pfarrers Reindorf selbst gehört. Er wurde wie ein Gefangener und Verbrecher behandelt. Ist es nicht geradezu empörend, dass ehemalige Schuster, Schneider, Bäcker, Brauer, Fremdenführer und so weiter das Recht haben, katholische Priester, also akademisch gebildete Leute wie Verbrecher zu behandeln und nach Belieben zu misshandeln? Wir haben gehört, welch ungeheure Macht der ehemalige Schneidergeselle Bruder Heinrich nicht bloß über die Kranken, sondern auch über die Ärzte hat. Es ist hier von zwei Zeugen eidlich bekundet worden, dass Bruder Heinrich selbst nach dem Erzbischof und dem Generalficker nicht fragt. Wer hier ist, der wird zahm gemacht. Ohne unseren Willen kommt aus diesen Mauern niemand heraus. Hier hat weder der Erzbischof noch der Generalficker noch die Döcktersch etwas zu sagen. Hier haben nur wir Brüder etwas zu sagen. Wir Brüder sind klüger als die Döcktersch. Ist das nicht charakteristisch? Bruder Heinrich hat dies allerdings eidlich abgeleugnet. Er hat allerdings auch die eidliche Bekundung des Polizeikommissars Lohe in Abrede gestellt. Ich überlasse es dem Hohen Gerichtshof, welches Zeugnis er für glaubwürdig hält. Wir haben gehört, wie es dem Rheindorf in Maria Berg erging. Ich erinnere nur an einen Vorgang, als Rheindorf mit Tränen in den Augen Herrn Dr. Chantrain nachlief und diesen flehentlich bat, ihm doch zu gestatten, zum Zahnarzt gehen zu dürfen. Rheindorf hat schließlich sich durch List einen Urlaub erwirkt, wodurch es ihm gelungen ist, aus Maria Berg zu entkommen. Ich habe absichtlich mit dem Fall Rheindorf begonnen, weil dieser die Schlüssel zu dem Fall Forbes liefert. Rheindorf kam zu Herrn Mellage und nachdem er ihm seine Erlebnisse mitgeteilt, sagte er zu ihm, es sitzt noch ein schottischer Geistlicher in Maria Berg, Dogmen stehender Geistlicher, aber er ist Engländer und hat das Unglück, eine etwas demokratische Natur zu haben. Dies macht ihn bei seinem Bischof missliebig. Wäre Forbes eine fügsame Natur gewesen, ich bin überzeugt, die Excessio in Bajo und noch weniger das bekannte Rencontré mit dem englischen Offizier hätten ihm geschadet. Aber da er eine selbstständige Natur ist, so wird dies selbstverständlich gegen ihn verwertet. Forbes wurde, da er für die irischen Pächter eintrat und mit seiner Kirchenpatronesse in Konflikt geriet, seines Amtes entsetzt, aber dies genügte seinem Bischof nicht, er sollte unschädlich gemacht werden. In England ließ sich das nicht tun, dort gilt noch die persönliche Freiheit, er wurde deshalb nach Brügge in Belgien geschickt. Aber auch nach den belgischen Gesetzen ist Zeit verboten. Deshalb verwies ihn sein Bischof nach Mariaberg in die Pflege des sanften Bruders Heinrich. Allein bei einem freiwilligen Pensionär war man doch nicht ganz sicher, ob er sich doch nicht einmal der liebevollen Umarmung des Bruders Heinrich entziehen konnte. Es wurde deshalb die erste beste Gelegenheit benutzt, um den Forbes für irrsinnig zu erklären und zeitlebens gewaltsam zu internieren. Ich kann Herrn Geheimrat Kribben den Vorwurf nicht ersparen, dass er sich in fahrlässiger Weise der Beihilfe widerrechtlicher Freiheitsberaubung schuldig gemacht hat. Herr Geheimrat Kribben hat Herrn Forbes für irrsinnig erklärt, weil er betrunken und erregt war und weil er nach Mitteilung seines Bischofs erblich belastet und auch schon früher dem Trunke ergeben war. Und als Herr Geheimrat Kribben gefragt wurde, wer ihm dies mitgeteilt hat, war die Antwort Bruder Heinrich. Ja, wenn man alle Leute, die in der Trunkenheit erregt sind, für geistesgestört erklären wollte, dann hätte Herr Geheimrat Kribben, der ja der hiesige Polizeiarzt ist, Gelegenheit täglich zehn bis zwölf Leute, die betrunken auf die Polizeiwache gebracht werden, für geistesgestört zu erklären. Ein abgekürztes Verfahren für Schiffengerichte und Strafkammern. Im Übrigen ist dem Forbes auch schon im Jahre 1890, als er noch freiwilliger Pensionär war, die Zwangsjacke angelegt worden. Ein Jahr später wurde auf Befehl des Bischofs von Aberdeen aus dem freiwilligen Pensionär ein unfreiwilliger Pensionär. Dass dies wahr ist, dafür spricht der Umstand, dass der Bischof von Aberdeen an den Generaloberen Bank wahrheitswidrig berichtete, Forbes ist ein Trunkenbold und erblich belastet und, dass der Bischof sich sofort bereit erklärte, wöchentlich 20 Mark Pension für Forbes zu zahlen. Im Übrigen ist es nach den deutschen Gesetzen nur gestattet, gemeingefährliche Geisteskranke zu internieren, andernfalls macht man sich einer Freiheitsberaubung schuldig. Dass die Herren Forbes und Rheindorf nicht gemeingefährlich sind, das wird wohl dem blödesten klar geworden sein. Ich behaupte aber, dass Forbes und Rheindorf auch keine Trinker sind. Bezüglich des Rheindorf hat lediglich ein Kutscher, um sich wegen eines nicht erhaltenen Trinkgeldes zu rächen, bekundet, er habe diesen betrunken gesehen. Und Forbes verkehrt bereits ein Jahr lang in der Wirtschaft des Herrn Mellage in Iserlohn. Dort stehen ihm alle geistigen Getränke unentgeltlich zur freien Verfügung. Er hat aber davon niemals Gebrauch gemacht. Ist es nicht geradezu ein ungeheuerliches Verbrechen, das mit Forbes angestellt wurde? Charakteristisch ist, dass als Mellage und Genossen den Forbes zu sprechen wünschten, Bruder Heinrich sagte, das geht nicht, der Mann ist so krank und so schwach und schlägt um sich, den kann niemand sprechen. Weshalb diese Lüge? Weshalb die Komödie den Forbes von zwei Leuten ins Sprechzimmer führen zu lassen, damit man glauben solle, der Mann ist doch verrückt? Man befürchtete eben die Befreiung, denn einmal vollzog man den Befehl des Bischofs, einen aufsässigen Geistlichen unschädlich zu machen und andererseits erhielt man dafür von dem Bischof eine angemessene Bezahlung. Es entsteht nun die Frage, steht dem angeklagten Mellage der Schutz des Paragrafen 193 des Strafgesetzbuches zur Seite? Der Schutz dieses Paragrafen muss ihm zugestanden werden, da er gehandelt hat in Wahrnehmung das Interesse des Forbes, zweitens in seinem eigenen und drittens im Interesse der Allgemeinheit. Forbes hatte ein Recht, Anklage gegen die Leiter der Anstalt Mariaberg zu erheben, einmal, weil er Genugtuung zu fordern hatte, für die ihm widerfahrene Behandlung und weil für ihn die Gefahr der Wiederholung vorlag. Allein Forbes ist der deutschen Sprache nicht mächtig, er konnte seine Rechte nicht wahrnehmen. Wer war mehr berufen als sein Anwalt aufzutreten als sein Retter und Befreier und zwar Befreier nicht in Gänsefüßchen. Mellage handelte auch in Wahrnehmung seiner eigenen Interessen. Er war genötigt, die Angriffe, die gegen ihn hageldicht niederfielen, zurückzuweisen. Er handelte aber auch im Interesse der Menschheit und auch dies Recht wird von dem höchsten Gerichtshofe anerkannt. Ja, ich behaupte, Mellage handelte im Interesse nicht bloß seines Vaterlandes, nein, im Interesse der Menschheit. War es nicht des Schweißes der Edlen wert, dass Mellage solche grauenhafte Missstände aufgedeckt hat? Abscheu und Entsetzen hat es in der ganzen zivilisierten Welt erregt, dass in unserem deutschen Vaterlande in einer staatlich konzessionierten Irrenanstalt trotz staatsanwaltschaftlicher und Regierungsaufsicht derartige Schandtaten vorkommen konnten. Aber noch mehr war ich von der Behauptung des Herrn Staatsanwalts überrascht. Mellage habe sich Übertreibungen schuldig gemacht. Ich traute meinen Ohren kaum, als ich diese Bemerkung hörte. Jeder, der dieser achttägigen Verhandlungen gefolgt ist, wird zugeben, dass nicht bloß der Inhalt der Broschüre, sondern noch bedeutend mehr erwiesen worden ist. Hätte Mellage gewusst, was in dieser Verhandlung zutage treten wird, dann wäre der Inhalt der Broschüre noch ein bedeutend reichhaltigerer gewesen. Mellage wusste noch nicht, als er die Broschüre schrieb, dass Kranke zwischen ein eisernes Gitter und einen brennenden eisernen Ofen gestellt wurden und in dieser Stellung unaufhörlich schreiend um den Ofen herum gelaufen sind. Herr Mellage wusste noch nicht, als er die Broschüre schrieb, dass Kranke an einem Baum Mellage wusste zurzeit noch nicht, dass Epileptikern die Schlinge um den Hals geworfen wird und diese dem Ersticken nahe gebracht werden. Er wusste noch nicht, dass es verschiedene Duschen in Maria Berg gibt, mit denen hilflose Kranke gezüchtigt werden. Herr Mellage wusste, als er die Broschüre schrieb, noch nicht, dass die Brüder sich nicht scheuten, selbst den Kaplan Medebach in die Ich erinnere an die übrigen Foltern und Mißhandlungen, die man in Mariaberg gegen die Kranken angewandt hat. Das Stoßen und Treten mit den Füßen, die Mißhandlung, die dem kleinen buckligen Stuben Kemper zuteil wurde, das scherzweise erfolgte Wasserbegießen in den Nacken der Kranken, die eidlichen Bekundungen wie das Schlagen mit dem Schlüsselbund auf den Kopf war etwas Alltägliches und dass ein Kranker namens Krämer infolge von Schlagen mit dem Schlüsselbund am anderen Morgen gestorben ist. Im mossischen Insertionskalender zeigen die Alexianerbrüder an, dass die Kranken in zweckentsprechender Weise in ihren Klöstern beschäftigt werden. Wie diese zweckentsprechende Beschäftigung ausgeübt wird, hat die Verhandlung bewiesen. In unseren Gefängnissen ist die Anwendung von Strafmitteln verboten und in den Zuchthäusern darf die Prügelstrafe nur im äußersten Falle unter Genehmigung des Arztes und des Geistlichen angewendet und gesetzlich muss darüber in der genauesten Weise an die vorgesetzte Behörde berichtet werden. Und hier maasten sich Leute an hilflose Kranke, die ihrer Sinne nicht mächtig sind, in einer aller Menschlichkeit hohen sprechenden Weise zu misshandeln. Ist das nicht gottlos? Und wenn dies von Leuten geschieht, scheinheilig. Der Wahrheitsbeweis ist Herrn Mellage in allen Dingen gelungen. Und auch die Behauptungen, die in der Broschüre gegen Herrn Sanitätsrat Dr. Kappellmann enthalten, sind vollständig erwiesen. Denn ich muss sagen, wenn Herr Dr. Kappellmann, der 30 Jahre Anstaltsarzt gewesen, von den unerhörten Vorgängen im Alexianerkloster wirklich keine Kenntnis gehabt hat, dann ist das ebenso schlimm, als wenn er sie geduldet hätte. Objektiv hat der angeklagte Mellage in allen Beziehungen den vollen Beweis der Wahrheit erbracht. Wenn er in subjektiver Hinsicht vielleicht etwas zu weit gegangen sein sollte, so ist doch zu erwägen, dass er mit Recht über derartige aller Menschlichkeit hohnsprechende Zustände in einer christlichen Krankenanstalt seiner Entrüstung Ausdruck gegeben hat. Ich kann mir nicht denken, dass der Hohe Gerichtshof ein Urteil fällen wird, von dem Verteidiger Rechtsanwalt Lenzmann Ich bin in der Lage, mich kurz fassen zu können, da ich das Glück habe, einen so wackern jungen Kollegen zur Seite zu haben, der mir meine Arbeit wesentlich erleichtert hat. Ich will mich fern von jeder Leidenschaft halten und mich auf den streng sachlichen Standpunkt stellen, zumal ich mit Freuden konstatieren kann, dass die Verhandlung mit strengster Unparteilichkeit geleitet worden ist. Die Herren Richter haben sich durch die achttägige Verhandlung zweifellos ein klares Bild geschaffen. Ich habe daher nicht mehr nötig, auf die Genesis des Prozesses einzugehen. Ich habe mit meinem Kollegen die Überzeugung, dass sie nur zu einem freisprechenden Urteil kommen können. Sie können das, und sich von aller Silbenstecherei fernhalten. Der Prozess verdient, dass der Richter bei der Beurteilung nicht von kleinlichen Dingen ausgeht, sondern sich von großen allgemeinen Gesichtspunkten leiten lässt. Mein Kollege sprach von der Vox Populi. Ich liebe es sonst nicht, den fünf Richtern noch einen sechsten in Gestalt der öffentlichen Meinung beizugesellen. Allein bei diesem Prozess ist des Volkes Stimme tatsächlich Gottes Stimme. Durch das, was sich hier im Gerichtssaal abgespielt hat, ist das Rechtsbewusstsein des deutschen Volkes in geradezu empörendster Weise verletzt. Und das Volk würde es einfach nicht verstehen, wenn eine Verurteilung und wäre es auch nur die niedrigste Geldstrafe eintreten würde. Dass die drei Männer hier überhaupt auf der Anklagebank sitzen, liegt an unseren eigentümlichen Rechtsverhältnissen, ganz besonders an dem Anklagemonopol der Staatsanwaltschaft. Es handelt sich hier erst in zweiter Reihe um die Angeklagten. In erster Reihe handelt es sich um einen Kampf der Neuzeit gegen das finstere Mittelalter, um den Kampf der Humanität gegen die mittelalterliche Folter, um den Kampf der Kultur und des Fortschrittes gegen mittelalterliche Traditionen. Diesen Kampf entfacht zu haben, ist das große Verdienst des Angeklagten Mellage. Dies erklärt auch die große Wut der Gegner, die in der Wahl der Mittel, der sie sich zur Bekämpfung und Verunglimpfung des Herrn Mellage bedienten, nicht wählerisch waren und sogar so weit gingen, es zu hintertreiben, dass ich für Mellage die Verteidigung führe. Es wird mir von den Gegnern das Zeugnis nicht versagt werden, dass ich niemals gegen die katholische Kirche aufgetreten bin. Aus dem es sehr unangenehm gewesen wäre, wenn er hier hätte bekunden müssen, weshalb dem hier als Zeuge erschienenen Pfarrer Godizat die cura animarum nur auf vier Wochen ausgestellt wurde, als man erfuhr, dass er hier gegen die Alexianer als Zeuge auftreten werde. Man hat noch verschiedene andere Zeugen zu beeinflussen versucht, Zeugen, die hier vernommen werden sollten, weggeschickt. Ja, man hat sich sogar nicht gescheut, im Namen von Jesus, Maria und Josef tatsächliche Unwahrheiten nach Deutschland zu berichten. Dieser eine Brief des Bischofs von Aberdeen an den Generaloberen Bank, in dem es heißt, im Namen Jesus Maria Josef, ich habe mir vergeblich die erdenklichste Mühe gegeben, einen Irrenattest für Forbes zu beschaffen, und indem er gleichzeitig mitteilt, die Mutter des Forbes ist irrsinnig, die Schwester dem Irrsinn nahe, liefert er den unwiderleglichen Beweis, dass Forbes auf Befehl seines Bischofs als irrsinniger Zeitlebens interniert werden sollte, weil er dem Bischof unbequem war. Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass die Behauptungen des Bischofs Lügen waren. Es ist festgestellt worden, die Eltern des Forbes sind beide geistig und körperlich gesunde Leute gewesen, die ein hohes Alter erreicht haben, und die Schwester ist über den Verbleib ihres Bruders allerdings etwas erregt gewesen. Und übel nehmen kann man das der Schwester doch jedenfalls nicht, denn es ist nicht das erste Mal, dass Geistliche auf Befehl ihres Bischofs verschwinden. Wenn ich mich nun zur Sache selbst wende, so kann es sich bei Beurteilung des Falles nur um die Frage handeln, sind die Strafantragsteller beleidigt? Abstand genommen haben. Den Strafantrag haben gestellt Bruder Provinzial Welter, Rektor Overbeck und Sanitätsrat Kapellmann. Nun hat Bruder Welter, als er gefragt wurde, wodurch er sich beleidigt fühle, erklärt, lediglich durch die Bemerkung in der Broschüre, dass dem Forbes Gelder vorenthalten worden seien. Der Beweis der Wahrheit für diese Behauptung ist vollständig erbracht worden. Wegen der anderen Dinge kann sich Bruder Welter auch kaum beleidigt fühlen, da er im Mutterhause der Alexianer und nicht in Mariaberg stationiert ist. Von Herrn Sanitätsrat Kapellmann heißt es in der Broschüre, es kann ihm der Vorwurf nicht erspart werden, dass er die Gefangenschaft des Forbes in fahrlässiger Weise mitverschuldet hat. Hätte ich gewusst, was in der Hauptverhandlung zutage kommen wird, dann hätte ich Herrn Melage geraten, diesen Satz etwas kräftiger zu schreiben. Mag es Herr Kapellmann mit seinem Eide abmachen, dass es ihm während drei Einviertel Jahren nicht möglich war, sich auch nur ein einziges Mal um das Schicksal des Forbes zu bekümmern. Der Vorwurf der Fahrlässigkeit ist der geringste, den man ihm machen kann. Ich nehme nicht Anstand zu behaupten, es ist eine arge Pflichtvergessenheit eines Arztes, der 3200 Mark Tantieme von einer Anstalt bezieht, sich um die Patienten nicht zu kümmern. Das Attest des Geheimrats Krippen bezog sich bloß, wie dieser uns anfänglich sagte, auf einen Tag. Ich glaube es Herrn Dr. Kapellmann einfach nicht, dass es ihm nicht möglich war, sich um das Schicksal des Forbes zu bekümmern. Er durfte als pflichttreuer Arzt 660 krank gebürgt, zwei Ärzte im Nebenamt auf anderthalb Stunden täglich angestellt sind. Er musste, nachdem die Anstalt von 30 auf 660 Patienten angewachsen war, darauf dringen, dass noch ein Assistenzarzt angestellt wurde. Anstatt dessen schreibt er noch im vorigen Jahre an die Provinzialverwaltung Ich glaube nicht, dass sich der Vorstand des Alexianer Klosters Maria Berg bei der Eigenartigkeit seine Einrichtungen dazu verstehen wird, noch einen Assistenzarzt anzustellen. Dieser Prozess hat ja bereits das günstige Ergebnis gehabt, dass Sanitätsrat Kapellmann eingesehen hat, dass es so doch nicht weitergeht und deshalb gestern seine Stellung als Anstaltsarzt in Maria Berg niedergelegt hat. Dem Rektor Overbeck wird in der Broschüre zum Vorwurf gemacht, dass er im Verein mit den anderen Brüdern den Forbes widerrechtlich gefangen und in systematischer Weise seinen Tod herbeiführen wollte. Für diese Behauptung ist der Wahrheitsbeweis vollständig erbracht. Geheimrat Finkenburg hat erklärt, es ist ein Wunder, dass Forbes durch die jahrelange Internierung nicht irrsinnig geworden ist. Eine längere Internierung hätte zweifellos zum Irrsinn geführt. Es kann für den, der der Verhandlung gefolgt ist, keinem Zweifel unterliegen, dass die Brüder sowohl in dem Falle Forbes als auch in dem Falle Rheindorf die Helfershelfer des Bischofs waren. Sie haben in bewusster Absicht den Forbes gefangen gehalten, denn wenn sie auch ungebildete Leute waren, so mussten sie sich doch als vernünftige Menschen sagen, wir sind genötigt, einen Arzt zu Rate zu ziehen, wir dürfen den Forbes ohne ärztliche Erlaubnis nicht länger gefangen halten. Anstatt dessen sagt sowohl Rektor Overbeck als auch der Subrektor Heinrich dem Mellage Forbes ist vollständig irrsinnig, der tobt und schlägt um sich und kann von niemandem gesprochen werden. Dass die Einsperrung des Rheindorf eine unberechtigte war, kann absolut nicht mehr in Zweifel gezogen werden. Dass die Brüder trotz ihrer Unbildung wussten, dass Forbes nicht verrückt ist, geht doch aufs deutlichste aus dem Umstande hervor, dass ihm das Lesen der Heiligen Messe gestattet wurde. So viel mir bekannt ist, ist in der katholischen Kirche kein Priester befugt, die Messe zu lesen, wenn er auch nur einen geistigen Defekt hat. Ich kann mir nicht denken, dass katholische Ordensbrüder einen Mann mit dem Lesen der Heiligen Messe betrauen werden, wenn sie ihn in Wirklichkeit für verrückt halten. Die Brüder handelten also in Dolomalo, wenn sie den Forbes trotzdem als Irrsinnigen gefangen hielten. Nun werden die Brüder in der Broschüre der Gottlosigkeit und Scheinheiligkeit bezichtigt. Ja, was ist es denn anderes als Gottlosigkeit, wenn man arme, hilflose Kranke in der empörendsten Weise misshandelt? Und ist es nicht die ärgste Scheinheiligkeit, wenn man mit einem Priestergewand und kleidet außerhalb des Klosters den frommen Mann spielt und innerhalb des Klosters die größten Schandtaten begeht? Und hierbei kann ich nicht umhin Herrn Kapellmann wiederum den Vorwurf ärgster Pflichtvergessenheit zu machen. 30 Jahre ist der Anstaltsarzt gewesen und will von all den rohen Strafmitteln, wie sie hierzutage getreten sind, keine Ahnung gehabt haben. Im März 1894 hat allerdings Dr. Chin Trane davon erfahren, aber dieser hat es nicht für nötig gehalten, von diesen Ungeheuerlichkeiten seinem Kollegen Mitteilung zu machen. Auf eine Frage, weshalb dies Herr Dr. Trane unterlassen haben mag, antwortete Kapellmann, dieser müsse es vergessen haben. Und was tat Herr Kapellmann, als er von der Existenz der Dusche und so weiter erfuhr? Er legalisierte diese Einrichtungen und bezeichnete sie für gewisse Fälle als praktisch. Wenn man Herrn Mellage einen Vorwurf machen könnte, dann wäre es höchstens in dem Falle Enderlein. Aber abgesehen davon, dass Herr Polizeisekretär Enderlein den Strafantrag zurückziehen würde, wenn es sich tun ließe, der Regierungspräsident hat bekanntlich den Strafantrag für ihn gestellt, so hat Herr Enderlein erklärt, dass er sich nicht beleidigt fühle, da ihm in der Broschüre der Vorwurf der passiven Bestechung gar nicht gemacht worden sei. Dass Herrn Mellage der Schutz des Paragrafen 193 des Strafgesetzbuches zur Seite steht, kann einem Zweifel nicht unterliegen. Er hatte einmal ein persönliches und zweitens das Interesse des Herrn Forbes wahrzunehmen. Wer anders als Herr Mellage war berufen, Herrn Forbes zu schützen? Mellage hatte außerdem auch ein Allgemein Interesse zu wahren, wenn auch durch eine Reichsgerichts Entscheidung der Presse das Recht der Kritik sehr beschränkt worden ist, so ist jedoch gestattet, öffentliche Missstände zu kritisieren. Dafür ist eigens der § 193 geschaffen worden. Der § 193 des Strafgesetzbuches soll es ermöglichen, öffentliche Missstände ungestraft rügen zu dürfen. Eine Überschreitung dieser Grenze ist nur vorhanden, wenn aus der Form oder den Umständen die Absicht der persönlichen Ehrenkränkung hervorgeht. Dies ist jedoch weder aus den inkriminierten Artikeln noch aus der Broschüre zu entnehmen. Die Menschheit muss es Herrn Melasch danken, dass er Scheußlichkeiten aufgedeckt hat, wie man sie in unserem Vaterlande für unmöglich halten sollte. Ohne die Energie und das furchtlose Vorgehen des Herrn Melasch würden die hilflosen Kranken in Mariaberg wohl noch sehr lange in der hier vorgeführten Weise misshandelt worden sein. Die Welt würde es daher nicht verstehen, wenn deshalb Herr Melasch und die beiden Herren, die ihn in seinem hochedlen Werk unterstützt haben, bestraft werden würden. Auch nur die geringste Geldstrafe würde die Gegenpartei als einen Sieg für sich bezeichnen. Ich hoffe, der Hohe Gerichtshof wird den Rocher de Brons bilden, an dem die Gegenpartei zerschellen wird. Wenn der Hohe Gerichtshof aus Silbenstecherei zu einer Verurteilung käme, dann würde sich die Göttin Themis wie eine Puppe auf ihrem Postament ausnehmen. Sie haben auf ihrer Eingangstür die Worte stehen, die Wahrheit zu finden ist des Richters Handwerk. Dieser Aufgabe haben sie genügt, wenn sie sich nicht in Einzelheiten verlieren, sondern die Broschüre in ihrer Gesamtheit auf sich wirken lassen. Meine Herren Richter, Sie sitzen hier im Namen des Königs, um Recht zu sprechen. Geben Sie ein königliches Urteil ab und dies kann nicht anders lauten als die Angeklagten sind freigesprochen. Nach etwa zweistündiger Beratung des Gerichtshofes verkündete der Vorsitzende Landgerichtsrat Damen Aufgrund der Beweisaufnahme ist bezüglich des ersten Artikels im Iserlohner Kreisblatt der Beweis der Wahrheit als geführt erachtet worden. Bezüglich der anderen Artikel im Iserlohner Kreisblatt ist ebenfalls angenommen worden, dass der Beweis der Wahrheit erbracht ist. Respektive kommt den Angeklagten Scharre und Mellage der Schutz des Paragrafen 193 des Strafgesetzbuchs zu statten. Das gleiche gilt hinsichtlich der Broschüre für die Angeklagten Mellage und Warnatsch. Demgemäß hat der Gerichtshof im Namen des Königs für Recht erkannt. Die Angeklagten sind freizusprechen. Die Kosten des Verfahrens fallen der Staatskasse zur Last, Erwachsenen Kosten. Ferner wird auf Aufhebung der Beschlagnahme der Broschüre erkannt. Ende von Abschnitt 15 Aufgenommen von Martin Habecke Abschnitt 16 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 16 Der falsche Hauptmann von Köpenick, Wilhelm Vogt Etwa Eine halbe Stunde von der Reichshauptstadt auf einer Insel der Spree erhebt sich, fern vom Geräusch der Weltstadt, die Stadt Köpenick. Wohl hat Köpenick eine selbstständige Stadtverwaltung. Allein die Fluktuation der Bevölkerung mit der Millionenstadt ist naturgemäß eine solch Riege, daß Köpenick im eigentlichen Sinne des Wortes eine Vorstadt von Berlin genannt werden kann. In Köpenick ist viel Industrie. Ganz besonders ist aber Köpenick durch seine großartigen Dampfwäschereien berühmt. Im Allgemeinen führten die Bewohner des Städtchens ein beschauliches Dasein. An der Peripherie des Reiches wird es vor dem 16. Oktober 1906 wohl nicht viele Leute gegeben haben, die von der Existenz der Stadt Köpenick Kenntnis hatten. Das änderte sich am 16. Oktober 1906 mit einem Schlage. Köpenick ist kein Garnisonsort. Am Nachmittag des 16. Oktober 1906 trafen plötzlich zehn Gardeinfanteristen, mit aufgepflanztem, geladenem Gewehr, unter Führung eines Hauptmanns vom 1. Garderegiment zu Fuß in Köpenick ein. Das Kommando, das mit der Eisenbahn von Berlin eingetroffen war, marschierte schnurstracks vom Bahnhof nach dem Rathause. Etwa zehn Schritt vor dem Rathause wurde Halt kommandiert und der Befehl erteilt, die Schuppenketten herunterzulassen. Vor dem Rathause angelangt, kommandierte der Hauptmann, Posten vor, Portale besetzen. Das Hauptportal wurde durch einen Doppelposten, die beiden anderen Eingänge durch je einen Einzelposten besetzt. Die anderen Soldaten folgten dem Hauptmann ins Rathaus. Im Erdgeschoss des Rathauses befand sich die Stadtkasse, im ersten Stock die Amtszimmer des Bürgermeisters Dr. Langehans. Auf Befehl des Hauptmanns mußte ein Gefreiter und einer von der Mannschaft im unteren Flur bleiben. Der Gefreite hatte den Auftrag, dafür zu sorgen, daß die im Rathaus befindlichen Leute in ihren Zimmern bleiben. Jeder Verkehr unter den Rathausbeamten sollte verhindert werden. Wenn jemand etwas Dringendes zu bestellen habe, so verfügte der Hauptmann, müsse ihn ein Posten begleiten. Alsdann begab sich der Hauptmann in Begleitung von vier Soldaten nach dem ersten Stock. Hier erklärte er zunächst den Oberstadtsekretär Rosenkranz im Namen seiner Majestät für verhaftet. Zwei Soldaten befahl der Hauptmann, an der Tür des Amtszimmers des Oberstadtsekretärs stehen zu bleiben und jeden Verkehr nach außen hin zu verhindern. Alsdann begab sich der Hauptmann mit zwei Soldaten in das daneben liegende Zimmer. Er fragte den darin befindlichen Herrn, wer er sei. Ich bin der Bürgermeister Dr. Langerhans, versetzte der Herr. Im Namen seiner Majestät, Sie sind verhaftet, rief der Hauptmann. Der Bürgermeister erwiderte, Ihr Auftreten ist vollständig ungesetzlich, Sie müssen mir vom Minister eine Legitimation vorzeigen. Jedenfalls werde ich mich sofort mit dem Landratsamt telefonisch in Verbindung setzen. Der Hauptmann legte dem Bürgermeister die Hand auf die Schulter und rief, Sie haben hier gar nicht zu telefonieren. Wenn Sie noch lange Widerstand leisten, lasse ich Sie in einer Arrestzelle sperren. Meine Legitimation sind meine Soldaten. Eure Instruktion kennt Ihr, herrschte der Hauptmann die zwei Soldaten, die ihn in das Amtszimmer des Bürgermeisters begleitet hatten, an. Die Soldaten hatten wohl von dem Hauptmann keine Instruktion empfangen, sie hatten jedoch die Auffassung, jeden Verkehr des Bürgermeisters mit der Außenwelt verhindern zu sollen. Dies taten sie auch getreulich. Als der Bürgermeister sich ein Taschentuch aus seinem in der Nähe der Tür hängenden Überzieher holen wollte, wurde er von den Soldaten daran gehindert. Einige Zeit darauf trat der Hauptmann wieder in das Amtszimmer des Bürgermeisters. Letzterer ersuchte den Hauptmann, um die Erlaubnis, seine im Rathause wohnende Frau sprechen zu dürfen. Der Hauptmann gestattete das und ließ sogleich die Frau Bürgermeister durch einen Rathausdiener rufen. Frau Bürgermeister erschien sehr bald und erklärte dem Hauptmann, wenn ihr Mann abgeführt werden sollte, so werde sie ihn begleiten. Der Hauptmann wollte dies zunächst nicht zugeben. Da aber die Frau Bürgermeister wiederholt mit großer Entschiedenheit erklärte, sie werde von der Seite ihres Gappen nicht weichen, gab der Hauptmann schließlich sein Einverständnis. Der Hauptmann begab sich darauf mit zwei Soldaten in das im Erdgeschoss belegene Kassenzimmer. Hier erklärte er dem Rendanten von Wildberg, er habe die Verwaltung der Stadt übernommen und im Auftrage seiner Majestät den Bürgermeister und den Oberstadtsekretär verhaftet. Von Wildberg solle sofort Kassenabschluss machen und ihm das Geld übergeben. Von Wildberg weigerte sich zunächst mit dem Bemerken, ohne Erlaubnis des Bürgermeisters könne er unter keinen Umständen etwas aus der Kasse geben. Der Hauptmann erwiderte, der Bürgermeister ist verhaftet, mit diesem haben Sie nichts mehr zu reden. Sollten Sie sich weigern, dann werde ich Sie ebenfalls verhaften. Jetzt bin ich Ihr Vorgesetzter und trage jede Verantwortung. Darauf nahm von Wildberg den Kassenabschluss vor und händigte dem Hauptmann 4.000 Mark und 70 Pfennig aus, worüber letzterer mit der Unterschrift von Mahlzahn eine Quittung ausstellte. Inzwischen hatte die Frau Bürgermeister Irrmann Kaffee ins Arbeitszimmer geschickt. Die Soldaten erklärten jedoch, ohne Erlaubnis des Hauptmanns dürften sie weder das Trinken des Kaffees noch das Telefonieren gestatten. Als der Hauptmann im Zimmer des Bürgermeisters wieder erschien, gestattete er Letzterem, den Kaffee zu trinken und auch zu telefonieren. Der Bürgermeister erhielt aber keinen Anschluss. Als der Bürgermeister den Hauptmann nochmals nach dem Haftbefehl fragte, fuchtelte der Hauptmann ihm mit einem großen Schriftstück vor den Augen und sagte, meine Soldaten sind meine Legitimation. Alles weitere werden Sie auf der neuen Wache in Berlin erfahren. Ich habe den Befehl, Sie dort hinschaffen zu lassen. Machen Sie keine Schwierigkeiten. Ich werde Sie in einem Wagen nach Berlin fahren lassen. In Köpenick hatte sich inzwischen wie ein Lauffeuer die Nachricht verbreitet, der Bürgermeister und der Oberstadtsekretär seien verhaftet, das Rathaus militärisch besetzt. Sehr bald hatte sich eine vieltausendköpfige Menschenmenge vor dem Rathause angesammelt. Ein Gendarmeriewachtmeister, ein Gendarme und drei Polizeisergenten waren herbeigeeilt. Zunächst waren diese Beamten bemüht, das Publikum zu zerstreuen, die Straße zu säubern. Danach wollten sie ins Rathaus gehen. Sie hatten jedoch die Rechnung ohne die Soldaten gemacht. Diese hatten den Befehl, ohne Erlaubnis des Hauptmanns niemanden weder in das Rathaus hinein noch hinaus zu lassen. Polizeiinspektor Jeckel, der sich im Rathause aufhielt, wollte den Bürgermeister und Polizeichef um Urlaub bitten, um ein Wannenbad nehmen zu können. Als der Polizeiinspektor hörte, dass der Bürgermeister verhaftet sei und ein Hauptmann der Garde die Verwaltung der Stadt übernommen habe, ersuchte er diesen um Urlaub. Mit einer Handbewegung wurde der Urlaub erteilt. Der Hauptmann ließ schließlich zwei Wagen holen. Auf Befehl des Hauptmanns wurden Bürgermeister Dr. Langerhans und Frau, der Oberstadtsekretär Rosenkranz und Rendant von Wildberg, letzterer als Zeuge, von Soldaten an die Wagen geleitet. Von Wildberg hatte dem Hauptmann die Schlüssel zum Geldschrank gegeben, und Bürgermeister Langerhans, der sich dem Hauptmann als Reserveoffizier zu erkennen gegeben, hatte dem Hauptmann auf Ehrenwort versichert, dass er nicht die Flucht ergreifen werde. Als dann befahl der Hauptmann, dass auf jedem Wagen ein Soldat mit aufgepflanztem Bayonett auf dem Kutschbrett Platz nehme. In Berlin auf der neuen Wache angelangt, war man über den eigenartigen Transport nicht wenig erstaunt. Der Kommandierende der Wache fragte telefonisch bei der Kommandantur an. Als diese antwortete, daß von einem Haftbefehl nichts bekannt sei, gelangte man zu der Überzeugung, daß der angebliche Hauptmann ein geriebener Gauner sein müsse. Letzterer hatte in Köpenick dem gefreiten Klappdor den Befehl gegeben, nach einer halben Stunde die Posten einzuziehen und als dann mit der Mannschaft nach Berlin zurückzufahren. Der Hauptmann selbst begab sich zur Bahn und war seit dieser Zeit verschwunden. Dieser eigenartige Gaunerstreich machte begreiflicherweise in der ganzen Kulturwelt das größte Aufsehen. Eine hohe Belohnung wurde sogleich auf die Ergreifung des Gauners ausgesetzt. Am 26. Oktober 1906 gelang es der Kriminalpolizei, unter Leitung des Kriminalkommissars, jetzigen Polizeiinspektors Wehn, den falschen Hauptmann in der im Osten Berlins belegenen Langenstraße 22 zu verhaften. Es war der Schuhmacher Friedrich Wilhelm Vogt, ein Vielfach wegen Eigentumsvergehen mit Gefängnis und Zuchthaus, zuletzt wegen Einbruchs in die Gerichtskasse zu Wongrowitz mit 15 Jahren Zuchthaus, Ehrverlust und Polizeiaufsicht bestrafter Mensch. Vogt hatte am 16. Oktober 1906 Hauptmannsuniform, die er bei einem Trödler gekauft hatte, angelegt und als dann auf der Straße die Ablösungen der Schwimmanstalts- und Schießstandswache in Plötzensee, als diese in die Kaserne marschierten, angehalten und befohlen, mit ihm zu gehen, er habe einen Befehl des Kaisers auszuführen. Auf dem Bahnhof in Köpenick hatte Vogt den Soldaten Mittagessen geben lassen. Vogt, der am 13. Februar 1849 zu Tilsit geboren war, hatte sich am 1. Dezember 1906 vor der 3. Strafkammer des Landgerichts Berlin II wegen widerrechtlicher Freiheitsberaubung, Betruges, Urkundenfälschung, unbefugter Ausübung eines öffentlichen Amtes und unbefugten Tragens einer Uniform aufgrund der § 239, 263, 267, 268, Ziffer 1, 360, Ziffer 8, 132 und 73 des Strafgesetzbuches zu verantworten. Er war in vollem Umfange geständig. Er sei, so sagte er, genötigt gewesen, einen Gaunerstreich auszuführen, da, nachdem er im Februar 1906 aus dem Zuchthause entlassen war, er von der Polizei von Stadt zu Stadt gehetzt worden sei. Er habe in Wismar bei einem Hofschuhmachermeister lohnende Arbeit gefunden. Er sei dort, obwohl man seine Vergangenheit kannte, wie ein Familienmitglied behandelt worden. Sehr bald sei er aber von der Polizei aus ganz Mecklenburg ausgewiesen worden. Auch aus Berlin hatte ihn die Polizei ausgewiesen. Er wohnte deshalb unangemeldet in der Langenstraße 22 als Schlafbursche. Er konnte nirgends Arbeit finden. Er habe deshalb beschlossen, die Militärbehörde gegen die Polizeibehörde auszuspielen. Vogt bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden, Landgerichtsdirektors Dietz, er sei seiner Bestrafungen wegen nicht Soldat gewesen. Seine Eltern haben in Tilsit gegenüber der Dragonerkaserne gewohnt. Sein Vater, ein Schuhmachermeister, bei dem er das Schuhmacherhandwerk erlernt, habe viel für die Offiziere und Mannschaften gearbeitet. Er hatte daher Gelegenheit, viel in der Kaserne zu verkehren, daher habe er alle militärischen Kommandos kennengelernt. Die als Zeugen vernommenen Soldaten erklärten auf Befragen des Vorsitzenden, sie hätten auf Kommando des Hauptmanns auch von ihren Bayonetten oder Schusswaffen Gebrauch gemacht. Trotzdem bleibt es ein Rätsel, dass Bürgermeister Dr. Juer Langehans, ein Reserveoffizier, den Mann für einen richtigen Hauptmann halten konnte. Abgesehen davon, dass der Mann das Aussehen eines hohen Sechzigers hatte und die Kokarde an der Mütze falsch angemacht war, so merkte man bei genauer Aufmerksamkeit, dass der Mann falsch Deutsch sprach. Der Staatsanwalt beantragte fünf Jahre Zuchthaus und fünf Jahre Ehrverlust. Nach eingehender Verteidigung der Rechtsanwälte Bahn und Dr. Schwind wurde der Angeklagte unter Zubilligung mildernder Umstände zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, die bürgerlichen Ehrenrechte ihm aber nicht aberkannt. Im August 1908 wurde Vogt begnadigt. Ende von Abschnitt 16. Gelesen von Karlsson. Abschnitt 17 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Abschnitt 17 der Judenflintenprozess Im Mai 1892 erschien im Verlage von Glöss in Dresden unter dem Titel Neue Enthüllungen Judenflinten eine Broschüre, die den antisemitischen Reichtagsabgeordneten Rektor A.D. Hermann Ahlwart Berlin zum Verfasser hatte. In dieser Broschüre wurde unter anderem behauptet, dass von der Berliner Gewehrfabrik Ludwig Löwe & Co. Aktiengesellschaft schlechte, untaugliche Gewehre für die deutsche Armee geliefert werden. Diese Gewehre, so hieß es in der Broschüre, sind nicht bloß geeignet, die deutsche Armee kriegsuntüchtig zu machen, da die Gewehre beim Schießen versagen, sie gefährden außerdem durch häufiges Platzen der Läufe, Leben und Gesundheit der deutschen Soldaten. Die löwischen Gewehre sind nicht dem Feinde, umso mehr aber den deutschen Soldaten gefährlich, denen sie behufsschießübung im Frieden und zur Anwendung im Kriege übergeben worden sind. Diese von den Leitern der Ludwig-Löwischen Fabrik betriebenen betrügerischen Manipulationen, den Herrn Isidor Löwe und Oberstleutnant Adé Kühn, alias Kohn, geschehen teils des größeren Geldgewinns halber, zumeist aber im Auftrage der Allianz Israelit Universelle, damit das deutsche Reich im Falle eines Krieges geschlagen werde. Die Allianz Israelit Universelle hat das größte Interesse, dass Deutschland im nächsten Kriege geschlagen werde, da sie nur auf den Trümmern des deutschen Reiches die von ihr erstrebte jüdische Weltherrschaft aufbauen kann. Die mit der Abnahme, Untersuchung und Stempelung der Gewehre betrauten königlichen Büchsenmacher Klott, Röner und Holz und der königliche Oberbüchsenmacher Kirch haben von diesen betrügerischen, ja hoch- und landesverräterischen Handlungen volle Kenntnis. Sie schweigen aber, da sie große Summen dafür erhalten. Gleich zu Beginn der Fabrikation sind mindestens drei Gewehre mit regelrechtem Pass versehen ins Ausland gegangen. Jetzt, beim Abschluss der löwischen Lieferungen, gehen tausende von Gewehren in Kisten verpackt als Eisenteile mit Holz verbunden nach Hamburg, wo sie jedenfalls nicht liegen bleiben. In Frankreich und Russland weiß man sehr genau, was bei Löwe vorgegangen ist. Die Broschüre wurde sehr bald nach ihrem Erscheinen gerichtlich beschlagnahmt. Von der Oberreichsanwaltschaft wurde sofort eine eingehende Untersuchung wegen des angeblich verübten Hoch- und Landesverrats angeordnet. Auch von der Militärbehörde und der Staatsanwaltschaft am Landgericht Berlin I wurden umfassende Untersuchungen angestellt. Die eingeleiteten strafrechtlichen Verfahren wurden jedoch sehr bald eingestellt, da für die alwatschen Behauptungen sich nicht die mindesten Anhaltspunkte ergaben. Daraufhin stellte die Militärbehörde für die drei genannten Büchsenmacher und den Oberbüchsenmacher Kirch Strafantrag wegen verleumderischer Beleidigung. Die Direktoren der Löwischen Fabrik, Geheimer Kommerzienrat Isidor Löwe und Oberstleutnant A.D. Kühn schlossen sich dem Strafantrag an und wurden auch vom Gericht als Nebenkläger zugelassen. Alwart hatte sich deshalb im Dezember 1892 vor der zweiten Strafkammer des Landgerichts Berlin I wegen wiederholter verleumderischer Beleidigung zu verantworten. Den Vorsitz des Gerichtshofes führte Landgerichtsdirektor Brausewetter. Die Anklage vertrat Oberstaatsanwalt Drescher. Vertreter der Nebenkläger waren die Justizräte Gerd und Munkel. Die Verteidigung führte Rechtsanwalt Hertwig, Charlottenburg. Sofort nach Eröffnung der Verhandlung erklärte der Oberstaatsanwalt, wenn von den Beschuldigungen des Angeklagten auch nur ein ganz kleiner Teil wahr wäre, dann würde für mich die Notwendigkeit vorliegen, den Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit zu stellen. Allein ohne der mündlichen Verhandlung vorzugreifen, bin ich in der Lage mitzuteilen, dass nach den Ergebnissen der Voruntersuchung alle Behauptungen des Angeklagten auf Erfindung beruhen. Es ist in der Voruntersuchung festgestellt worden, dass die von der Löwischen Fabrik für die deutsche Armee gelieferten Gewehre weder kriegsuntüchtig noch minderwertig waren, noch dass irgendeine hoch- oder landesverräterische Handlung von den Leitern der Löwischen Fabrik oder einem Beamten begangen worden ist. Ich begrüße es daher mit Freuden, dass ich keine Veranlassung habe, den Ausschluss der Öffentlichkeit zu beantragen. Im Gegenteil, ich begrüße es als eine willkommene Gelegenheit, dass die Sache hier vor aller Öffentlichkeit klargestellt werden kann. Alwart hielt alle seine Behauptungen aufrecht und berief sich auf eine Reihe von ihm geladener Zeugen. Er bemerkte ferner, er habe zunächst Strafanzeige erstattet. Da er aber abschlägig beschieden worden sei, habe er die Broschüre geschrieben. Vor dem Erscheinen der Broschüre habe er sich aufs Polizeipräsidium begeben. Es sei ihm aber gesagt worden, der Polizeipräsident sei nicht zu sprechen, er solle sich an dessen Vertreter, den geheimen Oberregierungsrat Friedheim, wenden. Da er jedoch im Geheimrat Friedheim einen Juden, zumindest einen jüdischen Abkömmling vermutete, habe er den Rittergutsbesitzer von Langen gebeten, beim Polizeipräsidenten von Richthofen vorzusprechen. Herr von Langen sei auch vom Polizeipräsidenten empfangen worden. Letzterer habe aber Herrn von Langen bedeutet, das sei nicht seine Sache, er solle sich an das Kriegsministerium wenden. Der Polizeipräsident habe, als er sich das Titelblatt der Broschüre ansah, gesagt, aha, von Alwart, was der schreibt, ist von vornherein unglaubwürdig. Er, Alwart, habe auch versucht, den Kriegsminister zu sprechen, das sei ihm aber nicht gelungen. Vorsitzender, hatte denn der Herr Kriegsminister keinen Vertreter? Alwart, mit dem Vertreter wollte ich nicht verhandeln, er war Jude. Polizeipräsident von Richthofen, als Zeuge vernommen, bestritt, dass er gesagt habe, was Alwart schreibt, ist von vornherein unglaubwürdig. Rittergutsbesitzer von Langen hielt seine Bekundung aufrecht. Die von Alwart vorgeschlagenen Zeugen, sämtlich ehemalige Arbeiter der Löwischen Fabrik, waren zum Teil wegen Urkundenfälschung, Betrugs- und Diebstahls vorbestraft. Sie berichteten über erhebliche Unregelmäßigkeiten, Falschstempelungen, Verwendung minderwertigen Materials und bekundeten, dass die zur Abnahme der Gewehre kommandierten Offiziere arg betrogen würden. Sachverständiger Major Hannig vom Kriegsministerium bezeichnete diese Behauptungen als unwahr. Er sei von seiner vorgesetzten Behörde mit der Überwachung und Kontrolle der Löwischen Gewehrfabrikation betraut gewesen. Das in der Löwischen Fabrik verarbeitete Material sei das Beste, zumindestens ebenso gut wie in allen anderen Gewehrfabriken. Er habe die Gewehre selbst bei der Truppe gesehen und könne nur sagen, dass sie in jeder Beziehung den gestellten Anforderungen entsprochen haben. Er habe selbstverständlich die Fabrikation, die in Martinickenfelde, in der Getschinerstraße und in der Hollmannstraße geschah, nicht allein übersehen können. Es seien aber in den drei Fabriken stets Offiziere zu seiner Vertretung anwesend gewesen. Wenn ein Gewehr fertig war, dann sei es gebucht und gestempelt und als dann zum Anschuss gebracht worden. Sobald es die Probe des Anschusses bestanden hatte, sei es nochmals gestempelt, mit einer laufenden Nummer und einem Buchstaben versehen und in das Schießbuch eingetragen worden. Die anderen militärischen Sachverständigen, Oberst Freiherr von Brackel, Oberst von Flotho und Oberstleutnant von Gösnitz, sämtlich vom Kriegsministerium, schlossen sich den Bekundungen des Majors Hannig vollständig an. Hofbüchsenmacher Barella bekundete, er habe im Auftrage des Untersuchungsrichters Schießversuche mit löwischen Gewehren vorgenommen. Von etwa 25.000 Gewehren habe er eine Anzahl aus der Mitte herausgegriffen, mit diesen die verschiedensten Schießversuche gemacht, das Material in allen Teilen untersucht. Er könne mitteilen, dass die Gewehre vollständig kriegsbrauchbar und vollwertig wären. Geheimer Kommerzienrat Löwe und Oberstleutnant A.D. Kühn gaben als möglich zu, dass einige Unregelmäßigkeiten vorgekommen seien. Jedenfalls hatten sie das eifrigste Bestreben, sich die volle Zufriedenheit ihrer Abnehmer zu erwerben. Auch eine Anzahl fremde Regierungen gehörten zu ihren Abnehmern. Sie haben von allen Seiten nur das höchste Lob erhalten. Kommerzienrat Löwe, dem vom Vorsitzenden gesagt wurde, er könne auf die folgende Frage die Antwort verweigern, bemerkte, er zahle hin und wieder einen Betrag an die Allianz Israelit universell und wisse nur, dass letztere wohltätige Zwecke verfolge. Einen Auftrag der deutschen Armee schlechte Gewehre zu liefern, habe er selbstverständlich niemals erhalten. Am siebenten Verhandlungstage teilte der Verteidiger mit, auf dem Korridor steht der als Zeuge geladene Kaufmann Karl Pasch. Dieser brennt vor Begierde, sich vernehmen zu lassen. Der Vorsitzende befahl, den Zeugen aufzurufen. Verteidiger Sind dem Herrn Zeugen die Grundsätze der Allianz Israelit universell bekannt? Zeuge Ich habe mich sehr genau mit den Grundsätzen der Allianz beschäftigt und kann bekunden, dass die Allianz eine jüdische Versicherungsanstalt ist. Wenn zum Beispiel Herr Löwe jährlich 10 Franken Beitrag zahlt, dann hat er das Recht, jedes Verbrechen zu begehen, ohne eine himmlische Strafe befürchten zu müssen. Das ist auch der Grundsatz des Talmud. Wenn ich die Akten des österreichischen Reichratsabgeordneten Schneider hier hätte, dann könnte ich Ihnen die betreffende Stelle im Talmud zeigen. Wie viel Herr Löwe in Wirklichkeit Beitrag an die Allianz gezahlt hat, würde uns selbstverständlich nichts sagen. Ich bin aber überzeugt, wenn Oberrabiner Hildesheimer zu Herrn Löwe geht und von ihm 50.000 Mark haben will, dann erhält er sie sofort. Vorsitzender Es kommt hier nur darauf an, ob Sie den Nachweis führen können, dass die Allianz an Löwe und Kühn den Auftrag erteilt hat, kriegsunbrauchbare Gewehre zu liefern, damit das deutsche Reich zertrümmert und die jüdische Weltherrschaft errichtet werden könne. Ein direkter Nachweis lässt sich ja darüber nicht führen. Ich bin aber überzeugt, dass sich das so verhält. Löwe liefert schlechte Gewehre. Ein jüdischer Lieferant in Paris liefert schlechte Schuhe. Ein jüdischer Lieferant in Metz liefert schlechte Konserven. Der jude Dreifuß in Paris liefert an Russland schlechtes Getreide. Vorsitzender Ich glaube, Herr Zeuge, das führt uns doch zu weit von der Sache ab. Zeuge Pasch Ich will bloß noch bemerken, dass die jüdischen Offiziere bemüht sind, alle Lieferungen ihren Glaubensgenossen zuzuwenden. In Paris gibt es zum Beispiel 500 jüdische Offiziere. Bei uns allerdings müssen sich die Juden, wenn sie Offizier werden wollen, taufen lassen. Wir haben es aber mit der Rasse zu tun. Ich spreche deshalb von jüdischer Rasse, weil wir sogar viele Jahre einen jüdischen Kultusminister in Preußen hatten. Verteidiger Wer war dieser Kultusminister? Zeuge Herr von Goslar Vorsitzender Diese Frage gehört doch durchaus nicht zur Sache. Im weiteren Verlauf erschien als Zeuge Prof. Dr. Lazarus. Ich war sechs Jahre zweiter Vorsitzender des Berliner Zweigvereins der Allianz Israelit universell. Einen absoluten Gegensatz zwischen politischer und Wohltätigkeitstendenz kann ich bei der Allianz insofern nicht aufbauen, weil es auch ihre Aufgabe ist, durch Petitionen usw. dahin zu wirken, dass in Ländern auf niedriger Kulturstufe die Verfolgungen, denen die Juden dort ausgesetzt sind, aufhören. Im Ganzen ist die Tendenz ausschließlich Wohltätigkeit, Unterstützung, intellektuelle und moralische Hebung der zurückgebliebenen Stände in kulturlosen Ländern. Zu diesem Zwecke werden Schulen gegründet und Unterstützungen gegeben. Die gesamte Tätigkeit der Allianz erstreckt sich in erster Reihe darauf, Arme, Bedrückte, wegen ihres Glaubens leidenden Menschen zu unterstützen. Vorsitzender. Halten Sie es für möglich, dass die Allianz Israelit den Auftrag gegeben haben könnte, das Deutsche Reich zu vernichten, um die jüdische Weltherrschaft zu etablieren? Prof. Dr. Lazarus. Die Allianz hat die Tendenz, den Elenden zu Liebe, aber niemandem etwas zu Leide zu unternehmen. Der in der Frage enthaltene Gedanke könnte mir nur als die Ausgeburt einer extremen Fantasie erscheinen. Sollte ich mich aber hier nicht nur als Zeuge, sondern als psychologischer Sachverständiger äußern, so würde ich sagen, selbst das äußerste Maß der Verleumdungssucht und Bosheit würde nicht ausreichen, einen solchen Gedanken zu fassen, wenn nicht noch der Wahnwitz hinzukäme. Vorsitzender. Halten Sie es für möglich, dass die Firma Löwe & Co. von der Allianz den Auftrag erhalten hat, unbrauchbare Gewehre zu liefern? Prof. Lazarus. Ich muss darauf antworten, dass ich seit 1879 nicht mehr im Vorstande der Allianz bin und mit der Führung der Geschäfte nichts zu tun habe. Ich halte es aber für unmöglich und erkläre, dass mir etwas derartiges weder mittelbar noch unmittelbar, weder schriftlich noch mündlich jemals zu Ohren gekommen ist. Die Allianz ist eine Vereinigung von Juden aller Länder, die einen wohltätigen Zweck verfolgt. Rechtsanwalt Hertwig. Wertvoll für mich aus der Begründung des Zeugen ist, dass es den Juden aller Länder erlaubt ist, eine politische internationale Vereinigung zu bilden, die sonst nach dem Gesetze verboten ist. Sanitätsrat Dr. Neumann. Von einer formalen innigen Verbindung zwischen dem Zentralkomitee der Allianz Israelit und den Lokalkomitees der einzelnen Länder ist keine Rede. Dieser Verein ist im Jahre 1860 in Paris ins Leben gerufen, zu dem Zwecke, denjenigen Juden, welche sich in rückgeschrittener Stellung befinden, zu einem Fortschritt in moralischer und geistiger Beziehung zu verhelfen, jedem Juden, der in seiner Eigenschaft als Jude leidet, Beistand zu leisten und alle Schritte, welche dieses Streben fördern können, zu unterstützen. Der Sitz der Allianz ist Paris geworden und es haben sich nur sehr langsam und sehr allmählich Teilnehmer gefunden. Die Lokalkomitees, welche nicht bloß in Europa, sondern auch in Amerika vorhanden sind, sind weiter nichts als Kassenstellen dieses Zentralkomitees, dessen Mitglied ich seit 22 Jahren bin. Die Wirksamkeit der Allianz wird durch halbjährige Berichte so klargelegt wie fast bei keinem Vereine. Sieben Achtel der Mittel werden für Schulen verwendet und die großartigen Erfolge der Allianz für Errichtung von Schulen im Orient ist bekannt. Was die behauptete Order der Allianz an Löwe zur Wehrlosmachung Deutschlands betrifft, so ist mir jede Beziehung des Herrn Isidor Löwe zur Allianz vollständig unbekannt. Es werden nur von der Firma Ludwig Löwe jährlich 10 Fr. als Beitrag erhoben. Isidor Löwe wird nicht einmal in den Listen der Allianz geführt. Dass der Talmud den Juden jedes Verbrechen gegen die Christen gestatte, ist eine Lüge. Angeklagter, an diesen Zeugen habe ich keine Frage zu richten, denn er ist Partei. Meine Zeugen hat man ja abgelehnt. Vorsitzender, dann hätten Sie doch den Talmud mitbringen und die Stelle hier zeigen sollen. Angeklagter, dass die Zeugen nichts gegen die Allianz sagen werden, ist doch selbstverständlich. Vorsitzender, Sie scheinen einen seltsamen Begriff von der Heiligkeit des Eides zu haben. So weit heruntergekommen sind wir doch noch nicht, dass hier Zeugen mein Eide schwören würden, um Sie tot zu machen. Sie scheinen das zu glauben. Leider scheint dieser wunderliche Glaube, nach den jämmerlichen Briefen, die wir erhalten haben, auch bei einem Teile ihrer Parteigenossen vorhanden zu sein. Im weiteren Verlauf der Verhandlung überreichte der Angeklagte dem ersten Staatsanwalt eine Anzahl Aktenstücke. Aus diesem Anlass wurde auf einige Zeit im Interesse der Staatssicherheit die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Am folgenden Tage teilte der Vorsitzende mit. Er könne mit Genehmigung des Kriegsministers mitteilen, aus den in der nichtöffentlichen Sitzung zur Verlesung gelangten Schriftstücken ging hervor, dass bei dem 57. Landwehrregiment in Wesel während einer zwölftägigen Übung von 939 löwischen Gewehren 520 reparaturbedürftig geworden sein. Bei 69 Kammern waren die Einsätze abgesprungen, 21 Schlossteile waren teils defekt geworden, teils ganz gesprungen, 45 Abzugsfedern wurden defekt. Oberstleutnant von Gösnitz, die erwähnten Schäden seien durchaus normale. Er sei überzeugt, dass die so schadhaft gewordenen Gewehre bei sofortiger Verwendung mindestens 80 Prozent kriegsbrauchbar seien. Der Vorsitzende und der Oberstaatsanwalt erhielten während der zehntägigen Verhandlung täglich anonyme Schreiben und Drohbriefe. In einem Briefe wurde gedroht, das Gerichtsgebäude mittels Dynamit in die Luft zu sprengen. Unterzeichnet war dies Schreiben im Auftrage der Berliner Anarchisten R. Reil, Linienstraße 111. In einem Schreiben wurde behauptet, der Oberstaatsanwalt, sämtliche Mitglieder des Gerichtshofes und die militärischen Sachverständigen sind von den Juden bestochen. Fast unaufhörlich kam es zwischen dem Vorsitzenden und dem Verteidiger, Rechtsanwalt Hertwig, zu heftigen zusammenstößen. Der Vorsitzende bemerkte schließlich, ich kann Ihnen mitteilen, Herr Verteidiger, dass alle Mitglieder des Gerichtshofes über ihr Vorgehen geradezu entrüstet sind. Die Mitglieder des Gerichtshofes sind sich darüber einig, dass noch niemals ein Verteidiger in einer Hauptverhandlung derartig aufgetreten ist, wie Sie in diesem Verfahren. Als der Vorsitzende im weiteren Verlauf mitteilte, dass der Gerichtshof eine Anzahl neu eingegangene Anträge des Verteidigers abgelehnt habe, bemerkte der Verteidiger in sehr erregter Weise, ich erkläre hiermit, dass ich es ablehne, einen Mann noch ferner zu verteidigen, der nach dieser Ablehnungsbegründung schon verurteilt ist, noch ehe er ein Wort gesprochen hat. Große allgemeine Bewegung. Der Richter und der Oberstaatsanwalt erhoben sich entrüstet von ihren Sitzen. Der Vorsitzende erklärte, dass er dem Verteidiger das Wort entziehe. Dieser rief jedoch dem Gerichtshofe zu, möge ihr Urteil ausfallen, wie es wolle, wir fürchten es nicht. Der Verteidiger versuchte noch weiter zu sprechen, er wurde jedoch durch den Oberstaatsanwalt und den Vorsitzenden übertönt, sodass seine letzten Worte nicht zu verstehen waren. Oberstaatsanwalt Drescher, ich beantrage wegen dieser unerhörten Beleidigung, die dem Gerichtshofe gesagt worden ist, Herrn Rechtsanwalt Hertwig zu der höchsten zulässigen Ungebührstrafe zu verurteilen. Rechtsanwalt Hertwig hatte bereits seine Akten zusammengerollt und verließ in größter Erregung den Saal. Der Vorsitzende ließ die Äußerung des Verteidigers protokollieren. Nach kurzer Beratung des Gerichtshofes wurde Rechtsanwalt Hertwig wegen Ungebühr zu 100 Mark Geldstrafe verurteilt. Der erste Staatsanwalt bemerkte in der Schlussrede, der Angeklagte hat durch seine Behauptungen das Vertrauen zu unserer Heeresverwaltung stark erschüttert, die Disziplin in unserem Heere untergraben, das Vertrauen des deutschen Soldaten zu seiner Waffe stark erschüttert. Ja, die Behauptungen des Angeklagten sind geeignet, das Ansehen der deutschen Armee im Auslande herabzusetzen. Der Angeklagte nimmt für sich den Schutz des Paragrafen 193, Handeln im berechtigten Interesse, in Anspruch, ich bin aber nicht in der Lage, ihm diesen Schutz zuzubilligen. Der Angeklagte ist eifriger Agitator einer Partei. Jeder Partei, auch der antisemitischen Partei, muss das Recht zugesprochen werden, öffentliche Missstände zur Sprache zu bringen, zu kritisieren und zu tadeln, aber jede Parteibestrebung darf dabei nicht die eine Grundlage verlassen, die Grundlage der Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Mit gesetzlichen Mitteln und mit politischem Ernst muss gekämpft werden. Eine Parteibestrebung, die auf Übertreibung und Unwahrheiten fußt, kann den Schutz des Paragrafen 193 nicht mehr für sich in Anspruch nehmen. Ohne auf den Angeklagten zu exemplifizieren, kann ich nur sagen, politische Skandalmacher, denen nur darum zu tun ist, Aufsehen zu erregen, werden ihrer Partei mehr Schaden als Nutzen und sie werden ein Krebsschaden der Partei werden. Von Interesse für mich war es, als ich neulich in einem antisemitischen Platte las, dass der Angeklagte ein Krebsschaden für die antisemitische Partei sei. Zugunsten des Angeklagten spricht die Tatsache, dass im löwischen Fabrikbetriebe wirklich verschiedene Unregelmäßigkeiten vorgekommen sind und dass der Angeklagte die Tatsachen von Arbeitern empfangen hat, die ihn teilweise in der harmlosesten Weise angelogen haben. Das ist aber auch alles, was zu seinen Gunsten spricht. Die Überreichung der Schrift an den Polizeipräsidenten konnte nicht eine Strafanzeige im strafprozessualen Sinne darstellen, denn der Polizeipräsident musste sofort sehen, dass es sich um eine Agitationsschrift ersten Ranges handelt. Es werden in der Broschüre die schwersten Vorwürfe gegen eine Reihe achtbarer Personen erhoben, gegen einen ehrenhaften Offizier, der mit Jahren aus der Armee geschieden ist, ferner gegen eine Reihe der achtbarsten Militärbeamten. Ich hebe hervor, dass der Angeklagte seine Vorwürfe erhoben hat, obwohl er sich sagen musste, dass sie geeignet sind, Privatvermögen und öffentliches Vermögen in empfindlicher Weise zu schädigen. Er musste sich sagen, dass er auch das öffentliche Interesse durch seine Handlungsweise arg schädigte. Der deutsche Handel hat gleichfalls durch die Broschüre schwere Schädigungen erlitten, denn die Broschüre ist bis in die fernsten Länder gedrungen, und das Ansehen des deutschen Landes hat gelitten, bis die amtliche Erklärung die Unwahrheit dieser Anschuldigungen klarlegte. Die schwerste Schädigung aber ist die Schädigung des Ansehens unserer Heeresverwaltung und der militärischen Disziplin. Der eklatanteste Beweis dafür ist aber die Tatsache, dass eine Militärperson es gewagt hat, Urkunden zu stehlen und dem Angeklagten in die Hand zu spielen. Er hat dem Angeklagten den denkbar schlechtesten Dienst geleistet, denn er hat ihm nichts genutzt, absolut nichts bewiesen, aber gezeigt, wie weit die durch die Schandschrift des Angeklagten erzeugte Demoralisation schon gediehen ist. Am ersten Tage dieser Verhandlung habe ich es für eine willkommene Gelegenheit erklärt, durch öffentliche Verhandlung dem Vaterlande und dem Auslande zu zeigen, wie wenig wahr der Inhalt der Broschüre ist. Die öffentliche Verhandlung war von Nutzen, denn es hat sich herausgestellt, dass es ein Märchen, eine Unwahrheit ist, was der Angeklagte von der Kriegsbrauchbarkeit unserer Waffen gesagt hat. Klar liegt vor aller Augen, unsere Waffe ist gut und wird sich auch im Kriege als gut bewähren, wenn es einmal darauf ankommen sollte. Wenn der Angeklagte in kleinlicher Furcht Gefahren und Niederlagen sieht, so antworte ich ihm im Gegenteil. Fester als der Angeklagte es wehnt, steht das Gefüge unseres Reiches und das Haus unseres Herrschers. Ich beantrage gegen den Angeklagten ein Jahr, sechs Monate Gefängnis. Publikationsbefugnis für die Nebenkläger und die beleidigten Büchsenmacher. Der Angeklagte Ahlwart bemerkte in einer mehrstündigen Verteidigungsrede, durch das Zeugnis des Arbeiters Brettschneider sei festgestellt, dass die kleine Zahl von Revisoren, welche unter dem Büchsenmacher Kessel arbeitete, durchaus nicht zuverlässig vorgingen, dass Kessel selbst sich wenig darum kümmerte und die jungen Sekundeleutnants, deren Ankunft man auch schon vorher wusste, leicht getäuscht werden konnten. Erwiesen sei, dass bei der Herstellung des Laufes drei ganz unzulässige und gefährliche Dinge vorgenommen worden seien. Erwiesen sei ferner, dass die Büchsenmacher bestochen worden seien. Das halte er auch heute noch aufrecht und auch was bezüglich des Oberbüchsenmachers Kirch durch die Beweisaufnahme erbracht worden, klinge doch sehr verfänglich. Es sei ganz undenkbar, dass Löwe davon nichts gewusst haben solle, da doch die Summen, welche an die Büchsenmacher gezahlt wurden, durch die Bücher gingen. Nach seiner Meinung habe die Beweisaufnahme alle in der Broschüre erhaltenen Tatsachen bestätigt und nur die Schlussfolgerungen, welche er daran geknüpft sein bisher nicht erwiesen. Bury und Stangenberg seien die Vertrauten des Oberstleutnants Kühn gewesen. Stangenberg habe sogar sein Gehalt noch weiter erhalten, trotzdem er von seinem Posten abberufen worden sei. Und dies sei eine Hauptbestechung. Die Tatsachen seien alle erwiesen und wo Übertreibungen vorliegen, da seien sie auf Rechnung der Arbeiter zurückzuführen, die er seinerzeit bei allen seinen Vernehmungen immer wieder zur penibelsten Wahrheit angehalten habe. Was die militärischen Sachverständigen betreffe, so müsse er zunächst bemerken, dass die kriegsministeriellen Zahlen sich nur auf die schwersten Fälle bezogen, in denen die Gewehre schadhaft geworden seien. Alle anderen leichten Fälle seien wohl nicht in die Liste eingetragen. Die Logik, dass die Beschädigungen von antisemitisch gesinnten Landwehrleuten vorsätzlich begangen sein sollten, verstehe er nicht. Es wäre doch mehr als wunderbar, wenn die Hammerschläge der verschiedenen Soldaten stets an derselben Stelle getroffen und dieselben Beschädigungen erzeugt haben sollen. Er bleibe dabei, dass er keineswegs übertrieben habe. Er habe auch dem Offizierskorps keinen Vorwurf machen wollen. Es sei doch eher eine Ehre als eine Schande, wenn die Offiziere den Täuschungen der Büchsenmacher nicht gewachsen sein. Er hätte es gern gesehen, wenn der in Bart wohnhafte Zeuge, der die Unbrauchbarkeit der Gewehre der Zintgrafschen Expedition bekunden sollte, geladen worden wäre. Er sei, wie er bekenne, rücksichtsloser Antisemit und habe das, was er als wahr festgestellt hatte, zuerst in antisemitischem Interesse verwerten wollen. Dann sei ihm die ungeheure Tragweite klar geworden, er sei nach Leipzig gereist und habe in den letzten acht Tagen alle Schritte getan, um ein Zurückhalten der Broschüre noch zu ermöglichen. Also, verfasst habe er das Buch ursprünglich zu antisemitischen Zwecken, habe nachher aber die nötigen Schritte getan, um ein amtliches Einschreiten zu veranlassen. Er habe das Vertrauen der Soldaten zu den Gewehren nicht erschüttern, sondern bewirken wollen, dass unbrauchbare Gewehre aus der Armee ausgestoßen würden. Er habe geglaubt, sich dadurch um das Vaterland verdient zu machen. Nach fünfeinhalbstündiger Beratung erkannte der Gerichtshof wegen dreier Beleidigungen auf fünf Monate Gefängnis. Der Vorsitzende bemerkte in der Urteilsbegründung, Die Brauchbarkeit der löwischen Gewehre sei durch die vorgekommenen Unregelmäßigkeiten keineswegs beeinträchtigt worden. Die Auskunft der Militärbehörde stelle vielmehr die glänzendsten Ergebnisse fest. Der Angeklagte habe offenbar die ganze Sache nicht verstanden. Schuldig befunden sei der Angeklagte der Beleidigung der Leiter der Fabrik sowie der Büchsenmacher wegen der Anschuldigung 1500 Gewehre seien widerrechtlich gestempelt, ferner mehrfach schwer kränkender Beleidigungen gegen die Privatkläger sowie schwerer Beleidigung des Büchsenmachers Kirch. Da kein Beweis erbracht, dass Alwart die Unwahrheit der Behauptungen gekannt habe, sei gegen ihn der mildernde Paragraf angewendet worden. Eine Wahrnehmung berechtigter Interessen liegen nicht vor. Löwe und Kühn haben ihr Bestes daran gesetzt, dem Staat gute Gewehre zu liefern. Ende von Abschnitt 17 Abschnitt 18 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung in diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von CYAMIS Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Von Hugo Friedländer Abschnitt 18 Ein entmenschtes Weib Die Engelmacherin Wiese Ehret die Frauen sie flechten und weben himmlische Rosen ins irdische Leben Als Schiller diese Worte niederschrieb, hat er jedenfalls nicht geahnt, dass eine Personengestalt eines Weibes sich dereinst vor einem Schwurgerichtshof im Herzen Deutschlands wegen der grausigsten Verbrechen wird verantworten müssen. Das Fehlen von Findelhäusern in Deutschland hat schon so manchem kleinen Wesen das Leben gekostet. Die folgende Gerichtsverhandlung ergab, dass die Engelmacherei, wenn sie gewerbsmäßig betrieben wird, sogar sehr gewinnbringend ist. Vor einigen Jahren erschienen in Hamburger Zeitungen Anzeigen, in denen Dienstmädchen, Kinderfräuleins und so weiter ihre unehelich geborenen Kinder gegen Zahlung von Kostgeld zur Pflege anboten. Auf solche Anzeigen meldete sich vielfach eine Frau Wiese. Sie erbot sich, die Kinder gegen Zahlung von Kostgeld in Pflege zu nehmen. Sobald sie aber vermutete, die Mädchen befinden sich im Besitz von größeren Geldbeträgen, machte sie ihnen den Vorschlag, ihr eine einmalige größere Abfindungssumme zu zahlen. Sie werde nach London, Manchester, Wien, Berlin oder anderen Orten fahren, da sie in Erfahrung gebracht habe, dass dort eine Grafen- oder Fürstenfamilie ein Kind zu adoptieren wünsche. In mehreren Fällen erklärten sich die Mädchen, wenn auch mit schwerem Herzen, bereit, sich von ihren Lieblingen für immer zu trennen, zumal sie ja dann von der Bezahlung des Kostgelds befreit waren. Nach einiger Zeit gewann jedoch die Mutterliebe wieder die Oberhand. Sie verlangten von der Wiese den Aufenthalt ihrer Kinder zu erfahren. Die Wiese gab den Mädchen die Versicherung, die Kinder werden in Seide gebettet. Sie befinden sich in einem greiflichen oder fürstlichen Schloss, es fehle ihnen nichts weiter als das Himmelreich. Eine weitere Auskunft könne sie ihnen nicht geben. Die Mädchen gaben sich aber damit nicht zufrieden, umso weniger, als sie die Wiese im Verdacht hatten, es sei ihr nur um Erlangung der Abfindungssumme zu tun gewesen, und der ihr übergebenen Kinder habe sie sich in verbrecherischer Weise entledigt. Die Mädchen machten schließlich der Polizeianzeige. Letztere schritt sofort ein, zumal der Wiese aus Anlass ihrer vielen Vorstrafen von der Polizei untersagt war, Kostkinder in Pflege zu nehmen. Benachbarte Hausbewohner hegten schon längst Verdacht, dass Frau Wiese die Engelmacherei, das heißt den Kindermord gewerbsmäßig betreibe, ja, verschiedene Vorkommnisse führten zu der Vermutung, dass Frau Wiese die kleinen Wesen verbrenne. Sie soll bisweilen so stark geheizt haben, dass die Herdplatten zersprangen. Außerdem soll ein fürchterlicher Geruch wahrgenommen worden sein. Es wurde auch behauptet, Frau Wiese sei beobachtet worden, als sie am Spätabend mit einem schweren Paket noch einen Spaziergang nach den Ufern der Elbe gemacht habe und ohne Paket zurückgekehrt war. Ferner wurde ermittelt, dass bei Frau Wiese einmal eine schwindsüchtige Tänzerin gewohnt habe. Diese hatte sich aufgrund eines ärztlichen Rezepts von Frau Wiese Morphium besorgen lassen. Die Tänzerin ist nach einiger Zeit von Hamburg nach Berlin übergesiedelt und dort gestorben. Das Rezept soll aber im Besitz der Wiese geblieben sein und darauf soll sie sich Morphium beschafft haben. Endlich meldeten sich Zeugen, die beobachtet haben wollten, dass Frau Wiese das uneheliche Kind ihrer Tochter sofort nach der Geburt getötet habe. Aus diesem Anlass schritt schließlich die Polizei zur Verhaftung der Wiese. Frau Wiese war einst die glückliche Gattin des Kesselschmieds, Heinrich Wiese. In den letzten Jahren soll jedoch das eheliche Verhältnis eine arge Trübung erfahren haben. Der Ehemann Wiese hegte Verdacht, dass seine Gattin ihm nach dem Leben trachte. Er besaß ein kleines Vermögen. Frau Wiese hatte zu Nachbarsleuten geäußert, ihr Mann erfreue sich nicht der besten Gesundheit. Wenn er sterben sollte und sie den Witwenschleier anlegen müsste, dann würde sie das von ihrem Mann hinterlassene Vermögen, als ihr als dann zu viele über den herben Verlust sehr bald zu trösten vermögen. Dieser Herzenswunsch seiner liebenswürdigen Gattin war dem Mann zu Ohren gekommen. Von Stunde ab wurde er misstrauisch, und zwar umso mehr, da verschiedene Speisen und Getränke, die ihm seine Gattin zubereitet hatte, ihm verdächtig erschienen. Es wurde ihm nämlich häufig nach dem Essen unwohl, er musste sich erbrechen und bekam einen starken Hustenreiz, sodass ihm das Blut aus der Nase quoll. Einmal war der Kaffee in seiner Kaffeeflasche ganz bitter und hatte einen fauligen Geschmack. Als er nach Hause kam, sagte er zu seiner Frau, ich glaube, du willst mich vergiften, ich werde den Kaffee untersuchen lassen. Frau Wiese riss dem Mann in voller Entrüstung die Kaffeeflasche aus der Hand und goss den Inhalt aus. Frau Wiese hatte auch wiederholt den Versuch unternommen, ihrem Mann des Nachts, während er schlief, mit einem Rasiermesser den Hals durchzuschneiden. Dieses Verfahren wurde nur dadurch vereidelt, dass der Mann Verdacht schöpfte und die ganze Nacht wach geblieben war. Frau Wiese hatte eine außerehelich geborene, sehr hübsche Tochter namens Paula Berkefeld. Das Geschäft des Kindermordens mag wohl bisweilen gestockt haben. Die Megere war daher bemüht, ihre junge, bildschöne Tochter in die Arme des Lasters zu treiben, um sich auch dadurch eine Erwerbsquelle zu verschaffen. Sie erließ in verschiedenen Zeitungen Annoncen folgenden Inhalts. Eine junge Dame bittet einen edeldenkenden Herrn um 30 Mark Unterstützung gegen dankbare Rückzahlung. Anfänglich wurde die volle Adresse, später nur die Chiffre hinzugefügt. Infolge dieser Annonce meldeten sich Herren, die sich unter gewissen Umständen bereit erklärten, die gewünschte Unterstützung zu zahlen. Frau Wiese stellte ihre Tochter als die hilfsbedürftige junge Dame vor. Letztere sträubte sich, sich dem Laster hinzugeben. Frau Wiese wusste aber durch furchtbare Schläge mit den Pantoffeln und anderen Gegenständen den Widerstand des Mädchens zu brechen. Wenn selbst das nichts half, dann riet die Megere den Männern, gegen das Mädchen Gewalt anzuwenden. Das Sündengeld strich selbstverständlich die Wiese ein. Paula Berkefeld wurde auch durch Schläge und Hunger gezwungen, sich der Straßenprostitution zu ergeben. Brachte das Mädchen kein oder nicht genügend Geld nach Hause, dann wurde es von dem entmenschten Weib misshandelt. Dieses Leben bekam jedoch Paula Berkefeld schließlich satt. Sie entfernte sich eines Tages heimlich aus dem Mutterhause, entkam nach London und trat dort bei einer deutschen Herrschaft in Stellung. Endlich wurde Frau Wiese vom Schicksal ereilt. Sie wurde, wie bereits erwähnt, in Untersuchungshaft genommen. Noch ehe dies aber geschah, suchte sie eine Frau Jürgens, die vorübergehend bei ihr gewohnt hatte, durch Versprechen von Geldgeschenken und so weiter zu bewegen, eventuell vor Gericht zu beschwören, sie habe gesehen, wie die verschwundenen Kinder von feinen Damen abgeholt wurden. Das Gegenteil könne ja niemand beweisen. Denselben Versuch machte Frau Wiese bei einer Mitgefangenen, die sie im Untersuchungsgefängnis bei den gemeinsamen Spaziergängen kennengelernt hatte. Die Behörde war jahrelang aufs eifrigste bemüht, durch Ausschreibungen von hohen Belohnungen in den Zeitungen und Fachblättern des In- und Auslandes den Verbleib der verschwundenen Kinder zu ermitteln. Es gelang aber nicht, auch nur eine Spur zu entdecken. Die ehemalige Hebamme Elisabeth Wiese hatte sich Anfang Oktober 1904 wegen fünf volländerter, eines versuchten Mordes, schwerer Kuppelei und versuchter Verleitung zu Meineid in zwei Fällen vor dem Schwurgericht in Hamburg zu verantworten. Frau Wiese, 1850 geboren und katholischer Konfessionen, war bereits wegen Anstiftung zum Diebstahl, Hehlerei, Urkundenfälschung, Betruges, Betrugsversuchs und Kuppelei mit Gefängnis und Ehrverlust bestraft. Sie war eine mittelgroße, schlanke Frau. Sie hatte ein speckgelbes Gesicht, eingefallene Wangen, eine lange Habichtsnase und kleine stechende Augen. Sie machte ganz den Eindruck einer Hexe, mit der man Kinder graulich machen konnte. Den Vorsatz des Gerichtshofes führte Landrichter Dr. Krasemann. Die Anklage vertrat Staatsanwalt Dr. Holländer. Die Verteidigung als Offizialverteidiger führte Rechtsanwalt Dr. Blackwedel Hamburg. Die Angeklagte, die sich mit großer Zungenfertigkeit verteidigte, bestritt alles. Die ihr übergebenen Kinder seien zum Teil zu sehr feinen Herrschaften ins Ausland gekommen, teils müssten sie von anderen Frauen, denen sie die Kinder übergeben habe, ermordet worden sein. Sie beschuldigte insbesondere eine Frau Mioschka, zwei ihr übergebene Kinder ermordet zu haben. Sie habe eines Tages auf dem Boden der Mioschka ein großes Paket gesehen, das nach Leichen roch. Auf ihre Frage habe Frau Mioschka geantwortet, das Paket enthalte fauliges Schiffsfleisch, sie werde es abends in die Elbe werfen. Sie, Angeklagte, habe sich des Abends auf die Lauer gelegt und gesehen, dass die Mioschka das Paket in die Elbe geworfen habe. Die Verhandlung ergab, dass tatsächlich in dem Paket fauliges Schiffsfleisch, aber nicht menschliche Leichen enthalten war. Höchst dramatisch gestaltete sich die Vernehmung der Paula Bergefeld, uneheliche Tochter der Angeklagten, und auch des Gatten der Angeklagten, des Kesselschmiedes Heinrich Wiese. Paula Bergefeld, ein schlankes, auffallend blasses, sehr hübsches Mädchen von 22 Jahren, war zurzeit Dienstmädchen bei einem Dr. Goldschmidt in London. Sie würdigte die Mutter nicht eines Blickes und sagte immer, Die Wiese. Vorsitzender? Weshalb sagen sie immer, die Wiese. Die Angeklagte ist doch ihre Mutter. Zeugin? Ich kann diese Frau nicht mehr als Mutter anerkennen. Die Angeklagte nannte darauf ihre Tochter Die Person. Paula Bergefeld, während deren Vernehmung zumeist wegen Gefährdung der öffentlichen Sittlichkeit die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde, die Vertreter der Presse durften im Saal bleiben, machte sehr belastende Aussagen. Sie ließ kaum einen Zweifel, dass ihre Mutter, das von ihr Zeugin, im Sommer 1902 geborene Kind sogleich nach der Geburt getötet habe. Paula Bergefeld bemerkte auf Befragen, der Arzt habe ihr geraten, im Eppendorfer Krankenhaus ihre Geburt abzuwarten. Sie habe aber eines Nachmittags, als sie sich gerade in der Schröderschen Wohnung befand, Geburtswehen bekommen. Die Wiese wurde von der Schröder herbeigerufen. Die Wiese habe sie heftig geschlagen, sodass Schröder dazwischen trat. Als dann habe ihr die Wiese Geburtshilfe geleistet. Die Wiese habe das Kind in einen Eimer mit Wasser fallen lassen und als dann auf einen Sack gelegt. Sie habe gesehen, dass das Kind mit den Beinen zappelte, männlichen Geschlechts war und schwarze Haare hatte. Die Wiese sagte zu ihr, die Wiese sagte zu ihr, Macher das Kind tot. Darauf habe sie geantwortet, Das kann und will ich nicht. Sie sei als dann in Unmacht gefallen und habe sich erst am folgenden Tage wieder erholt. Das Kind sei nicht mehr da gewesen. Sie sind nicht einmal vorübergehend aus ihrer Unmacht erwacht, Zeugin. Jawohl. Vorsitzender. Machten Sie sich dabei keine Gedanken, wo Ihr Kind geblieben sei? Zeugin. Ich nahm an, die Wiese würde das Kind in Obhupen nehmen. Am folgenden Tage sagte mir die Wiese auf mein Befragen, wo das Kind sei, Das Kind ist tot. Ich habe es nach einem Marien- und Eckernförderstraßenecke belegenen Beerdigungsinstitut gebracht und 20 Mark bezahlt, damit das Kind beerdigt werde. Vorsitzender. Was hat Ihnen die Wiese außerdem noch erzählt? Zeugin. Sie sagte, wenn man ein neugeborenes Kind in einen Eimer mit Wasser stecke, dann sterbe es. Sie habe das Kind zunächst in einen Kasten legen wollen, sei aber durch die Anwesenheit eines Fräuleinreich daran verhindert worden. Als dann habe sie das Kind auf dem Herd verbrennen wollen, das habe sich aber auch nicht ausführen lassen, da das Kind zu groß war. Vorsitzender. Weshalb mag die Wiese Sie geschlagen haben? Zeugin. Weil ich nicht nach Hause gegangen war. Vorsitzender. Sie haben die Wiese, Ihre Mutter, sehr schwer belastet. Ich frage Sie nochmals, ist das auch alles wahr, was Sie hier gesagt haben? Zeugin. Ganz gewiss. Vorsitzender. Können Sie das mit gutem Gewissen vor Gott beschwören? Zeugin. Jawohl. Vorsitzender. Nun, Angeklagte. Was sagen Sie dazu? Angeklagte. Sehr erregt. Was die Person hier gesagt hat, ist alles Lüge. Ich habe die Person nicht geschlagen. Sie hat auch nicht in der Schröderschen Wohnung geboren. Die Person hat kein lebendes Kind geboren, sondern nur einen Umschlag gehabt. Mehrere Zeugen bestätigten die Bekundung der Paula Berkefeld, der auch von ihrer Dienstherrschaft in London das beste Zeugnis gegeben war. Ein Fräulein Reich bekundete als Zeugin, sie habe einige Monate bei der Angeklagten gewohnt. Paula Berkefeld habe im Sommer 1902 einige Tage bei dem Schumacher Schröder, einem 74 Jahre alten Manne, gewohnt, mit dem die Angeklagte ein intimes Liebesverhältnis unterhalten hatte. Paula Berkefeld wollte bei Schröder ihre Niederkunft abwarten. Eines Morgens sei Schröder zu der Wiese gekommen und habe gesagt, es ist soweit. Die Wiese sei sofort zu Schröder gegangen. Nach einigen Jungen kam die Wiese wieder und sagte, ihre Tochter habe einen hübschen Jungen geboren, dieser sei aber tot. Sie habe sogleich einen Sarg für 30 Mark gekauft. Einige Tage darauf habe sie in der Küche viele verbrannte Kohlen gesehen. Auf ihre Frage habe Frau Wiese gesagt, sie habe die Nachgeburt des von Paula Berkefeld geborenen Kindes verbrannt. Vorsitzender, nun Angeklagte, was sagen Sie dazu? Angeklagte, das ist nicht wahr, ich habe nichts verbrannt. Vorsitzender, die Angeklagte soll sehr abergläubisch gewesen sein. Zeugin, jawohl. Vorsitzender, was wissen Sie darüber zu sagen? Zeugin, Frau Wiese hat es nachts die Fenster verhangen und der Küche Licht brennen lassen. Sie sagte, wenn sie allstern betet, der liebe Gott solle sie einen Lotteriegewinn machen lassen, dann gehe das Gebet in Erfüllung. Vorsitzender, sagte sie nicht auch, dass sie mit Geistern verkehre? Zeugin, Jawohl, sie erzählte mir einmal, dass sie oftmals während der Mitternachtsstunde mit Geistern spreche. Sie hatte sich auch das sechste und siebente Buch Moses gekauft. In diesem las sie sehr eifrig, es standen alle möglichen Geistergeschichten darin. Ich musste ihr auch einmal aus diesen Büchern ein Gebet abschreiben. Vorsitzender, Was hat noch in den Büchern gestanden? Zeugin, Ich glaube, es hat auch etwas von Kinderschlachten darin gestanden. Vorsitzender, Stand in den Büchern, dass das Schlachten kleiner Kinder Glück bringe? Zeugin, Nein, aber Frau Wiese sagte einmal, Kinderblut und Blut von weißen Tauben ist gut. Das bringt Glück. Vorsitzender, Hat die Visa auch gesagt, dass das Verbrennen der Nachgeburt Glück bringe? Zeugin, Ja, sie sagte, die Kohlenreste, die von dem Verbrennen einer Nachgeburt herrühren, bringen Glück. Staatsanwalt, Haben Sie auch mit Paula Berkefeld über das von dieser geborene Kind gesprochen? Zeugin, Jawohl, Paula sagte, es war ein hübsches Kind, es ist aber leider tot. Staatsanwalt, Sagte Paula, dass das Kind gelebt hat? Zeugin, das weiß ich nicht mehr. Paula Berkefeld, noch mal als Zeugin vernommen, bekundete, sie habe auf Veranlassung ihrer Mutter mehrfach Anzeigen in folgenden Inhalts aufgeben müssen. Eine junge Dame bittet einen edeldenkenden Herren um eine Unterstützung von 30 Mark gegen dankbare Rückzahlung. Vorsitzende, weshalb gaben Sie die Anzeigen auf? Zeugin, ich musste ja. Vorsitzende, weshalb mussten Sie? Zeugin, wenn ich es nicht tat, wurde ich von der Wiese heftig geschlagen. hat auch bisweilen die Wiese die Anzeigen aufgegeben? Zeugin, jawohl. Vorsitzender, es meldeten sich Herren auf diese Anzeigen? Zeugin, jawohl. Vorsitzender, haben Sie sich freiwillig hingegeben? Zeugin, nein, ich habe mich zumeist gesträubt. Da zog die Wiese ihren Pantoffel aus und schlug mich heftig. Oftmals warf sie mich zu Boden, riss mich an den Haaren und trat mich mit den Füßen. Einmal flüchtete ich. Da verfolgte mich die Wiese mit einem Küchenmesser. Wenn das alles nichts halb, sagte die Wiese den Herren, sie sollten mir Gewalt antun. Vorsitzender, gaben die Herren alle Geld? Zeugin, jawohl, das nahm stets die Wiese an sich. Vorsitzender, kam es auch vor, dass Herren kein Geld gaben? Zeugin, jawohl, in diesen Fällen machte die Wiese furchtbaren Skandal und schlug mich. Auf weiteres Befragen bekundete die Zeugin, die Wiese habe sie auch gezwungen, in Gemeinschaft mit einem jungen Mädchen namens Fuß, sich der Straßenprostitution zu ergeben. Vorsitzender, hat Ihnen die Wiese nicht auch angeraten, sich auf St. Pauli ein Absteigequartier zu mieten? Zeugin, jawohl, die Angeklagte wiederholte auf Befragen des Vorsitzenden ihre Behauptung, dass ihr Mann das Kind Klotsche sittlich missbraucht und es dabei erstickt habe. Als sie ihn deshalb zur Rede stellte, habe sie ihr Mann mit einem Kochtopf auf den Kopf geschlagen. Sie sei infolgedessen in Ohnmacht gefallen. Als sie wieder zu sich kam, sei ihr Mann mit dem Kind verschwunden gewesen. Vorsitzender, Angeklagte, ich habe schon viel gehört. Dass aber ein erwachsener Mensch ein zwei Monate altes Kind sittlich missbraucht, habe ich noch nicht gehört. Angeklagte, es ist aber wahr, mit mir hat er ja dieselben Unsittlichkeiten vornehmen wollen. Ich muss noch bemerken, dass mein Mann an jedem Tag besoffen war. Vorsitzender, hat Ihr Mann auch das Kind geschlagen? Angeklagte, das Kind wurde auch getroffen. Es wurde als dann Kesselschmied Heinrich Wiese ein im besten Mannesalter stehender Mann mit blondem Vollbart, der einen sehr guten Eindruck machte, als Zeuge in den Saal gerufen. Der Vorsitzende bemerkte dem Zeugen, wenn er befürchte, durch Beantwortung einer Frage sich einer strafrechtlichen Verfolgung auszusetzen, so habe er das Recht, die Beantwortung dieser Frage zu verweigern. Der Vorsitzende hielt dem Zeugen als dann die Behauptung der Angeklagten vor. Wiese, ich kann darauf nur erklären, dass das eine totale Lüge ist. Vorsitzender, würden Sie das vor Gott und Ihrem Gewissen beschwören können? Zeuge, gewiss. Vorsitzender, wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, diese Frau zu heiraten? Zeuge, es war damals ein ganz manierlich aussehendes Mädchen und sehr geschickt in allen Arbeiten. Auf weiteres Befragen bemerkte der Zeuge, ich habe in den ersten Jahren mit meiner Frau sehr friedlich gelebt. Nach einigen Jahren hat aber meine Frau 60 Mark, 80 Mark, 150 Mark und so weiter von meinen Ersparnissen aus der Sparkasse abgehoben. Seit dieser Zeit haben wir in Unfrieden gelebt. Meine Frau hat wieder meinen Willen Kinder in Pflege genommen. Ich habe mich darum nicht weiter gekümmert. Es wurde hierauf dem Zeugen das Dienstmädchen Klotsche, Mutter des verschwundenen kleinen Klotsche, vorgestellt. Der Zeuge erklärte, er kenne die Klotsche nicht, er habe niemals eine Quittung geschrieben und auch niemals für ein Pflegekind Geld erhalten. Die Klotsche und einige andere Mädchen beklagten unter heftigen Weinen den Verlust ihrer Lieblinge. Nach beendeter Beweisaufnahme fühlte Staatsanwalt Dr. Holländer im Plädoyer aus. Man nahm zuerst an, dass es sich bloß um zwei betrügerische Kindesunterschiebungen handele. Allein sehr bald meldeten sich noch zwei Mütter, die ihre Kinder reklamierten. Ob sich sämtliche Mütter, die ihre Kinder der Angeklagten in Kostpflege gegeben, gemeldet haben oder ob nicht mehrere Dienstmädchen aus falscher Scham die Anzeige vielleicht unterlassen haben, lässt sich selbstverständlich nicht feststellen. Jedenfalls hat die Beweisaufnahme ergeben, vier Kinder, die der Angeklagten gegen verhältnismäßig hohe Geldbeträge in Kostpflege gegeben waren, sind spurlos verschwunden. Die Angaben der Angeklagten über den Verbleib der Kinder haben sich als freche Lüge erwiesen. Der Ehemann der Angeklagten ist ein rechtschaffender, braver und sehr fleißiger Mann. Im Hause der Angeklagten herrschte aber ein unsittliches Treiben. Schnöden Geldgewinnes halber hat die Angeklagte Zeitungsannoncen erlassen, um ihre eigene Tochter der Unzucht in die Arme zu führen. Und da die Tochter sich sträubte, wurde sie von der Mutter in furchtbarster Weise gemisshandelt. Als die Tochter in der Wohnung des Schuhmachers Schröder einen Knaben geboren hatte, da ermordete die Angeklagte das eigene Enkelkind. Die Angaben der Bergefeld über diesen Mord werden von anderen Zeugen im Wesentlichen bestätigt. Die Angeklagte sagte zu einer Frau, meine Tochter hat einen hübschen Jungen geboren, das Kind ist aber sofort gestorben. Es ist gut so, denn meine Tochter muss nach England wieder zurück und ich kann ein Kind nicht gebrauchen. Da haben sie den Beweggrund, meine Herren Geschworenen. Die Bergefeld ist durchaus kein psychologisches Rätsel. Sie hat der Angeklagten allerdings von England aus zärtliche Briefe geschrieben, aber nachdem sie gehört hatte, ihre Mutter habe schnöden Geldgewinnes halber vier Kostkinder getötet, da sagte sie, ich kann diese Frau nicht mehr als meine Mutter ansehen. Der Staatsanwalt suchte im weiteren Verlauf den Nachweis zu führen, dass die Angeklagte sich auch der schweren Kuppelei und des versuchten Mordes gegen ihren Ehemann schuldig gemacht habe. In diesen beiden Fällen handelt es sich aber um Personen, die sich immerhin wehren könnten. Die Angeklagte hat aber außerdem vier wehrlose Wesen ermordet. Sie befand sich immer in Geldverlegenheit. Um dieser abzuhelfen, beschloss sie, Kostkinder in Pflege zu nehmen. Sie meldete sich auf Zeitungsannonsen, die von Dienstmädchen erlassen wurden, um ihre unehelich geborenen Kinder in Pflege zu geben. Die Angeklagte machte den Mädchen sofort den Vorschlag, die Kinder für eine größere Abfindungssumme als Eigen anzunehmen bzw. zu einer feinen Herrschaft ins Ausland bringen zu wollen. Die Angeklagte war bemüht, noch mehrere Kinder gegen hohe Abfindungssummen als Eigen anzunehmen. Es ist ihr dies nur nicht gelungen. Die Beweisaufnahme hat aber keinen Zweifel gelassen, dass die Angeklagte die ihr übergebenen Kinder sämtlich getötet hat. Es entsteht nun die Frage, sind die verschwundenen Kinder getötet oder hat die Angeklagte nur einen falschen Weg der Verteidigung eingeschlagen? Ich habe bereits bemerkt, dass man anfänglich glaubte, es handele sich um zwei betrügerische Kindesunterschiebungen. Ein Sekund allein deshalb wurde die Angeklagte aufs Stadthaus geladen. Zu der Jürgens sagte sie aber dann, ich bin aufs Stadthaus geladen, weil ich ein Kind um die Ecke gebracht haben soll. Wie kam die Angeklagte dazu, eine solche Äußerung zu tun? Die Angeklagte gibt selbst zu, das Kind Klotsche ist tot, aber nicht ich, sondern mein Mann hat das Kind tot gemacht. Sie gibt auch schließlich zu, die Kinder Sommer und Schuldhais sind tot. Diese habe die Mioschka getötet. Wahr ist, dass die Mioschka 24 Stunden lang den Knaben Schweppke in Pflege gehabt hat. Belastend für die Angeklagte spricht auch der Umstand, dass sie bemüht war, das Kind Schulz zurückzubekommen, da es doch sehr bald krepieren werde. Sie wissen, meine Herren, dass ihr dies nicht gelungen ist und dass der Knabe Schulz heute noch lebt. Den Knaben Schweppke hat die Angeklagte augenscheinlich auch zu töten versucht, indem sie dem armen Wesen Schnupftabak in die Nase steckte. Einem Manne, der das Kind als dann in Pflege nahm, hat die Angeklagte Schnupftabak mitgegeben, mit der Weisung, diesen dem Kind in die Nase zu stecken. Einen stummen Zeugen gegen die Angeklagte bildete das Zeug der kleinen Blank, das sie unaufgefordert dem Zeugen Klüß schenken wollte. Es ist ferner zu erwägen, dass die Angeklagte den Müttern stets den Vorschlag machte, die Kinder gegen eine einmalige größere Abfindungssumme als Eigen annehmen zu wollen. Allein nur sehr wohlhabende Leute, denen der Kindersegen versagt ist, pflegen Kinder als Eigen anzunehmen, nicht aber Leute vom Schlage der Angeklagten, die sich in steter Geldverlegenheit befunden hat. Die Beweisaufnahme hat zweifellos ergeben, dass die Angeklagte Morphium im Haus gehabt hat. Allein, wozu bedürfe es einen solchen Mittel? Ein Handgriff, ein falsches Rücken des Kissens genügt, um solch kleine Wesen vom Leben zum Tode zu befördern. Aber auch der Umstand, dass trotz aller Bemühungen nicht die leiseste Spur von den verschwundenen Kindern zu entdecken war, spricht dafür, dass die Angeklagte die Kinder getötet hat. Man könnte einwenden, einige Kinder, die der Angeklagten übergeben waren, leben noch, aber nicht der Angeklagten, sondern einem glücklichen Zufall ist es zu verdanken, dass diese kleinen Wesen noch am Leben sind. Es entsteht nun die Frage, hat die Angeklagte mit Überlegung gehandelt? Wenn ein verschmähter Liebhaber seinen Nebenwohler aus Eifersucht niedersticht, dann kann man vielleicht sagen, er hat ohne Überlegung gehandelt. Man wird aber nicht behaupten können, die Angeklagte habe die kleinen Wesen ohne Überlegung getötet. Als Frau Wülfing das Kind blank der Angeklagten wiederbrachte, weil sie kein Kostgeld erhielt, da sagte die Angeklagte, es ist gut, dass das Kind hier ist, morgen kommt es nach England. In diesem Augenblick hat die Angeklagte zweifellos den Entschluss gefasst, das Kind zu töten. Es ist allerdings ein bloßer Indizienbeweis, der ihnen vorgeführt worden ist. Er hat aber die Schuld der Angeklagten in vollem Umfang unwiderleglich dargetan. Ich bin überzeugt, sie werden es mit einer großen Befriedigung empfinden, dass es gelungen ist, die furchtbaren Verbrechen zu entdecken. Wenn sie sich die Verzweiflung der Zeugen schuldheiß vergegenwärtigen, der keine Macht der Erde ihr Kind wiederzugeben vermag, dann werden sie mit mir das Gefühl hoher Befriedigung teilen, dass es gelungen ist, solch verruchte Verbrechen zur Bestrafung zu bringen. An ihnen ist es, der verletzten Rechtsordnung die erforderliche Sühne zu verschaffen, entsprechend dem alten Rechtsgrundsatz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Bleckwedel gab der Meinung Ausdruck, dass die Angeklagte die Kinder zwecks Unterschiebung ins Ausland verkauft habe. Unterschiebungen zwecks Erbschaft und Alimentenerlangung kommen keineswegs so selten vor. Für meine Vermutung spricht auch der Umstand, dass sich die Angeklagte mit verhältnismäßig geringen Abfindungssummen begnügt hat. Dafür spricht weiter der Umstand, dass drei Kinder, die die Angeklagte in Pflege hatte, am Leben sind. Meine Herren Geschworenen, wenn nur die entfernteste Möglichkeit vorliegt, dass die Kinder noch am Leben sind und dieses doch nicht ausgeschlossen, dann müssen sie die Angeklagte wegen der vier Mordtaten freisprechen. Sollten sie trotzdem zu einem Schuldigspruch kommen und das Urteil an der Angeklagten vollstreckt werden und später einmal eins der verschwundenen Kinder auftauchen, dann würde das ein lebendes Wahrzeichen ihres Fehlspruchs sein. Vor einem solchen Fehlspruch möge sie der allmächtige Gott bewahren. Der Gerichtshof verurteilte die Angeklagte entsprechend dem Wahrspruch der Geschworenen wegen fünf vollendeter Morde fünfmal zum Tode und zu dauerndem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Wegen der schweren Kuppelei und der versuchten Verleitung zum Meineid wurde die Angeklagte zu einer Gesamtstrafe von zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Die Schuldfrage bezüglich des versuchten Mordes hatten die Geschworenen verneint. Die Angeklagte wurde, nachdem das Urteil Rechtskraft erlangte, hingerichtet. Ende von Abschnitt Nummer 18 Abschnitt 19 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine Libowox-Aufnahme. Alle Libowox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Libowox.org Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 19 Die Ermordung zweier Reisebegleiterinnen im Walde Der Prozess Erbe Bunddruck Das niedere Habsucht geeignet ist, jedes menschliche Empfinden zu töten und den Menschen zur Bestie werden zu lassen, dafür lieferten zwei Verbrechen, die so grausig waren, dass zu ihrer Wiedergabe sich Tinte und Feder sträuben, einen traurigen Beleg. Und hätte nicht das Spürsinn eines Hundes einen Fingerzeig gegeben, die entsetzlichen Verbrechen wären vielleicht für immer unentdeckt geblieben. Im Sommer 1890 wurden zwei junge Mädchen, die den besseren Gesellschaftskreisen angehörten, von ihren Angehörigen vermisst. Man wusste, dass sie sich infolge einer schiffrierten Zeitungsannonce als Reisebegleiterinnen gemeldet hatten. Man konnte sich aber ihr Verschwinden trotz aller Bemühungen nicht enträtseln. Im November 1891 durchstreifte ein Waldwärter den in der Nähe von Magdeburg belegenen Neuhaldenslebener Wald. Plötzlich blieb der Hund des Waldwärtes an einer Baumwurzel stehen. Das Tier beschnupperte mit lautem Gebell den Erdboden und war nicht von der Stelle zu bekommen. Der Waldwärter untersuchte die Stelle näher und entdeckte sehr bald einen vollständig knackten menschlichen Rumpf, dessen einzelne Teile bereits stark in Verwesung übergegangen waren. Der Hund beschnupperte laut bellend noch einige andere in der Nähe des ersten Fundes belegene Stellen. Der Waldwärter grub auch an diesen Stellen und entdeckte einen menschlichen Kopf sowie Arme und Beine. Der Waldwärter erstattete sofort von dem grausigen Fund Anzeige. Es wurde festgestellt, dass die gefundenen Körperteile von der 30 Jahre alt gewesenen Wirtschafterin Emma Kasten aus Minden herrührten. Diese junge Dame befand sich im Frühjahr 1890 bei Verwandten in Magdeburg. Eines Tages las sie eine Zeitungsannonce, in der von einer Grafenfamilie eine Reisebegleiterin bei hohem Gehalt und guter Verpflegung zu sofortigem Anbritt gesucht wurde. Die Kasten schrieb sogleich unter angegebener Chiffre an die Expedition der betreffenden Zeitung. Nach wenigen Stunden wurde sie von einer Stellenvermittlerin nach einer Magdeburg-Konditorei bestellt. Die Stellenvermittlerin sagte dem Mädchen, das Schloss der Grafenfamilie, die eine Reisebegleiterin suche, liege am Saum des Neuhaldenslebener Waldes. Noch am Spätabend des Mai begab sich die Stellenvermittlerin mit dem jungen Mädchen nach dem Neuhaldenslebener Wald, um angeblich in das Gräfliche Schloß zu gelangen. Die Nichte des Fräulein Kasten hatte von ihrer Tante herzlichen Abschied genommen, seit dieser Zeit war Fräulein Kasten spurlos verschwunden. Füchse hatten zweifellos den im Walde verscharrten Leichnam, nachdem er in Fäulinis übergegangen war, gewittert und ihn bloßgelegt, denn das Fleisch der einzelnen Körperteile war abgenagt. Einige Leute erinnerten sich der angeblichen Stellenvermittlerin, die eine Zeit lang in Magdeburg ihr Wesen trieb und oftmals in Gesellschaft eines Mannes gesehen worden ist. Schon nach kurzer Zeit gelang es der Magdeburger Polizei festzustellen, dass die Stellenvermittlerin die 1856 zu Holzminden geborene Dora Bundrock war, die sich in Osnabrück als Lehrerin der Wäschezuschneidekunst niedergelassen hatte. Die Bundrock wurde sofort verhaftet. Sie leugnete anfänglich mit großer Entschiedenheit. Als man ihr aber nachwies, dass sie die Kleider der ermordeten trage, gab sie schließlich zu, die Mörderin zu sein. Sie habe aber nicht allein, sondern in Gemeinschaft mit dem 1855 geborenen Agenten Fritz Erbe gehandelt. Aus Briefen, die bei der Bundrock gefunden wurden, ging im Übrigen die Tätenschaft des Erbe mit voller Sicherheit hervor. Aus den Briefen war auch zu ersehen, dass Erbe sich im Evangelischen Vereinshause in Bielefeld aufhielt. Noch an demselben Abend reiste Kriminalkommissar Schmidt, Magdeburg, von Osnabrück nach Bielefeld und nahm Erbe fest. Dieser, ein ehemaliger Glaser, war verheiratet, aber seit einigen Jahren von seiner Frau geschieden. Er lebte schon seit längerer Zeit mit der Bundrock in wilder Ehe. Diesem Zusammenleben war auch ein Kind entsprossen. Er beweigerte sich aber, das Kind als das Seinige anzuerkennen. Er behauptete, ein anderer Liebhaber der Bundrock namens Karl Behrens sei der Vater des Kindes. Dieser werde sich wohl auch an der Mordtat beteiligt haben. Er sei vollständig unschuldig. Ein zweiter Mord im Walde Als der Mord im Neuhaltenslebener Walde bekannt wurde, machte Hotelier Klages in Hameln, der Polizei wiederholt die Anzeige, dass seine 17-jährige Tochter Dora im August 1890 von einer angeblichen Stellenvermittlerin in Hannover unter fast genau denselben Versprechungen verschleppt worden und seit dieser Zeit spurlos verschwunden sei. Die Bundrock ins Verhör genommen, gestand auch die Klages in Gemeinschaft mit Erbe im Walde bei Eschede ermordet und beraubt zu haben. Auf eine Zeitungsannonce in Hannover, eine Grafenfamilie suchte eine Reisebegleiterin, hatten sich vier junge Damen gemeldet. Von diesen habe sie der Klages den Vorzug gegeben, da diese am elegantesten gekleidet war. Die Klages fuhr zunächst noch einmal nach Hameln, um von ihren Eltern Abschied zu nehmen. Sie nahm für immer Abschied. Als die Klages nach Hannover zurückgekehrt war, sah sie, die Bundrock, mit dem Mädchen nach Eschede gefahren. Erbe fuhr in dem selben Zuge, aber nicht in dem selben Coupé. In Eschede angelangt, habe sie sich mit dem jungen Mädchen in ein Gasthaus begeben, um eine Tasse Kaffee zu trinken. Bald darauf sah Erbe in das Gasthaus gekommen. Er habe aber an einem anderen Tische Platz genommen und getan, als würde er sie nicht kennen. Nach etwa zwanzig Minuten habe sie mit dem jungen Mädchen den Weg nach dem Grafenschloss, das, wie sie vorgab, am Saum des Waldes belegen sei, angetreten. Sie hatten sich aber im Walde verirrt. Da habe sie zu dem jungen Mädchen gesagt, sie wollen sich ein bisschen ausruhen. Inzwischen werde wohl jemand kommen, den er den Weg zeigen werde. Sehr bald darauf ist er Erbe gekommen. Dieser fremde Herr zeigte bereitwilligst den Weg zum Schloss und führte die Damen durch eine Schlucht. Plötzlich habe sie, Buntrock, der Klages einen Knebel in den Mund gesteckt. Da das Mädchen sich heftig sträubte, hielt Erbe ihr die Hände fest. Als dann warf Erbe das Mädchen zu Boden. Er hatte sich vorher dem Mädchen als Arzt ausgegeben und ihm den Hals untersucht. Er wollte wissen, wo die Schlagader sich befinde. Er habe das Mädchen zunächst vergewaltigt und ihm als dann, während er auf er kniete, mit einem großen, scharfen Messer den Hals abgeschnitten. Erbe habe darauf mit einem Spaten, die da stets mit sich führte, ein Loch gegraben. Währenddessen habe sie Buntrock die Ermordete entkleidet und ihr die Finger und Ohrringe abgenommen. Da die Ringe zu fest an den Fingern saßen, habe sie der Ermordeten die Finger abgeschnitten. Als dann habe sie in Gemeinschaft mit Erbe die ganz ähnlicher Weise haben sie die Kasten im Neuhaltensleben der Walde ermordet. Die Gerichtsverhandlung Ende Juni 1892 hatten sich Erbe und Buntrock vor dem Magdeburger Schwurgericht zu verantworten. Erbe bestritt mit größter Entschiedenheit von den Mordtaten etwas zu wissen. Die Buntrock die jedenfalls mit ihrem anderen Liebhaber einem Manne namens Karl Behrens die Morde begangen bezichtigte ihn weil sie sich an ihm rächen wollte. In der Verhandlung erschien ein junges Mädchen Fräulein Gerrecht Wirztochter aus Eschede als Zeugin. Diese bekundete sie erinnere sich ganz genau dass die Buntrock eines Vormittags im August 1890 mit einem jungen bildhübschen Mädchen in der Gastwirtschaft ihres Pfades eingekehrt sei. Kurz darauf sei ein Mann in die Gaststube getreten und habe an einem jungen Mädchen haben Kaffee der Mann indem sie mit voller Bestimmtheit den Erbe wieder erkenne ein Glas Bier getrunken. Erbe sei etwa zehn Minuten später als die Buntrock und das junge Mädchen aus dem Gasthause weggegangen. Sie Zeugin haben dem Erbe lange Zeit nachgeschaut dabei sei ihr der eigentümliche Gang des Mannes aufgefallen. Auf Auffordern des Vorsitzenden Landgerichts Direktors Polte ahmt die Zeugin den Gang nach. Als dann befahl der Vorsitzende dem Erbe einige Male im Gerichtssaal auf und ab zu gehen. Das ist der Mann jeder Zweifel ist ausgeschlossen versetzte das Mädchen. Vorsitzender Was veranlasste sie sich den Mann so genau anzusehen und seinen Gang zu beobachten? Zeugin Der Mann und auch die Buntrock machten auf mich einen unheimlichen Erbe und Buntrock zusammen und ich konnte den Gedanken nicht loswerden dass diese beiden das nette junge Mädchen im Walde ermorden und berauben wollen. Große allgemeine Bewegung Die Buntrock bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden die Kasten sei groß und stark gewesen sie habe sich furchtbar gewehrt da konnte Erbe nicht lange nach der Schlagader suchen sondern musste schnell dem Mädchen in Hals abschneiden Vorsitzender War denn die Kasten nachdem ihr der Hals durchschnitten war sofort tot Buntrock Nein sie zappelte noch etwa zehn Minuten Vorsitzender schrie sie denn nicht Buntrock sie konnte ja nicht schreien wir hatten ihr zunächst einen Knebel in den Mund gepresst und sie eis dann zur Erde geworfen Vorsitzender was taten sie als Erbe der Kasten den Hals durchschnitt Buntrock ich habe der Mordeten den Kopf festgehalten sie suchte sich zu wehren Vorsitzender sie müssen doch dabei beide stark mit Blut bespritzt gewesen sein Buntrock jawohl Vorsitzender das war im Mai 1890 und im August 1890 haben sie in genau derselben Weise die 17-jährige Dauer Klagens im Escheter Wald geschlachtet Buntrock jawohl Vorsitzender Sie hatten sich das Mädchens schlachten geradezu als Handwerk auserkoren denn ihr Verdienst ist es nicht dass sie nicht noch mehrere Mädchen ermordet haben In Dortmund haben zwei Mädchen es abgelehnt mit ihnen durch den Wald zu gehen weil sie ihnen zu aufdringlich schienen ein anderes Mädchen ist der Ermordung entgangen weil die Großmutter es nicht rechtzeitig geweckt hatte wenn noch mehrere Mädchen ihre Morde begangen haben Bundrock das kann ich nicht sagen Vorsitzender hat sich die Klages auch gewehrt Bundrock jawohl die Klages war aber bedeutend schwächer als die Kasten wir konnten sie daher schneller überwältigen Vorsitzender hat sie denn nicht geschrien Bundrock sie versuchte es obwohl ihr auch ein knebel in den mund gepresst war ich deckte aber als sie zu schreien begann meinen mantel über ihr Gesicht vors starb die Klages schnell Bundrock die Klages hat noch sehr lange gezappelt wir schnitten ihr deshalb die beine ab ausrufe des entsetzens im zuhörerraum vors der Kasten haben sie außer ihren Kleidern goldene Uhr Kette die Ringe die sie an den fingern trug und sechzig mark wahres geld geraubt Bundrock jawohl vors hatte die Klages auch geld bei sich Bundrock nicht einen pfennig vors das war ihnen vorher bekannt Bundrock ich fragte sie in Estede ob sie geld habe da antwortete sie nicht einem pfennig vors das reisegeld von hannover nach eschede und den kaffee in eschede haben sie für das mädchen bezahlt bundrock jawohl vors sie wussten dass die klage kein geld bei und trotzdem ermordeten sie sie Bundrock die Klages hatte aber sehr schöne sachen vors der bloßen sachen wegen haben sie das mädchen wie ein stück viel geschlachtet sie hatte ein sehr hübsches kleid vors ihre wirtin in osnabrück hat erzählt sie haben das nachts häufig geweint bundrock das geschah wegen des vielen todmachens heftig weinend betrat Hotelier Klages aus Hameln als Zeuge den Gerichtssaal er bekundete mit tränen erstickter stimme die Dora sei sein Liebling gewesen als sie von Hannover nach Hameln kam um noch einmal Abschied zu nehmen sei er nicht zu Hause gewesen er habe mithin sein Kind nicht mehr sehen können seitdem seine herzensgute Dora verschwunden sei habe er keine glückliche Stunde mehr auch der Bruder der Bundrock ein wohlhabender Tischlermeister der eine große Möbelhandlung in Holzminden hatte erschien als Leumunds Zeuge als die Bundrock des Bruders ansichtig wurde fiel sie in einen heftigen Weinkrampf der Bruder der verruchten Mörderin weinte ebenfalls bitterlich auf Erbe machte all dies nicht den geringsten Eindruck er leugnete beharrlich an den Mordtaten beteiligt zu sein er sei der bestimmten Ansicht daß der frühere Liebhaber der Bundrock Karl Behrens der vor einigen Monaten nach Amerika gegangen der Mörder sei der von Erbe angetretene Alibi Beweis bislang aber vollständig nach den Ergebnissen der Beweisaufnahme blieb auch nicht der leiseste Zweifel daß Erbe der Mittäter war es konnte auch niemand bekunden daß die Bundrock jemals einen anderen Liebhaber gehabt habe die Angeklagten wurden beide zum Tode verurteilt und hingerichtet Ende von Abschnitt 19 Aufgenommen von Julia Niedermeier Abschnitt 20 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox aufgenommen von Abayi im Juni 2015 Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 20 Die Ermordung des Rittmeisters von Krosig in der Reitbahn der Dragoner Kaserne zu Gumbinnen Teil 1 In unserem fortgeschrittenen Zeitalter sollte man erwarten, dass eine Verminderung der Verbrechen erfolge, ganz besonders, dass Morde nur noch zu den Seltenheiten gehören. Dass in der sogenannten guten alten Zeit weniger Verbrechen vorgekommen sind, kann allerdings nicht behauptet werden. In der vormärzlichen Zeit wurden Gerichtsverhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Das Zeitungswesen war so wenig entwickelt, dass die Öffentlichkeit von begangenen Mordtaten nur spärlich etwas erfuhr. Es gewinnt aber fast den Anschein, als ob der kulturelle Fortschritt der Zeit wenig zur Verminderung von Kapitalverbrechen beigetragen hat. Im Gegenteil, der Fortschritt der Kultur hat nur bewirkt, dass ein größeres Raffinement bei Ausübung der Kapitalverbrechen angewendet wird. Dass ein Rittmeister, während er die von ihm befehligte Schwadron in der Reitbahn aufreiten lässt, ermordet wird, ist ein so ungeheuerlicher Gedanke, dass man ein solches Vorkommnis für unmöglich halten sollte. Und dennoch ist das Unglaubliche geschehen. In der Nähe der russischen Grenze, im äußersten Osten der preußischen Monarchie, einige Stunden hinter Königsberg, liegt das freundliche Städtchen Gumbinen. Die Stadt ist Sitz einer Regierung und einer Oberpostdirektion und hat, wie alle Grenzstädte, eine starke militärische Besatzung. Einige Industrie wird betrieben, in der Hauptsache beschäftigen sich aber die Bewohner Gumbinens mit Vieh, insbesondere mit Pferdehandel und Landwirtschaft. Eine idyllische Ruhe lagert im Allgemeinen über dem Städtchen, das mit der Garnison etwa 15.000 Einwohner zählt. Ruhig und friedlich leben hier die Bewohner. Eine geradezu ländliche Einsamkeit würde herrschen, wenn nicht die starke Garnison in das beschauliche Dasein der Gumbiner Bürgerschaft bisweilen etwas Leben brächte. Seit Menschengedenken war in dem Städtchen kein Kapitalverbrechen vorgekommen. Da, am 21. Januar 1901 ereignete sich ein Verbrechen, das in der ganzen Kulturwelt das größte Aufsehen erregte und wohl kaum jemals aufgeklärt werden wird. Trübe und regnerisch war es am 21. Januar 1901. Nasskaltes Wetter herrschte im Städtchen. Ein rauer Nordwind jagte durch die Straßen. Weit draußen in der Vorstadt, am Ende der Tilseter Straße, liegt die Kavalerie-Kaserne, ein stattlicher, massiver Bau, in dem das 11. Pomerische Dragonerregiment von Wedel untergebracht war. Hinter dem großen Exerzier- und Reitplatz erhebt sich eine sehr geräumige, massig gebaute, vollständig gedeckte Reitbahn, in der die Reiter gegen die Unbilden des Wetters geschützt sind. Gegen 4 Uhr nachmittags ertönten aus der Reitbahn Kommandorufe. Rittmeister Freiherr von Krosig nahm mit der von ihm befehligten 4. Schwadron abteilungsweise Reitübungen vor. Plötzlich, kurz nach 4,5 Uhr, der Rittmeister hatte soeben kommandiert, Eskadron Halt, Front, da ertönte ein Schuss. Der Rittmeister, der mit gezogenem Säbel zu Fuß vor der Front der reitenden Abteilung stand, fiel mit dem Aufschrei Ich bin geschossen zu Boden. Oberleutnant von Hoffmann sowie alle in der Reitbahn anwesenden Offiziere und Unteroffiziere eilten schleunigst zu Hilfe. Sie trugen den anscheinend tödlich getroffenen Rittmeister auf ein frisch geschüttetes Strohlager, eine sogenannte Strohpuppe und knöpften ihm den Uniformrock und den Hemdkragen auf. Oberleutnant von Hoffmann erteilte sofort den Befehl, schleunigst einen Arzt herbeizurufen. Nach wenigen Minuten war auch ein Arzt in der Reitbahn eingetroffen, er vermochte aber keine Hilfe mehr zu bringen. Rittmeister von Grosig hatte dem Oberleutnant von Hoffmann zugerufen, haben Sie geschossen? Fast in dem selben Augenblick rief der Rittmeister in wehklagendem Tone Meine arme Frau, meine armen Kinder. Dies waren seine letzten Worte, dann verschied er. Der Arzt konnte nur noch den Tod des Rittmeisters feststellen. Eine Kugel hatte ihn mitten ins Herz getroffen. Die Kunde von dem entsetzlichen Morde verbreitete sich naturgemäß mit Blitzeseile in den weiten Kasernenanlagen in der Stadt Gumbinnen und wurde durch den Telegraf in alle Weltteile getragen. Oberleutnant von Hoffmann ließ sofort die umfassendsten Nachforschungen nach dem oder den Mördern anstellen. Dass der Schuss nicht innerhalb der Reitbahn abgegeben war, lag außer Zweifel, es konnte nur von außen geschossen worden sein. Und richtig, hinter der Bandentür vor einem Guckloch, durch das man die ganze Reitbahn übersehen konnte, stand noch ein rauchender Karabiner. Angestellte Versuche ergaben, dass mit diesem Karabiner bequem durch das Guckloch in die Reitbahn geschossen werden konnte. Der Rittmeister stand etwa 20 Schritt von dem Guckloch. Er ging unaufhörlich, die Abteilung kommandierend, auf und ab. Obwohl der Schuss aus ziemlicher Nähe erfolgt war, muss der Mörder ein guter Schütze gewesen sein. Rittmeister Freiherr von Krosig stand im 42. Lebensjahre. Er stand früher in Stendal in Garnison und war einige Jahre vor dem Morde nach Stalupönen versetzt worden. Einige Zeit darauf wurde die vierte Schwadron nach Gumbinnen kommandiert. Die Leiche des erschossenen Rittmeisters wurde in der Reitbahn aufgebahrt und sofort die ganze vierte Schwadron vor die Leiche geführt. Oberleutnant von Hoffmann gab den Befehl die dienstfreien Unteroffiziere und Mannschaften vom Nachmittag nehmen links von der Leiche die im Dienst gewesenen Unteroffiziere und Mannschaften rechts von der Leiche Aufstellung. Mehrere Leute fielen dem Kommandeur des Regiments Oberst von Winterfeld durch große Blässe auf. Es wurde außerdem bekundet, dass der Karabiner, mit dem der tödliche Schuss abgegeben worden, noch kurz vor der Mordstat auf dem Korridor der Kaserne auf seiner richtigen Stelle in einem Schaft gestanden hatte. Der Dragoner, dem der Karabiner gehörte, konnte als Täter nicht in Betracht kommen, da er, als der tödliche Schuss fiel, sich unter den reitenden Dragonern in der Reitbahn befand. Der Verdacht der Täterschaft fiel zunächst auf den Dragoner Skopek. Dieser war an jenem Nachmittag dienstfrei, war kurz vor dem Morde an der Bandentür gesehen worden und hatte sich auch durch Redensarten verdächtlich gemacht. Er wurde am Abend des 22. Januar verhaftet, sehr bald aber wieder freigelassen, da nicht die geringsten Anhaltspunkte vorhanden waren. Dagegen wurde der 22-jährige Unteroffizier Franz Martin und dessen Schwager der 30-jährige Sargent und Quartiermeister Gustav Hickel verhaftet. Martin, Sohn des Wachtmeisters der dritten Schwadron, hatte sich verdächtig gemacht, dass er, obwohl er am fraglichen Nachmittag dienstfrei war, sich zu den Diensttuenden gestellt hatte, als die Schwadron in der Reitbahn vor der aufgebahrten Leiche Aufstellung nahm. Er war auch kurze Zeit vor dem Morde auf dem Korridor der Kaserne, etwa zwölf Schritte entfernt von dem Karabiner gesehen worden, mit dem der tödliche Schuss abgegeben war. Martin hat außerdem nicht genau angeben können, wo er sich zur Zeit des Mordes aufgehalten hat. Es fiel auch auf, dass er, als er von dem Morde hörte, nicht, wie es allgemein geschah, in die Reitbahn gelaufen ist. Er gab vor, er war genötigt, zur Putzstunde zu gehen. Es wurde ihm aber vorgehalten, dass er noch sieben Minuten Zeit hatte, um zur Putzstunde zu gehen. Auf die Frage, was er auf dem Korridor der Kaserne gemacht habe, da er eigentlich in der Reitbahn bei der Reitübung hätte zugegen sein müssen, erwiderte er, er sei nicht in die Reitbahn gegangen, da es dem Rittmeister angenehm war, wenn er allein die einzelnen Abteilungen kommandieren könnte. Er sei den doch, es sei ihnen so vorgekommen, als wollte sich Unteroffizier Marten ihren Blicken entziehen. Da dies dem Marzen bei dem Dragoner Barthulite nicht gelang, so fragte er diesen, ob seine Abteilung schon reite. Außerdem hatte Marten auf die an ihn von mehreren Seiten gerichteten Fragen, ob er schon wisse, dass Rittmeister von Grosig in der Reitbahn erschossen worden sei, geantwortet, Halt's Maul, du Dammelskopf, du bist wohl verrückt, Mensch, was ist denn eigentlich los? Zu einem Unteroffizier, der ihn fragte, ob ihm schon bekannt sei, dass Rittmeister von Grosig in der Reitbahn erschossen worden sei, sagte er, ist es denn wirklich wahr? Es kam hinzu, dass Rittmeister von Grosig den alten Wachtmeister Marten so schlecht behandelt haben soll, dass dieser sich zur dritten Schwadron versetzen ließ und endlich, dass am Sonnabend vor dem Morde Marten ein junges Remontepferd nicht reiten konnte. Rittmeister von Grosig befall deshalb dem Unteroffizier Marten vom Pferde zu steigen und den Dragoner Sturmbries das Remontepferd reiten zu lassen. Sturmbries konnte das Pferd sehr gut reiten. Da dies vor versammelter Mannschaft geschah, geriet Marten in große Aufregung. Er hatte außerdem am Morgen geäußert, heute muss der Hund noch rot sehen. Marten behauptete, er habe diese und eine ähnliche Äußerung mit Bezug auf das Remontepferd Isidor getan, das sich so schwer reiten ließ. Das seien kavalleristische Redensarten. Dragona Baranowski von der ersten Schwadron hatte bekundet, er habe wenige Minuten vor dem Morde zwei Leute mit steifen Mützen und Mänteln in der Nähe der Bandentür am Guckloch stehen sehen. Er habe sich die Leute nicht näher angesehen, da er sie für Vorgesetzte hielt, er wisse nur, dass einer einen schwarzen Schnurrbart hatte. Ähnliche Wahrnehmungen wollte der Dragona Skupek von der vierten Schwadron gemacht haben. Außer Hickel, der sein Alibi nicht genau nachweisen konnte, hatten nur noch zwei Unteroffiziere der vierten Schwadron schwarze Schnurrbärte. Diese kamen aber als Täter nicht in Betracht, da sie, als der Rittmeister erschossen wurde, im Dienst in der Reitbahn waren. Es wurde deshalb gegen Martin die Anklage wegen Mordes, gegen Hickel wegen Beihilfe und gegen den Unteroffizier Dominik wegen Begünstigung erhoben. Ende Mai 1901 hatten sich diese drei vor dem Gericht der zweiten Division des ersten Armeekorps zu verantworten. Da sämtliche Angehörige der vierten Schwadron und viele Leute der anderen Schwadronen als Zeugen vernommen werden mussten und mehrfache Ortsbesichtigungen nötig waren, so wurde in Ermangelung eines besseren Lokals der in unmittelbarer Nähe der Kaserne belegene Mannschaftsspeisesaal der Dragoner Kaserne als Gerichtssaal hergerichtet und in diesem die Verhandlung abgehalten. Es wurden einige Tische, an denen sonst die Dragone ihre Mahlzeiten verzerrten, zusammengestellt und grüne Decken darüber gebreitet. Nachdem so der Gerichtstisch sowie die Tische für den Vertreter der Anklage und die Verteidiger hergestellt waren, wurde ein Reiterbild Kaiser Wilhelms des Ersten an die Wand gehängt. Trotzdem machte dieser Gerichtssaal eher den Eindruck eines Stalles als eines Saales. Abends wurde das Zimmer durch Petroleum Lampen erleuchtet. Ein gleichartiges, dicht neben der Kantine belegenes Vorzimmer diente als Zeugen Zimmer. In diesem nahmen die als Zeugen geladenen Dragoner ungeniert ihre Mahlzeiten ein oder spielten Karten. Trotz dieser primitiven Einrichtung und des sehr beschränkten Raumes wurde den Vertretern der Presse, ganz besonders bei der zweiten Oberkriegsgerichtsverhandlung mit einer Zuvorkommenheit begegnet, wie man sie bei bürgerlichen Gerichtshöfen nicht findet. Es ist bekannt, dass bei bürgerlichen Gerichtshöfen die Vertreter der Presse oftmals eine sehr schlechte Behandlung erfahren. Im Allgemeinen finden die Berichterstatter bei Militärgerichten ein viel größeres Entgegenkommen als bei den bürgerlichen Gerichten. Die Verhandlung vor dem Divisionsgericht fand nur zum Teil öffentlich statt. Sie endete mit der Freisprechung aller drei Angeklagten. Der Gerichtsherr legte gegen das freisprechende Urteil von Marzen und Hickel Berufung ein. Aus diesem Anlass hatte sich das Oberkriegsgericht des Ersten Armeekorps vom 15. bis 20. August 1901 mit der Angelegenheit zu beschäftigen. Das Oberkriegsgericht, das bekanntlich in Königsberg in Preußen seinen Sitz hatte, war aus denselben Gründen wie das in Insterburg Domizilierte genötigt, in denselben Räumen zu verhandeln. Diese Verhandlung fand in voller Öffentlichkeit statt. Das Oberkriegsgericht gewann nach fünftägiger Verhandlung die Überzeugung von der Schuld des Angeklagten Marten und verurteilte ihn zum Tode, zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und zur Ausstoßung aus dem Heere. Hickel wurde freigesprochen. Gegen die Verurteilung Martens legte dessen Verteidiger, gegen die Freisprechung Hickels der Gerichtsheer Revision ein. In beiden Revisionsschriften wurde in der Hauptsache die gesetzwidrige Zusammensetzung des Oberkriegsgerichts gerückt. Das Reichsmilitärgericht hat diese Rügen für berechtigt anerkannt, deshalb beide Erkenntnisse aufgehoben und die Sache zur nochmaligen Verhandlung an das Oberkriegsgericht des Ersten Armeekorps zurückverwiesen. Am 17. April 1902 gelangte daher die Mordstat nochmals in demselben Mannschaftsspeisesaal der Gumbiner Dragoner Kaserne zur Verhandlung. Das Oberkriegsgericht bestand wohl, ebenso wie das erste Mal, aus dem Oberkriegsgerichtsrat Schär als Verhandlungsführer und Kriegsgerichtsrat Dr. Rössler als richterlichen Beisitzenden. Die richterlichen Offiziere waren jedoch sämtlich neu. Sie setzten sich zusammen aus Oberstleutnant Heerhut von Roden vom Grenadierregiment Kronprinz als Vorsitzenden, Major Dorn vom Infanterieregiment Nummer 43, Major von Kräwell vom Grenadierregiment Nummer 3, Hauptmann Flechtner vom Feldartillerie Regiment Nummer 16 und Oberleutnant Tobe vom Grenadierregiment Nummer 3, Beisitzende. Die öffentliche Anklage vertrat wiederum Oberkriegsgerichtsrat Meier, Königsberg in Preußen. Die Verteidigung führten wie bisher Rechtsanwalt Burkhardt, Instaburg, für Marten und Rechtsanwalt Paul Horn, Instaburg, für Hickel. Die Angeklagten lehnten Oberkriegsgerichtsrat Scheer und Kriegsgerichtsrat Dr. Rössler wegen Besorgnis der Befangenheit ab. Diese Ablehnungen wurden aber nicht für Begründete erachtet. Es wurde zwölf Tage lang in voller Öffentlichkeit mit einer ganz seltenen Gründlichkeit verhandelt. Die richterlichen Offiziere, ganz besonders der Vorsitzende, Oberstleutnant Herhut von Roden, legten ein ganz außergewöhnliches Interesse für die Sache an den Tag. Dem Vorsitzenden war auch in der Hauptsache die große Zuvorkommenheit für die Vertreter der Presse zu danken. Es wurde in der Verhandlung gegenüber den erwähnten verdächtigen Umständen von Zeugen bekundet, Marten hatte keine Ursache den Rittmeister zu erschießen. Der Rittmeister war mit Marten, der mit 18 Jahren freiwillig in die Schwadron eingetreten, sehr zufrieden. Er hatte dies auch dem alten Wachtmeister Marten mehrfach gesagt. Der Rittmeister hatte außer dem Marten, als dieser kaum 20 Jahre alt war, zum Unteroffizier befördert und ihm eine Rekrutenabteilung zur Ausbildung übergeben. Bei der ersten Vorstellung der Abteilung hat der Rittmeister dem Marten ein großes Lob erteilt. Er hat als dann Marten auf die Telegrafenschule nach Berlin gesandt. In Berlin wurde Marten der Vorschlag gemacht, er solle bei dem zweiten Garde-Ulanen-Regiment in Berlin kapitulieren. Er habe dies aber mit den Morden abgelehnt, das kann ich meinem Rittmeister nicht antun. Rittmeister von Uckermann bekundete als Zeuge, sein Bruder, der im Elsass stehe, brauchte Kapitulanten, die dort schwer zu haben seien. Er habe deshalb den alten Marten gefragt, ob sein Sohn nach dem Elsass gehen wolle, er würde dort sehr schnell zum Unteroffizier befördert werden. Wachtmeister Marten antwortete, meinem Sohn gefällt es beim Herrn Rittmeister von Groseck derartig, dass er sich schwerlich entschließen wird, nach dem Elsass zu gehen, zumal ihm der Rittmeister versprochen hat, ihn zeitig zum Unteroffizier zu befördern. Interessant war die Aussage des Wachtmeisters Marten. Dieser bekundete auf Befragen des Verhandlungsleiters, er sei vom 12. Mai 1897 bis 3. Juli 1898 Wachtmeister der vierten Schwadron gewesen. Rittmeister von Groseck sei sehr streng, aber auch sehr gerecht gewesen. Der Rittmeister habe ihm bisweilen Vorhaltungen gemacht, wie das jeder Vorgesetzte tue, beschimpft habe er ihn aber niemals. Er habe sich hauptsächlich zur dritten Schwadron versetzen lassen, weil er an Rheumatismus gelitten habe und er den Anforderungen, die der Rittmeister an ihn stellte, nicht mehr ganz gewachsen war. Er habe eingesehen, dass der Rittmeister eine jüngere Kraft als Wachtmeister wünsche. Den Antrag auf Versetzung habe ihm übrigens seine Tochter gestellt, als er in Bad Teplitz war. Der Rittmeister habe ihn auch nach seiner Versetzung oftmals freundschaftlich angeredet und sich ganz besonders lobend über seinen Sohn ausgesprochen. Der Rittmeister habe Weihnachten 1900 zu ihm gesagt, ich bin mit ihrem Sohn sehr zufrieden, ich werde ihm auch deshalb einen längeren Urlaub geben. Sein Sohn habe auch niemals über den Rittmeister geklagt, sondern im Gegenteil oftmals gesagt, der Rittmeister ist wohl sehr streng, aber sehr gerecht. Als ich aus Teplitz kam, so fährt der Zeuge fort, habe ich meinen Sohn, der damals auf der Telegrafenschule in Berlin war, besucht. Mir war von dem Leutnant von Wohrenbruch der Vorschlag gemacht worden, meinem Sohn zuzureden, beim zweiten Gardeulanen Regiment in Berlin zu kapitulieren, denn es sei doch bedeutend angenehmer in Berlin als in Gumbinnen zu stehen. Mein Sohn sagte aber, das kann ich meinem Herrn Rittmeister, der mich zeitig zum Unteroffizier befördert und mich auf die Telegrafenschule geschickt hat, nicht antun. Verhandlungsführer Haben Sie den Rittmeister nicht noch kurz vor dem Morde gesprochen? Zeuge Jawohl, etwa zwei Stunden vor dem Morde rief mich der Rittmeister in den Stall, zeigte mir ein Pferd und fragte mich über mein Urteil. Der Rittmeister 98 vor der Front zum Geburtstag gratuliert. Verhandlungsführer Ist Ihnen erinnerlich, dass in Stallupönen zweimal in die Wohnung des Rittmeisters geschossen wurde? Zeuge Jawohl, einmal wurden auch dem Rittmeister die Wagenpolster zerschnitten. Ich war darüber sehr entrüstet und wollte in der vierten Schwadron Nachforschungen anstellen. Der Rittmeister sagte aber, unter den Leuten der vierten Schwadron brauchen sie nicht zu suchen. Meine Leute sind mir sämtlich treu ergeben. Ich will noch etwas anführen. Nach einem Zeitungsbericht soll Herr Oberst von Winterfeld gesagt haben, Rittmeister von Grosig habe die vierte Schwadron als verloddert bezeichnet. Ich kann mir das absolut nicht denken. Als der Rittmeister nach Stallupönen kam, holte ich ihn vom Bahnhof ab. Da sagte der Rittmeister zu mir, ich habe die vierte Schwadron schon sehr loben hören. Man ist überall von der vierten Schwadron des Lobes voll. Der Rittmeister hat mir später mehrfach gesagt, dass das Lob, das er über die vierte Schwadron gehört, vollständig berechtigt sei. Vorsitzender Oberstleutnant Herrhut von Roden Sie sind ja ein alter Wachtmeister. Ist es den Unteroffizieren gestattet, auch im Winter Pferde aus dem Stall zu nehmen und außer dem Dienst zu reiten? Zeuge Jawohl, das ist wenigstens häufig vorgekommen. Rittmeister von ausdrücklich, dass schwierige Pferde auch außerdienstlich von den Unteroffizieren geritten werden. Verhandlungsführer sind Ausdrücke wie Ich werde mein Pferd ordentlich spornieren, der Hund muss heute noch Farbe bekennen, üblich. Zeuge Herr Oberkriegsgerichtsrat, solche Ausdrücke oder auch Der Hund muss heute noch Öl lassen oder Blut lassen sind allgemein kavalleristische Ausdrücke. Kriminalkommissar von Beckmann, Berlin, der die polizeilichen Ermittlungen leitete, gab auf Befragen der Verteidiger zu, dass er zu Dominik gesagt habe, sie stehen schon mit einem Fuß im Grabe und ein anderes Mal, sie stehen da wie ein Ölgötze. Das seien polizeitechnische Ausdrücke. Im Laufe der Verhandlung meldeten sich auch einige Frauen als Zeuginnen, die über allerhand Vorkommnisse, die mit dem Mord keinen Zusammenhang hatten, Aussagen machten. Eines Tages eröffnete der Verhandlungsführer, Oberkriegsgerichtsrat Scheer, die Verhandlung mit der Mitteilung, er habe einen anonymen Brief aus Berlin erhalten. In diesem heißt es, die Richter können bei jedem Zeugen genau feststellen, ob er die Wahrheit sagt. Wenn die Richter in die linke Hand ein warmes Gefühl bekommen, dann sagt der Zeuge die Wahrheit. Bekommen aber die Richter in die linke Hand ein kaltes Gefühl, dann sagt der Zeuge die Unwahrheit. Allgemeine Heiterkeit Eines Abends bei Besichtigung der Reitbahn steckte sich Hickel einen dunkelbraunen Schnurrbart an. Baranowski und Skopek, die davon nichts wussten, bezeichneten diesen angesteckten Schnurrbart auch als schwarz. Beide Zeugen vermochten nicht genau anzugeben, ob die Männer mit den steifen Militärmützen, die vor dem Guckloch gestanden haben, Schirme an den Mützen hatten. Sie könnten auch nicht genau angeben, ob die Männer Militärmäntel trugen. Es wurde außerdem bekundet, dass oftmals Zivilpersonen an der Bandentür gestanden haben. Noch am Sonnabend vor dem Morde sollen Zivilpersonen die Eingangstür zur Reitbahn während der Reitübung geöffnet und dadurch den Unwillen des Rittmeisters hervorgerufen haben. Es sollen sich oftmals Zivilpersonen auf dem Kasernenhof aufgehalten haben. Schließlich meldete sich in der zweiten Oberkriegsgerichtsverhandlung die Frau des Provianzamtsmitarbeiters Eckert und bekundete, sie sei am 21. Januar 1901 nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr mit ihrem zehnjährigen Sohn bei der Dragoner Kaserne vorübergegangen. Plötzlich habe sie einen Schuss gehört. In dem selben Augenblick habe sie zwei Männer, sie glaube bestimmt es waren Zivilisten aus dem Kasernentor die Dragonerstraße entlang in die Lazarettstraße hineinlaufen sehen. Die Zeugin, die anfänglich behauptete, es sei an einem Sonnabend gewesen, bemerkte als dann auf wiederholtes Vorhalten des Verhandlungsführers mit eben solcher Bestimmtheit, es war an einem Mondtag. Sie habe zwei Leute aus dem Kasernentor laufen sehen, da es mondhell war. Es wurde jedoch festgestellt, dass an jenem Abend der Mond bedeckt war. Die Zeugin, die in Gumbinnen wohnte, vermochte nicht zu erklären, weshalb sie ihre wichtigen Wahrnehmungen so spät gemeldet habe. Sie habe nicht gewusst, dass Marten und Hickel wegen Verdacht des Mordes verhaftet seien und auch nicht, dass Marten zum Tode verurteilt worden sei. Im Laufe der Verhandlung erschien auch ein Metzgermeister als Zeuge. Im Herbst 1900 sei Rittmeister von Grosig mit seiner Gattin über den Magazinplatz geritten. Ein vorübergehender Offizier grüßte den Rittmeister. Kaum war das geschehen, da versetzte der Rittmeister seiner Gattin mit der Reitgärte zwei Schläge auf den Rücken. Ob dies willkürlich geschah, könne er nicht sagen. Der Offizier, der dies beobachtete, sagte halblaut, lange wird er die Frau nicht mehr schlagen. Er, Zeuge, wisse nicht, ob der Offizier ein Kavallerie- oder ein Infanterieoffizier war. Frau Rittmeister von Grosig, geborene von Saldern, bestritt als Zeugin das Vorkommnis auf dem Magazinplatz und bekundete auf Befragen des Verhandlungsführers, ihr Mann habe geklagt, dass die vierte Schwadron sehr verloddert sei. Ihr Mann sei im Dienst sehr streng gewesen, Wachtmeister Marten habe aber nicht den ersten Anforderungen der militärischen Disziplin entsprochen. Verhandlungsführer Inwiefern hat Wachtmeister Marten den Erfordernissen der militärischen Disziplin nicht entsprochen? Zeugin Er hat zum Beispiel, wenn mein Mann mit ihm sprach, nicht stramm gestanden. Mein Mann hat aber auf solche Dinge sehr genau gesehen. Die Zeugin bekundete im weiteren, ihr Mann hätte eine große Abneigung gegen die Familie Marten. Wenn ihr Mann später mit Marten Wein getrunken, ihn zum Geburtstag gratuliert und ihn wegen eines Remontepferdes um Rat gefragt habe, so sei das daraus zu erklären, dass Marten nicht mehr bei der vierten Schwadron war. Ihr Mann sei eben nicht nachtragend gewesen. Sie sei aber der Meinung, dass sowohl die anonymen Briefe als auch das Schießen und das Zerschneiden der Wagenpolster in Stahlupönen auf die Familie Marten zurückzuführen sei. Sie sei der Überzeugung, der Täter in Stahlupönen sei in der vierten Schwadron gewesen. Wachtmeister Marten habe allerdings äußerlich Nachforschungen angestellt, er hatte aber gar nicht die Absicht, den Täter zu ermitteln. Wenn er gewollt hätte, dann wäre es ihm gelungen, den Täter zu ermitteln. Wachtmeister Marten hatte das Bestreben, ihren Mann aus Stahlupönen fortzubekommen. Verhandlungsführer Haben Sie irgendeinen Verdacht, wer Ihren Herrn Gemahl erschossen haben mag? Zeugin Das kann ich nicht sagen. Ich bin aber der Meinung, es war jemand von der vierten Schwadron. Verhandlungsführer Halten Sie es für ausgeschlossen, dass es eine Zivilperson war? Zeugin Jawohl, das halte ich für ausgeschlossen. Ich bin der Meinung, es muss doch ein ganz verschlagener Mensch gewesen sein, der mit den Verhältnissen sehr genau Bescheid wusste. Eine Zivilperson hatte keine Veranlassung, meinen Mann zu erschießen. Ich glaube auch nicht, dass sich mein Mann einmal aus Furcht vor Zivilpersonen hat nach Hause begleiten lassen. Die Zeugin bekundete ferner auf Befragen, Mit Mit dem angeklagten Martin sei ihr Mann dienstlich zufrieden gewesen. Er habe ihr aber gesagt, der Mensch habe einen schlechten Charakter. Er komme ihm unheimlich vor. Er wollte ihn am liebsten möglichst weit los werden. Ihr Herr Gemahl hat doch aber den Martin frühzeitig zum Unteroffizier befördert und ihn nach Berlin auf die Telegraphenschule geschickt. Das hat mein Mann höchst wahrscheinlich getan, um den Menschen loszuwerden. Verteidiger Rechtsanwalt Burkhardt Ich bin dieser Aussage gegenüber ja machtlos. Ich erlaube mir aber die Frau Zeugin zu fragen, haben sie das, was sie über Martin bekundet haben, von ihrem Herrn Gemahl gehört oder ist das ihre Ansicht? Zeugin, das ist meine Ansicht. Verteidiger, ich muss bemerken, dass die Zeugin bei jeder Vernehmung mehr weiß. Ich beantrage daher, ihre früheren Aussagen zu verlesen. Vertreter der Anklage, ich schließe mich diesem Antrag an, da daraus hervorgehen wird, dass die Zeugin ganz konsequent in ihren Aussagen geblieben ist. Zeugin, wenn ich heute vielleicht etwas präziser war, dann ist das daraus zu erklären, dass ich in der ersten Zeit über den Verlust meines Mannes naturgemäß sehr aufgeregt und es mir beschloss, die früheren Aussagen zur Verlesung zu bringen. Als dann stellte der Verteidiger Rechtsanwalt Horn an die Zeugin die Frage, ob nicht auch schon in Stendal auf ihre Wohnung geschossen worden sei. Die Zeugin bestritt das mit voller Entschiedenheit. Verteidiger Sind nicht zugleich nach der Versetzung ihres Mannes nach Stallupönen anonyme Briefe gekommen, also zu einer Zeit, in der ihr Herr Gemahl in Stallupönen noch gar nicht bekannt war? Zeugin Es sind allerdings in der ersten Zeit nach Stallupönen einige anonyme Briefe aus Stendal an meinen Mann gekommen. Diese kamen höchst wahrscheinlich von sozialdemokratischer Seite, da die Sozialdemokraten meinen Mann hassten. Diese Briefe hörten aber im Juli 1897 auf. Die späteren anonymen Briefe begannen im April 1898, hatten also mit den ersten nicht den geringsten Zusammenhang. Diese zweite Serie anonymer Briefe war augenscheinlich geschrieben, um meinen Mann aus Stallupönen fortzubekommen. Verteidiger Rechtsanwalt Horn Woraus entnahmen Sie, mit dieser zweiten Serie anonymer Briefe bezweckt wurde, ihren Herrn Gemahl aus Stallupönen fortzubekommen. Zeugin, das entnahm mich aus dem Inhalt der Briefe. In diesem stand unter anderem, weshalb haben Sie den alten Wachtmeister Marten so schlecht behandelt? Ich rate Ihnen schleunigst aus Stallupönen fortzumachen. Und so weiter. Verteidiger Rechtsanwalt Horn Sind diese Briefe noch vorhanden? Zeugin Stücke kann ich noch geben. Verteidiger Dann beantrage ich diese Briefe, soweit sie noch vorhanden, zur Stelle zu schaffen. Verhandlungsführer Wie hat sich Ihr Mann über Hickel geäußert? Zeugin, mein Mann hatte sehr ungern gesehen, dass Hickel in die Familie Marten hinein heiratete. Im Übrigen sagte er, Hickel sei ein schlechter Quartiermeister, der ungemein nachlässig im Dienst sei. In Januar 1901 verzeichnet, Quartiermeister Sergeant Hickel ist weder am 19. noch am 20. wie befohlen zum Dienst gewesen. Er hat heute Abend 8 Uhr bei mir anzutreten. Der Verhandlungsführer ersuchte dies Buch, wenn möglich, dem Gerichtshof einzureichen. Wachtmeister A.D. Marten bemerkte darauf, er müsse es als unwahr bezeichnen, dass er die ersten Erfordernisse der militärischen Disziplin außer Acht gelassen habe. Er sei selbst sehr streng im Dienst gewesen und habe selbstverständlich auch seinen Vorgesetzten gegenüber die militärische Disziplin nie außer Acht gelassen. Er müsse es auch als vollständig unwahr bezeichnen, dass die vierte Schwadron verloddert war. Er behaupte, Herr Rittmeister von Großig sei entgegengesetzter Ansicht gewesen. Als ihm der Rittmeister zum Geburtstag gratulierte, sei er noch bei der vierten Schwadron gewesen. Vizewachtmeister Bunkus und Sergent Schidat bekundeten, Hickel sei, als der Mord bekannt wurde, bereits zehn Minuten im Stall gewesen. Eine Anzahl Dragoner bekundete dagegen, dass sie Hickel nicht im Stall gesehen haben. Weiter wurde bekundet, der Rittmeister habe mehrfach geäußert, Hickel ist ein guter Quartiermeister, aber ein schlechter Reiter. Der Rittmeister habe Hickel des schlechten Reitens wegen bisweilen mit heftigen Worten getadelt. Ende von Abschnitt 20 Abschnitt 21 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Abai im Juni 2015 Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 21 Die Ermordung des Rittmeisters von Krosig Teil 2 Am 12. Verhandlungstage fanden die Plädoyers statt. Der Vertreter der Anklage, Oberkriegsgerichtsrat Mayer, führte etwa folgendes aus. Meine Herren, das Oberkriegsgericht beschäftigt sich zum zweiten Male mit einer Strafsache, die weit über die Grenzen Deutschlands hinaus das größte Aufsehen erregt hat. Es handelt sich um nichts Geringeres als um die Straftat zweier Unteroffiziere, die sich angeblich verabredet haben, ihren eigenen Eskadronchef zu ermorden. Ich will sie nicht lange durch einleitende Worte aufhalten. Wir sind alle von der furchtbaren Bedeutung der Untat, die auch in hohem Maße nach der disziplinarischen Seite ihre Strahlen wirft, durchdrungen. Ich will sofort auf die Sache selbst eingehen und da drängt sich zunächst die Frage auf, wer ist der Täter. So viel ist allen Einsichtigen klar, die Tat muss von zwei Personen ausgeführt worden sein. Dafür sprechen alle Tatumstände und auch der Umstand, dass Skopax stets mit voller Bestimmtheit behauptete, er habe zwei Personen an der Bandentür stehen sehen. Wenn beim Zivil ein ähnlicher Mord geschieht, ich denke an den Sekatschen und an den Kronitzer Mord, dann stehen oftmals Polizei und Staatsanwaltschaft ratlos da. Beim Zivil ist es oft ungemein schwer, den Täter zu ermitteln. Anders ist es bei uns, beim Militär. Hier ist es bedeutend leichter, den Täter zu ermitteln, da der Kreis, in dem der Täter zu suchen ist, ein bedeutend engerer ist. Es ist ja versucht worden, den Verdacht auf einige Zivilpersonen zu lenken. Allein schon der Umstand, dass der Mord geschehen ist mit einem Karabiner, der noch mittags zwölf Uhr auf dem zweiten Korridor an seiner richtigen Stelle stand, spricht für die Unmöglichkeit, dass der Mord von einer Zivilperson geschehen ist. Es hat sich eine Frau Sablowski gemeldet, die einen Vorgang erzählt hat, der sich einige Tage vor dem Morde in ihrer Wohnung zugetragen hat. Es liegt jedoch nicht der geringste Anhalt vor, diesen Vorgang mit der Ermordung des Rittmeisters von Grosig in irgendwelche Verbindung zu bringen. Etwas mehr könnte ja die Aussage der Frau Eckert beweisen. Allein ich weise darauf hin, dass, als wir in der Dragonerstraße den Lokaltermin abhielten und die Frau wiederholt von dem Herrn Verhandlungsleiter gefragt wurde, ob sie genau wisse, was für ein Tag es war, an dem sie ihre Wahrnehmungen machte, die Frau konsequent mit großer Bestimmtheit sagte, es war an einem Sonnabend. Als die Frau nach einigen Tagen hier vernommen wurde, sagte sie mit derselben Bestimmtheit aus, es war montags. Es kommt hinzu, dass, obwohl an diesem Tage der Mond erst um 7.57 Uhr aufging, die Frau behauptete, sie habe zwei Zivilpersonen aus dem Kasernentor laufen sehen, denn es sei mondhell gewesen. Auf die Frage, weshalb sie sich erst jetzt gemeldet habe, sagte die Frau, sie habe nicht daran gedacht. Sie sagte ferner auf Befragen, sie habe nicht gewusst, dass Martin und Hickel des Mordes angeklagt seien, ja sie wusste selbst nicht, dass Martin vom Oberkriegsgericht zum Tode verurteilt war. Von einer Gumbinnerin ist das einfach nicht glaubhaft. Ich erinnere ferner daran, dass der Herr Verteidiger Burkhardt selbst den Antrag stellte, die Frau nicht zu vereidigen und das, als der Gerichtshof sich zur Beratung zurückziehen wollte, der eigene Ehemann der Zeugin vor den Gerichtshof trat und sagte, vereidigen Sie meine Frau nicht, denn sie scheint doch nicht in allen Dingen die Wahrheit zu sagen. Wenn der Gerichtshof trotzdem die Frau vereidigt hat, dann ist es geschehen, weil er der Ansicht war, dass die Frau, wenn auch nicht am Mordstage, die bekundeten Wahrnehmungen vielleicht doch gemacht hat. Also mit diesem Verdacht gegen Zivilpersonen, die den Mord begangen haben könnten, ist es nichts. Es kann daher nicht zweifelhaft sein, dass der Mord von Militärpersonen ausgeführt worden ist. Dass Angehörige des hiesigen Fusilierregiments oder des Feldartillerieregiments den Mord begangen haben können, dafür fehlt jeder Beweggrund. Aber auch dafür, dass Leute aus einer anderen Schwadron den Mord begangen haben können, fehlt jeder Anhalt und Beweggrund. Der Verdacht fällt auf die Unteroffiziere der vierten Schwadron. Andere hatten keinen Beweggrund, den Rittmeister aus dem Wege zu räumen. Nun ist aber von allen Unteroffizieren der Nachweis erbracht worden, wo sie zur Zeit des Mordes waren, sodass diese von der Täterschaft ausgeschlossen sind. Der Kreis wird also immer enger und bleibt mit großer Bestimmtheit auf den Angeklagten Marten und Hickelhaften. Ich will mich zuerst mit der Person des Marten beschäftigen. Fest steht, dass Marten mit Hickel um vier Uhr achtundzwanzig aus der elterlichen Wohnung gekommen ist. Der tödliche Schuss ist gegen vier Uhr achtunddreißig gefallen. Marten ist vorher auf seine Stube gegangen und hat sich unbegründeter Weise vom Reiten gedrückt. Er sagte, er wollte Drückeberger abfangen. Er ist auf dem Korridor von Bartholight und Weber gesehen worden, zwölf Schritt von der Stelle, wo der Karabiner stand, mit dem der tödliche Schuss erfolgte. Marten sagte, er sei von seiner Stube deshalb in die elterliche Wohnung zurückgegangen, um sich sein Telegrafenbuch zu holen, damit er nachsehen könnte, ob inzwischen Änderungen vorgekommen seien. Diese Erzählung ist unglaubhaft, denn er hat in der Zeit das Telegrafenbuch nicht nachgesehen und war auch gar nicht so eifrig, um Glauben machen zu können, er wollte nachsehen, ob inzwischen Änderungen vorgekommen seien. Ich erinnere ferner daran, dass Oberst von Winterfeld vom Kasernement der vierten Schwadron bis zur Bandentür Fußspuren im Schnee beobachtet hat. Ich erinnere an das missliche Verhältnis, das schon in Stalopönen zwischen dem Vater des Angeklagten, dem alten Wachtmeister Marten und dem Rittmeister bestand. Ich erinnere weiter an die Vorgänge in der Reitbahn vom 19. und 21. Januar, wobei Marten, der überhaupt bei der geringsten Kleinigkeit in Wut geriet, sogar mit den Augen rollte. Es ist behauptet worden, Marten rolle mit den Augen, weil er an Nervenzuckungen leide. Allein, wenn Herr Oberst von Winterfeld das Augenrollen derartig vorkam, dass er Marten verhaften lassen wollte, dann muss man annehmen, dieses Augenrollen war nicht die Folge von Nervenzuckungen. Es ist ja zunächst mit einem gewissen Recht der Verdacht auf Skopek gelenkt worden. Allein ich habe bereits hervorgehoben, dass Skopek aus der Schwadron ausgeschieden war, nur noch in der Schmiede arbeitete und nicht den mindesten Beweggrund hatte, den Rittmeister zu erschießen. Es wäre auch geradezu Wahnsinn gewesen, dass Skopek, wenn er den Rittmeister hätte erschießen wollen, zunächst in den Krümperstall gegangen wäre. Nachdem der Mord geschehen war, traf Marten auf dem Korridor den Dragoner Stumbris. Letzterer fragte ihn, ob er schon wisse, dass der Rittmeister erschossen sei. Marten fasste ihn am Arm und sagte, wie Stumbris mit voller Bestimmtheit bekundet, mit lächelnder Miene, Mensch, du bist wohl verrückt. Als Marten bald darauf in der Reitbahn den früheren Vizewachtmeister Schulz traf und dieser ihn fragte, ob er schon wisse, dass der Rittmeister erschossen sei, war Marten sehr aufgeregt und sagte, ist es denn wahr? Als Marten darauf in den Stall kam und wiederum gefragt wurde, ob er denn wisse, was geschehen sei, versetzte er, was ist denn eigentlich los? Als er nun bei seiner ersten Vernehmung von Herrn Kriegsgerichtsrat Lüdicke gefragt wurde, weshalb er denn so tat, ob er von nichts wüsste, antwortete er, ich wollte mich nicht als erster verdächtig machen. Ich erinnere weiter daran, dass Marten, der sonst niemals betrunken war, an jenem Nachmittage verschiedenen Zeugen angeheitert vorkam. Weiter ist die Flucht des Marten in Erwägung zu ziehen. Ich bin der Meinung, Marten ist nicht freiwillig zurückgekehrt. Er konnte in Uniform unmöglich über die Grenze kommen. Zivilkleider bekam er aber nicht. Ich behaupte, Marten kam nach Gumbinen zurück, um von seinen Eltern Zivilkleider zu erhalten und vielleicht in anderer Weise zu flüchten. Ich behaupte also, Marten hat, nachdem die Dragoner Bartholight und Weber vorüber waren, den Karabiner genommen, hat ihn unter seinen Mantel gesteckt, ist an die Bandentür gegangen und hat den Rittmeister erschossen. Es ist aber nicht möglich, dass er die Tat allein ausgeführt hat. Er musste notwendigerweise jemanden zur Deckung haben, denn er musste sich sagen, es kann jeden Augenblick jemand kommen, so dass er, sobald er schoss, ergriffen werden konnte. Ich behaupte, dieser zweite Mann, der die Deckung gab, war Hickel. Dafür spricht einmal der Umstand, dass Hickel der Schwager Martens und der Schwiegersohn des alten Wachtmeisters Marten war. Ich gebe zu, dass Marten und Hickel sich vielleicht nicht besonders gut gestanden haben, aber alle Umstände sprechen doch dafür, dass die Feindschaft keine große war. Wir haben zum Beispiel erfahren, dass, als beide von der Regimentskammer kamen, sie gemeinschaftlich in die älterliche Wohnung Kaffee trinken gingen. Dass zwei Leute an dem Morde beteiligt waren, dafür spricht die Wahrnehmung des Zeugens Kopeck, dass er zwei Leute mit steifen Mützen an der Bandentür stehen sah. Dass Hickel dieser zweite Mann war, dafür spricht der Umstand, dass der Dragoner Baranowski einen Unteroffizier mit schwarzem Schnurrbart gesehen hat. Es gab aber in der ganzen Schwadron nur drei Unteroffiziere mit schwarzen Schnurrbärten. Zwei waren zur Zeit des Mordes im Dienst, sie könnten daher unmöglich die Tat begangen haben. Hickel konnte aber über die Zeit seines Aufenthaltes keinen glaubwürdigen Nachweis führen. Er sagte, er sei in den Stall gegangen, um das Anzünden der Lampen zu besorgen. Abgesehen davon, dass Hickel sich seit seiner Verheiratung nicht mehr um das Anzünden der Lampen gekümmert hatte, so hat seine Behauptung, er habe, als er in den Stall kam, laut Matzik gerufen und sich darauf zehn Minuten mit Dominik unterhalten, keine Bestätigung gefunden. Es ist doch nicht anzunehmen, dass Hickel den Matzik mit leiser Stimme rief, damit dieser Petroleum auf die Lampen gieße. Es ist auch nicht anzunehmen, dass Hickel sich mit Dominik in leisem Tone unterhalten hat. Ich erinnere daran, dass Dominik anfänglich gesagt hat, Hickel sei ein bis drei Minuten im Stall gewesen. Erst später, als er einsah, worum es sich handele, sagte er, Hickel sei zehn bis zwanzig Minuten im Stall gewesen. Ich bin der Meinung, Hickel hat sich nach erfolgtem Schuss in den Stall geflüchtet und ist dort ein bis drei Minuten gewesen. Hickel konnte ebenso wenig wie Martin seinen Verbleib zur Zeit der Tat nachweisen. Es ist wohl klar, weshalb Martin am 21. Januar gesagt hat, der Hund muss heute noch Farbe bekennen. Es ist ferner zu berücksichtigen, dass, als die Schwadron auf dem Korridor und später in der Reitbahn angetreten war und mit lauter Stimme aufgefordert wurde, die Dienstfreien und die im Dienst gewesenen sollen sich gesondert aufstellen, Martin sich zu denen stellte, die im Dienst waren. Und als Oberleutnant von Hoffmann bei Martin Haussuchung hielt und zu ihm sagte, Martin, Sie kommen ja gar nicht in Betracht, Sie waren ja im Dienst, da sagte Martin, jawohl, Herr Oberleutnant. Oberleutnant von Hoffmann nahm daher an, dass Martin im Dienst war. Es besteht für mich kein Zweifel, dass Martin und Hickel gemeinschaftlich den Rittmeister erschossen haben. Meine Herren, wir sind noch unter der alten Bestimmung aufgewachsen, wonach ein Angeklagter nicht verurteilt werden konnte, wenn ihm nicht durch zwei klassische Zeugen die Tat bewiesen wurde. Nach der neuen Bestimmung kann der Richter aufgrund der freien Beweiswürdigung urteilen. Wenn Sie also aufgrund der Beweisaufnahme zu der Überzeugung gelangt sind, die Angeklagten haben die Tat begangen, dann sind Sie verpflichtet, die Angeklagten zu verurteilen. Ich komme nun auf die rechtliche Seite der Frage und muss wiederholen, was ich in der vorigen Verhandlung vor dem Oberkriegsgericht gesagt habe. Angesichts des Gesetzes in dubio pro reo muss man die niedere Straftat wählen. Ich bin das vorige Mal von der Presse vollständig missverstanden worden. Es ist mir vorgeworfen worden, dass ich über die Schuld der Angeklagten meine Zweifel hatte. Da ich aber eine Sühne des Verbrechens auf alle Fälle herbeiführen wollte, hätte ich den Antrag wegen Totschlages gestellt. Ich erkläre, dass ich weder damals noch jetzt den geringsten Zweifel an der Schuld der Angeklagten habe. Ich habe trotz eifrigsten Nachdenkens meine Ansicht nicht um ein Atom geändert und bin auch heute noch der Überzeugung, dass hier nicht Mord, sondern Totschlag vorliegt. Ich bin der Überzeugung, Martin hat den Entschluss gefasst, den Rittmeister zu töten, als er den Stundries traf. In diesem Augenblicke geriet er wieder in Wut, da ihn der Rittmeister am Sonnabend in der Reitbahn arg beleidigt hatte. Der Vertreter der Anklage berief sich auf List, Berner und andere Rechtslehrer, die auch der Ansicht seien, dass, wenn jemand plötzlich in der Wut den Entschluss fasst, einen Menschen zu töten, sich eine Waffe holt und die Tötung begeht, nur Totschlag vorliegt. Dieselbe Ansicht ist auch in einem Artikel der ärztlichen Rundschau zum Ausdruck gebracht worden. Auch der Totschläger kann sich seine Tat kurze Zeit überlegen. Und, meine Herren, solange sie nur den geringsten Zweifel haben, dass Martin nicht mit voller Überlegung gehandelt hat, dann ist es ihre Pflicht, nicht auf Mord, sondern auf Totschlag zu erkennen. Ich bin nicht der Meinung, dass Hickel und Martin den Mord vor langer Zeit verabredet haben. Hickel hat sich meiner Meinung nach dadurch, dass er Wachestand bzw. Martin deckte, der Beihilfe schuldig gemacht. Das Gesetz gestattet bei Totschlag mildernde Umstände. Allein angesichts der Ungeheuerlichkeit der Tat kann von mildernden Umständen keine Rede sein. Auch die Trunkenheit des Martin kann nicht mildernd in Betracht kommen. Die Angeklagten sind außerdem wegen Morderei zu bestrafen. In idealer Konkurrenz mit § 212 des Bürgerlichen Strafgesetzbuches steht § 97 des Militärstrafgesetzbuchs, der Zuchthausstrafe bis zu 15 Jahren androht, wenn ein Soldat einen Vorgesetzten vorsätzlich mit der Waffe verletzt, sodass der Tod eintritt. Schon im Interesse der Disziplin ist eine schwere Strafe geboten. Ich beantrage gegen Martin, der bereits mit einem Jahr Gefängnis wegen Fahnenflucht bestraft ist, eine Zusatzstrafe von 12 Jahren, 6 Monaten Zuchthaus. Außerdem Ausstoßung aus dem Heere, Degradation, Versetzung in die zweite Soldatenklasse und drei Jahre Ehrverlust. Der Umstand, dass Martin bereits zur Degradation verurteilt worden ist, kann hier nicht in Betracht kommen. Das Gesetz schreibt eben bei diesem Verbrechen die Degradation vor. Ich beantrage den Angeklagten Hickel zu verurteilen wegen Beihilfe zum Totschlag zu fünf Jahren Zuchthaus, Ausstoßung aus dem Heere, Degradation, Versetzung in die zweite Klasse des Soldatenstandes und drei Jahren Ehrverlust. Verteidiger Rechtsanwalt Burkhardt Insterburg führte aus. Meine Herren, ich stimme dem Herrn Vertreter der Anklage bei, dass dieser Prozess weit über die Grenzen Deutschlands das größte Aufsehen erregt hat. Viel wichtiger als dieses Interesse ist aber das Interesse, das der hohe Gerichtshof der Sache zuwendet. Ich erinnere daran, welche furchtbare Aufregung die Ermordung des Rittmeisters überall, ganz besonders aber in der vierten Schwadron hervorgerufen hat. Die Schwadron musste sofort mehrere Tage lang antreten und es wurde gesagt, die Tat ist ein Schandfleck für die vierte Schwadron. Jeder Einzelne hat die Pflicht nach Kräften dazu beizutragen, dass der Täter so bald als möglich ermittelt wird. Es ist daher kein Wunder, wenn allerlei Vermutungen auftauchten und alle möglichen Gespräche geführt wurden. Jeder wollte etwas wissen, etwas gesehen oder gehört haben. Da trat Skopek mit seiner Wahrnehmung hervor, die von Baranowski in gewissem Sinne unterstützt wurde. Die Glaubwürdigkeit dieses Zeugen ist bereits mehrfach Gegenstand der Kritik gewesen. Das Kriegsgericht der zweiten Division hat diesen Mann einstimmig für unglaubwürdig erachtet und ihn deshalb nicht verteidigt. Aber auch in der diesmaligen Verhandlung muss es jedem klar geworden sein, dass auf das Zeugnis dieses Menschen nicht ein Urteil über Leben und Tod herbeigeführt werden kann. Die diesmalige Verhandlung hat aber auch ergeben, dass die angeblichen Wahrnehmungen des Baranowski sehr zweifelhafter Natur sind. Wir haben von Herrn Rittmeister Evers gehört, dass Baranowski ihm etwas anderes gesagt hat, als Herrn Gerichtsrat Lüdicke, sodass Herr Rittmeister Evers bei der Vernehmung eingreifen musste. Ich erinnere ferner daran, dass Baranowski, der mit vollster Bestimmtheit behauptete, er habe einen Mann mit schwarzem Schnurrbart gesehen, den dunkelbraunen Schnurrbart, den sich Hickel in der vergangenen Woche bei der Lokalbesichtigung angesteckt hatte, für einen Schwarzen gehalten hat. Es ist sehr bedauerlich, dass über die ersten Vernehmungen kein Protokoll geführt wurde. Deshalb ist es nicht festzustellen, was von allen Zeugen damals gesagt worden ist. Ein Mangel in der Gesetzgebung ist es auch, dass der Kriegsgerichtsrat, der die erste Untersuchung vorzunehmen hat, die Anklage erhebt und sie in erster Instanz vertritt. Ich will nicht den leisesten Vorwurf gegen jemand erheben. Ich bin aber der Meinung, auch ein Kriegsgerichtsrat ist nur ein Mensch und auch ein solcher ist schwer von seiner einmal gefassten Meinung abzubringen. Vom Richter, der den Angeklagten zu vernehmen hat, verlangt das Gesetz alle möglichen Kautelen. Er muss zwei Examiner gemacht haben und auch in praktischer Hinsicht Befähigung zum Richteramt haben. Er darf niemanden ohne Beisein des Protokollführers vernehmen. Anders ist es bei einem Polizeibeamten. Dieser vernimmt die Leute nach eigenem Ermessen. Für ihn gibt es keine Vorschriften. Er hat nicht notwendig, einen Protokollführer herbeizuziehen oder überhaupt ein Protokoll aufzunehmen. Daher erklären sich die Widersprüche der Zeugen, die von Kriminalkommissar von Beckmann vernommen wurden. Der Herr Vertreter der Anklage hat sich seine Aufgabe etwas leicht gemacht. Er zog den Kreis wie in Goethes Faust um die beiden Angeklagten und sagte, Zivilpersonen können es nicht gewesen sein, folglich bleibt der Verdacht auf der vierten Schwadron sitzen und von dieser können nur Marten und Hickel in Betracht kommen. Allein es ist doch nicht außer Acht zu lassen, dass der Rittmeister unter der Zivilbevölkerung viele Feinde hatte. Ich erinnere nur an die Vorgänge in Stahlupönen. Als Wachtmeister Marten und Wachtmeister Philipp den Rittmeister fragten, ob sie in der vierten Schwadron suchen sollten, sagte der Rittmeister, in der vierten Schwadron brauchen sie nicht zu suchen. Meine Leute sind mir sämtlich treu ergeben. Ich vermute, dass es Zivilpersonen waren. Und, meine Herren, wenn der Herr Rittmeister noch lebte, wäre es als dann ausgeschlossen, dass er hier eintrete und sagte, nein, meine Herren, Angehörige meiner Schwadron sind die Täter nicht gewesen. Nun sagte Herr Vertreter der Anklage, Zivilpersonen können es nicht gewesen sein, denn Skopek hat zwei Leute mit steifen Militärmützen an der Bandentür stehen sehen. Es ist aber doch auch nicht unmöglich, dass sich Zivilpersonen steife Militärmützen aufgesetzt haben. Dass ein so junger Mensch wie Marten sich zu einem solch furchtbaren Verbrechen entschlossen haben kann, weil mehrere Jahre vorher der Rittmeister mit seinem Vater Differenzen gehabt hat, ist doch nicht anzunehmen. Es darf auch nicht außer Acht gelassen werden, dass Rittmeister von Grosig den Marten sehr frühzeitig zum Unteroffizier befördert, ihn nach Berlin auf die Telegrafenschule geschickt und, obwohl er der jüngste Unteroffizier war, ihm eine Rekrutenabteilung zur Ausbildung übergeben hat. Das spricht doch wahrlich dafür, dass der Rittmeister Marten sehr zugetan war und dass er mit ihm auch dienstlich sehr zufrieden war. Er hat dies auch mehrfach dem alten Wachtmeister Marten gegenüber zum Ausdruck gebracht. Rittmeister von Grosig, der mit Leib und Seele Soldat war, machte jedenfalls keinen Unterschied zwischen dem Soldaten und dem Menschen Marten, zumal er mit Marten außer Dienst nichts zu tun hatte. Aber auch Marten hat mehrfach bewiesen, dass er sich dem Rittmeister zu Danke verpflichtet fühlte. Ich erinnere an seine Äußerung in Berlin, als er aufgefordert wurde, bei den Gardeulanen zu kapitulieren. Der Vorgang in der Reitbahn vom 19. Januar ist, wie wir gehört haben, keineswegs ein außergewöhnlicher. An dem Vorgang vom 21. hatte der Rittmeister keine Schuld. Wir haben gehört, dass Oberst von Winterfeld Marten den Befehl gab, vom Pferde zu steigen und einem anderen Unteroffizier befahl, das Pferd vorzureiten. Dass Marten die Äußerung, der Hund muss heute noch Farbe bekennen, nur auf sein Pferd bezogen hat, ist doch hinreichend erwiesen. Aber auch die Begegnung Martens mit Bartuleit und Weber auf dem Korridor kann ihn nicht in Verdacht bringen. Einmal wäre es Marten ein leichtes gewesen, sich zu verbergen, sodass er nicht gesehen werden konnte, andererseits ist noch gar nicht bewiesen, dass, als Marten dort getroffen wurde, der betreffende Karabiner noch auf dem Korridor gestanden hat. Wann der Karabiner von seinem Standort verschwunden ist, konnte nicht festgestellt werden. Im Übrigen hätte Marten auch mit Leichtigkeit einen Karabiner auf viel bequemere Art erlangen können. Es standen ja Karabiner in der Kaserne in Hülle und Fülle. Nun wird gesagt, Marten habe sich verdächtig gemacht, weil er, obwohl er von dem Morde bereits Kenntnis hatte, mehrmals fragte, ob es denn wirklich wahr wäre. Und weil er zu Stumbris mit lächelnder Miene sagte, als dieser ihm die Nachricht brachte, Mensch, du bist wohl verrückt. Stumbris, der einen sehr glaubhaften Eindruck macht, hat aber bekundet, dass das Lächeln des Marten nur der Ausdruck des Unglaubens dieser ungeheuerlichen Nachricht war. Wenn Marten zu dem Vizewachtmeister Schulz, als dieser ihm die Nachricht erzählte, gesagt hat, ist es denn wahr, so hat er damit doch nicht ausgedrückt, dass er es noch nicht wusste, sondern nur, dass er noch immer nicht daran glauben wollte. Ein ähnliches Verhalten hat Marten Bunkus gegenüber beobachtet. Man macht Marten Vorwürfe, dass er, als er von der Ermordung des Rittmeisters gehört hat, nicht sofort in die Reitbahn gelaufen ist. Der Zürge Bouillon hat nun bekundet, dass er zunächst in die Kantine und dann erst in die Reitbahn gelaufen ist. Auch Stumbris rief zunächst einen Befehl aus und lief dann erst in die Reitbahn. Ich habe die Überzeugung, das Material, das gegen Marten und Hickel hier zusammengetragen worden ist, hätte in noch viel größerem Maße gegen Bunkus und Schidat zusammengetragen werden können. Ich erinnere Sie, meine Herren Richter, an die verschiedenen Prozesse, in denen der Angeklagte verurteilt wurde, während er sich später herausstellte, dass die Richter sich geirrt hatten und ein anderer der Schuldige war. Ich bin der Meinung, wo so viele Zweifel vorhanden sind wie hier, wo so viele Spuren nach keiner anderen Richtung führen, können Sie unmöglich einen bisher unbestraften, anständigen Menschen aufgrund dieses Beweismaterials zum Tode verurteilen. Wenn Sie den Angeklagten frei sprechen, dann sprechen Sie noch keineswegs aus, dass verschiedene Zeugen hier meineide geschworen haben. Es kann alles, was die Zeugen hier gesagt haben, richtig sein und dennoch kann der Täter ein anderer sein. Solange Sie den geringsten Zweifel in dieser Beziehung haben, dürfen Sie die Angeklagten nicht verurteilen. Ich bitte Sie dringend, meine Herren Richter, sprechen Sie die Angeklagten frei. Verhandlungsführer Marten, haben Sie noch etwas auszuführen? Sie haben das letzte Wort. Marten trat vor und sprach mit lauter und fester, aber weinender Stimme. Ich bedauere, dass der Herr Vertreter der Anklage beantragt hat, mich und meinen Schwager zu verurteilen, obwohl ich gänzlich unschuldig bin. Ich bekenne vor Gott und der ganzen deutschen Nation, dass mein Gewissen rein ist. Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass ich vollständig unschuldig bin. Ich wiederhole diesen Schwur, so wahr ein Gott im Himmel lebt. Von dem Herrn Untersuchungsrichter ist mir gesagt worden, ich solle ein offenes Geständnis ablegen, damit ich wenigstens der Gnade seiner Majestät des Kaisers empfohlen werden könnte. Hoher Gerichtshof, wie kann ich denn ein Geständnis ablegen, wenn ich nichts verbrochen habe? Gott ist mein Zeuge, dass ich den Herrn Rittmeister nicht erschossen habe. Ich würde mich schämen, die Gnade meines Kaisers Wilhelm anzurufen, wenn mein Gewissen nicht rein wäre. Ich bin ebenso wie mein Vater mit Leib und Seele Soldat. Ich habe mich stets anständig geführt und bin niemals auf die Gedanken gekommen, meinen Namen durch eine schlechte Handlung zu beflecken. Ich habe die Überzeugung, der Hohe Gerichtshof wird einen Unschuldigen nicht verurteilen. Verteidiger Rechtsanwalt Horn für Hickel Meine Herren Richter, ich kann sehr kurz sein, da ich aufgrund des hier vorgebrachten Beweismaterials eine Verurteilung für unmöglich halte. Die Zeitangaben, aufgrund deren gegen Hickel das Beweismaterial zusammengetragen worden ist, sind von sämtlichen Zeugen nur schätzungsweise angegeben worden. Wie leicht durch solche Zeitangaben Irrtümer entstehen können, ist allgemein bekannt. Im Übrigen haben Bunkus und Schidat mit vollster Bestimmtheit behauptet, dass Hickel zehn Minuten, ehe gefreiter Bandila die Nachricht von dem Morde in den Stall brachte, bei ihnen war. Damit ist wohl unwiderleglich der Beweis dafür erbracht, dass Hickel nicht an der Bandentür gestanden haben kann. Mein Herr Mitverteidiger hat bereits auf die unsichere Aussage des Baranowski hingewiesen. Ich betone nochmals, dass die Behauptung Baranowskis, der Mann an der Bandentür habe einen schwarzen Schnurrbart gehabt, durch das Experiment mit Hickel vollständig widerlegt ist. Es darf nun auch nicht mehr außer Acht gelassen werden, dass schon am Sonnabend vor dem Morde die Bandentür mehrfach von Unbefugten geöffnet worden war und dass es dem Rittmeister, der darüber sehr aufgeregt war, nicht gelang, die Leute festzustellen. Für Hickel lag doch aber auch nicht der geringste Beweggrund zu einer solch furchtbaren Tat vor. Da der Beweis gegen Marten auf keinerlei Weise geführt ist, so kann doch der Umstand, dass Hickel der Schwager Martens ist, nicht als Beweggrund gelten. Der Umstand, dass Hickel ein paar Mal vom Rittmeister getadelt worden ist, weil er ihn beim Reiten nicht angesehen habe, kann doch auch nicht als Beweggrund angeführt werden. Es ist absolut nicht anzunehmen, dass Hickel, der seit einigen Monaten in glücklichster Ehe lebte, dessen Frau sich im hochschwangeren Zustande befand, ein Mann, der zehn Jahre gedient und bereits Anspruch auf den Zivilversorgungsschein besaß, sich seinem Schwager zuliebe zu einer so furchtbaren Tat entschlossen haben soll. Angesichts des Umstandes, dass es durchaus nicht zu verkennen ist, dass Spuren von den Tätern nach einer ganz anderen Seite hinlaufen, erwarte ich mit voller Zuversicht, dass der hohe Gerichtshof den Hickel freisprechen wird. Verhandlungsführer Hickel, Sie haben das letzte Wort. Hickel, ich kann nur noch einmal versichern, dass ich vollständig unschuldig bin und mit Sicherheit meine Freisprechung erwarte. Verteidiger Rechtsanwalt Burchardt bemerkte, es sei nicht angängig, Hickel freizusprechen und Marten zu verurteilen. Wenn der Gerichtshof Hickel für schuldlos halte, dann müsse auch Marten freigesprochen werden, denn es sei als dann nicht der leiseste Beweis erbracht, wer Marten Hilfe geleistet haben soll. Der Gerichtshof beriet nur etwa eineinviertel Stunden. Der Verhandlungsführer, Oberkriegsgerichtsrat Scheer, verkündete folgendes Urteil. Der Gerichtshof hat die Berufung, die von dem Gerichtsherrn gegen das freisprechende Urteil des Kriegsgerichts der zweiten Division eingelegt worden ist, verworfen. Danach sind beide Angeklagte freigesprochen. Das Gericht ist der Ansicht, dass gegen die Angeklagten ein starker Verdacht vorliegt. Ganz besonders ist der Gerichtshof der Ansicht, dass das Beweismaterial gegen Marten ein erhebliches ist. So ist ganz besonders die Art, wie Marten von Bartoleit und Weber auf dem Korridor in der Nähe des Karabiners, aus dem der tödliche Schuss fiel, angetroffen wurde, sowie der Umstand, dass er seinen Verbleib zur Zeit des Mordes nicht nachweisen konnte, als belastend anzusehen. Hickel hat sich dadurch verdächtig gemacht, dass er kurze Zeit vor dem Morde mit Marten zusammen gewesen ist und dass ihn die Dragona, die sehr ausführlich vernommen worden sind, nicht im Stalle gesehen haben. Andererseits ist aber doch nachgewiesen, dass Hickel im Stalle war. Nur über die Dauer seines Aufenthalts besteht Zweifel. Sind aber die Angaben der Zeugen Bunkus und Schidat wahr, dann kann Hickel nicht der Mann gewesen sein, der von Waranowski an der Bandentür gesehen wurde. Der Gerichtshof hat aber auch in Erwägung gezogen, dass der Groll, den die Familie Martens gegen den Rittmeister von Grosig haben konnte, bis in das Jahr 1898 zurückdatiert und dass, wenn deshalb Marten und Hickel etwas gegen den Rittmeister hätten unternehmen wollen, sie das viel früher getan haben würden. Es ist andern Teils erwogen worden, dass der Rittmeister mit Marten dienstlich sehr zufrieden war, dass er ihn zeitig zum Unteroffizier beförderte, ihn nach Berlin auf die Telegrafenschule schickte und ihm, obwohl er der jüngste Unteroffizier war, eine Rekrutenabteilung zur Ausbildung gab, mit der der Rittmeister so zufrieden war, dass er ihm den längsten Urlaub bewilligte. Auch Hickel war bei dem Rittmeister als tüchtiger Quartiermeister beliebt. Der Gerichtshof hat daher die Verdachtsgründe, die gegen die Angeklagten vorliegen, nicht für hinreichend erachtet, um zu einer Verurteilung zu kommen. Es ist deshalb wie geschehen erkannt worden. Abschnitt 22 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 22 Das spiritistische Medium Anna Rote Teil 1 Wir befinden uns in einem Zeitalter, in dem die Naturwissenschaften ungeheure Fortschritte gemacht haben. Wenn man das Volksleben aber näher betrachtet, dann kommt man zu der Erkenntnis, dass wir noch immer stark im Mittelalter stecken. Der Aberglaube ist noch in einem Maße in weiten Volkskreisen verbreitet, wie man es nicht für möglich halten sollte. In der deutschen Reichshauptstadt, in der Metropole der Intelligenz, herrscht selbst in gebildeten Kreisen ein Aberglaube, der lebhaft an das Mittelalter erinnert. In fast allen größeren Gerichtsverhandlungen spielen kluge Frauen, die aus dem Eiweiß, dem Kaffeegrund, aus Spielkarten, Bilderkarten, Spiritusflammen und aus den Handlinien, die Zukunft enthüllen, eine Rolle. Es gibt in Berlin eine Anzahl Kartenlegerinnen, die eine so große Kundschaft selbst aus den besten Gesellschaftskreisen haben, dass, wenn man überhaupt empfangen werden will, man sich am Tage vorher telefonisch oder schriftlich anmelden muss. In den elegantesten Äquipagen und Automobilen kommen die feinsten Damen, zum Teil auch Herren, bei diesen Sibillen vorbeigefahren, um sich gegen Bezahlung die Zukunft enthüllen zu lassen. Und nicht minder ist der Spiritismus verbreitet. Vor etwa zwanzig Jahren machte sich im Dorfe Resau bei Werder, Kreis Potsdam, ein siebzehnjähriger Bauernbursche, den Scherz in der Abenddämmerung mit Kartoffeln, Bratpfannen, Tellern, Gläsern und so weiter zu werfen. Da der junge Mann diesen Scherz allabendlich wiederholte und die Wurfgeschosse in einer Weise geflogen kamen, daß eine Erklärung der Ursache nicht zu erkennen war, bemächtigte sich der Dorfbewohner ein furchtbarer Schrecken. Es stand bei ihnen fest, daß es Spukgeister waren, die allabendliche Wesen trieben. Am dritten Abend wurde die allgemeine Angst so groß, daß man beschloss, den Herrn Pfarrer zu ersuchen, sich in das Spukhaus zu bemühen. Der Pfarrer erschien mit einem Gebetbuch. Der erwähnte Bauernbursche, Karl Wolter war sein Name, ließ sich aber durch die Anwesenheit des Pfarrers nicht beirren. Er gefiel sich anscheinend in der Rolle, die Dorfbewohner und noch mehr die Dorfbewohnerinnen durch seine Fertigkeit im Bratpfannen und Kartoffelwerfen in Angst zu versetzen. Als der Pfarrer im Spukhause erschien, da schliefen anscheinend die Spukgeister noch. Sehr bald begannen sie aber zu arbeiten. Teller, Gläser, Kartoffeln kamen geflogen. Es blieb rätselhaft, woher alle diese Gegenstände kamen. Da plötzlich sauste eine Bratpfanne durch die Lüfte und traf den Herrn Pfarrer in ziemlich heftiger Weise in den Rücken. Der Pfarrer wurde selbst ein wenig ängstlich. Liebe Gemeinde, sagte der Geistliche, solchen Mächten gegenüber bleibt uns nichts weiter übrig als zu beten. Da der Herr Pfarrer gegen den Spuk nichts auszurichten vermochte, so wandten sich die geängstigten Dorfbewohner an die Polizei, denn es hatte ganz den Anschein, als sei der Teufel in leibhaftiger Gestalt im Dorfe erschienen und treibe in den Abendstunden die schlimmsten Alotria. Da faßte die Gendarmerie im Spukhause Postow. Dieser realen Macht gelang es sehr bald festzustellen, daß der fingerfertige Bauernjunge Karl Wolter die Wurfgeschosse entsende. Die Gendarmen nahmen den jungen Mann fest und der Spuk hatte ein Ende. Karl Wolter hatte sich im Jahre 1889 vor dem Schöffengericht in Werder wegen groben Unfugs zu verantworten. Er wurde von dem jetzigen Berliner Justizrat Dr. Biber, der damals noch Referendar war, verteidigt und wegen groben Unfugs und vorsätzlicher Sachbeschädigung zu einigen Wochen Gefängnis verurteilt. Im März 1889 kam die Angelegenheit infolge eingelegter Berufung vor der Potsdamer Strafkammer zur nochmaligen Verhandlung. Als die Großmama des schalkhaften Bauernburschen, in deren Haus der Spuk vor sich gegangen war, in Potsdam vor den Zeugentisch trat, begann eine auf diesem liegende Bratpfanne, jedenfalls infolge einer Rüttelung des Tisches, sich zu bewegen. »Etschbeugt, ettschbeugt!« rief die alte Frau unter allgemeiner Heiterkeit im Gerichtssaal. Der Vorsitzende hatte alle Mühe, die alte Frau zu beruhigen. Die Strafkammer verwarf die Berufung und auch das Kammergericht die deshalb eingelegte Revision. Nach Beendigung dieser Prozedur wurde Karl Wolter von dem königlichen Hofzauberkünstler Rösner engagiert. Rösner trat mit dem schalkhaften Bauernburschen im Berliner Wintergarten auf. Das Engagement Wolters bei Rösner war aber nur von kurzer Dauer. Wie man hörte, eignete sich Karl Wolter doch nicht zum Künstler. Einige Jahre später wurde vom Schöffengericht des Amtgerichts Berlin I Frau Veleska Töpfer, eines der berühmtesten Medien, wegen Betrugs zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die fünfte Strafberufungskammer des Landgerichts Berlin I setzte die Strafe auf sechs Monate herab. Justizrat Vronka, der die Frau verteidigte, bemerkte, »Wenn ich bei einem Taschenspieler drei Mark und Dreh zahle, und dieser, obwohl er laut öffentlicher Ankündigung es versprochen, nichts Übernatürliches vorführt, so kann ich mich doch unmöglich im Sinne des Paragrafen 263 des Strafgesetzbuches betrogen fühlen.« Im Jahre hatte sich eine Anzahl sehr angesehener Bürger von Düsseldorf unter diesen mehrere hohe Offiziere a.d. zu spiritistischen Sitzungen zusammengefunden. Es wurde proklamiert, dass sie unter Ehrenwort sitzen, das heißt, sämtliche Anwesende hatten sich auf Ehrenwort verpflichtet, keinerlei Humbug zu treiben und nichts zu unternehmen, was als ein Vorgreifen der zu zitierenden Geister bezeichnet werden könnte. In dieser Gesellschaft war auch ein junger Referendar, der jetzige Schriftsteller Dr. Hans-Heinz Evers, eingeführt. Dieser praktizierte eines Abends seinem Nachbar die Blüte eines Tausendmarkscheins in die linke Rocktasche. Dies Manöver wurde entdeckt und der junge Referendar mit Beleidigungen überhäuft. Dr. Evers forderte die Herren zum Zweikampf. Die Forderungen wurden sämtlich mit dem Bemerken abgelehnt, Dr. Evers sei nicht satisfaktionsfähig, da er sein Ehrenwort gebrochen habe. Das Militär-Ehrengericht entschied jedoch, dass der Zweikampf stattfinden müsse. Die Mitglieder des Militärischen Ehrengerichts wurden aus Anlaß ihrer Entscheidung beleidigt. Es kam in Folge dessen Ende Oktober 1896 vor der Strafkammer in Düsseldorf zu einem ausgedehnten Strafprozeß wegen Beleidigung und Herausforderung zum Zweikampf. Im Jahre 1901 wurde die Schöneberger und Berliner Polizei benachrichtigt. Bei einer Frau Anna Rote in Schöneberg werden spiritistische Sitzungen abgehalten, bei denen ein Eintrittsgeld von zwei und drei Mark erhoben werde. Es würden in den Sitzungen Geister erscheinen, Tische rücken, Blumen abhorte und andere Dere, derartige Dinge in Szene gesetzt. Der Schöneberger Kriminalkommissar Leonhard und der Berliner Kriminalkommissar von Kracht verschafften sich mit der Polizeiagentin Fräulein Binzwanger Zutritt zu den Sitzungen. Eines Abends im Dezember 1901 gelang es den Kriminalkommissaren, das Medium zu entlarven und zur Haft zu bringen. Frau Rote hatte sich im März 1903 vor der ersten Strafkammer des Landgerichts Berlin II wegen Betruges zu verantworten. Den Vorsitz des Gerichtshofes führte geheimer Justizrat, Landgerichtsdirektor Garz. Die öffentliche Anklage vertrat Staatsanwalt Friedheim. Die Verteidigung führten Rechtsanwalt Dr. Schwind und Rechtsanwalt Dr. Willi Thiele. Die Verhandlung, die eine volle Woche die ganze Kulturwelt in Spannung hielt, lieferte den Beweis, dass die Zahl der gläubigen Spiritisten eine sehr große ist und dass selbst Männer der Wissenschaft, die hohe Staatsstellungen bekleiden, zu ihnen gehören. Interessant war es zu beobachten, mit welcher Überlegenheit, ja mit welcher mitleidigen Verachtung die als Zeugen erschienenen Spiritisten auf die Ungläubigen, das heißt auf diejenigen Erdenbürger, die an die spiritistischen Wunderdinge nicht glauben, herabschauten. Die Anklage war wegen 61 vollendeter und neun versuchter Betrugsfälle erhoben. Die angeklagte Frau Anna Rote, geborene Johl, war 1850 in Altenburg geboren. Ihr Gatte war Kesselschmied. Sie war von ziemlich großer, schlanker Figur. Ihre großen Augen hatten ein unheimliches Feuer. Ihre schmalen Lippen waren zusammengekniffen, ihre Finger bewegten sich in nervöser Unruhe auf der Einfriedung des Anklageraumes. Im Übrigen bot diese Frau ein Bild der Armseligkeit. Außer den unheimlich stechenden, außergewöhnlich großen Augen war nichts Interessantes an ihr zu beobachten. Sie bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden, vor etwa zwölf Jahren sei der Bräutigam ihrer Tochter gestorben. Nachdem dieser schon lange beerdigt war, habe sie ihn in der gewohnten Weise in ihrer Wohnung auf dem Sofa sitzen sehen. Sie konnte sich auch mit ihm unterhalten. Schon als Mädchen von zehn Jahren sah sie Personen, die andere nicht sehen konnten. Als sie das Aussehen dieser Personen schilderte, wurde ihr gesagt, auf welche bereits verstorbenen Personen die Schilderung passte. Sie sei infolgedessen von den Spiritisten als vorzügliches Medium erkannt worden. Sie habe auf Aufforderung spiritistische Sitzungen abgehalten, diese aber niemals geschäftsmäßig betrieben. Seit etwa vier Jahren war ihr Impressario ein ehemaliger Volksschullehrer namens Jentsch. Mit diesem sei sie auf ausdrückliche Einladung in Paris, Zürich, Brüssel und vielen Orten Deutschlands gewesen und habe überall spiritistische Sitzungen abgehalten. Jentsch habe die große Korrespondenz erledigt und die Sitzungen vorbereitet. Sie habe viele Jahre in Chemnitz gewohnt. Vor einigen Jahren sei sie von Chemnitz nach Schöneberg bei Berlin übergesiedelt. Vorsitzender Wie kamen Sie darauf, Ihre Sitzungen mit Gebet zu eröffnen? Angeklagte Das ganze Leben ist ja für mich ein Gebet. Vorsitzender Woher hatten Sie die Gebete? Waren es freie Eingebungen oder hatten Sie sie auswendig gelernt? Angeklagte Wenn ich bete, bete ich so, wie es mir einkommt. Meistens habe ich etwas aus dem Gesangbuch vorgelesen. Vorsitzender Wann hörte in den Sitzungen Ihr Bewusstsein auf? Angeklagte Sobald mir die Leute scharf ins Auge sahen, verfiel ich in den sogenannten Trance-Zustand. Vorsitzender Wie erklären Sie sich das? Angeklagte Das kann ich mir gar nicht erklären. Vorsitzender Sie kamen schließlich wieder zum Bewusstsein. Was geschah dann? Angeklagte Ich habe als dann gesprochen und bin darauf bald wieder in den Zustand der Bewusstlosigkeit verfallen. Vorsitzender Bisweilen fanden im Anschluss an die Sitzungen noch gemeinschaftliche Essen statt? Angeklagte Ja, bisweilen. Ich habe mir das aber schließlich verbeten. Vorsitzender Sie sollen auch während des Essens bisweilen das Bewusstsein verloren haben? Angeklagte Das ist richtig. Vorsitzender Im Trance sollen Sie Gespräche geführt haben. Durch Ihren Mund sollen die Geister Verstorbener gesprochen haben? Angeklagte Das ist mir gesagt worden. Ich weiß es nicht. Vorsitzender Sie sollen Paul Flemming und Zwingli haben sprechen lassen, ganz besonders aber ein Kind namens Friedchen? Angeklagte Das wurde mir mitgeteilt. Vorsitzender Hatten Sie gar kein Bewusstsein, dass Sie mit Friedchen in Verbindung gestanden haben? Angeklagte Nein? Vorsitzender Früher haben Sie angegeben, Sie hätten sich mit den Geistern Ihrer verstorbenen Kinder unterhalten? Angeklagte Jawohl Jawohl Die Angeklagte beginnt zu weinen Vorsitzender Die erste Sitzung hat am 19. Oktober In Ihrer Wohnung in Schöneberg stattgefunden. Es sollen nur wenige Personen zugegen gewesen sein, die etwa insgesamt einhundertdreißig Mark geopfert haben. Angeklagte Angeklagte Ich habe mich darum nicht gekümmert. Vorsitzender Die Sitzungen wurden schließlich sehr zahlreich reich besucht. Es soll dabei ein erheblicher Betrag eingekommen sein. Angeklagte Ich habe mich nicht darum gekümmert. Als erster Zeuge wurde Kriminalkommissar Leonhard vernommen. Am 19. November 1901 habe er zum ersten Male im dienstlichen Auftrage den Sitzungen der Angeklagten beigewohnt. Durch Vermittlung eines Bekannten habe er eine Einlasskarte für drei Mark erhalten. Nach Betreten eines Vorraums, der etwas Auffälliges nicht bot, sei er in ein Nebenzimmer geführt worden, das fast vollständig ausgeräumt war. Nur ein mit einer Decke behangener, ziemlich großer Tisch sei in der Stube gewesen. Um den Tisch standen Stühle, die bei seinem Eintritt fast sämtlich besetzt waren. Frau Rothe saß an einem Ende des Tisches in der Nähe des Fensters. Als weitere Gäste nicht erwartet wurden, begann die Sitzung, die von Jentsch mit einer geistlichen Ansprache eröffnet wurde. Alsdann wurde das Zimmer etwas dunkler. Während tiefe Stille herrschte, verfiel Frau Rothe in einen traumartigen Zustand. Sie hielt dabei aber die Augen offen. Nach einer Weile kamen, anscheinend von der Decke, Blumen herabgeflogen. Er habe Frau Rothe scharf beobachtet und wahrgenommen, dass sie mit der linken Hand eine verdächtige Bewegung nach ihren Beinen machte. Einmal hatte sie auch eine Zitrone oder Apfelsine in der linken Hand. Er hatte bereits am ersten Abend die Überzeugung erlangt, dass Schwindel im Spiele sei. Vorsitzender Erklärte nicht Jentsch, welche Intelligenzen aus Frau Rothe sprechen? Zeuge Jentsch sagte, der Geist Paul Flemings zwingen ließ und ganz besonders der Geist des Kindes Friedchen spreche aus Frau Rothe. Das Friedchen sprach mit einer deutlichen Kinderstimme, aber ebenso wie die Angeklagte selbst mit einem ausgeprägten sächsischen Dialekt. Vorsitzender Sechselten denn alle Geister, die aus der Angeklagten sprachen? Zeuge Jawohl Auf Befragen der Verteidiger bemerkte der Zeuge, er hatte die Überzeugung, dass die Angeklagte auch im Trance-Zustande bei vollem Bewusstsein war. Er beobachtete, dass die Angeklagte mit halb geöffneten Augen während ihres angeblichen Trance-Zustandes die Anwesenden genau musterte. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Thiele, ist es dem Zeugen bekannt, dass auch hypnotisierte Personen, obwohl sie wirklich hypnotisiert sind, die Augen oftmals geöffnet halten? Zeuge Ich war fest davon überzeugt, dass die Angeklagte genau die Zuschauer beobachtete. Auf Weiteres Befragen bekundete der Zeuge Zu der Sitzung, in der wir die Entlarvung vornehmen wollten, hatten wir alle Mühe, Einlaß zu erhalten. Es gelang aber schließlich doch. Die Sitzung fand im Zimmer des Jentsch statt. Ich suchte in der Nähe der Rote zu kommen und setzte mich deshalb auf das Sofa. Ich hatte mich mit dem Kriminalkommissar von Kracht verabredet, Frau Rote zu entlarven, sobald sie Blumen produzieren sollte. Wir warteten deshalb den ersten Apport ab. Es waren Blumen, die Frau Rote einem uns gegenüber sitzenden Berichterstatter überreichte. In diesem Augenblick sprang von Kracht auf, rief Halt und hielt der Angeklagten beide Hände fest. Ich eilte hinzu. Frau Rote schien zunächst in hohen Macht zu fallen. Sie leistete aber schließlich ganz erheblichen Widerstand. Die Zuschauer nahmen zunächst für Frau Rote Partei. Sie mußten erst darauf hingewiesen werden, dass wir im Namen des Gesetzes handelten. Als die Männer aus dem Zimmer geschickt wurden und die Angeklagte von Fräulein Binswanger untersucht werden sollte, sträubte sie sich mit Händen und Füßen. Schließlich sah sie wohl ein, dass der Widerstand nutzlos sei, und nun wurden in ihrem Unterock, den sie tütenartig um den Leib hatte, einhundert, siebenundfünfzig Blumen, ferner Apfelsinen und Zitronen vorgeführt. Jentsch suchte uns vorzureden, dass die Blumen nicht bei der Rote gewesen, sondern wahrscheinlich infolge des ungerechten Angriffs materialisiert worden seien. Vorsitzender Nun, Frau Rote, was sagen Sie dazu? Angeklagte Ich habe den Unterrock, den ich in Paris gekauft habe, so angezogen wie jeden anderen. Erst ließ es sich aber eine Tasche im Unterrock, als dann sollte er einen doppelten Boden gehabt haben. Man braucht doch nur den Rock anzusehen, um zu begreifen, dass es nicht möglich ist, so viele Blumen zu beherbergen. Der nächste Zeuge, Kriminalkommissar von Kracht, bestätigte die Bekundung des Vorzeugen und bemerkte, Bei der ersten Sitzung, der ich beiwohnte, hörte ich Klopftöne, durch welche angeblich die Geister ihrer Ernährung ankündigen. Als dann fiel die Rote anscheinend in Trance. Sie gab zunächst eine allgemeine religiöse Darstellung, sprach von der nächsten Liebe und sagte, die Menschen müßten sich von menschlichen Dingen abwenden und ihren Sinne auf überirdische Dinge richten. Um mich möglichst unverdächtig zu machen, gab ich selbst ein wirklich wahres Erlebnis zum Besten. Ich erzählte, dass ich als Primana eines Sonntags zum Gottesdienst im Dom war. Da war mir der Gedanke gekommen, welchen Eindruck es wohl machen würde, wenn jemand plötzlich eine Granate in die andächtige Menge werfen würde. Unmittelbar darauf fiel ein Schuß. Ein junger Mann hatte auf den Geistlichen, der die Liturgie leitete, geschossen. Jentsch versetzte, »Das ist eine Willensübertragung.« Als dann hob sich ein paar Mal der Tisch und Frau Rote verfiel in Trance. Sie sagte plötzlich, »Sie sehe einen grünen Wald und darin einen alten Herrn mit graumeliertem Vollbart.« Ich versetzte, »Mein verstorbener Vater hatte einen graumelierten Vollbart getragen.« Frau Rote sagte weiter, »Sie sehe etwas Blankes auf der Brust des Herrn, es scheinen drei Orden zu sein.« Ich sagte, »Mein Vater hat drei Ordensauszeichnungen besessen.« Als dann erschien plötzlich auf der rechten Seite der Rote ein großer, schöner Tannenzweig, der eine ganz frische Bruchstelle hatte. Frau Rote ging um den Tisch herum und sagte zu mir, indem sie mir den Zweig überreichte, »Ich danke dir, dass du dich in dieser feierlichen Stunde liebend mir genähert hast.« Bald darauf holte sie Blumen anscheinend aus der Luft und sagte, sie sehe die Figur eines Mannes, der sie segne. Kriminalkommissar von Kracht bekundete im Weiteren, »Ich kam schließlich zu der Überzeugung, dass es höchste Zeit sei, dem Humbug ein Ende zu machen, umso mehr, da mir bekannt war, dass Frau Rote schon einmal im Jahre 1884 entlarvt worden ist.« Ich hatte als Landwirt Naumann auch zur letzten Sitzung Zutritt erhalten. Als die Rote plötzlich ein Büschel blühender Blumen zutage förderte und sie als Gruß eines verstorbenen Freundes dem anwesenden Berichterstatter Vlies überreichte, folgte die Katastrophe. Ich hielt der Frau Rote beide Hände fest, damit nicht etwa eine günstige Gelegenheit benutzt werden konnte, um sämtliche Blumen auf einmal aus der vierten Dimension heraus zu zaubern. Die Rote fiel zunächst zu Boden, leistete aber als dann mit erstaunlicher Kraft Widerstand. Das Publikum, insbesondere die anwesenden Damen, waren außer sich. Ich erhielt verschiedene Stöße und Püffe. Man fand bei der Rote im Unterrock außer den 157 Blumen auch zwei außergewöhnlich große Apfelsinen. Jenschen rief mir mit dem Zeichen des Entsetzens zu, »Sie werden das Medium totschlagen, es befindet sich ein Trance.« Als alles nichts half, erinnerte sich die Rote ihres in einer benachbarten Destillation sitzenden Ehemannes. Sie rief wiederholt, »Vater, Vater!« Als ich auf dem Polizeipräsidium zu Herrn Rote sagte, »Sie sehen doch, dass es sich um ganz gemeinen Schwindel handelt,« versetzte er, »Ich bin sprachlos.« »Ich fragte, wird denn Ihre Frau auch im Gefängnis Blumen apportieren?« »Warum nicht?« erwiderte Herr Rote. »Sie hat aber keine Blumen apportiert, wohl nicht einmal ihren Verteidigern.« Am folgenden Tage sagte Herr Rote, »Meine Frau hat sicher keine Blumen gehabt. Es ist ihr ergangen wie einem geängstigten Tier. Die Blumen sind ihr in der Todesangst herausgekommen.« Als Frau Rote auf dem Polizeipräsidium vernommen wurde, tat sie so, als ob sie in Trance-Zustand verfallen würde. Neben mir stand ein Schutzmann, dessen Frau zehn Monate vorher verstorben war. Der Schutzmann trug einen Trauerflor um den Arm. Frau Rote muss wohl den Trauring gesehen haben, denn sie sagte plötzlich, sie sehe eine weibliche Person. Als die Sitzung begann, in der Frau Rote entlarvt wurde, fiel es mir auf, dass Frau Rote einen auffallend dicken Leib hatte und sich recht vorsichtig niedersetzte. Ich sagte mir, »Heute muss sie eine gehörige Portion Blumen bei sich haben.« Fräulein Binnenswanger, die im Auftrage der Kriminalkommissare die Angeklagte untersuchte, bekundete, »Als die Angeklagte festgehalten wurde, rief sie aus, »Faßt mich nicht an! Laßt mich los! Ich bin im Trance! Es kann mein Tod sein!« Die Angeklagte habe sich wie eine Wahnsinnige gewehrt. Es habe wohl ein Zwanzig Minuten während der Kampf mit ihr stattgefunden, bevor sie überwältigt war und ihres Oberkleides entledigt werden konnte. Die Angeklagte habe die Blumen durch den Schlitz ihres Kleides hervorgeholt. Frau Oemichen bekundete als Zeugin, »Die Angeklagte habe sie mit dem Geist ihres verstorbenen Ehemannes in Verbindung gebracht. Er habe ihr einen kleinen Tannenzweig überreicht. Sie sei überzeugt, daß der Zweig von ihrem Gatten war, denn Frau Rote habe unmöglich wissen können, daß sie ihren Ehemann um einen Tannenzweig gebeten hat. Ihr Ehemann habe ihr das auch bestätigt, als sie mit seinem Geist in Verbindung trat. Er habe ihr auf ihre Frage geantwortet, »Die Naturgeister haben dir den Zweig gebracht. Er ist von mir!« Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Interessante Kriminalprozesse. Es erschienen darauf drei Blumenhändlerinnen, die auf dem Winterfeldplatz ihren Verkaufsstand hatten, als Zeuginnen. Die Angeklagte habe auch im Winter täglich Blumen und Tannenzweige gekauft. Sie war eine sehr gute Kundin. Sie habe einmal auf eine an sie gestellte Frage gesagt, sie gebrauche die Blumen zur Grabesausschmückung. Eine Frau Urban bekundete als Zeugin, sie sei Spiritistin und bisweilen hellsehend. Frau Rote habe Blumen mit sehr zarten Stielen aus der Luft gegriffen, ferner Zweige mit sehr dünnen Stielen, Apfelsinen und so weiter. Er, der Zeugin-Sohn, der schon seit seinem vierten Lebensjahre hellsehend sei, habe immer vorher angekündigt, wenn sich etwas entwickelte. Frau Rote griff als dann einfach in die Luft und hatte eine Blume in der Hand. Sie, Zeugin, sei auch bisweilen hellsehend, sie könne aber keine Blumen aus der Luft greifen. Vorsitzender, welche Farben hatten denn die Blumen? Zeugin, es waren weiße Rosen mit langen, zarten Stielen, die unbedingt zerbrechen mussten, wenn man sie verbergen wollte. Frau Rote gab mir einmal eine Blume in die Hand und während ich diese meiner Nachbarin zeigte, wuchsen plötzlich noch zwei blaue Blümchen heraus. Gelächter im Zuhörerraum. Zeugin, zum Publikum. Sie brauchen darüber gar nicht zu lachen, es ist ganz gewiss wahr. Sachverständiger, Oberarzt Dr. Henneberg. Sind Sie überzeugt, dass bei Frau Rote ein echter Trance-Zustand herrschte? Zeugin, ganz gewiss. Frau Rote könnte ohne Trance solch wunderbare Reden gar nicht halten. So großartig kann kein Pastor reden. Gerichtsarzt Prof. Dr. Puppe bekundete als Sachverständiger, die Angeklagte sei eine hysterische Person, es sei ihm, Sachverständiger, überraschend schnell gelungen, die Angeklagte zu hypnotisieren, er sei aber im Zweifel gewesen, ob es eine echte Hypnose war. Bei einer mit der Angeklagten abgehaltenen Sitzung habe sie auch Predigten gehalten, die sehr komisch wirkten. Sie sprach gewissermaßen vom hohen Kulturen herab, aber im sächsischen Dialekt und mit allen möglichen Sprachfehlern. Es sei ihm vollständig klar gewesen, dass es ein Opus der Frau Rote und nicht eines höheren Geistes war. Auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Dr. Thiele bemerkte der Sachverständige, die Angeklagte sei nicht geisteskrank und sei höchstwahrscheinlich auch im Trance-Zustande ihres Handelns bewusst gewesen. Jedenfalls seien doch die Vorbereitungen zu den Sitzungen nicht im Trance-Zustande geschehen. Im weiteren Verlauf der Verhandlung wurde mitgetheilt, dass an den Sitzungen in der Wohnung der Frau Rote teilgenommen haben Fürstin Karatschka, eine Gräfin Moltke, Generalleutnant Z. D. von Zastrow und Hofprediger A. D. Stöker. Eine Anzahl Zeugen bekundeten, dass sie sofort die Überzeugung gewonnen, es handele sich um Humbug, so dass sie um das Eintrittsgeld betrogen wurden. Eine sehr große Zahl Zeugen bekundeten dagegen, sie seien der Überzeugung, dass Frau Rote keinen Schwindel getrieben habe. Ein Zeuge namens Groll, der vorgab, Medizin studiert zu haben, bekundete, auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Dr. Schwind, Die Blumen kamen von einer irdischen Existenz, aber woher kamen sie? Da kommt die Theorie von der Dematerialisation und Rematerialisation in Frage. Ich weiß bestimmt, dass Frau Rote die Hände auf dem Tisch liegen hatte, und als sie sie öffnete, fiel ihr ein Strauß von Blumen mit Wurzeln aus den Händen. Dieses Experiment der Frau Rote fand in einem Restaurant nach einer Sitzung statt. Das Lokal war beleuchtet, und Frau Rote konnte absolut keine Vorbereitungen getroffen haben. Hofkapellmeister Tiedemann, Coburg, war Zeuge dieses Ereignisses. Eine Frau Marie Müller bekundete, Nachdem der Trancezustand bei Frau Rote eingetreten war, habe sie mit Hilfe ihres Schutzgeistes, des kleinen Friedchen, das sie auch bisweilen mit dem Kosenamen Medibumsel belegte, Die Äußerungen der Geister wiedergegeben. In der Regel seien es in salbungsvollem Tone gesprochene religiöse Äußerungen gewesen. Beim Apport seien allerlei Nipsachen, Fingerhüte, Berlogues und andere Dinge hervorgetreten. Frau Rote habe gesagt, das sind Muster, die aus dem Jenseits kommen. Vorsitzender, haben Sie denn das geglaubt? Zeugin, jawohl. Vorsitzender, Sie sind also der Meinung, dass im Jenseits auch Muster gemacht werden? Zeugin, ich habe mich später überzeugt, dass man diese Sachen auch in Berlin für 50 Pfennig kaufen kann. Ein anderer Zeuge sagte aus, die Rote habe ihm seine Großmutter erscheinen lassen. Er habe die Großmutter deutlich an der Statur erkannt. Eine Zeugin aus Breslau bekundete, in einer Sitzung seien 15 Geister in den verschiedensten Größen erschienen. Sie seien sämtlich weiß gekleidet gewesen und haben geleuchtet. Auch verbreiteten sie einen Phosphorgeruch. Die Gestalten seien aus einem Nebengemach gekommen, in welches weder die Rote noch Jentsch jemals gekommen waren. Man hörte auch im Nebenzimmer sprechen. Eine Gestalt hatte ein Kind auf dem Arme. Sie setzte sich nieder. In einer anderen Sitzung schwebte ein Geist über dem Haupt ihrer Schwester. Der Geist war imstande, genaue Angaben über das Leben der Schwester zu machen. Dann sei in der Luft ein Myrtenzweig erschienen und habe sich ganz leise auf das Haupt der Schwester niedergesenkt. Nach dem Verschwinden der Geister habe sich ein Phosphorgeruch bemerkbar gemacht. Diesen Sitzungen haben hauptsächlich pensionierte Offiziere sowie Damen und Herren der Gesellschaft beigewohnt. Rechtsanwalt und Notar Maja Lützen. Er habe die Rote in Zwickau, wo sie wegen groben Unfugs verurteilt wurde, verteidigt. Er halte die Produktionen der Rote für vollkommen echt. Er könne nicht begreifen, wie die materialistische Wissenschaft das Walten überirdischer Kräfte ableugnen könne. Von großem Interesse war die Vernehmung des Präsidenten des Kassationsgerichts in Zürich, Georg Sulzer. Er bekundete auf Befragen des Vorsitzenden, er sei zum Präsidenten des Kassationsgerichts gewählt und verwalte dies Amt seit sieben Jahren. 1899 sei die Rote nach einem Vorort von Konstanz gekommen. Er habe der dort abgehaltenen Sitzung als Gast beigewohnt. Frau Rote sei von einem Damenkomiker untersucht worden. Schon bei der Ankunft der Rote und des Jentsch sei deren Gepäck aufs Genaueste untersucht worden. Er habe bei der Sitzung einen sehr günstigen Platz gehabt. Frau Rote habe plötzlich eine Geisterstimme zu ihm sprechen lassen. Er habe deutlich erkannt, dass eine Verwandte von ihm etwas sagte, was ihn in Erstaunen setzen mußte, denn es traf wirklich zu. Es sei nämlich wahr, dass er sich längere Zeit vom christlichen Glauben abgewandt hatte und als dann wieder zum Glauben zurückgekehrt war. Das konnte Frau Rote unmöglich wissen. Der Geist, der aus ihr sprach, gab aber seiner Freude darüber Ausdruck. Als dann sagte der Geist, du hast vor einiger Zeit für deinen Vater gebetet. Das hat ihm wohl getan. Er hatte tatsächlich für seinen Vater gebetet. Hierauf habe sich ein Geist durch Klopfen angemeldet. Die Klopftöne kamen mitten aus dem Tisch. Die Rote sagte, sie sehe ein Geist hinter mir stehen. So fuhr Präsident Sulzer fort. Durch Befragen wurde festgestellt, dass es der Geist meiner verstorbenen Frau war. Frau Rote sagte, der Geist halte die rechte Hand auf seiner linken Schulter. Der Zeuge schilderte alsdann die Apporte, die sehr zahlreich waren. Jeder Anwesende habe Blumen bekommen. Das Zimmer war ganz hell erleuchtet. Man konnte deutlich sehen, dass die Rote die Blumen aus der Luft holte. Außer den Blumen kamen auch noch Bijouteriewaren. Etwa zwei Jahre später kamen die Rote und Jentsch nach Zürich. Sie hielten auf meine Einladung mehrere Sitzungen in meiner Wohnung ab, denen auch Professor A. Selin beiwohnte. Frau Rote sagte zwei anwesenden Damen, die sie absolut nicht kannte, dass sie ihre Kinder verloren hätten. Ja, sie kannte sogar die Namen der Kinder. Mein Sohn hatte eine vollständig frische Sehose, die bekanntlich sehr schnell verwelken, erhalten, die Frau Rote aus der Luft gegriffen hatte. Eine Dame erhielt ein vollkommen taufrisches Blatt von Farnkraut. Auch mehrere ganz frische Rosen wurden apportiert, und zwei Exemplare einer besonderen Art, deren Stil ganz und gar mit kleinen Dornen besetzt ist. Ich habe diese Rosen ganz genau betrachtet und festgestellt, dass auch nicht ein einziger Dorn verletzt war. Wenn die Rote diese Blumen in ihren Kleidern verborgen gehabt hätte, dann wäre das unmöglich gewesen. Als ich später hörte, Frau Rote habe die Blumen vorher in einem Blumenladen gekauft, da sagte ich mir, ich stehe vor einem Rätsel. Ich kann nur annehmen, dass Frau Rote die Blumen in einem Doppelbewusstsein gekauft, sie zunächst dematerialisiert und als dann rematerialisiert habe. In einer zweiten Sitzung hat meine verstorbene Frau durch den Mund der Frau Rote zu meinem Sohn gesprochen. Meine Frau hieß Anna. Sie sagte, Anna hieß ich, Anna hieß sie. Sie ist nicht für dich bestimmt. Schlag sie dir aus dem Kopf. Mein Sohn wurde bleich und gestand mir. Er habe ein Verhältnis, dass er sich aber nunmehr aus dem Kopf schlagen werde. Die Rote und Jentsch wurden von dritten Personen wegen des Blumenkaufs zur Rede gestellt. Es wurde ihnen zur Antwort, die Geister können nur den Astralleib der Rote benutzen. Sie könnten, da es sich nicht um Blumen handele, die auf der Wiese wachsen, diese doch nicht stehlen. Sie müssten also gekauft und dematerialisiert werden. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schwind Stammten die apportierten Seerosen nicht aus dem Züricher See? Zeuge Nein, aber es ist festgestellt, dass sie aus einer Züricher Blumenhandlung stammten. Dr. Der Medizin Langsdorf, Freiburg-Baden Die Angeklagte hat einmal in meiner Privatwohnung den Gegenwart meiner erwachsenen Kinder eine Sitzung abgehalten. Als Frau Rote sich im Trance-Zustand befand, hat sie genau das Aussehen meiner vor mehreren Jahren verstorbenen Tante beschrieben und genau all die kennzeichnenden Bewegungen nachgeahmt, die der verstorbenen eigen waren. Alle Anwesenden waren aufs höchst überrascht. Meine Frau ließ durch das Medium an den Geist die Frage richten, »Tante, kannst du mich nicht von meinem Rheumatismus befreien?« »Jawohl«, antwortete der Geist durch den Mund des Mediums. Meine Frau hatte die Empfindung, als streiche er eine Hand mehrere Male von oben bis unten über den Arm. Der Schmerz war sofort beseitigt. Meine Frau sagte, »Tante, hast du nicht ein kleines Andenken für mich?« Der Geist erwiderte, »Ja, das sollst du haben. In der blauen Hinterstube steht ein alter Nachttisch. In der rechten hinteren Ecke der obersten Schublade liegt eine alte goldene Kette, die sollst du haben. Die Kette, von deren Existent niemand, eine Ahnung hatte, ist an der bezeichneten Stelle tatsächlich gefunden worden. Ich habe an der Existenz unsterblicher Seelen nicht mehr zweifeln können.« Der betagte Arzt sieht sich im Saale um und sagt, »Nun frage ich jeden Menschen in diesem Saale, wenn einem so etwas passiert, soll man dann noch nicht daran glauben? Ich habe das erhebende Gefühl in mir. Du bist unsterblich.« Frau Blömel, Sie sei eine überzeugte Spiritistin. Sie habe Schwester Rote und Bruder Jentsch veranlaßt, bei ihr eine Sitzung abzuhalten. Sie habe die Rote in Tränen angetroffen. Frau Rote habe gejammert. »Du lieber Gott, nimm mich doch bloß bald aus dieser Welt. Die Welt will ja nichts mehr von der Wahrheit wissen.« Die bei ihr abgehaltene Sitzung schilderte die Zeugin in den glänzendsten Farben. Frau Gleiße, die auf Befragen des Vorsitzenden bemerkt, sie sei hellsehend, sehe manches, was andere nicht sehen können, bekundete auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt, »Frau Exzellenz von Moltke aus Potsdam habe fast jeder Sitzung bei Frau Rote beigewohnt. Sie wurde von der Angeklagten geduzt, Schwester Anna genannt, und sowohl beim Empfang als auch beim Abschied, wie alle Damen von Frau Rote geküsst. »Verteidiger«, »Kann die Zeugin noch Personen aus der Aristokratie nennen, die den Sitzungen beiwohnten?« »Zeugin«, »Eine Prinzeß Kaaschka, mit der die Gräfin Moltke in lebhaftem brieflichem Verkehr stammt, General von Zastrow, Barronin von Grünhof, ein Pastor, dessen Namen mich nicht weiß, einmal auch Hofprediger Stöker, Gräfin Wachtmeister und die Mutter der Gräfin Moltke.« Redakteur Gerling bekundete, »Die Rote pflegte, wenn sie Blumen aus der Luft griff, die Aufmerksamkeit zunächst dadurch abzulenken, daß sie die Hand demonstrativ in die Luft hob. Wenn dann alles gespannt nach dieser Gegend sah, warf sie, wie ich genau gesehen habe, mit der anderen Hand die Blumen mit einer erstaunlichen Geschicklichkeit in die Luft und fing sie mit ausgestreckter Hand wieder auf. Ich habe ihr von meinen Beobachtungen nichts gesagt, denn ich hatte gar nicht die Absicht, sie zu entlarven. Sondern wollte mich nur selbst über den Zusammenhang der Dinge aufklären. Eine solche Entlarvung ist ja überhaupt sehr schwer und sehr undankbar, insbesondere in Berliner spiritistischen Kreisen. Diese glauben alles. Jeder, der ihnen sagt, daß sie einem Schwindel zum Opfer gefallen sind, wird von ihnen selbst als Schwindler gebranntmarkt, und zwar nicht in den sanftesten Ausdrücken. Bei einer Sitzung passierte der Rote das Malheur, das aus ihren Rücken eine Apfelsine fiel und unter das Sofa rollte. Ein Herr wollte sich danach bücken. Da sprang aber Jenschen zu und sagte, um Gottes Willen, lassen Sie das, das Medium darf nicht gestört werden. Einmal apportierte die Rote die Glieder einer Kette, die angeblich aus den ägyptischen Königsgräbern stammte. Es war aber eine Kette, die man in einem Bazar in der Leipziger Straße für fünfzig Pfennig kaufen kann. Medien sind eitel. Die Rote wollte nicht nur ein Blumen, sondern auch ein Schreib-Medium sein. Sie ließ einen Geist auf ein Blatt schreiben, Lieber Bruder, kämpfe für uns. Das heißt also, ich sollte für Sie Reklame machen. Die Schrift zeigte deutlich, dass sie von der Rote unter dem Tisch geschrieben war. Ich halte die Rote nicht für ein echtes Medium. Ich bin der Ansicht, Jentsch hat sie hypnotisiert, und sie hat in der Hypnose gesprochen. Jentsch war der eigentliche Macher. Er ging in den Zungen wie ein Raubvogel umher. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Thiele, kann denn jemand in einen solchen hypnotischen Zustand versetzt werden, der nicht das geringste Mediumistische an sich hat? Zeuge, 60 bis 80 Prozent aller Menschen kann man hypnotisieren. Man kann dem Menschen durch die Hypnose Befehle erteilen, die erst nach Stunden ausgeführt werden. Dr. Spazia bezeichnete die Rote nicht als einwandfreies Medium. Er müsse aber sagen, es sei erstaunlich gewesen, dass ein zwei Zentner schwerer Tisch mit vier Auszugplatten sich dreimal hoch in die Höhe hob, und zwar ganz geräuschlos wie eine Feder. Er habe als dann versucht, den Tisch in die Höhe zu heben, sei ihm aber nicht möglich gewesen. Fabrikant Otto Reinicke bekannte sich als überzeugter Spiritist. Sein 15-jähriger Neffe habe sich als ganz vorzügliches Medium erwiesen. Mit Hilfe dieses Mediums seien unglaubliche Dinge geschehen. Er habe gesehen, wie ein Tisch durch die ganze Stube passierte, als dann umgeworfen wurde, so dass die Beine nach oben kamen. Ein anderes Mal sei durch irgendeine Intelligenz plötzlich das Gas angezündet worden. Ein anderes Mal sei in seinem Neffen die Arme auf den Rücken gebunden worden. Ein Geist hatte als dann befohlen, ein Taschentuch auf die Erde zu legen, dies sei dann durch die Luft geflogen. Einmal haben die Geister seinen Neffen mit einer 60 Meter langen Wäscheleine umwickelt. Der junge Mann wurde gebunden, wie ein Rollschinken, so dass er stöhnte. In demselben Augenblick stand er wieder vor den Geistern. Er habe sich hierauf die Rote aus Chemnitz kommen lassen. Er wollte sich klar darüber werden, ob es etwas Übernatürliches gebe. Es habe oftmals bei ihm geklopft, die Tür sei von unsichtbarer Hand geöffnet worden und wieder zugegangen. Ein Briefträger, der hellsehend sei, habe ihm gesagt, er sehe jedes Mal, sobald sich die Tür öffne, einen Matrosen hereinkommen. Er habe einen Bruder, der seit 1885 verschollen sei. Er habe dem Briefträger die Fotografie des Bruders gezeigt. Der Briefträger habe gesagt, so sieht der Matrose aus, den ich zur Tür hereinkommen sehe. Die Rote habe er vom Bahnhof abgeholt und aufs Genaueste überwacht. Die Apporte gelangen vortrefflich. Magnetiseur Rosen Als ich das erste Mal zu Frau Rote kam, sagte sie, kommt nicht noch der andere Herr herein? Auf meine Antwort, dass niemand bei mir sei, versetzte Frau Rote. Ich sehe doch aber einen großen, breitschultrigen, blonden Mann mit grausem Haar. Diese Beschreibung passte auf einen meiner verstorbenen Bekannten. Im Verlauf der Sitzung wurden mir Mitteilungen über diesen Herrn gemacht. Frau Steinmann Sie habe eine hellsehende Nichte und ein mediales Dienstmädchen. Die Nichte habe, nachdem sie ein halbes Jahr hellsehend gewesen, Trancereden gehalten. Nachdem das Mädchen zu ihrer verstorbenen Mutter gebetet hatte, sie davon zu befreien, hörte das Hellsehen auf. Man hörte nun sehr häufig Klopftöne und es schnurrte sehr laut, so wie eine Katze schnurrt. Das Mädchen sagte, es sei ein Geist. Sie solle 20 Vaterunser beten, dann werde das Schnurren aufhören. Wenn das Mädchen in der Nähe war, dann hörte man auch häufig ein Krachen an der Bettstelle. Sie habe das Vaterunser gebetet, dann hörte das Schnurren auf. Das Mädchen habe ihrem Bruder vorausgesagt, dass ihm die linke Hand abgenommen werden würde. Einer Verwandten habe sie eine wirklich eingetretene Krankheit vorausgesagt. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Thiele Wie alt ist jetzt Ihre Adoptivtochter? Zeugin 21 Jahre Verteidiger Dann möchte ich beantragen, das Mädchen zu laden. Staatsanwalt Was will der Verteidiger mit der Zeugin beweisen? Verteidiger Ich will beweisen, dass es wirklich Leute gibt, die hellsehend sind. Wenn dies hier zeugeneitlich bekundet wird, dann liegt die Möglichkeit vor, dass auch Frau Rote die Gabe der Hellseherei besitzt. Ein Zeuge Weltsche bekundete auf Befragen, er sei hellsehend, er habe bei den Sitzungen der Rote den Geist Zwinglis und auch den Geist des Friedchen gesehen. Magnetiseur Geist Jentsch sei bei der Auswahl der Teilnehmer an den Sitzungen sehr vorsichtig gewesen. Er wollte sogar einen Rechtsanwalt nicht zulassen. Jentsch und die Rote haben sich einmal gerühmt, dass dem Strafprediger Stöker ganze Pakete Blumen aus der Tasche gezogen worden seien. Die Rote müsse ein sehr scharfsinniges psychologisches Gefühl besitzen, denn sie wußte Personen, die wirklich misstrauisch waren, zu entfernen. Es sei ihm, Zeugen, ferner aufgefallen, dass die Angeklagte während der Sitzungen stets möglichst kopulente Leute neben sich hatte. Obertelegrafenassistent Kuhhaupt Als die Angeklagte einmal in Trance-Zustand verfallen sei, habe sie bei einem ihr gegenüber sitzenden Herrn gesagt, ich sehe hinter ihnen eine Frau, die einen eigentümlichen Kopfschmuck trägt, ähnlich wie eine Krankenschwester. Der Herr habe voller Staunen erwidert, das ist meine verstorbene Mutter, diese trug einen derartigen Kopfschmuck. Der Zeuge erzählte alsdann, Frau Rote hat einmal in meiner Wohnung eine Sitzung gegeben. Nachdem sie von meiner Frau und meiner Schwägerin untersucht worden, wurde sie in ein nur notdürftig erleuchtetes Zimmer geführt und in einen Sack gesteckt, der bis an den Hals reichte. Der Sack, der aus neuer Leinwand hergestellt und mit doppelten Nähten versehen war, wurde am Halse zugeschnürt. Alsdann wurde der Sack mit einer starken Schnur viele Male umwickelt und die Nähte hinten und an den Seiten versiegelt. Dann ließ man Frau Rote hinter dem Vorhang allein. Nach kurzer Zeit hörte man hinter dem Vorhang etwas zu Boden fallen. Genau nach sieben Minuten trat Frau Rote von jedem Anhängsel völlig befreit hervor. Der Sack wurde untersucht. Er lag am Boden. Siegel, Nähte und Schnur waren unverletzt. Später apportierte Frau Rote Blumen und Apfelsinen, die unmöglich zur Stelle geschafft sein konnten. In einer von Frau Rote in ihrer Wohnung abgehaltenen Sitzung saß die ganze Gesellschaft um einen schweren Tisch. Als Frau Rote in Trance-Zustand verfallen war, begann der Tisch sich zu heben. Außerdem vernahm man ein eigentümliches Klopfen. Frau Rote hatte nicht unmittelbar am Tisch gesessen. Auch ihre Hände waren mit dem Tisch nicht in Berührung gekommen. Frau Rote sagte, als der Tisch sich hob, zu einer ihr gegenüber sitzenden sechzigjährigen Dame, »Es ist der Geist ihres Mannes, der sich vernehmen lässt.« Der Tisch machte darauf wiederholt eine Bewegung nach der alten Dame zu. Letztere sagte nach einer Weile, »Geh doch auch einmal zu meinem Sohn!« Sofort änderte der Tisch seine Richtung und wackelte zu dem bezeichneten jungen Herrn. Die ganze Gesellschaft legte alsdann die Hände auf den Tisch, da erhob sich dieser vom Fußboden und schwebte frei in der Luft. Eine Frau Richter aus Leipzig bekundete, Frau Rote habe in ihrer, der Zeugin Leipziger Wohnung, eine Sitzung abgehalten. Sie habe Frau Rote, die nur ein kleines Handtäschchen bei sich trug, vom Bahnhof abgeholt. Frau Rote habe ganz unendlich viele taufrische Blumen apportiert. In einem Leipziger Café habe Frau Rote plötzlich zahlreiche Blumen in den Schoß fallen lassen. Sie mußten sich schleunigst aus dem Café entfernen, um nicht gar zu großes Aufsehen zu erregen. Ein anderes Mal habe Frau Rote unendlich viele prachtvolle Blumen über die Frauen gestreut. Es war eine ganz seltene Blumenpracht, man zählte etwa einhundertdreißig Blumen. Es war dies zu einer Jahreszeit, in der Frau Rote sehr viel Geld hätte ausgeben müssen, um solche Blumen zu kaufen. Die Zeugin bekundete im Weiteren, dass Frau Rote Wunderdinge im Hellsehen geleistet habe. Sie habe einmal von dem Tode einer Person Mitteilung gemacht, noch ehe die briefliche Anzeige von dem Tode eingetroffen war. Bankkassierer Städing bekundete, Die Apporte der Rote waren tadellos. Ein Offizier hatte sich überzeugt, dass ein Buch, das Frau Rote in die Hand nahm, unbeschrieben war. Nach kurzer Zeit waren etwa zwanzig Seiten mit verschiedenen Handschriften beschrieben. Einmal kamen so viele Blumen von oben herab, dass ein anwesender Arzt geradezu sprachlos war. Ende von Abschnitt 23 Aufgenommen von Crowings.com Abschnitt 24 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 24 Das spiritistische Medium Anna Rote Teil 3 Der pensionierte Gymnasialprofessor Dr. Sellin erzählte alle möglichen Wunderdinge, die Frau Rote verrichtet habe. Auch auf Fragen in englischer Sprache seien mit Hilfe der Klopftöne sehr genauer Antworten gegeben worden. Die Klopftöne, die er bei Frau Rote wahrgenommen, waren stets die elektrischen Klopftöne. Was die Apporte anlange, so habe er sich von deren Echtheit vollständig überzeugt. Für ihn seien solche Apporte überhaupt nur das untere und oft unreine Ende der Stufenleiter von Phänomenen, die zur lichtesten Höhe führen. An der physikalischen Mediumschaft der Frau Rote habe er nicht den geringsten Zweifel. Er habe einmal einen Apport in Gestalt eines Medaillons erhalten, das er aber nicht annehmen wollte. Er habe es auf den Tisch gelegt und Friedchen gebeten, es wieder mitzunehmen. Friedchen habe aber gesagt, lieber Onkel, lass das, ich kann es nicht wieder mitnehmen. Der Zeuge erzählte noch eine große Reihe von Vorkommnissen wunderbarster Art, die ihm die Überzeugung beigebracht haben, dass von Schwindel gar keine Rede sein könne. Frau Rote sei das kräftigste, interessanteste und reinste Medium, das ihm vorgekommen sei. Vorsitzender, wie stellen Sie sich zu der Tatsache, dass in der Entlarvungssitzung Blumen im Unterrock der Frau Rote gefunden wurden? Zeuge, wenn die Anklage auf Schwindel und Betrug erhoben werden soll, dann muß dieser doch ganz klar bewiesen werden. Vorsitzender, vor Ihnen liegen doch die der Angeklagten abgenommenen Sachen, die den Schwindel beweisen. Zeuge, da muß doch erst festgestellt werden, wo sind Sie im Unterrock gefunden worden? Wer ist der Zeuge dafür? Wer hat Sie gesehen? Der Zeuge bemerkte im Weiteren, er habe durch den Mund der Rote einmal mit seinem verstorbenen Freund, dem Rostocker Professor Baumgarten, mit dem er in Mecklenburg zehn Jahre lang für die Glaubensfreiheit gekämpft, ein Gespräch gehabt. Baumgarten habe zu ihm gesagt, mein lieber Freund, ich freue mich, dass ich einmal durch ein schwaches Weib zu dir sprechen kann. Ich will dir nur sagen, was ich in meinen Memoiren über dich geschrieben habe, ist Unrecht. Ich habe dir Unrecht getan, als ich mein Bedauern aussprach, dich unter den Spiritisten zu sehen. Ich sehe jetzt ein, dass du Recht gehabt hast. Sachverständiger Oberarzt Dr. Henneberg, ist bei Ihrem Zusammensein mit Frau Rote jemals zu ungelegener Zeit auf der Straße der Eisenbahn, der Straßenbahn oder dergleichen jemals der Trance-Zustand eingetreten? Zeuge, nein. Vorsitzender, Herr Sachverständiger, schließt der Trance-Zustand die freie Willensbestimmung aus? Sachverständiger, es kommt ganz darauf an, es gibt die verschiedensten gerade der Trance, ebenso wie bei der Hypnose und dem Schlaf. Bei der Rote schien in der Charité nur eine leichte Einschränkung des Bewusstseins bei dem Trance-Zustand fortzuliegen, sodass sie ganz genau sah, was um sie herum vorging. Andererseits ist sie zweifellos eine abnorm veranlagte, hysterische Person, die leicht in Anti-Hypnose verfällt. Sie hat aber diesen Zustand vollständig in der Hand, das geht schon daraus hervor, dass sie niemals Trance-Reden auf der Straße gehalten hat. Sie ist auch immer zur rechten Zeit wieder aus dem Trance-Zustand herausgekommen. Es handelt sich bei ihr nicht um tiefgreifende Anfälle von Bewusstseinstrübung, sondern nur um eine kleine Einschränkung des Bewusstseins. Ebenso wie es Leute gibt, die schlafen können, wann sie wollen, so kann sie auch nach Belieben in Trance verfallen. Es ist dabei zu erwähnen, dass sie durch die vielen Vorstellungen eine gewisse Übung hatte. Ein abnormer Geisteszustand ist es aber trotzdem. Wenn wirklich echter Trance-Zustand vorliege, würde die Anwendbarkeit des Paragraphen des Strafgesetzbuchs gegeben sein. Vorsitzender Wie stellen Sie sich zu der Frage des Hellsehens? Sachverständiger Es handelt sich dabei um Gesichtshalluzinationen und wenn Klopftöne gehört werden, um solche akustischer Natur wie sie beim Vorhandensein absonderlicher Stimmungen namentlich aber bei solchen Zuständen der Gedankenkonzentration, in denen sich die Teilnehmer spiritistischer Sitzungen zu befinden pflegen, vorkommen. Zahlreiche abnorm veranlagte Personen haben Halluzinationen ohne anstaltsbedürftig zu sein. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schwind Wenn die Angeklagte nach der Ansicht des Sachverständigen in der Lage ist, nach Belieben in einen Trance-Zustand zu verfallen, so ist es doch wunderbar, warum sie nicht einmal dazu übergeht, dies hier ad oculus zu demonstrieren. Dr. Henneberg Ebenso wie sie es in der Charité gekonnt, könnte sie es auch hier, wenn sie glaubte, dass es opportun wäre. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schwind Nun, das wäre doch ganz sicher opportun. Vielleicht ist der lange Aufenthalt im Gefängnis der Anfang eines Gesundheitsprozesses. Verteidiger Rechtsanwalt Thiele Hatte die Angeklagte im Trance-Zustand Visionen? Sachverständiger Ja, das gehört aber gewissermaßen zum Programm. Wie weit dabei ein krankhafter Zustand oder Simulation vorliegt, kann ich nicht sagen. Verteidiger Blickt bei solchen Visionen eine Einengung des Bewusstseins im Sinne des Paragraphen 51 vor? Sachverständiger Nein. Ungemein interessant war die Aussage des Kaufmanns Paul Krüger. In einer Sitzung, an der vornehme Damen wie Frau Gräfin von Moldtke und Frau Generalin von Moldtke teilnahmen, hat die Angeklagte die herrlichsten Blumen apportiert, weil darauf fand eine Sitzung in der Niederwaldstraße statt. Ich kam so spät aus Chemnitz, dass ich erst erschien, als die Sitzung fast zu Ende war. Ich ging zu Frau Rote ins Nebenzimmer und reichte ihr beide Hände zur Begrüßung. Frau Rote reichte mir auch beide Hände und während wir uns gegenseitig festhielten, fiel plötzlich ein förmlicher Blumenregen auf und zernieder. Es ist ausgeschlossen, dass Frau Rote eine Hand hierbei gebrauchen konnte. Bald darauf griff Frau Rote in die Luft und hatte eine Apfelsine in der Hand. Eine ganz besondere Geschichte passierte mir im November 1901. Ich hatte im Westen Berlins eine Anzahl Geschäftsbesuche erledigt und stattete alsdann der Frau Rote einen Besuch ab. Beim Betreten der Wohnung bemerkte ich, dass ich meinen Regenschirm in einem der Läden habe stehen lassen. Ich wollte umkehren. Frau Rote sagte jedoch, Lassen Sie nur den Schirm, der wird sich schon finden. Ich setzte mich neben Frau Rote aufs Sofa. Frau Rote stopfte Strümpfe. Da sah ich plötzlich ganz deutlich, wie Frau Rote nach der Fensterecke griff und meinen Schirm hervorholte. Im nächsten Augenblick war die Vision verschwunden. Nach etwa zehn Minuten begab ich mich auf die Suche nach meinem Regenschirm. Schon im zweiten Laden sagte man mir, Jawohl, hier ist ihr Schirm. Von dem Ladeninhaber wurde mir mitgeteilt, kurz nach meinem Weggang erschien plötzlich eine Frau. Er griff den Schirm und fragte, wem der Schirm gehöre. In demselben Augenblick war die Frau mit dem Schirm verschwunden. Nach wenigen Minuten flog der Schirm durchs Fenster an die Stelle, wo er gestanden hatte. Rechtsanwalt, kam der Schirm durchs offene oder durch das geschlossene Fenster? Zeuge, das Fenster war geschlossen. Staatsanwalt, und die Scheiben gingen nicht entzwei? Zeuge, Nein. Eines Abends hatten wir nach einer bei Frau Rote abgehaltenen Sitzung noch ein Café am Belle Allianz Platz besucht. Nachdem wir Platz genommen hatten, sagte ich, ich wundere mich, dass ich noch keinen Apport erhalten habe. Da griff Frau Rote in die Höhe in eine Vase hinein, die auf dem Sims stand. Sie brachte einen Mohnkuchen zum Vorschein, brach ihn durch, und es fiel ein kleines Kreuz heraus. Sie reichte es mir mit den Worten, hier, lieber Bruder, hast du deines. Vorsitzender, war das Kreuz von Blech? Zeuge, jawohl, es war Blech. Allgemeine Heiterkeit. Einmal sagte Frau Rote in Trance zu mir, über ihrem Haupte weht eine schwarze Fahne. Es ist auch später ein trauriges Familienereignis bei uns eingetreten. Der nächste Zeuge, Schauspieler Max Berger, bekundete, ich bin hellsehend. Als ich in der ersten Sitzung bei Frau Rote mit meiner Braut, jetzigen Frau, beiwohnte, hatte ich den Wunsch, einen Apport von verstorbenen Verwandten zu haben. Frau Rote hielt eine herzerquickende Rede und überreichte mir schließlich von meinem Vater einen Myrtenstrauß, mit dem mein Vater mich und meine Braut segnete. Ich habe deutlich gesehen, wie sich an den Fingerspitzen der Frau Rote ein Nebel bildete, aus dem der Myrtenstrauß entstand. Der Vater sagte dabei, hier, nimm diesen Myrtenstrauß. Bei einer anderen Sitzung sah ich meine Großmutter mit einer Apfelsine in der Hand, welcher ein Stängel mit drei bis vier Blättern saß. Ich fragte die Gestalt, wer bist du? Sie antwortete, du hast mich ja schon geschaut, ich bin deine Großmutter. Verteidiger, Rechtsanwalt Doktor Schwind, Sie machen doch aus dem Hellsehen kein Gewerbe? Zeuge, keineswegs. Verteidiger, Sie sind auch durch das Hellsehen nicht von der Religion abgewendet worden? Zeuge, nein, im Gegenteil, ich war früher frei religiös, durch den Spiritismus bin ich aber zum Glauben zurückgeführt worden. Der Glaube ist bei mir so felsenfest geworden, dass er mir über alle Schicksalsschläge hinweg hilft. Sachverständiger Prof. Dr. Dessois, Aus vielfachen Erfahrungen wisse er, dass oft in der unbegreiflichsten Weise Tatsachen von Zuschauern entstellt werden, nicht aus bösem Willen, sondern infolge von Anregungen und Einwirkungen, die in der Umgebung der betreffenden Person liegen. Ein Taschenspieler, der Liebhaber der Taschenspielerei war, habe einmal mediumistische Experimente nachgeahmt, ohne den Zuschauern etwas davon zu sagen, dass es sich nur um Nachahmungen handelte. Die Teilnehmer haben alsdann Berichte abgestattet über das, was sie gesehen haben. Die Berichte seien auch in spiritistischen Zeitschriften abgedruckt worden. Man konnte daraus ersehen, wie die einfachsten Taschenspielerkunststücke zu Phänomenen geworden waren. Zu einer genauen Beobachtung der Dinge seien auch gewisse technische Kenntnisse erforderlich. Er, Sachverständiger, habe mehreren Sitzungen bei Frau Rote beigewohnt. Er könne nur sagen, dass das, was er gesehen, ein Schwindel war und zwar ein in ganz kläglicher Weise ausgeführter Schwindel. Jeder Taschenspieler würde sich schämen, in so wenig ausreichender Weise zu arbeiten. Der Tisch war verhängt, der Stuhl, auf welchem Frau Rote saß, war so gestellt, daß im Zimmer eine Art dunkles Dreieck entstand. Diese Dunkelkammer benutzte Frau Rote, um von dort aus ihre Aporte zu bringen. Die Kleideruntersuchung war eine Farce, sie dauerte eine Minute. Zu einer vollkommenen Untersuchung gehört, daß sich Frau Rote splitternackt auszog. Auch eine gynäkologische Untersuchung hätte vorgenommen werden müssen. Frau Rote habe in recht plumper Weise die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf ihre rechte Hand gelenkt und mit der linken gearbeitet. Jede Pause benutzte sie, um in geschickter Weise das Kommende vorzubereiten. Ihre technischen Fertigkeiten seien gar nicht groß, aber sie habe die große Fertigkeit, die Aufmerksamkeit abzulenken und die Schwäche der Anwesenden auszunutzen. Es sei immerhin möglich, daß sie mit veränderten Bewusstseinszuständen nicht in reinem und ungetrübtem Bewusstsein ihre betrügerischen Maßnahmen gehandelt, gewissermaßen einen heiligen Betrug verübt habe, in dem Glauben eine höhere Mission zu erfüllen. Sie sei nicht durchaus und schlecht weg eine einfache Betrügerin. Sie sei gewiss von ihren Fähigkeiten überzeugt. Außerdem habe sie die Gabe, großes Vertrauen zu erwecken. Vorsitzender Würden Sie über Einzelnes, was hier begründet worden ist, Aufklärung geben können? Sachverständiger Nein. Berichte einzelner Personen können nicht erklärt werden, denn ein einzelner Mensch kann vielerlei auf Täuschungen beruhende Dinge als Tatsachen hinstellen. Ich erinnere an das bekannte Taschenspielerstückchen, in dem der Taschenspieler eine Apfelsine sechs bis acht Mal in immer höheren Abständen in die Luft wirft und jedes Mal mit der Hand tiefer hinab geht. Der letzte angebliche Wurf geht mit der ganz tief herabhängenden Hand vonstatten. Der Taschenspieler legt aber die Apfelsine auf seinen Schoß und tut nur so, als ob er sie in die Luft werfe. Alle Zuschauer sind aber überzeugt, dass sie in der Luft verschwunden ist. Das ist ein Beispiel, wie durch Vorbereitung, durch Erregung der Erwartung, Täuschungen hervorgerufen werden können. Staatsanwalt Haben Sie eine Erklärung dafür, dass die Blumen unversehrt und taufrisch zum Vorschein kommen? Sachverständiger Es ist möglich, dass dies mit Hilfe eines nassen Wachsleinwandbeutels geschehen ist. Oberarzt Dr. Henneberg Die Blumen können auch durch Eis konserviert worden sein. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schwind Herr Prof. Dr. Dessois, können Sie das Hellsehen vom philosophischen Standpunkt aus erklären? Sachverständiger Solche Täuschungen kommen auch bei ganz normalen Personen vor. In vielen Fällen handelt es sich nicht um Halluzinationen, sondern um Illusionen, indem man zum Beispiel einen Vorhang für eine Gestalt ansieht. Rechtsanwalt Dr. Schwind Sie nehmen also dann wohl an, dass es reiner Zufall ist, wenn die Beschreibungen, die Frau Rote von manchen Personen gegeben, eben richtig waren? Sachverständiger Jawohl Verteidiger Hat Ihre Wissenschaft sich schon mit dem Spiritismus beschäftigt? Sachverständiger Jawohl Verteidiger Dann ist es doch merkwürdig, dass diese Probleme und Aporte wissenschaftlich noch nicht widerlegt worden sind? Sachverständiger Man müsste ja alsdann unsere ganze Jahrtausende alte wissenschaftliche Erfahrung, die ganze wissenschaftliche Feststellung von dem Wesen der Materie über den Haufen werfen. Die Beweislast liegt auf der anderen Seite. Es muss ein ganz strikter und objektiver Beweis geführt werden, der nicht von der Beobachtungsfähigkeit des Einzelnen abhängig ist. Verteidiger Wie ist es aber wohl zu erklären, dass die Angeklagte so viele Blumen aus ihrem Kleide praktiziert haben soll? Sachverständiger Es gibt viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, weshalb ich mir den Kopf über Möglichkeiten zerbrechen soll. Sachverständiger Oberarzt Dr. Henneberg Aus meiner mit der Angeklagten in der Charité gemachten Erfahrungen muss ich bemerken, dass die Angeklagte ganz diffuse Beschreibungen von Personen gab und dass alsdann unter der Mitwirkung der betreffenden Zuschauer selbst aus deren unbewussten Zwischenbemerkungen ihre Bemerkungen immer spezieller und eingehender wurden. Vorsitzender Ist das, was wir von Hellseherei gehört haben, eine pathologische Erscheinung? Sachverständiger Es ist eine pathologische Erscheinung, die aber nicht als Geisteskrankheit aufzufassen ist. Zeuge Gerling Impressario Rentsch habe es verstanden, Familienmitglieder auszuhorchen. Die von ihm ausgehorchten Dinge wurden dann später von Frau Rote vorgebracht. In einer Sitzung hat man ihr eine Falle gestellt. Sie sei direkt auf falsche Angaben hineingefallen. Sachverständiger Prof. Dr. Puppe Die Probleme der Apporte seien die durchsichtigsten. Diesen stehe er skeptisch gegenüber. Im Übrigen müsse er sagen, dass solche komplizierte Manipulationen, wie sie bei den Apporten gemacht werden mussten, nicht im Trance gemacht seien. Man müsse bei den Zeugen drei Gruppen unterscheiden. Erstens die Indifferenten. Zweitens die Betrogenen. Drittens diejenigen, die auf Frau Rote schwören. Letztere sind von den übersinnlichen Mächten fest, überzeugt. Dabei muss man aber sich vergegenwärtigen, dass sie zu den Teilnehmern etwa in dem Verhältnis stand, wie der Hypnotiseur zu den Hypnotisierten. Es ist wohl die Frage aufgeworfen worden, weshalb ist Frau Rote nicht Taschenspielerin geworden. Nun, als Taschenspielerin würde sie nach dem Zeugnis des Prof. Dr. Dessois nicht recht reüssiert haben. Denn ihre Tricks sind plump und ihre Fähigkeit, das Publikum zu täuschen, zeigt sich nur in jenem eigentümlichen spiritistischen Milieu, wo die Sitzungen mit Gebet eröffnet werden, wo man sich Bruder und Schwester nannte und andere derartige Dinge vorkamen, die auf empfängliche Gemüter wirken. Der Trancezustand der Frau Rote war nicht echt, da er schnell kam und sehr schnell wieder vorüberging. Was die medizinische Seite betrifft, so muss hervorgehoben werden, dass Frau Rote, die sich seit März vorigen Jahres in Haft befindet, in dieser ganzen Zeit keinen abnormen Geisteszustand gezeigt hat. Ich komme zu dem Schluss. Es liegt bei der Angeklagten ein gewisses vermindertes Bewusstsein vor, aber nicht eine Aufhebung der freien Willensbestimmung. Die Beweisaufnahme wurde alsdann geschlossen. Staatsanwalt Friedheim, Es ist die Sache der Theologen, genau zu prüfen, was und wie viel von dem Spiritismus zu halten ist. Hier handelt es sich nur um die Frage, ob die Angeklagte strafbare Handlungen begangen hat und dafür verantwortlich zu machen ist. Die Angeklagte besitzt zweifellos ein großes Maß von Selbstbeherrschung. Dieser bedurfte sie, um ihre Rolle mit Erfolg durchzuführen. Sie hat nebenbei etwas Faszinierendes, sie hatte etwas in ihren Augen, was Unbefangene beeinflussen kann. Sie hat auch in den sechs Verhandlungstagen große Selbstbeherrschung an den Tag gelegt. In selbstbewusster, kluger und sicherer Weise hat sie die Sitzungen mit Jentsch vorbereitet. Vorher wurde alles auf Sorgfältigste geprüft. Ärzte und Naturwissenschaftler wurden so viel als möglich von den Sitzungen ausgeschlossen. Abgesehen von dem Falle, in dem sie von der Polizei überführt wurde, ist sie auch in vielen anderen Fällen überführt worden. Ihre Trancereden bestanden zumeist aus religiösen Bemerkungen, die sich leicht auswendig lernen lassen. Sie benutzte dazu ein Gesangbuch aus dem Jahre 1839. Es ist auch nicht richtig, dass sie während der Trancereden bewusstlos war. Möge sie sich auch in einem Zustande von Halbtraum befunden haben, ihre Willenskraft war keineswegs ausgeschlossen. Sie hat mit vollem Bewusstsein den Zuhörern vorgespiegelt, ich kann euch Grüße von den Geistern in Form von Blumen, Apfelsinen und anderen Gegenständen bringen. Sie war derartig bei Bewusstsein, dass sie die Taschenspielerstückchen mit Geschick ausführen konnte. Die Angeklagte ist in 59 Fällen des Betruges überführt. Bei der Strafabmessung ist zu berücksichtigen, dass das Treiben der Angeklagten gemeingefährlich war. Sie hat mit ihrem Betriebe auf die heiligsten Gefühle der Menschen spekuliert. Sie verdient selbst die schärfste Verurteilung, weil sie gehandelt hat, um materielle Vorteile zu erringen. Ihr Treiben ist auch deshalb gefährlich, weil sie Gemüter, die vielleicht schon ins Schwanken gekommen waren, noch mehr aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Ich beantrage zwei Jahre, sechs Monate Gefängnis, unter Anrechnung von sechs Monaten auf die Untersuchungshaft, außerdem fünfhundert Mark Geldstrafe, eventuell noch fünfzig Tage Gefängnis. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schwind, ich erlaube mir zunächst daran zu erinnern, dass die Vorgängerin der Angeklagten, das frühere Medium Valeska Töpfer, nur zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden ist, weshalb die Angeklagte um so viel schärfer bestraft werden soll, ist nicht recht einzusehen. Der Gerichtshof wird nicht erwarten, dass ich mich mit den Problemen beschäftigen werde, die in sechstägiger Verhandlung erörtert worden sind. Ob der Glaube der Spiritisten ein berechtigter oder ein köhler Glaube ist, kann dahingestellt bleiben. Diese Leute fühlen sich glücklich dabei, man soll ihnen deshalb ihren Glauben lassen. Ich habe aber Bedenken, ob in rechtlicher Beziehung Betrug vorliegt. Es kommt doch dabei auf Leistung und Gegenleistung an, und auch, ob die Angeklagte sich in gutem Glauben befunden hat. Die Angeklagte hat nicht eine bestimmte Leistung, sondern für das Eintrittsgeld nur die Möglichkeit versprochen, einer Sitzung beizuwohnen. Sie hat niemals bestimmt in Aussicht gestellt, dass ihre Experimente gelingen werden. Man kann sich doch unmöglich auf den Standpunkt stellen, dass diese Kesselschmiedefrau mit ihren geistigen Fähigkeiten über dem Erkenntnisvermögen der vielen hochgebildeten Leute stehen muss, die sie aufsuchten und mit ihr an überirdische, übersinnliche Dinge glaubten. Sie hat sicher nicht weniger geglaubt als alle anderen, sie ist eben eine unter vielen. Sie glaubte, ein gutes Werk zu tun, bis sie von Jentsch entdeckt wurde. Von diesem Zeitpunkt ab erhielt allerdings die Sache einen etwas geschäftlichen Charakter. Die Teilnehmer an den Sitzungen mögen über das Gesehene enttäuscht, in ihrer inneren Empfindung gekränkt gewesen sein, von einem Betrug in juristischem Sinne kann aber keine Rede sein. Wenn der Gerichtshof anderer Meinung ist, dann ist nicht abzusehen, weshalb der Staatsanwalt eine so außerordentlich hohe Strafe beantragt hat. Der eine Sachverständige hat die Angeklagte eine pathologische Betrügerin genannt. Es ist das eigentlich ein Widerspruch. Jedenfalls ist die Angeklagte eine hysterische, leicht erregbare Person. Sie sitzt über Jahr und Tag in Untersuchungshaft. Wenn sie verurteilt werden sollte, dann würden sechs Monate, die auf die Untersuchungshaft anzurechnen wären, vollkommen genügen. Die Verhandlung sollte offenbar ein großer Schlag gegen den Spiritismus sein. Das Verfahren ist aber zu einem Schlag ins Wasser geworden. Es wird nicht dazu beitragen, den Spiritismus auszurotten. Im Gegenteil, die Verhandlung ist zur größten Reklame für den Spiritismus geworden. War es überhaupt notwendig, den Spiritismus zu bekämpfen? So viel steht doch fest. Der Spiritismus bietet nichts Unsittliches, nichts Strafbares, berührt aber andererseits eine Reihe der größten Probleme. Jeder Mensch hat wohl einmal Augenblicke gehabt, wo er über solche Probleme ernst nachgedacht hat, ob er im faustischen Drange an dem Vorhang rütteln möchte, der zwischen der sinnlichen und übersinnlichen Welt gezogen ist. Der Spiritismus ist nicht mit juristischen Mitteln zu bekämpfen. Wenn man ihn bekämpfen will, dann tue man es auf dem Gebiete der Bildung und Aufklärung. Die Angeklagte, die sich um die Welt nicht viel bekümmerte, sondern ein in sich gekehrtes Leben führte, in bestimmten engen Grenzen verkehrte und nur in geschlossenen Zirkeln ihr zugetaner Menschen wirkte, ist der geschäftlichen Seite sicher ganz fern geblieben. Die Leute, die zu ihr kamen, haben sie besucht, wie man ein interessantes Theaterstück, ein Taschenspielerstückchen aufsucht. Sie wollten mit dabei sein. Andere kamen wieder aus wissenschaftlichem Interesse. Sie alle haben ihre Gaben freiwillig hingegeben. Eine Vorspiegelung falscher Tatsachen liegt nicht vor. Es sind gar keine Tatsachen erzielt worden. Die Angeklagte überließ jedem, sich ein Urteil zu bilden. Nicht die Angeklagte hat die Personen getäuscht, sondern diese haben sich selbst getäuscht. Bezüglich der Apporte wird der Gerichtshof sich nicht darüber hinwegsetzen können, dass hier sehr viele kleine Leute mit praktischem Verstande und akademisch gebildete Leute aufgetreten sind, die die Apporte als echt hielten. Der Gerichtshof wird nur zu einem non-liquid kommen können und sagen müssen, wir stehen vor Dingen, die wir nicht erklären können. Die Angeklagte ist eine kranke, hysterische Person. Wenn man von einem Opfer des Spiritismus reden kann, so ist die Angeklagte das Bedauernswerteste. Nach nur kurzer Beratung des Gerichtshofes verkündete der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Garz, folgendes Urteil. Der Gerichtshof erachtet diejenigen, die zu der Angeklagten gegangen sind, um Vorführungen aus der Geisterwelt zu sehen und dafür Taschenspielerkunststücke erhalten haben, in ihrem Vermögen geschädigt. Sie haben nicht das erhalten, was sie vertraglich zu beanspruchen hatten. Was die Aussagen der Zeugen betrifft, die bekundet haben, dass sie übersinnliche Dinge wahrgenommen hatten, so steht der Gerichtshof auf dem Standpunkt der Sachverständigen, dass das, was Gemeingut der Wissenschaft heutzutage ist, was von der Mehrheit der Gebildeten als das Richtige in der Wissenschaft anerkannt wird, hier Platz greifen muss. Hätte die Angeklagte gesagt, dass Naturkräfte in ihr wohnen, die sie sich nicht erklären kann, so konnte sie nicht verurteilt werden. Wenn sie aber von übernatürlichen Dingen spricht, so hat sie etwas gesprochen, was sie nicht leisten kann. Nach Ansicht des Gerichtshofes haben die Leute nicht sorgfältig beobachtet und sind getäuscht worden. Die Zeugen waren auch sehr geneigt, sich täuschen zu lassen, wie die Schlussfolgerungen, die Professor Selin bei dem Vorgang in Zürich aus der Theorie des Astralleibes gezogen hat, beweisen. Wer so beobachtet, kann nicht als zuverlässiger Beobachter gelten. Auch bei anderen Personen liegt mangelhafte Beobachtung vor. Die Apporte stehen nach Ansicht des Gerichtshofs fast ausschließlich im engen Zusammenhang mit den Trance-Reden. Jedenfalls sind die Leute nicht zu der Angeklagten gegangen, um nur Trance-Reden zu hören. Diese Reden sind auch nicht in bewusstlosem Zustande gehalten worden. Der § 51 trifft daher nicht zu. Bei der Strafzumessung mußte berücksichtigt werden, daß die Angeklagte eine hysterische Person ist. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden, sie hat ein umfangreiches Gewerbe betrieben, sich aber bei den einzelnen Betrugsfällen mit einem bescheidenen Gewinn begnügt. Mildernd muß auch in Betracht gezogen werden, daß die Leichtgläubigkeit der Spiritisten ihr zur Hilfe kam. Einzelne Personen hatten den Gottesglauben verloren. Sie hat dazu beigetragen, daß diese Personen den Gottesglauben wiedergefunden haben, freilich nur in der Form, daß sie eine äußere Verbindung vom Diesseits ins Jenseits fanden, während der kirchliche wahre Glaube ein wesentlich anderer ist. Wenn sie also auch geglaubt hat, ein gutes Werk zu tun, so fällt andererseits erschwerend ins Gewicht, daß sie mit der Religion ein frivoles Spiel getrieben hat und nach ihrer Entlarvung noch leugnete, was nicht mehr zu leugnen war. In Berücksichtigung alles dessen hat der Gerichtshof im Namen des Königs auf ein Jahr sechs Monate Gefängnis erkannt und mit Rücksicht auf die lange Dauer der Untersuchungshaft acht Monate für verbüßt erachtet, die angeklagt hat, außerdem die Kosten des Verfahrens zu tragen. Frau Rote hatte auf Anraten ihrer Verteidiger auf das Rechtsmittel der Revision verzichtet und die gegen sie erkannte Strafe von zehn Monaten Gefängnis sogleich angetreten. Ende von Abschnitt 24 Aufgenommen von Crowwings.com Abschnitt 25 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Sandra Schmidt Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 25 Die Ermordung der Medizinalrätin Molitor Teil 1 Die Ermordung der Medizinalrätin Molitor auf der Promenade in Baden-Baden Der Hauptprozess Dem Fortschritt der Kultur ist es zu danken, dass Kapitalverbrechen sich allmählich vermindern. Das Leben eines Menschen gilt jetzt mehr als vor etwa 100 Jahren. Wenn auch die Verbrecherwelt nicht ausstirbt, so werden doch Morde nicht mehr so häufig begangen als zur Zeit unserer Großeltern und Urgroßeltern. Eine große Erregung bemächtigt sich der gesitteten Menschheit, wenn die Kunde von einem Morde, dem größten Verbrechen, das das Strafgesetzbuch kennt, ruchbar wird. Es war daher naturgemäß, dass, als am Abende des 6. November 1906 auf der Promenade in Baden-Baden die Medizinalrätin Molitor meuchlings erschossen wurde, das Verbrechen in der ganzen Kulturwelt das größte Aufsehen erregte. Die Erregung war umso größer, da der Verdacht der Täterschaft auf den Schwiegersohn der 62 Jahre alten Medizinalrätin, den Universitätsprofessor und amerikanischen Rechtsanwalt Dr. Juer Karl Hau fiel. Die Medizinalrätin Molitor hatte ein Vermögen von fast einer Million. Sie bewohnte mit ihrer damals noch unverheirateten Tochter Olga in dem idyllisch gelegenen, feinen Badeort Baden-Baden, eine prächtige Villa und gehörte zu den Honoratioren des Badeortes, in dem bekanntlich auch im Winter viele Kurgäste weilen. Viele reiche Familien wohnten ständig in Baden-Baden. Es herrscht daher auch im Winter ein sehr geselliges Leben. Im Frühjahr 1901 weilte die Medizinalrätin Molitor mit ihren damals noch unverheirateten Töchtern Lina und Olga in Ajaxio, Insel Korsika. Dort gesellte sich zu den Damen der 20-jährige Student Karl Hau. Dieser, der schon als blutjunger Gymnasiast ein sehr ausschweifendes Leben geführt und dadurch üble Folgen davon getragen hatte, war auf ärztliches Anraten nach Ajaxio gekommen. Es gelang ihm sehr bald, das Herz der damals 25 Jahre alten Lina Molitor zu erobern. Er hielt um die Hand der jungen Dame an. Allein mit Rücksicht auf seine große Jugend und den Umstand, dass er sich noch in den ersten Semestern befand, wurde er von der Medizinalrätin Molitor abgewiesen. Hau wusste aber, Fräulein Molitor zu überreden, sich auf ein Sparkassenbuch 2000 Macht zu verschaffen. Mit diesem Gelde reißten die beiden jungen Leute heimlich ab, angeblich, um sich trauen zu lassen. Sehr bald müssen wohl die jungen Leute zu der Überzeugung gelangt sein, dass ihrer Eheschließung unüberwindbare Hindernisse entgegenstanden. Frau Medizinalrätin Molitor erhielt eines Tages aus Realp am St. Gotthard ein Telegramm, in dem angezeigt war, ihre Tochter habe aus Verzweiflung auf sich geschossen und liege schwer verwundet dann nieder. Die alte Medizinalrätin alter an das Krankenbett ihrer Tochter, die nach kurzer Zeit genas. Um nun die Ehre ihrer Tochter zu retten, willigte Frau Molitor in die Heirat. Das junge Paar begab sich nach der Hochzeit sehr bald nach Washington. Es lebte von den Unterstützungen der beiderseitigen Eltern, denn Hau hatte noch sechs Semester zu studieren. Nach bestandenem Examen wurde Hau, der der deutschen, englischen, französischen und italienischen Sprache in Wort und Schrift vollkommen mächtig ist, Privatsekretär des Ottomanischen Generalkonsuls in Washington, Dr. Schönefeld. In dessen Begleitung fuhr er 1903 nach Konstantinopel, um die dortigen Handelskreise für die Weltausstellung in St. Louis zu interessieren. Er hatte aber mit seiner Mission wenig Erfolg. Als er nach Washington zurückgekehrt war, wurde er bei dem höchsten Gerichtshof in Washington als Rechtsanwalt zugelassen und assoziierte sich mit dem amerikanischen Rechtsanwalt Jennerhahn. Er wurde außerdem als außerordentlicher Professor für römisches Recht an die George Washington Universität in Washington berufen. Im Auftrage der amerikanischen Standard Oil Company und einer amerikanischen Elektrizitätsgesellschaft war er wiederholt in Konstantinopel. Er soll aber dort wiederum keine Erfolge gehabt haben. Seine Schwiegermutter hatte seiner Frau einen Scheck von 65.000 Mark überwiesen. Diesen hatte er sich kurz vor seiner Abreise nach Konstantinopel, wo er sich einige Monate aufhielt, auszahlen lassen. Dies Geld soll er fast vollständig in Konstantinopel verbraucht haben. Professor Dr. Howe war in Washington eine allgemein beliebte Persönlichkeit. Er wurde Mitglied des ersten Clubs in Washington und New York. Im Cosmos Club lernte er den Präsidenten Roosevelt sowie Ferner Morgan Rockefeller Harriman und andere kennen. Howe soll in Konstantinopel ein derartig ausschweifendes Leben geführt haben, dass die Türken daran Anstoßnahmen und die besseren Kreise der türkischen Hauptstadt sich von ihm zurückzogen. Am Oktober Vormittags gegen Halb Zehn trat in das Fremdenbüro einer großen Wiener Bank ein hochgewachsener, eleganzgekleideter Mann. Er sprach Englisch und Französisch und nannte sich Dr. Carl Howe. Er wies einen auf 400 Pfund lautenden Check der Londoner Bank Brown, Shipley & Co. vor und wünschte ihn ausgezahlt zu erhalten. Da an der Echtheit der Unterschrift sich zu zweifeln war, wurden dem Mann 9592 Kronen anstandslos gezahlt. Zwei Tage später erhielt die Bank ein Telegramm des Londoner Bankhauses Brown, Shipley & Co. in dem angezeigt wurde, dass der Scheck dem wirklichen Dr. Carl Howe auf der Reise von Konstantinopel nach Wien im Orient-Expresszug gestohlen worden sei. Die Depesche kam selbstverständlich zu spät, der Scheck war bereits gezahlt. Die Wiener Bank erstattete dem Sicherheitsbüro der Wiener Polizeidirektion unverzüglich Anzeige. Das Sicherheitsbüro stellte fest, dass am Morgen des 17. Oktober gegen 8 Uhr Vormittags mit dem aus Konstantinopel eingetroffenen Orient-Expresszug ein Reisender angekommen sei, auf den die Personalbeschreibung des Präsentanten des Schecks genau passte. Der Mann war nur etwa zwei Stunden aus dem Bahnhof gegangen und hatte alsdann die Reise nach Deutschland fortgesetzt. Er hatte in Frankfurt am Main den Zug verlassen. Dem Personal des Orient-Expresszuges war von einem Diebstahl keine Anzeige gemacht worden. Prof. Dr. Hau dies war der geheimnisvolle Scheck-Einlöser in Wien war direkt nach Baden-Baden gereist. Dort weilte in der Villa ihrer Mutter Frau Dr. Hau mit ihrem kleinen Töchterchen. Prof. Dr. Hau fuhr sogleich mit Frau, Kind und seiner Schwägerin Olga nach Paris und nahm dort im Hotel Regina Wohnung. Bald darauf erhielt die alte Medizinalrätin aus Paris ein Telegramm folgenden Inhalts. Komme mit nächstem Zuge Paris Olga sehr krank Lina Frau Molitor reiste sofort ab. Als sie in der französischen Hauptstadt anhangte, war niemand zu ihrem Empfange auf dem Bahnhof. In großer Angst fuhr sie nach dem Hotel Regina. Zu ihrer großen Freude war Olga Molitor vollständig gesund. Die Kinder wunderten sich aber über das plötzliche Erscheinen der Mutter, denn sie hatten kein Telegramm gesandt. Letzteres war gefälscht. Die alte Geheimrätin befürchtete, das Telegramm sei von jemandem gesandt worden, der die Absicht habe, in ihrer Villa in Baden-Baden einen Einbruchsdiebstahl zu begehen. Sie kehrte deshalb sehr bald mit ihrer Tochter Olga nach Baden-Baden zurück und erstattete dort wegen des gefälschten Telegramms Anzeige. Professor Dr. Howe fuhr mit Frau und Kind nach London. Er wollte nach kurzem Aufenthalt in der Hauptstadt Großbritanniens nach Washington reisen. Da erhielt er plötzlich von dem Direktor der Standard Oil Company ein Telegramm folgendem Inhalts. Kommen Sie sofort nach Berlin. Strengste Verschwiegenheit. Eile dringend notwendig. Howe reiste sogleich ab, Frau und Kind in London zurücklassend. Er fuhr aber nicht nach Berlin, sondern nach Frankfurt am Main. Dort weilte er mehrere Tage, fragte den Hotelportier, wo es schöne Weiber gäbe und bestellte sich bei einem Friseur einen falschen Bart und eine Perücke. Inzwischen besuchte er in Gesellschaft von Halbweltdamen, Theater, Konzerte und Zirkus und lebte in Saus und Braus. Nach Fertigstellung des Bartes und der Perücke reiste er nach Baden-Baden. Am Spätnachmittag des 6. November 1906 klingelte es in der Villa Molitor am Telefon. Ein Dienstmädchen fragte, wer da sei. Hier Postvorsteher Graf, war die Antwort. Ich lasse die Frau Medizinalrätin bitten, sofort nach dem Postamt zu kommen. Das Aufgabeformular der gefälschten Depesche hat sich gefunden. Die alte Medizinalrätin ließ den Postvorsteher sagen, sie werde am Vormittag des folgenden Tages zur Post kommen. Sie sei erkältet und wolle deshalb bei dem unwirrchen Wetter in so später Abendstunde nicht noch einmal ausgehen. Es ist aber dringend notwendig, dass die Frau Medizinalrätin noch heute und zwar möglichst sofort kommt, wurde zur Antwort gegeben. Darauf kleidete sich die Medizinalrätin an. Ihre Tochter Olga war bei einer benachbarten Familie zum Tee. Um nicht allein über die dunkle Promenade zu gehen, holte die alte Dame ihre Tochter ab. Als beide Damen die Lindenstaffel passierten, krachte plötzlich ein Schuss. Er traf die alte Medizinalrätin in den Rücken und durchbohrte ihr das Herz. Die alte Dame fiel lautlos zur Erde. mit falschem Bart und Perücke in Baden-Baden gesehen. Dieser Mann war nach der Ermordung der Medizinalrätin spurlos verschwunden. Es wurde sofort festgestellt, dass weder das Aufgabeformular der gefälschten Depesche gefunden worden sei, noch das Postvorsteher Graf, die Medizinalrätin nach dem Postamt bestellt hatte. Das Mädchen, das am Telefon gesprochen, behauptete mit vollster Bestimmtheit, sie habe am Telefon genau die Stimme des Professors Dr. How erkannt. Da man wusste, dass Frau How mit ihrem Kind in London weilte, wurde sofort an die Londoner Polizei depeschiert und um Festnahme des Hau gebeten. Diese erfolgte sogleich. How wurde sehr bald ausgeliefert und in das Untersuchungsgefängnis nach Karlsruhe gebracht. Er bestritt mit vollster Entschiedenheit, den Mord begangen zu haben. Anfang Juni 1907 hatte Frau How mit ihrem Gatten eine längere Unterredung im Untersuchungsgefängnis. Die unglückliche Frau sagte dem How, sie könne es nicht überleben, dass in öffentlicher Gerichtssitzung ihre Familienverhältnisse vor aller Welt erörtert werden. Auch sei sie der Meinung, dass How ihre Mutter erschossen habe. Sie wolle sich deshalb das Leben nehmen. Zwei Tage darauf ertränkte sich Frau im Pfeffikoner See bei Zürich. Am 17. Juli 1907 begann die öffentliche Verhandlung wieder Professor Dr. How vor dem großherzoglichen Schwurgericht zu Karlsruhe. Die Anklage war wegen Mordes aufgrund des Paragrafen 211 des Strafgesetzbuches erhoben. Den Vorsitz des Gerichtshofes führte Landgerichtsdirektor Dr. Ella. Die Anklage vertrat Staatsanwalt Dr. Bleicher. Die Verteidigung führte, und zwar als Wahlverteidiger Rechtsanwalt Dr. Dietz Karlsruhe. Die Verhandlung, die fünf volle Tage dauerte, wurde in der ganzen Kulturwelt mit größter Spannung verfolgt. Der Angeklagte war ein großer, schlanker, bartloser junger Mann von 26 Jahren. Sein dunkles Haupthaar war bereits etwas gelichtet. Man sah es ihm an, dass er sehr ausschweifend gelebt hatte. Er machte den Eindruck eines jungen Theologen. Man konnte ihn auch für einen Schauspieler halten. Er stand zumeist mit gekreuzten Armen auf der Anklagebank und trug eine geradezu erstaunliche Ruhe zur Schau. Er war am 3. Februar 1881 als Sohn des Direktors der Vorschussbank zu Bern Kastel geboren und katholischer Konfession. Er wurde von vier Gendarmen auf die Anklagebank geführt. Hau unterhielt sich zunächst lächelnd mit seinem Verteidiger. Als dann setzte er sich ein goldenes Pinsené auf und betrachtete sich mit auffallender Seelenruhe das im Gerichtssaal herrschende Getriebe. Auf dem Zeugentisch stand in einem mit Spiritus gefüllten Glasbehälter das Herz der ermordeten Medizinalrätin. Es war genau zu sehen, dass die Kugel mitten durch das Herz gegangen war. Die Vernehmung des Angeklagten gestaltete sich folgendermaßen. Angeklagter bekennen sie sich schuldig ihre Schwiegermutter erschossen zu haben? Nein. Sie geben aber zu am Tage des Mordes den 6. November 1906 in Baden-Baden gewesen zu sein. Jawohl? Zu welchem Zwecke sind sie nach Baden-Baden gekommen? Darüber verweigere ich die Aussage. Auf weiteres Befragen des Vorsitzenden bemerkte der Angeklagte seine Mutter sei gestorben als er drei Jahre alt war. Sein Vater habe zum zweiten Male geheiratet. Er habe das Gymnasium in Köln bis zur Oberterzia als dann das Gymnasium zu Trier besucht und dort mit der Note gut das Abiturienten Examen gemacht. Als dann habe er vier Semester in Freiburg und ein Semester in Berlin studiert. Sie sollen schon als Gymnasiast in Köln viel mit Frauenzimmern verkehrt und üble Folgen davongetragen haben. Nach einigem Zögern darüber verweigere ich die Antwort. Sie sollen auch in Trier und auch als Student sehr opulent gelebt und ganz besonders viel mit Frauenzimmern verkehrt haben. Nach einigem Zögern Ich will das nicht bestreiten. Augenscheinlich infolge Ihres ausschweifenden Lebenswandels haben Sie, als Sie in Berlin studierten, einen heftigen Blutsturz bekommen. Jawohl. Die Ärzte hielten den Blutsturz für so bedenklich, dass sie nach Ajaccio auf der Insel Korsika schickten. Jawohl. Wie alt waren Sie damals? 19 Jahre. Wie hoch war Ihr Monatswechsel? Das ist mir nicht mehr genau in Erinnerung. So ungefähr. Etwa 150 bis 200 Mark? Sie waren auch in Monaco und haben dort gespielt. Jawohl. Haben Sie gewonnen oder verloren? Gewonnen. In Ajaccio haben Sie die Familie Molitor kennengelernt. Jawohl. Sie haben trotz ihrer Jugend sofort um die Hand ihrer späteren Frau des Fräuleins Lina Molitor angehalten, aber abschlägigen Bescheid erhalten. Jawohl. Da sie aber trotzdem von Fräulein Lina Molitor nicht abließen, verlobte Frau Medizinalrätin Molitor ihre Tochter Lina mit einem Offizier. Sie wussten jedoch die junge Dame schließlich zu bewegen, 2000 Mark auf ein Sparkassenbuch abzuheben und als dann mit ihr zu flüchten. Jawohl. Der Angeklagte erklärte als dann auf Befragen des Vorsitzenden, dass er über seine Beziehungen zu seiner späteren Frau die Aussage verweigere. Sie sind selbst Rechtsanwalt. Vielleicht werden sie einsehen, dass es nicht in ihrem Interesse liegt, auf alle Fragen die Antwort zu verweigern. Der Angeklagte schwieg und gab im weiteren Verlauf zu, dass er und seine spätere Frau in Real beschlossen hatten, sich zu erschießen, da sie einsahen, dass ihrer Verheiratung unüberwindbare Hindernisse entgegenstehen. Seine Frau hatte sich in die Seite geschossen. Er habe infolgedessen an Frau Molitor und an seinen Vater telegrafiert. Frau Medizinalrätin Molitor sei sehr bald in Real erschienen und habe schließlich in die Heirat gewilligt. Er sei als dann mit seiner Frau nach Washington gegangen, um dort Studien zu vollenden. Er habe in der Hauptsache internationales Recht studiert. Er sei nach Washington gegangen, weil dies der Sitz des Präsidenten und der meisten Regierungsbehörden sei. Nachdem er seiner Examina bestanden, sei er zunächst Sekretär des Ottomanischen Generalkonsuls in Washington, Dr. Schönfeld geworden. In dessen Begleitung sei er im Jahre 1903 nach Konstantinopel gegangen, um die türkische Regierung und die aber keinen Erfolg gehabt. Nachdem er nach Washington zurückgekommen war, sei er, obwohl er noch nicht amerikanischer Bürger war, beim höchsten Washingtoner Gerichtshof als Rechtsanwalt zugelassen worden. Er habe sich mit einem amerikanischen Rechtsanwalt namens Jennerhan assoziiert. Gleichzeitig sei er zum außerordentlichen Professor für römisches Recht der George Washingtoner Universität berufen worden. Diese seine Lehrtätigkeit habe er mit Unterbrechungen drei Jahre lang ausgeübt. Er sei im Auftrage einer amerikanischen Elektrizitäts- und einer amerikanischen Gesellschaft für den Bau von Kriegsschiffen in Konstantinopel gewesen. Er habe in Konstantinopel keine Erfolge gehabt. Die Geschäfte wären gute gewesen. Es habe aber damals eine Spannung zwischen Washington und Konstantinopel geherrscht. Die amerikanische Regierung hatte ihren Gesandten in Konstantinopel zum Botschafter ernannt, ohne sich mit der türkischen Regierung vorher in Verbindung zu setzen. Der Angeklagte gab ihm weiteren zu, dass er in Konstantinopel überaus luxuriös gelebt habe. Ein Milliardär kann ja vielleicht so üppig leben, aber ein studierter Mann, der aus ganz kleinlichen Verhältnissen hervorgegangen ist, hätte sich doch ein wenig mehr nach seinen Vermögensverhältnissen richten müssen. Das lag an den amerikanischen Verhältnissen. Sie sind doch aber kein Amerikaner. Die vier Jahre, die ich in Amerika lebte, sind auf meine Lebensweise nicht ohne Einfluss gewesen. Sie haben aber die Amerikaner weit übertroffen. Ein vernünftiger Amerikaner in ihren Verhältnissen hätte zweifellos etwas eingeschränkter gelebt. Sie sollen in Berlin und auch in Wien und Budapest vielfach mit Weibern verkehrt haben. Sie haben selbst zugegeben, in Wien mit der Otero und anderen Frauen verkehrt zu haben. Der Angeklagte schwieg. Im weiteren Verlauf der Vernehmung gab er zu, dass, als er aus Konstantinopel abreiste, er all sein Geld ausgegeben hatte. Er besaß nur noch einen Scheck von 8000 Mark. Diesen habe er in Wien eingelöst. Er gebe zu, von Frankfurt am Main an die Wiener Bank telegraphiert zu haben. Der Scheck sei ihm gestohlen worden. Es war selbstverständlich ausgeschlossen, dass er das Geld noch einmal ausgezahlt erhalten hätte. Er bezweckte aber, einen neuen Scheckbrief zu erhalten. Jedenfalls war dies Verhalten ein unlauteres. Der Angeklagte schwieg. Der Angeklagte erzählte ferner auf Befragen des Vorsitzenden. Im Sommer 1906 sei er eine Zeit lang mit Frau, Kind und einem Kindermädchen in der Schweiz gewesen. Er gebe zu, auch dort mit seiner Familie sehr luxuriös geliebt zu haben. Das Geld, das sie auf den Scheck in Wien ausgezahlt erhalten hatten, es waren etwas über 8000 Mark, war damals ihr einziges Geld? Jawohl. Sie haben damals eine Zeit lang mit Frau und Kind bei ihrer Schwiegermutter in Baden-Baden gewohnt? Jawohl. Ende Oktober 1906 sind sie mit ihrer Frau, Kind und ihrer Schwägerin, dem Fräulein Olga Molitor, nach Paris gereist? Jawohl. Hatten sie Beziehungen zu Fräulein Olga? Darüber verweigere ich die Auskunft. War ihre Frau eifersüchtig auf ihre Schwägerin? Das weiß ich nicht. Wenige Tage nachdem sie in Paris waren, kam an ihre Schwiegermutter aus Paris nach Baden-Baden ein Telegramm folgenden Inhalts. Komme sofort nach Paris, Olga sehr krank, reise mit nächstem Zuge, Lina. Frau Molitor reiste sofort nach Paris und erfuhr hier, dass Olga nicht krank und das Telegramm gefälscht war. Haben sie das Telegramm geschrieben? Darüber verweigere ich gestellt oder die Antwort verweigert. Sie haben bisher bestritten, das Telegramm geschrieben zu haben. Ich habe immer erklärt, bezüglich des Telegramms die Antwort zu verweigern. Es ist jedenfalls sehr verdächtig, dass sie bezüglich dieses für das vorliegende Verbrechen so überaus wichtigen Telegramms weder die Verfasserschaft bestreiten noch zugeben, sondern die Antwort verweigern. Der Angeklagte schwieg. Ist es nicht in Paris zwischen ihnen und ihrer Frau, ihrer Schwägerin Olga wegen zu einer heftigen Eifersuchtsszene gekommen? Darüber verweigere ich die Auskunft. Dass ihre Frau die Schreiberin des Telegramms war, ist doch wohl ausgeschlossen. Darüber verweigere ich auch die Auskunft. Ihre Schwiegermutter ist nun ärgerlich, dass sie durch eine gefälschte Depesche nach Paris gelockt worden sei, sehr bald Depesche Nachforschungen angestellt. Sie sind mit Frau und Kind nach London gefahren und haben dort im Cecil Hotel Wohnung genommen. Dort haben sie eine Depesche unterschrieben Tees erhalten. Die Depesche lautete kommen sie unverzüglich nach Berlin Diskretion notwendig Eile geboten. Sie haben zugegeben diese Depesche an sich gesandt zu haben um Grund zu haben noch einmal nach dem Kontinent zu reisen. Jawohl. Weshalb ließen sie sich in London einen falschen Bad machen fuhren aber nicht nach Berlin sondern nach Frankfurt Ich hatte in Frankfurt geschäftliche Beziehungen. Mit wem standen sie in Frankfurt in geschäftlichen Beziehungen? Darüber verweigere ich auch die Auskunft. Es läge doch aber in ihrem dringenden Interesse hierüber Auskunft zu geben. Angeklagter schwieg. Im Hotel Englischer Hof in Frankfurt haben sie den Portier gefragt ob er ihnen einige fesche Weiber besorgen könne. Am folgenden Tage haben sie sich von einem Frankfurter Friseur einen falschen Bart und eine Perücke machen lassen. Nachdem sie sich Bart und Perücke hatten anstecken lassen sind sie am 6. November nach Baden-Baden gefahren. Sie sind nachmittags in Baden-Baden angekommen und haben dort ihr Gepäck auf dem Bahnhof aufgegeben. Sie sind nicht in ein Hotel gegangen sondern haben an der Gepäck Expedition gesagt sie wollen abends weiter reisen. Bart und Perücke waren offenbar nicht gut gemacht denn sie sind mehrfach durch ihren falschen Bart und Perücke in Baden-Baden beobachtet worden. Einem Schutzmann sind sie derartig aufgefallen dass er ihre Persönlichkeit feststellen wollte. Sie haben auch zugegeben ihre Schwiegermutter am Spätnachmittag aufgefordert sofort nach dem Postamt zu kommen das Aufgabe Formular des gefälschten Pariser Telegrams habe sich gefunden ihre Schwiegermutter ist der Aufforderung nach anfänglicher Weigerung nachgekommen sie kam mit ihrer Tochter Olga nach dem Postamt als die Damen in der Nähe der Lindenstaffel waren krachte ein Schuss er traf Frau Molitor in den Rücken die alte Dame fiel lautlos zur Erde sie war sofort tot in dem selben Augenblick sah man einen großen schlanken Mann eiligst nach dem Bahnhof laufen ich verweigere über die gesamten Vorgänge in Baden-Baden en bloc die Aussage große Bewegung im Zuhörerraum ich mache sie darauf aufmerksam dass nachdem sie das meiste zugegeben haben ihre heutige Erklärung auf die Richter die an direkte Beweise nicht gebunden sind einen schlechten Eindruck machen muss sie reisten nun nachdem ihre Schwiegermutter ermordet war mit dem nächsten Zuge nach Frankfurt von dort telegrafierten sie an ihre Frau nach London war nicht in Berlin habe Geschäfte in Frankfurt abgemacht komme sofort zurück während sie in Frankfurt waren und sich wahrscheinlich auf die Ermordung ihrer Schwiegermutter vorbereiteten schrieb ihre Frau an ihre Mutter einen herzlichen Brief in dem sie ihr Bedauern aussprach dass sie sich den Strapazen einer so weiten Reise unterziehen musste ich frage sie nun was hat sie veranlasst nach Frankfurt zu reisen sich dort einen falschen Bart und eine Perücke machen zu lassen und vermummt das heißt mit falschem Bart und Perücke angetan nach Baden Baden zu reisen ich verweigere darüber die Antwort mit erhobener Stimme wenn sie sich unschuldig fühlen können sie uns als dann sagen wer ihre Schwiegermutter erschossen hat das weiß ich nicht was hat sie veranlasst ihre Schwiegermutter unter falscher Angabe ans Telefon zu rufen und nach geschehener Tat fluchtartig Baden Baden zu verlassen ich habe Baden Baden nicht fluchtartig verlassen das wird von einer Reihe von Zeugen bekundet werden was hat sie veranlasst nach geschehener Tat Bargt und Perücke von sich zu werfen darüber verweigere ich die Antwort wollen sie etwa behaupten sie wären wegen ihrer Beziehungen zu ihrer Schwägerin Olga oder anderer in der vermummten Form nach Baden Baden gekommen ich verweigere auf alle diese Fragen die Antwort sind sie denn immer im Besitz ihrer geistigen Kräfte gewesen jawohl vollständig ihr Verteidiger hat das bezweifelt mein Herr Verteidiger hat überhaupt ein anderes ihr Verteidigungssystem beschränkt sich darauf auf die wichtigsten Fragen die Antwort zu verweigern man kann ein solches Verteidigungssystem als unklug vielleicht aber auch als raffiniert bezeichnen sie werden jedenfalls zugeben dass ihr ganzes Vorgehen die gefälschten Depeschen ihre Wiederabreise nach dem Kontinent ihre Vermummung ihre Reise nach Frankfurt am Main nach Baden Baden ihre fluchtartige Abreise von Baden Baden der Umstand dass sie nur noch wenig Geld hatten und all ihre Geschäfte nicht zustande gekommen waren doch ungemein verdächtig sind ich hatte noch viel Geld zu erwarten klammern sie sich nicht an Nebensächlichkeiten ihre Frau hat Ausdruck dass sie sie für den Mörder ihrer Mutter gehalten hat wenn ich Gelegenheit gehabt hätte während meiner Untersuchungshaft mit meiner Frau eingehen zu sprechen dann hätte ich ihr den unwiederleglichen Beweis geliefert dass ich nicht der Mörder bin wollen sie uns das nicht sagen sie haben auf niemanden Rücksicht zu nehmen es läge in ihrem dringenden interesse das was sie ihrer frau sagen wollten jetzt hier anzugeben was ich meiner frau sagen wollte kann ich niemand anderem mitteilen verteidiger ich ersuche den angeklagten zu fragen ob er am november einen revolver bei sich gehabt hat darüber verweigere ich die Antwort es ist aber in einem ihrer Koffer ein revolver gefunden worden das ist richtig mit diesem revolver ist in belgrade ein attentat verübt worden ich habe ihn in der türkei geschenkt erhalten haben sie den schuss gehört der ihre schwiegermutter tot zu boden gestreckt hat ich verweigere auch hierüber die Antwort nun angeklagte ich frage sie noch einmal bekennen sie sie schuldig sie müssen doch selbst aus reinen menschlichkeits gründen sich sagen dass ihr verteidigungssystem sie stark verdächtig macht ich habe nichts weiter hinzuzufügen Ende von Abschnitt für nun 20 Abschnitt 26 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox Punkt Org Aufgenommen von Sandra Schmidt Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 26 Die Ermordung der Medizinalrätin Molitor Teil 2 Unter allgemeiner Spannung wurde Fräulein Olga Molitor, eine große, schlanke, hübsche, rötlich-blonde Dame, als Zeugin in den Saal gerufen. Sie würdigte den Angeklagten keines Blickes. Der Angeklagte schlug die Augen nieder. Roland Molitor bekundete, Am 6. November 1906, nachmittags gegen 6 Uhr, klingelte es am Telefon. Das Mädchen fragte, wer da sei. Es wurde gesagt, Postinspektor Graf, er möchte Frau Medizinalrätin sprechen. Mama trat ans Telefon, da wurde ihr gesagt, sie solle sofort aufs Postamt kommen, das Aufgabeformulat der gefälschten Depesche sei aus Paris gekommen. Mama sagte, sie werde am folgenden Tag kommen, da sie sehr erkältet sei. Es wurde ihr aber erwidert, die Sache sei so dringend, dass sie sofort selbst zum Postamt kommen müsse. Mama zog sich infolgedessen sofort an. Sie wollte zunächst allein zum Postamt gehen. Ich erbot mich jedoch sogleich, sie zu begleiten. Als wir aus der Bismarckstraße kamen, sah ich eine Männergestalt, die uns auf Schritt und Tritt nachkam. Dies kam mir unheimlich vor. Plötzlich in der Nähe der Lindenstaffel krachte ein Schuss. Mama war getroffen, sie fiel sofort lautlos zu Boden. Die Zeugin schlupzte bei diesen Worten heftig. Nach dem Schuss sah ich einen Mann mit langem Mantel nach dem Bahnhof zulaufen. Vorsitzender, haben Sie den Mann genau gesehen? Zeugin, nein, ich bin genötigt, Ihnen die Frage vorzulegen, hatten Sie irgendwelche nähere Beziehungen zu dem Angeklagten? Niemals. Hat der Angeklagte Ihnen einmal die Kur gemacht? Nein. Ist Ihnen bekannt, dass der Angeklagte bezüglich Ihrer Person einmal irgendwelche Absichten hatte? Ich habe niemals derartiges wahrgenommen. Halten Sie es für möglich, dass der Schuss aus irgendeiner Ursache Ihnen gegolten hat und dass irrtümlicherweise Ihre Frau Mutter getroffen wurde. Das halte ich für ausgeschlossen. Es soll einmal zwischen Ihrer verstorbenen Schwester Lina und dem Angeklagten zu einer heftigen Eifersuchtsszene gekommen sein. Das ist möglich. Meine verstorbene Schwester war sehr eifersüchtig. Die Eifersuchtsszene soll ihretwegen entstanden sein? Das ist möglich. Ich hatte aber niemals das Gefühl, dass der Angeklagte sich mir auch nähern wollte. Dann erübrigt sich wohl auch die Frage, ob sie dem Angeklagten einen Telegramm nach Dover gesandt haben. Ich habe dem Angeklagten niemals ein Telegramm gesandt. Auf weiteres Befragen bemerkte die Zeugin, sie könne sich nicht enträtseln, wer das Telegramm in Paris an ihre Mutter aufgegeben habe. Dass ihre Schwester Lina das Telegramm aufgegeben, halte sie für ausgeschlossen. Wenn ihre Mutter mit dem nächsten Zuge nach Paris gekommen wäre, wie es in der Depesche verlangt wurde, dann hätte sie gegen 10 Uhr abends auf dem Ostbahnhof in Paris eintreffen müssen. Nach dem Tode der Mama habe sie mit der Schwester natürlicherweise über den Fall gesprochen. Die Schwester habe oftmals gesagt, ihre Lage sei geradezu entsetzlich. Es sei ihr, Zeugin, in der letzten Zeit einmal vorgekommen, als sei ihre Schwester eifersüchtig auf sie. Dies sei selbstverständlich ohne jeden Grund gewesen. Eine Eifersuchtsszene zwischen den Eheleuten habe sie niemals wahrgenommen. Auf weiteres Befragen bekundete die Zeugin, sie seien sieben Geschwister gewesen. Ihre Mutter hatte ein großes Vermögen. Die Mutter sei seinerzeit auf ärztliches Anraten nach Ajaccio gegangen. Es sei richtig, dass ihre Schwester mit dem Angeklagten geflohen sei. Ihre Schwester Luise habe erzählt, der Angeklagte habe in Real auf ihre Schwester geschossen. Ihre Mutter habe auf dringendes Bitten ihrer Schwester eine sehr große Summe Geldes gegeben. Sie habe ihrer Schwester den Tod ihrer Mutter mit den Worten telegraphisch angezeigt. Mama dann und dann beerdigt. Daraufhin habe sie ein gänzlich verstümmeltes Telegramm aus London erhalten. Ihre Schwester habe Sie erinnere sich, daß als sie bei der Villa Engelhorn vorüberkamen, die Uhr fünf Minuten über sechs zeigte. Sie habe aber gehört, daß diese Uhr sehr vorgegangen sei. Unterwegs seien sie zwei elegant gekleideten Herren, einem älteren und einem jüngeren, ferner der Frau von Reizenstein und einem Automobil begegnet. Ob sie einen Mann von der Größe des Hau gesehen habe, könne Sie habe nicht die Beobachtung gemacht, daß ein Mann von der Statur der SAU sich in der Nähe ihrer Villa umhergetrieben hat. Nein. Sie haben früher gesagt, sie hatten das Empfinden, daß der Mann, der ihnen nachgekommen war, geschossen habe. Diese Überzeugung bin ich noch heute. Sie haben ferner sogleich nach dem Morde gesagt, es müsse ein Racheakt sein. Ich war der Ansicht, dass das Pariser Telegram ein Racheakt war. Als nun Mama erschossen war, sagte ich, nun hat der Rächer seine Rache vollendet. Haben Sie eine bestimmte Person im Verdacht, die den Racheakt ausgeführt haben könnte? Nein. Auf weiteres Befragen bemerkte die Zeugin, sie halte es für ausgeschlossen, dass vom Dienstpersonal ein Racheakt ausgeübt worden sei. Sie hatten einen Diener Ausgefallen sei. Angeklagter, was haben Sie auf die Aussage des Fräulein Molitor zu sagen? Nichts. Sie haben nichts auf die Aussage zu bemerken? Nein. Angeklagter, Sie haben heute Vormittag Andeutungen gemacht, als ob zwischen Ihnen und der Zeugin nähere Beziehungen bestanden haben. Geben Sie jetzt zu, dass die Aussagen des Fräulein Molitor wahr sind? Ich habe nichts dagegen bemerkte die Zeugin, sie habe den Hau für einen abnorm klugen, geistig sehr hochstehenden Mann gehalten. Auf Befragen des Geheimen Hofrats Prof. Dr. Hoche bemerkte die Zeugin, der Angeklagte sei ihr wohl oftmals etwas komisch vorgekommen, sie habe aber keinerlei Wahrnehmungen gemacht, die auf Geistesgestörtheit des Angeklagten hätten schließen lassen. In den ersten Jahren der Verheiratung ihrer Schwester mit dem Angeklagten habe eine gewisse Spannung bestanden. Sie habe lediglich ihrer Schwester geschrieben, den Mann aber niemals grüßen lassen. Man hatte ihm nicht verziehen, dass er ihre Schwester verführt hatte, es sei erst später zu einem Ausgleich gekommen. Der Angeklagte habe sehr große Ausgaben gemacht, er habe allerdings stets von großartigen Plänen, durch die er Unsummen verdienen werde, gesprochen. Haben Sie ihm das geglaubt? Jawohl. Wenn Sie gewusst hätten, dass seine Pläne nur Flunkerei seien, würden Sie als dann sein luxuriöses Leben gebilligt haben? Dann keineswegs. Es wurde als dann der türkische Schifferkat Orden vorgelegt. Es ist das ein Orden mit vielen Brillanten besetzt. Diesen Orden hatte der Angeklagte seiner Frau mitgebracht. Und von wem ist er ihnen verliehen worden? Von der Pforte? Wer ist die Pforte? Das türkische Ministerium des Auswärtigen. Bei uns verleiht Orden der Souverän. Vom deutschen Botschafter in Konstantinopel ist festgestellt worden, dass seit März 1906 ein solcher Orden nicht verliehen worden ist. Haben Sie den Orden vielleicht bei einem Juwelier gekauft? Nein, ich Ich lehne es ab, den Namen zu nennen. Große Heiterkeit im Zuschauerraum. Fräulein Olga Molitor bekundete auf Befragen des Vorsitzenden, der Orden sei ihr sehr komisch vorgekommen. Sie habe gesagt, das seien gar keine Brillanten, sondern nur Kiesel. Auf Antrag des Verteidigers wurde ein Brief der verstorbenen Gattin des Angeklagten verlesen. In diesem klagte diese ihrer Mutter ihre Not. Sie müsse sich sogar selbst die Wäsche waschen. Sie sei trotzdem mit ihrem Schicksal ganz zufrieden. Es wäre eine Grausamkeit, ihr Familienglück stören zu wollen. Ihr Mann habe trotz seiner Jugend eine hervorragende Stellung bei der Universität erlangt. Geheimer Medizinalrat Dr. Naumann Baden bekundete, er sei viele Jahre Hausarzt bei Molitor gewesen. Die ermordete Frau Molitor habe ihm oftmals gesagt, sie ahnen nicht, wie viel ich nach Amerika schicken muss, mehr als meine anderen Kinder wissen dürfen. Der Angeklagte habe in der letzten Zeit oftmals von seinen großen Einnahmen gesprochen und seine Frau mit Geschenken überschüttet. Auf Vorhalt der alten Frau Molitor habe der Angeklagte gesagt, wir haben schlimme Zeiten durchgemacht, jetzt, da es uns gut geht, muss es mir auch gestattet sein, meine Frau reichlich zu beschenken. Der Angeklagte habe es auch veranlasst, dass Fräulein Olga mit nach Paris gefahren sei. Dass zwischen letzterer und dem Angeklagten nähere Beziehungen bestanden haben, halte er für ausgeschlossen. Frau Molitor sei eine kerngesunde Frau gewesen, die noch gut 15 bis 20 Jahre leben konnte, zumal in ihrer Familie mehrere Leute sehr alt geworden seien. Der Täter müsse in kniender Stellung geschossen haben, um das Herz zu treffen. Die Kugel sei in den Rücken durch die Rippen mitten durch das Herz gegangen. Der Gerichtshof beschloss, Fräulein Olga Molitor zu vereidigen. Letztere bekundete noch auf Befragen, ihre Schwester Lina habe sich vor einigen Wochen im Pfeffikoner See bei Zürich ertränkt. Ihre Schwester habe ein Testament hinterlassen und sie, Zeugin, in einem längeren Brief gebeten, sich ganz besonders ihres Kindes anzunehmen. Das Kind soll einfach, aber fein erzogen werden. Auf Befragen des Verteidigers bemerkte die Zeugin, ihre Schwester Lina habe in Paris zu ihrer Mutter gesagt, weißt du, ich kann mir nicht helfen, ich bin auf Ogeli eifersüchtig. Sie, Zeugin, sei in der Familie Ogeli genannt worden. Es erschien hierauf als Zeuge Redakteur Bratter. Er sei ständiger Korrespondent der New York Sun in Konstantinopel. Er wohne augenblicklich vorübergehend in Berlin. Er habe den Angeklagten in Konstantinopel kennengelernt. Der Angeklagte, der sich einfach Herr Hau nicht Doktor nannte, habe in Konstantinopel mit den höchsten türkischen Würdenträgern und Vertretern großer europäischer Zeitungen verkehrt. Er habe angeblich für eine amerikanische Reederei und für eine Gesellschaft Geschäfte zu machen gesucht, die sich mit Schießverbesserungen beschäftige. Er sei in Konstantinopel als Grand Seigneur aufgetreten, habe viel Geld verbraucht. Hau habe erzählt, sein Vater sei ein steinreicher Bankier, seine Mutter oder Stiefmutter eine geborene Gräfin. Seine Stiefmutter sei eine bildschöne Frau, in die er sich schon als 14-jähriger Knabe verliebt habe. Seine Schwiegermutter sei ebenfalls eine steinreiche Frau von Molitor. Er habe gesagt, er sei Rechtsbeirat der türkischen und chinesischen Botschaft in Washington, konsultativer Rechtsanwalt und Universitätsprofessor in Washington. Sein Gesamteinkommen betrage 250.000 Mark jährlich. Er hatte sich in Konstantinopel eine Yacht gepachtet, die ihm jährlich 2.000 Mark kostete. Er hatte eine so große Vorliebe für Edelsteine, dass er, Zeuge, zu der Ansicht gekommen sei, Hau sei pathologisch zu beurteilen. Er habe so viel von sexuellen Ausschweifungen erzählt, die er schon als Student getrieben, dass er das für Übertreibung gehalten habe. Auch von sexuellen Ausschweifungen, die er in Konstantinopel getrieben, habe der Angeklagte ungeheuerliche Dinge erzählt. Der Einer Sängerin namens Otero hatte er ein Zimmer gemietet, für das er sechzig kronen monatlich zahlte. Er habe einmal den Angeklagten gefragt, was denn seine Frau machen würde, wenn sie von seinem ausschweichenden Leben erfahre. Darauf habe er erwidert, dann würde sie sich sofort scheiden lassen. Hau habe ein anderes Mal erzählt, sein Vater sei ein angesehener Bankdirektor Rittergutsbesitzer und Abgeordneter des Deutschen Reichstages. Hau habe so viel erzählt, dass er ihn für pathologisch gehalten habe. Von Hau selbst und anderen sei ihm mitgeteilt worden, Hau werde scharf von Spionen überwacht und den Anarchisten denunziert. Vom Sultan sei Hau nicht empfangen worden. Dass der Sultan Frau Hau empfangen wollte und dass Hau vom deutschen Kaiser empfangen werden sollte, habe er Zeuge nicht gehört. Er bezweifle, dass Hau den Schifferkartorden erhalten habe. Auf Befragen des Staatsanwalts bemerkte der Zeuge, er habe gelegentlich bei dem Angeklagten einen Revolver gesehen. In Konstantinopel müsste jeder einen Revolver haben. Auf Befragen des Verteidigers bemerkte der Zeuge, der Verkehr, den der Angeklagte mit Vertretern der Presse und so weiter hatte, habe keinerlei Anstoß erregt, wohl aber sein Verkehr mit dem Kammerdiener eines Botschafters. Mit diesem durfte ein Mann von der sozialen Stellung des Angeklagten nicht verkehren. Es sei richtig, dass es längere Zeit dauere, ehe man im Stande sei, in Konstantinopel ein Geschäft zu machen. Hierauf wurde der gerichtliche Schreibsachverständige Langenbruch Berlin als Sachverständiger vereidigt. Als Langenbruch seinen Vortrag beginnen wollte, bemerkte der Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Dietz, der Angeklagte gibt die Erklärung ab, dass er das Pariser Telegramm geschrieben habe. Große, anhaltende, allgemeine Bewegung. Vorsitzender, Angeklagter, wollen Sie diese Erklärung selbst abgeben? Ich gebe zu, das Pariser Telegramm geschrieben zu haben. Erneute allgemeine Bewegung. Hat Ihre Frau davon Kenntnis gehabt? Darüber gebe ich keine Erklärung ab. Sie geben aber zu, das Pariser Telegramm an Ihre Schwiegermutter geschrieben und es auf dem Telegrafenamt in Paris aufgegeben zu haben. Ich habe nur erklärt, dass ich das Telegramm geschrieben habe. Und wer hat das Telegrafenamt befördert? Darüber will ich keine Erklärung abgeben. Frau Dr. Müller Linz, die Tante des Angeklagten, bekundete. Ich fragte einmal Frau Hau, ist es wahr, dass Ihre Schwester Olga in ihren Mann verliebt ist? Frau Hau antwortete, jawohl, das ist leider wahr. Haben Sie das nicht Ihrer Mutter erzählt und Ihre Schwester zur Rede gestellt? fragte ich. Frau Hau versetzte, ich habe es meiner Mutter erzählt und auch meine Schwester mit den Worten zur Rede gestellt. Was hast du mit meinem Mann für ein Techtel Mechtel? Auf Befragen eines Geschworenen bemerkte die Zeugin, sie wäre in der Lage und auch bereit gewesen, dem Angeklagten 10.000 Mark ihren Kindern bis zu 50.000 Mark zu leihen. Der Angeklagte sei, solange er bei ihr in Pension war, sehr religiös gewesen. Sie habe erfahren, dass der Angeklagte in Untersuchungshaft den Geistlichen Empfangen gebeichtet und Absolution erhalten habe. Ein Geschworener Der Angeklagte hat heute Vormittag zugegeben, die Pariser Depesche geschrieben zu haben. Weiß Fräulein Olga Molitor vielleicht, weshalb der Angeklagte auf alle weiteren diesbezüglichen Fragen die Antwort verweigert hat? Davon ist mir nichts bekannt. Far Courat Link, Karlsruhe, bezeichnete es als falsch, dass er dem Angeklagten Absolution erteilt habe. Oberleutnant Molitor vom 145. Infanterie Regiment in Metz Er sei der Sohn der Ermordeten, als er die Nachricht von dem Tode seiner Mutter erhielt, glaubte er zunächst, seine Mutter sei einem Schlaganfall erlegen. Erst als er in Baden-Baden in die Villa seiner Mutter eingetreten war, habe er erfahren, dass die Mutter erschossen worden sei. Der Verdacht der Täterschaft fiel sofort auf Hau. Nur seine Schwester Lina hielt die Täterschaft ihres Mannes für unmöglich. Sie sagte, ihr Mann habe so viele Feinde, dass die Tat jemand begangen haben könne, um den Verdacht auf ihren Mann zu lenken. Schließlich habe sie aber nicht mehr an die Schuldlosigkeit ihres Mannes geglaubt. Vorsitzender Es ist Ihnen bekannt, dass Ihre verstorbene Frau Mutter ein Telegramm aus Paris erhalten hat, indem sie aufgefordert wurde, mit dem nächsten Zug nach Paris zu kommen. Hätte Ihre Frau Mutter den nächsten Zug benutzt, dann wäre sie abends nach 10 Uhr auf dem Ostbahnhof in Paris angekommen. Der Angeklagte hat gestern zugegeben, das Telegramm geschrieben zu haben, und zwar um die Entfernung ihrer Bürger und dem Angeklagten schließen ließe. Nein. Der Zeuge gab als dann näheren Aufschluss über den Leichenbefund seiner Schwester Lina, Gattin des Angeklagten, die sich bekanntlich am 7. Juni 1907 im Pfeffikoner See in der Schweiz ertränkt hat. Der Vorsitzende verlas einen bei der Frau Lina Hau befundenen Brief, indem sie die Schweizer Polizei ersuchte, sie am Fundort ohne Geistlichen beerdigen zu lassen. Mein Testament befindet sich in einer Schublade in der Villa Molitor zu Baden-Baden. Der Grund meines Selbstmordes ist leicht zu erraten. Mein Mann, den ich über alles liebte, wird der Ermordung meiner Mutter beschuldigt. Ich kann diesen Zustand nicht länger ertragen. Der Zeuge Oberleutnant Molitor bemerkte im weiteren auf Befragen des Nachlage klargemacht hatte, begann sie zu weinen. Sehr bald darauf sagte sie, sie habe sich nunmehr von der Schuld ihres Mannes überzeugt, sie habe dies auch dem Verteidiger ihres Mannes in London mitgeteilt. Der Angeklagte wurde bekanntlich in London verhaftet und erst nach diplomatischen Unterhandlungen ausgeliefert. Oberleutnant Molitor bekundete ferner, seine Schwester sei nachher noch mehrfach schwankend Mannes spricht, werde ich meinen Mann verteidigen. Wenn ich mich aber von der Schuld meines Mannes überzeugen sollte, dann ist es mit meinem Leben zu Ende. Vorsitzender? Nun, Angeklagter, was haben Sie hierzu zu sagen? Haft die ganze Aussage? Nichts. Der Gerichtshof beschloss, den lautete. Geehrter Herr Doktor, der Besuch bei Howey im Gefängnis war vollständig unbefriedigend. Wir waren beide nah an hysterischen Anfällen. Ich kann nicht mehr weiterleben. Ich kann die Verhandlung nicht überleben. Ich habe meinem Mann Vorstellungen gemacht, aber dabei die Menschlichkeit nicht außer Acht gelassen. Ich will hoffen, dass dieser Brief keine üble Nachfolge haben wird. Dringen Sie in ihn. Frau habe ihm im Gegenwart des Gefängnis Inspektors gesagt, sie könne unmöglich die Verhandlung überleben, da, wie doch der Staatsanwalt angedeutet habe, Dinge vorkommen werden, die für die Familie sehr unangenehm sein dürften. Seine Frau habe ihn aufgefordert, einen Selbstmord zu begehen, um die Verhandlung unmöglich zu machen. Er habe erwidert, er könne diesen Rat nicht befolgen, da dies ein Schuldbekenntnis wäre. Vorsitzender Weshalb haben Sie nicht wenigstens den Versuch gemacht, Ihre Frau von dem Selbstmord abzuhalten? Ich habe das sofort getan. Ich habe sogleich gebeten, den Verteidiger telefonisch zu mir zu rufen. Herr Rechtsanwalt Dr. Dietz versprach mir auch auf mein Bitten sofort alles zu tun, um meine Frau von dem Selbstmord zurückzuhalten. Verteidiger Rechtsanwalt Dietz Ich kann dies bestätigen. Ich habe auch sofort das Erforderliche getan, Frau Hau war aber bereits abgereist. Ihr Aufenthalt konnte nicht ermittelt werden. Jedenfalls scheint Ihre Frau von ihrer Schuld überzeugt gewesen zu sein. Keineswegs. Sie sagte nur, sie könne die Verhandlung nicht überleben, in der Dinge vorkommen dürften, die für die Familie unangenehm sein werden. Staatsanwalt Ich habe Frau Hau seit November 1906 nicht mehr gesprochen. Ich habe mir eines Tages den Angeklagten vorführen lassen, ihm das gesamte Beweismaterial vorgehalten und ihn gefragt, ob er wirklich die gesamten Verhältnisse der Familie Molitor vor aller Welt verhandeln lasse wolle. Ich wollte den Angeklagten dadurch zu einem Geständnis bewegen, zumal er bereits zugestanden hatte, das Telegramm nach London an sich selbst geschickt zu haben. Frau Stahl, einmal erzählt, er habe in Konstantinopel ein Souper gegeben, das 1600 Franken gekostet habe, allerdings sei das nicht oftmals vorgekommen. Er sei in Konstantinopel einmal von einem maskierten Räuber in seinem Hotelzimmer überfallen worden. Er habe den Räuber mit einem geladenen Revolver so lange in Schach gehalten, bis auf sein Hilfegeschrei das Hotelpersonal herbeige eilt sei und den Räuber festgenommen habe. Er habe ihr ferner erzählt, der Sultan habe den Wunsch geäußert, seine Frau zu empfangen. Da dieser aber nicht kam, habe der Sultan einen Vertreter nach Baden Baden gesandt, um seine Frau zu bitten, nach Konstantinopel zu kommen. Der deutsche Kaiser habe ihn empfangen wollen, damit er den Monarchien Vortrag über amerikanische Verhältnisse halte. Auf dem Wege von Konstantinopel nach Wien habe sich ihm mit aller Gewalt eine Dame aufgedrängt. Diese musste er mit vielem Gelde unterstützen, obwohl er deren Anerbietungen abgelehnt hatte. Er trug 5000 Franken bei sich. Auf ihre der Zeugin Frage, weshalb er so viel Geld bei sich trage, sagte er, jawohl, das muss ich tun. Wenn ich Brillanten sehe, die mein Gefallen erregen, dann kaufe ich Telefon trat, mit voller Bestimmtheit die Stimme des Dr. Hau erkannt und habe dies auch sogleich der Medizinalrätin mitgeteilt. Auf nochmaligen Vorhalt des Vorsitzenden bemerkte der Angeklagte, ich habe bezüglich meines Aufenthalts in Baden-Baden vieles zugegeben, um nicht nach Baden-Baden transportiert zu werden. Ich kann aber nicht zugeben, dass ich am 6. November 1906 meine Schwiegermutter mittels Fernsprecher nach dem Postamt bestellt habe. Ich verweigere im Übrigen bezüglich meines am 6. November in Baden-Baden geschehenen Aufenthalts jede Erklärung. Untersuchungsrichter Amtsrichter Dr. Ritter bekundete als Zeuge, der Angeklagte habe zunächst alles bestritten, schließlich aber gesagt, er wolle Tatsachen, die durch Zeugen bewiesen werden können, nicht bestreiten, nur über Motive sein, sich dort einen falschen Bart und Perücke habe anfertigen lassen, am 6. November 1906 in Baden-Baden gewesen zu sein, dort auf einer Bank in der Kaiser-Wilhelm-Straße gesessen und an diesem Tage einen falschen Bart getragen zu haben. Ich sagte, geben Sie auch zu, am Abend des 6. November in Baden-Baden an Ihre Schwiegermutter, die Frau Medizinalrätin Molitor telefoniert und sie nach dem Postamt bestellt zu haben. Nach einigem Zögern versetzte er, das gebe ich zu. Geben Sie auch zu, Ihre Schwiegermutter erschossen zu haben? fragte ich. Nach einigem Zögern sagte der Angeklagte, das kann mir der Herr Untersuchungsrichter nicht beweisen. Im weiteren Verlauf wurde Referendar und Maler Lenk als Zeuge vernommen. Er sei wegen Verdachts eines Sittlichkeitsvergehens verhaftet gewesen. Er hatte die Vermutung, dass er verhaftet, zumindest dass seine Haft in die Länge gezogen worden sei, damit er in dem Prozess Hau als Zeuge auftreten könne. Er sei so wenig belastet gewesen, dass er vom Schöffen Gericht ohne weiteres freigesprochen worden sei. Das Gericht habe aber selbst eine hohe Kaution abgelehnt. Er habe deshalb von Zeuge geladen werden sollte, sein Zeugnis zu verweigern. Durch die Verhandlung, die er in den Zeitungsberichten verfolgt habe, sei er jedoch in seinem Entschluss schwankend geworden. Er erkläre, wenn er von der Schuld des Angeklagten überzeugt wäre, würde er Zeugnis ablegen. Da das aber nicht der Fall sei, so verweigere er über die von ihm im Untersuchungsgefängnis gemachten Wahrnehmungen die Aussage. Ich habe gestern Nacht, so etwa fuhr der Zeuge fort, an Fräulein Olga Molitor geschrieben und sie um eine Unterredung ersucht. Fräulein Olga Molitor und ihr Bruder haben aber die Unterredung abgelehnt. Als ich Oberleutnant Molitor sagte, es handelt sich um sehr wichtige Dinge, und zwar sowohl im Interesse der Familie Molitor als auch des Angeklagten, sagte Oberleutnant Molitor, das Interesse des Angeklagten ist mir vollständig gleichgültig. Vorsitzender Wenn Fräulein Olga Molitor ihnen die Unterredung gewährt hätte, dann würde sie doch zur Kenntnis des Gerichts gekommen sein. Zeuge Das mag sein, jedenfalls lehne ich es ab über das, was mir der Angeklagte gesagt hat, Zeugnis abzulegen, selbst auf die Gefahr hin, dass das Zwangsverfahren gegen mich angewendet werden sollte. Große Bewegung im Zuhörerraum Verteidiger Ich beantrage gegen den Zeugen das Zwangsverfahren anzuwenden. Die Sache ist doch zu wichtig, als dass ich auf das Zeugnis des Herrn Lenk verzichten könnte. Vielleicht teilt der Angeklagte mit, was er den Zeugen mitgeteilt hat. Wir kämen dadurch über das sehr missliebige Zwangsverfahren hinweg. Zunächst ersuche ich Sie, Herr Verteidiger, anzugeben, welche Frage ich Angeklagte ihm Mitteilungen gemacht hat. Zweitens, in welcher Stimmung sich der Angeklagte befunden hat. Drittens, im Falle der Bejahung der Frage zu eins, was ihn der Angeklagte mitgeteilt hat. Ich erkläre, dass mir der Angeklagte Mitteilungen gemacht hat. In welcher Stimmung befand sich der Angeklagte? Diese Frage kann ich nicht ohne weiteres beantworten. Weshalb nicht? Ich war 14 Tage mit dem Angeklagten zusammen im Gefängnis. Wenn ich die Frage ohne weiteres beantworte, dann könnte das zu falschen Schlüssen führen. Lautes Bravo im Zuhörerraum. Das Publikum hat sich jeder Beifalls- und Missfallsbezeugung zu enthalten. Sollte sich ein solcher Vorgang wiederholen, dann werde ich den Zuhörerraum unverzüglich räumen lassen. Wollen Sie also die zweite Frage beantworten? Im Allgemeinen kann ich nur sagen, der Angeklagte war außergewöhnlich aufgeregt. Und was hat Ihnen der Angeklagte mitgeteilt? Darüber verweigere ich die Aussage. Wir haben uns gegenseitig das Wort gegeben, über unsere Unterhaltung gegen niemanden etwas verlauten zu lassen. Ich fühle mich verpflichtet, dies mein Wort zu halten. Hatte auch der Angeklagte die Vermutung, dass sie zu ihm sagen, ob und wie sich der Angeklagte über die ihm vom Staatsanwalt gemachte Mitteilung betreffs des Selbstmordes seiner Frau geäußert hat? Jawohl, der Angeklagte sagte, der Staatsanwalt hat mit dem Selbstmord meiner Frau in einer Weise operiert, die ich nur als im höchsten gerade unmoralisch bezeichnen kann. Und was haben Sie weiter mit dem Angeklagten gesprochen? Wir haben uns Wollen Sie nicht sagen, was der Angeklagte Ihnen für Mitteilungen gemacht hat? Nein. Staatsanwalt? Sie sind gestern Abend im Hotel Erbprinz mit der Familie Hau zusammen gewesen? Ich war gestern Abend mit Herrn Rechtsanwalt Vögele im Hotel Erbprinz. Mit der Familie Hau war ich nicht zusammen. Ich hörte erst später, dass einige Tische vor uns die Familie Müller gesessen hat. Rechtsanwalt Vögele bestätigte das und bemerkte, er habe dem Angeklagten gesagt, er könne das Zwangsverfahren nur dann umgehen, wenn ihm der Angeklagte erlaubt, die Mitteilung preiszugeben. Angeklagter, wollen Sie den Zeugen von seinem Versprechen nicht auszusagen entbinden? Nein. Große Bewegung im Zuhörerraum. Dann beantrage ich, das Zwangsverfahren gegen den Zeugen in Anwendung zu bringen. Herr Zwangsverweigerung beharren. Ich muss erklären, dass ich mich dem Angeklagten gegenüber verpflichtet fühle, mein Zeugnis zu verweigern. Sie haben bereits gesagt, dass der Angeklagte über die Tat selbst sich nicht geäußert hat. Jawohl. Sie haben als dann gesagt, sie haben den Angeklagten gefragt, was ihn veranlasst habe, noch einmal nach dem Kontinent zu kommen. Auf die Frage, was Hau darauf geantwortet weiteren Mitteilungen, die mir Hau gemacht hat. Nach den gesetzlichen Bestimmungen wird das Gericht, wenn sie bei ihrer Weigerung beharren sollten, nicht umhin können, das Zwangsverfahren gegen sie anzuwenden. Staatsanwalt Dr. Bleicher Der Herr Zeuge hat sich wichtig gemacht und sich selbst als Zeuge angeboten. Er ist daher auch verpflichtet, Zeugnis abzulegen. Da der Zeuge sich weigert, so beantrage ich zunächst den Paragrafen 69 Absatz 1, eventuell auch den Absatz 2 gegen ihn in Anwendung zu bringen. Ende von Abschnitt 26 Abschnitt 27 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Sandra Schmidt Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 27 Die Ermordung der Medizinalrätin Molitor Teil 3 Der Gerichtshof trat schließlich in Beratung. Der Vorsitzende verkündete als dann. Der Gerichtshof hat beschlossen, den Zeugen Kunstmaler Lenk, weil er ohne gesetzlichen Grund sein Zeugnis verweigert, aufgrund des Paragrafen 69 Absatz 1 der Strafprozessordnung zu einer Geldstrafe von 50 Mark, für die die ihm nicht Beitreibungsfalle drei Tage Haft zu verurteilen. Von einer Zwangshaft aufgrund des Paragrafen 69 Absatz 2 der Strafprozessordnung hat der Gerichtshof vorläufig Abstand genommen. Verteidiger Dann bleibt eine äußerst wichtige Sache in diesem Prozess unaufgeklärt. Der Gerichtshof hat auch den Zeugen zu einer Strafe verurteilt. Es hätte doch auf alle Fälle durch Anwendung der Zwangshaft der Versuch unternommen werden müssen, den Eigensinn des Zeugen zu brechen, damit er seine Wissenschaft über einen sehr wichtigen Punkt kund gibt. Es entsteht doch die Frage, ob wenn der Zeuge in jedenfalls bleibt die Tatsache bestehen, dass in Karlsruhe ein Mann, ein Kunstmaler und Referendar umherläuft, der sich weigert in einem Prozess, in dem es sich um Leben und Tod handelt, in einer hochwichtigen Sache eine Aussage zu machen. Referendar Lenk Ich muss dem Herrn Verteidiger bemerken, dass ich nicht aus Eigensinn mein Zeugnis verweigere. Ich muss daher diesen Vorwurf zurückweisen. Ich bemerke aber außerdem, Gerichtshof hat bei der Beschlussfassung erwogen, dass es in den Händen des Angeklagten liegt, den Zeugen zum Sprechen zu bringen. Jedenfalls ist der Beschluss gefasst und vorläufig ist daran nichts mehr zu ändern. Nunmehr erhob sich der Angeklagte und bemerkte unter größter allgemeiner Spannung Ich will nicht, dass der Herr Zeuge meinetwegen bestraft wird. Ich will deshalb eine Erklärung abgeben. nach Amerika zurückgehe. Die Eifersuchtszenen in Paris sind Gegenstand der Erörterung gewesen. Meine Schwägerin Olga hat daran nicht die mindeste Schuld. Leider kann ich nicht dasselbe von mir sagen. Das ist ganz eigentümlich. Weshalb sind sie als dann zunächst nach Frankfurt gefahren und haben sich dort einen falschen Bart und Perücke bestellt, um sich zu vermummen? Ich wollte nicht erkannt werden. Sie sind aber auch Ich habe schon gesagt, ich wollte nicht erkannt werden. Wollten sie in der vermummten Weise ihrer Schwägerin Olga entgegentreten? Angeklagter schwieg. Wollten sie ihre Schwägerin nur sehen oder auch sprechen? Auch sprechen. Dann lag doch die Gefahr vor, dass ihre Schwägerin sich vor ihnen gefürchtet hätte. Ich hätte zu rechter Zeit den Bart abgenommen. Deshalb sandten sie eine Depesche an sich nach dem Kontinent beziehungsweise nach Baden-Baden reisen wolle, um noch einmal mit meiner Schwägerin Olga zu sprechen. Was wollten sie denn mit ihrer Schwägerin Olga sprechen? Ich empfand das dringende Bedürfnis, noch einmal meine Schwägerin Olga zu sehen und mich mit ihr auseinander zu setzen, um in der Lage zu sein, wieder mit meiner Frau in Frieden zu leben. Dann sind sie weise wollten sie sich ihrer Schwägerin Olga nähern. Ich glaubte, ich werde Gelegenheit haben, meine Schwägerin allein sprechen zu können. Haben sie sich deshalb in der Nähe der Villa Molitor auf die Bank gesetzt? Jawohl. Sie haben als dann wohl ihre Schwiegermutter deshalb auf die Post bestellt, weil sie der Ansicht waren, sie hätten infolgedessen Gelegenheit, mit Olga zu sprechen? Jawohl. Sie geben also zu, ihre Schwiegermutter unter dem Vorgeben, der Postinspektor Graf zu sein, auf das Postamt bestellt zu haben. Jawohl. Dann können sie uns auch vielleicht sagen, wer den Schuss abgegeben hat. Das weiß ich nicht. Ich habe nicht schießen hören. Haben sie nicht geschossen? Keines Weges. Haben sie vielleicht die Absicht gehabt, ihre Schwiegermutter zu erschießen? Keines Weges. Haben sie, um geschossen? Keinesweges. Weshalb sind sie aber, wenn ihr Gewissen rein war, mit so großer Eile am selben Abend nach London zurückgereist? Ich wurde doch allgemein beobachtet. Ich sah also ein, dass meine Bemühungen, meine Schwägerin zu sprechen, nutzlos waren. Weshalb haben sie sich denn nicht früher erklärt? Ihre Untersuchungshaft wäre doch wesentlich abgekürzt worden. Ich wollte nicht, dass meine Frau erfährt, dass ich meiner Schwägerin wegen nach Baden Baden gefahren war. Wenn sie gesprochen hätten, dann hätten sie zumindest den Selbstmord ihrer Frau verhindert. Wenn ich alles so ruhig überlegt hätte, wie heute, dann würde ich es getan haben. Als ihre Frau sie zum letzten Male im Gefängnis besuchte, dann muss sie aus ihren Erzählungen offenbar die Überzeugung gewonnen haben, dass sie der Mörder ihrer Mutter sein. Sie hat ihnen ja auch direkt gesagt, sie könne das nicht überleben. Weshalb machten sie nicht wenigstens den Versuch, ihre Frau von dem Selbstmord zurückzuhalten? Ich habe ja schon gesagt, dass ich alles aufgeboten habe, um meine Frau vom Selbstmord zurückzuhalten. Meine Frau hat Schecks in Wien. Ich habe bereits gesagt, dass ich den Scheckbetrag in einem Zustande der Bewusstlosigkeit erhoben habe. Aus welchem Gründe sandten sie das Telegramm aus Paris an ihre Schwiegermutter? Ich wollte, Olga mit meiner Schwiegermutter so schnell als möglich zurückkehrte, weil durch deren Anwesenheit unser ehelicher Friede gestört war. Dann hätte es doch näher gelegen, an ihre Schwiegermutter zu telegrafieren, lass Olga sofort nach Baden-Baden kommen. Man handelt nicht immer mit ruhiger Überlegung. Weshalb haben sie hinter dem Rücken ihrer Frau ihre Mitgift im Betrage von 65.000 Mark mit nach Konstantinopel genommen? Weil ich das Geld zu Spekulationszwecken verwenden wollte. Das sollte meine Frau nicht wissen. Wenn sie nicht den Mut fanden, sich ihrer Frau mündlich zu Jedenfalls den Selbstmord ihrer Frau verhindert. Ich befürchtete, ein solcher Brief, der doch erst durch mehrere Hände gehen muss, würde nicht befördert werden. Diese Befürchtung war vollständig grundlos. Es ist auch kaum glaubhaft, dass dieser Umstand sie von einem solchen Schreiben abgehalten hat. Sie sind von allen Seiten als ein intelligenter, geistbegabter Mensch geschildert worden. Sie sind Universitätsprofessor gewesen und sind Rechtsanwalt. Wenn man dies alles erwägt, Angeklagter, so erscheint ihre ganze Handlungsweise schwer erklärlich. Angeklagter schwieg. Staatsanwalt? Weshalb haben sie nicht an ihre Schwägerin eine Karte geschrieben, in der sie sie um eine Unterredung ersuchten? Das wäre doch bedeutend besser gewesen, als ihre Schwiegermutter fälschlich nach dem Postamt zu bestellen. Ich befand mich in geistig anormalem Zustand. Verteidiger? Es ist hervorgehoben worden, dass zwischen meinem und dem Verteidigungssystem des Angeklagten ein Unterschied besteht. Ich bemerke, dass ich nur nach meinen Informationen handeln konnte. Nachdem ich die Verteidigung übernommen hatte, sagte ich zum Angeklagten, ich kann nicht wissen, ob sie der Täter sind. Das müssen sie aber wissen. Sie sind Jurist und Rechtsanwalt. Sie werden mithin wissen, was sie mir für Informationen zu geben haben. Der Angeklagte versetzte, halten sie mich meinetwegen für den Täter, ich gebe keine weitere Erklärung. Als dann erbart sich Referanda Lenk das Wort. Wollen sie jetzt Zeugnis abdecken? Teilweise. Was wollen sie sagen? Ich will sagen, dass Hau sich allerdings in einer hochgradigen seelischen Depression befunden hat. Im Übrigen stimmen Es wurde als dann nochmals Fräulein Olga Molitor hervorgerufen. Sie haben gehört, Fräulein Molitor, was der Angeklagte gesagt hat. Was sagen Sie dazu? Ich hatte bisher keine Ahnung von alledem. Halten Sie es für möglich, dass der Angeklagte von London nach Baden Baden gekommen ist, lediglich um noch einmal sie zu sehen und zu sprechen? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hätten Sie denn den Angeklagten, wenn er sich Ihnen mit einem falschen Baden genähert hätte, erkannt? Es ist möglich. Wenn der Angeklagte sich Ihnen offenbart hätte, was würden Sie dazu gesagt haben? Ich hätte ihm gesagt, er solle zu seiner Frau zurückgehen. Staatsanwalt und Verteidiger erklärten hierauf, auf jede weitere Zeugenvernehmung zu verzichten. Geheimer Hofrat, Professor Dr. Hoche, Freiburg, Der Angeklagte war ein frühreifer Jüngling, der sehr verschlossen war. Er habe, als er fast noch im Knabenalter war, ein sehr ausschweifendes Leben gekürt und sich dadurch eine böse Krankheit zugezogen. Er habe später an Kopfschmerz und Schlaflosigkeit gelitten. Andererseits habe er ein ausgezeichnetes Gedächtnis. In der Verhandlung habe er eine staunenswerte Ruhe und Schlagwertigkeit an den Tag gelegt. Dem Angeklagten Gewesen, etwa vorhandene geistige Abnormitäten zu überwinden. Er könne sein Gutachten dahin zusammenfassen. Der Angeklagte habe sich am November nicht in einem Zustande der Bewußtlosigkeit oder Geistesstörung befunden, wodurch seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen war. Prof. Dr. Aschaffenburg, Köln Der Angeklagte habe ihm erklärt, er habe die Tat nicht begangen. Es sei ihm nicht einmal bekannt gewesen, dass seine Schwiegermutter tot sei. Er habe kein pathologisches Moment an dem Angeklagten wahrgenommen. Dagegen sei der Angeklagte ein durch und durch psychopathischer Mensch. Er komme ebenfalls zu dem Schluss, der Angeklagte habe sich am 6. November 1906 nicht in einem Zustande der Bewusstlosigkeit oder Geistesstörung befunden, die seine freie Willensbestimmung ausschloss. Unter allgemeiner Spannung wurde der Diener Paul Wieland als Staatszeuge in den Saal gerufen. Er war ein schlanker, großer, junger Mann von 21 Jahren. Er machte einen sehr harmlosen und vertrauenswürdigen Eindruck. Der Verteidiger protestierte gegen die Vorvereidigung des Zeugen. Wenn der Angeklagte auch sagt, er sei der Meinung, dass Wieland als Täter nicht in Betracht komme, so sei doch ein leiser Verdacht der Täterschaft nicht ausgeschlossen. Staatsanwalt gegen den Zeugen zutage getreten. Es liegt mithin keinerlei Grund zur Aussetzung der Vereidigung vor. Angeklagte Ich habe gegen die Vereidigung des Zeugen nichts einzuwenden. Der Gerichtshof beschloss, die Vereidigung auszusetzen. Der Zeuge erklärte als dann auf Befragen des Vorsitzenden, er sei in der Frankfurter Dienerschule ausgebildet worden. Am 20. Oktober 1906 sei er bei Frau Molitor sich etwas ungeschickt angestellt habe. Es sei seine erste Stellung gewesen. Frau Molitor sei deshalb oftmals erzürnt gegen ihn gewesen. Er habe sich aus diesem Anlaß mit Frau Molitor überworfen. Am Sonntag vor dem Morde habe er um Urlaub gebeten unter dem Vorgeben in die Kirche gehen zu wollen. Er sei aber anstatt dessen zu dem Stellenvermittler Langgut gegangen und habe diesen gebeten ihm eine andere Stellung zu verschaffen. Er habe zu Langgut gesagt der Frau Molitor könne man nichts recht machen. Sie sei verrückt habe er gesagt. Er habe allerdings gesagt Frau Molitor nehme ihre Diener stets aus der Frankfurter Dienerschule von anderer Seite erhalte sie überhaupt keine Diener. Vorsitzender waren Sie mit dem Essen zufrieden? Mit dem Essen war ich sehr zufrieden. Der Zeuge bekundete ihm weiteren auf Befragen am 6. November 1906 nachmittags gegen halb sechs Uhr habe er verschiedene Gepäckstücke nach dem Bahnhof zu tragen. Als dann habe er verschiedene Einkäufe besorgt. Kurz nach sechs Uhr habe er in der Nähe der Lindenstoffel eine Anzahl Leute stehen sehen. Diener Frank der ihm begegnete aus der Villa Molitor erschossen worden. Um nun schneller an die Mordstätte zu kommen habe er einen Staketen Zaun überstiegen und sich dadurch seine Hosen zerrissen. Er habe sich sehr bald von der Mordstätte entfernt und sei in die Villa gegangen weil er sich wegen seiner zerrissenen Hosen geschämt habe. Welche Kündigungsfrist war ausgemacht? Gar keine. Wann gingen sie ab? Einige Wochen nach dem Morde als der Haushalt der Familie Molitor aufgelöst wurde. Haben sie noch einen Anspruch an die Familie Molitor? Nein, ich bekam meinen Lohn bis 1. Januar 1907 ausgezahlt und noch 10 Mark Weihnachtsgeschenk. Wie verhielt sich der Angeklagte ihnen gegenüber? Sehr reserviert. Wissen sie irgendetwas über den Mord oder den Täter zu sagen? Nein, es wurde einmal gesagt, der Diener sei verhaftet. Als ich mich aber den Leuten vorstellte, schämten sie sich und liefen davon. Heiterkeit im Zuhörerraum. Hatten sie irgendeinen Hass gegen Frau Molitor? In keiner Weise. Frau Molitor war ja bisweilen etwas heftig, aber wieder sehr gut. Wie kam es, dass ihre Vorladung zu dieser Verhandlung als unbestellbar zurückkam? Ich habe in Potsdam meine genaue Adresse angegeben. Als ich gestern in den Zeitungsberichten las, dass mein Aufenthalt nicht zu ermitteln sei, habe ich meinen Dienstherrn – ich befinde mich auf dem Rittergut Warenbeck bei Kiel in Stellung – gebeten, dem Herrn Staatsanwalt meinen Aufenthalt telegraphisch anzuzeigen. Der Gerichtshof beschloss, den Zeugen zu vereiden. Freifrau von Reizenstein bekundete als Villa Nagel gegangen, um einen Brief in den Briefkasten zu werfen. Als sie auf dem Rückwege fast bis zu ihrer Villa gelangt war, sei sie Frau Molitor mit ihrer Tochter Olga begegnet. Hinter den Damen ging in einiger Entfernung ein Mann mit graumeliertem Vollbart. Der Mann war mittelgroß, nicht so groß wie der Angeklagte. Auf Befragen des Staatsanwalts bemerkte die Zeugin, sie kam Ihnen der Mann verdächtig vor? Nein. Der Vorsitzende hielt der Zeugin vor, dass sie beim Untersuchungsrichter gesagt habe, es war ein großer Mann. Ich möchte lieber sagen, es war ein mittelgroßer Mann. Als sie zum Briefkasten ging, sei sie einem großen Mann mit schwarzem Spitzbart in der Kaiser Wilhelm Straße in der Nähe der Villa Nagel begegnet. Es war ein Mann und hatte einen graubilierten Vollbart. Der Angeklagte gab zu, der große Mann mit dem schwarzem Spitzbart gewesen zu sein, dem die Zeugin begegnet sei. Frau Terzi, sie sei kurz vor sechs Uhr abends in der Kaiser Wilhelm Straße in der Nähe der Villa Nagel einem großen Mann mit schwarzem Spitzbart begegnet. Der Freifrau von Reizenstein sei sie nicht begegnet, sie habe sie wenigstens nicht gesehen. Freifrau von Reizenstein bemerkte, sie habe Frau Terzi gesehen. Es gelangten hierauf mehrere Briefe der Frau Hau an den Angeklagten zur Verlesung. In einem Briefe schreibt Frau Hau aus Baden-Baden an ihren in Bernkastel weilenden Mann, Olga habe ein Bändchen Gedichte geschrieben, sie könne aber nur schwer einen Verleger dafür finden. Es sollte im weiteren ein Brief verlesen werden, gegen dessen Vorlesung der Angeklagte protestiert, da er reine Familienangelegenheit enthalte. Verteidiger Ich muss auf Vorlesung des Briefes bestehen. Der Angeklagte behauptet, er sei wegen eines Rendezvous mit seiner Schwägerin Olga von London nach dem Kontinent zurück gereist. Da muss er sie schon gefallen lassen, dass Briefe, die Familienangelegenheiten enthalten, verlesen werden. In einem der Briefe, die Frau Hau an ihren Mann geschrieben hat, heißt es, seitdem Olga Gedichte gemacht hat und keinen Verleger finden kann, stirbt sie an Größenwahn. Als weitere derartige Briefe verlesen werden sollten, bemerkte der Angeklagte halblaut zu seinem Verteidiger, Lassen Sie das doch, Herr Doktor, es hat doch keinen Zweck. Rechtsanwalt Dietz, ob es Zweck hat, überlassen Sie meiner Beurteilung. In einem ferneren Brief von Frau Hau an ihren Mann teilte die Schreiberin eine Rede mit, die ihr Olga gehalten hat. Olga habe ihr Belehrung erteilt, wie sie ihren Mann behandeln solle. Du behandelst deinen Mann ganz falsch. Du musst deinen Mann eifersüchtig machen und ihm den Glauben beibringen, dass er sich nicht todsicher auf deine eheliche Treue verlassen kann. Dann wirst du ihn fester an dich ketten. Frau Hau antwortete in humoristischer Weise und bemerkte nach meiner Rückkehr wollen wir so verfahren. In einem ferneren Briefe schrieb Frau Hau an ihren Gatten Olga ist ein netter kleiner Käfer. Sie ist sehr hübsch und kann sehr interessant sein. Hierauf wurde das Testament der Frau Hau verlesen. In diesem heißt es Ich wünsche auf die einfachste billigste Weise ohne Pfarrer und ohne Blumen in unauffälliger Weise beerdigt zu werden. Ich kann die Schmach, die über unsere Familie gebracht worden ist, nicht überleben. Ich muss in den Tod gehen. Ich hinterlasse 10.000 Mark außer den Juwelen, die in der Oldenburger Landesbank in einer verschlossenen Kassette sich befinden. Ich habe ferner ein siebentel Anteil der Villa in Baden. Meine einzige Erbin ist mein Kind. Wenn mein Mann in erwerbsunfähig sein, so soll ihm mein Kind eine Rente von 600 Mark jährlich aussetzen, vorausgesetzt, dass sie sich in günstiger Vermögenslage befindet. Wenn mein Kind unverheiratet bleibt, so sollen ihr Vermögen meine Geschwister erben. Das Beste wäre, das Kind käme in Pension zu meinem Schwager Bachelin. Mein Mann kann nicht Erbe meines Kindes sein, sie kann ihm aber 10.000 Mark für eine Lebensversicherungspolize aussetzen, damit mein Mann, wenn er herauskommt, vor Not geschützt ist. Nun, Angeklagter, sie haben erklärt, sie sind lediglich deshalb von London nach dem Kontinent zurückgekommen, weil sie das Bedürfnis empfanden, ihre Schwägerin Olga noch einmal zu sehen und zu sprechen. Sie haben gesagt, sie haben mit dieser Erklärung aus Rücksicht auf ihre Frau zurückgehalten. Ich hatte die Absicht, die Erklärung abzugeben und habe den Besuch des Herrn Vorsitzenden erwartet. Wäre der Herr Vorsitzende zu mir in das Gefängnis gekommen, dann hätte ich mich jedenfalls erklärt. Sie hätten sich doch aber auch dem Untersuchungsrichter, Herrn Amtsrichter Dr. Ritter, gegenüber erklären können. Dem Herrn Untersuchungsrichter gegenüber wollte ich mich nicht erklären. Dann hätten sie sich mir vorführen lassen können. Ich erwartete von Tag zu Tag den Besuch des Herrn Vorsitzenden. Weshalb haben sie als dann nicht wenigstens bei Beginn der Hauptverhandlung die Erklärung abgegeben? Bei Beginn der Hauptverhandlung hatte ich meinen Entschluss geändert. Nun frage ich sie nochmals. Haben sie auf ihre Schwiegermutter geschossen? Nein, ich stehe dem Morde vollständig fern. Haben sie irgendeinen Verdacht? Nein. Halten sie es für möglich, dass ihre Schwägerin Olga geschossen haben könnte? Das halte ich für ausgeschlossen. Aus welchem Grunde haben sie auf ihrer Rückreise nach London zwischen Calais und Dover Bad und Perücke in den Kanal geworfen? Weil ich sie nicht mit nach London nehmen wollte. Es wurde als dann Fräulein Olga Molitor hervorgerufen. Fräulein Molitor, sie haben bereits gesagt, sie haben niemanden gesehen, sondern nur Schritte hinter sich gehört. Jawohl. Ich frage sie nun, so leid mir das tut, hatten sie irgendeine Ursache, ihre Frau Mutter zu beseitigen? Nicht im Entferntesten. Hatte jemand von ihrem Haus Personal oder sonst jemand eine Ursache, ihre Frau Mutter zu beseitigen oder sonst an ihr Rache zu nehmen? Das halte ich für ausgeschlossen. Die Schießsachverständigen gaben die Erklärung ab, dass der Schuss aus nächster Nähe abgegeben sein müsse. Hierauf wurde die Beweisaufnahme für geschlossen erklärt und die den Geschworenen vorzulegende Schuldfrage, die auch vorsätzliche, mit Überlegung begangene Tötung lautete, verlesen. Staatsanwalt Dr. Bleicher, der hierauf das Wort zur Schuldfrage nahm, führte aus. Meine Herren Geschworenen, wenn wir die Muchtat, die uns fünf Tage lang beschäftigt hat, in einem Solarschen oder Tolstäuschen Roman gelesen hätten, dann würden wir gesagt haben, das ist furchtbar, aber es ist glücklicherweise nur ein Roman. Es ist ja eine bekannte Sache, die furchtbarsten Dinge spielen sich nicht auf der Bühne, sondern im Leben ab. Genusssucht und Geldgier haben leider schon so manches Verbrechen gezeitigt. Auch im vorliegenden Falle war Genusssucht und Geldgier die Triebfeder und hat ein furchtbares Unglück über zwei hoch achtbare Familien gebracht. Die 62 Jahre alte Medizinalrätin Molitor fiel, von der Schusswaffe getroffen, nachdem sie von dem Mörder in tückischster Weise in den Hinterhalt gelockt war. Die Erregung, die über diese furchtbare Tat sich der ganzen Kulturwelt bemächtigte, hatte sich noch nicht gelegt, da kam aus der Schweiz die erschütternde Nachricht, in den Wellen des Pfeffikoner Sees habe sich die Frau des Angeklagten ertränkt, weil sie die Überzeugung erlangt hatte, dass ihr Mann der Mörder ihrer Mutter war. Sie hatte erklärt, sie könne das furchtbare Unglück nicht überleben. Der Angeklagte hatte schon einmal auf ein Mitglied der Familie Molitor auf seine spätere Frau geschossen. Es war das sein erstes Verbrechen, wenn auch die Tat mit Einwilligung seiner Frau geschehen war. Der Angeklagte hat in dritter Reihe ein namenloses Unglück über seinen alten Vater gebracht, der vor Schmerz einen Schlaganfall erlitten hat. Das vierte Unglück hat der Angeklagte über das einzige Kind gebracht, das der Ehe des Angeklagten entsprossen ist. Wenn auch das Kind sich in einem Alter befindet, dass es sein furchtbares Schicksal, das es betroffen noch nicht versteht, so liegt doch die Befürchtung nahe, dass eine ungeschickte raue Hand das Kind über sein Schicksal in späteren Jahren aufklärt. Welch furchtbares Schicksal für das Kind zu erfahren, der Vater ein Mörder, die Mutter hat sich selbst den Tod gegeben. Dies sind die vier Verbrechen, deren sich der Angeklagte schuldig gemacht hat. Nach dem Buchstaben des Gesetzes kann der Angeklagte nur wegen des hier zur Anklage stehenden Verbrechens zur Rechenschaft gezogen werden. Wegen der drei weiteren Verbrechen hat sich der Angeklagte nur vor seinem Gewissen und dem Richterstuhle der Moral zu verantworten. Drei Vierteljahre sind seit jener furchtbaren Bluttat in der idyllischen Bäderstadt Baden-Baden verflossen. Dass die Angelegenheit erst jetzt zur Verhandlung kommt, ist nicht zu beklagen. Wir können jetzt wenigstens ohne Erregung und Leidenschaft an die Beurteilung der Sache herantreten. Ich werde versuchen, Ihnen in möglichst knapper Form den Lebenslauf des Angeklagten zu schildern. Nachdem er in Köln und Trier das Gymnasium besucht und das Abiturientenexamen gemacht, hat er in Freiburg und Berlin studiert. 1901 ging er auf ärztliches Anraten nach Ajaccio. Dies war für ihn verhängnisvoll. In Ajaccio lernte er seine Frau kennen. Da seine Schwiegermutter die eheliche Verbindung nicht zugeben wollte, wusste er seine spätere Frau zu überreden, 2000 Mark auf ein Sparkassenbuch zu erheben und mit ihm zu entfliehen. Nachdem das Geld zu Ende war, entschloss er sich, mit seiner Frau zu sterben. Er schoss auf seine Frau mit deren Willen, verwundete sie und fand als dann nicht den Mut, sich selbst zu erschießen. Er telegrafierte an seine Schwiegermutter und seinen Vater. Beide willigten dann in die Heirat, um die Ehre des Mädchens zu retten. Als dann begab sich der Angeklagte mit seiner Frau nach Washington, studierte noch sechs Semester und wurde dann als außerordentlicher Professor für römisches Recht an die George Washington Universität berufen. Sehr bald ging er aber mit dem Generalkonsul Dr. Schönfeld nach Konstantinopel, ohne jedoch geschäftliche Erfolge zu erzielen. Als er nach Washington zurückkehrte, wurde er Rechtsanwalt. In Wirklichkeit fantastischer Spekulant, der sich schon im Geiste als Millionär oder gar als Milliarde er sah. Auf diesem Wege strauchelte er. Seine Frau sagte einmal, es wäre bedeutend besser gewesen, wenn er Professor geblieben wäre. Der Staatsanwalt schilderte als dann das ausschweifende Leben des Angeklagten in Konstantinopel, die Einlösung des Schecks in Wien und so weiter. Der Angeklagte hatte sein ganzes Vermögen und das seiner Frau fast vollständig verjubelt. Er hatte noch etwa 5000 Mark in seinem Besitz. Da kam er mit seiner Frau nach Baden-Baden. Die Frau, die ihm Gastfreundschaft gewährte, unter deren Dach er wohnte, erkor er sich zum Opfer, um in Besitz von Geld zu kommen. Er machte mit seiner Frau und seiner Schwägerin Olga eine Vergnügungsreise nach Paris. Von dort sandte er ein Telegramm mit der Unterschrift seiner Frau nach Baden-Baden, in dem es hieß »Komme sofort mit nächstem Zuge. Olga sehr krank.« Da hatte der Angeklagte bereits seinen Mordplan gefasst. Mit nächstem Zuge sollte Frau Molitor nach Paris kommen. Wäre Frau Molitor mit nächstem Zuge gefahren, dann wäre sie in später Nachtstunde auf dem Ostbahnhof in Paris eingetroffen. Der Ostbahnhof in Paris liegt gänzlich außerhalb des Weichbildes der Stadt. Wäre Frau Molitor mit dem nächsten Zuge nach Paris gereist, dann wäre sie höchst wahrscheinlich schon in der Hauptstadt Frankreichs ermordet worden. Frau Molitor tat dem Angeklagten nicht den Gefallen, mit dem nächsten Zuge nach Paris zu fahren. Von Paris fuhr der Angeklagte mit seiner Frau nach London, um von dort nach Washington zu gehen. Da traf in Er fuhr eiligst ab, und er suchte seine Frau strengstes Stillschweigen zu bewahren, damit die Konkurrenz von seiner Reise nichts erfahre. Der Staatsanwalt schilderte im weiteren den Aufenthalt des Angeklagten in Frankfurt und als dann die Bluthat in Baden-Baden. Am Abend des vierten Verhandlungstages da bequemte sich der Angeklagte zu einem sogenannten Geständnis. Er sei lediglich nach dem Kontinent und Baden-Baden gekommen, weil er seine Schwägerin Olga, zu der er eine leidenschaftliche Zuneigung hatte, noch einmal vor seiner Abreise nach Amerika sehen und sprechen wollte. Auf die Frage des Herrn Vorsitzenden, weshalb er diese Erklärung nicht schon früher abgegeben, antwortete er, er habe es seiner Frau wegen nicht getan. Als seine Frau zu ihm ins Gefängnis kam und mit ihm eine Unterredung hatte, da erlangte Zweifel, dass sie in den Tod gehen werde. Der Angeklagte fühlte sich nach alledem nicht veranlasst, seiner Frau zu sagen, ich will dir gestehen, ich bin nicht der Mörder deiner Mutter, ich hatte vorübergehend eine Zuneigung zu deiner Schwester Olga. Diese wollte ich noch einmal, ehe ich nach Amerika zurückreiste, sehen und sprechen. Nachdem aber die Frau tot war, da hatte der Angeklagte doch gewiss keine Ursache mehr länger zu schweigen. Der Angeklagte schwieg aber weiter, auch in der Hauptverhandlung. Erst am vierten Verhandlungstage, nachdem die Komödie Lenk aufgeführt war, fühlte er sich in der Abendstunde endlich veranlasst, eine Erklärung abzugeben. Der Tod seiner Frau veranlasste ihn nicht, eine Erklärung abzugeben. Aber nachdem Lenk zu 50 Mark verurteilt war, da konnte er es nicht mit ansehen, dass jemand seinetwegen verurteilt wird. Deshalb hielt er sich verpflichtet, die bekannte Erklärung zu machen. Ich frage sie, meine Herren Geschworenen, ist es schon einmal vorgekommen, dass ein Mensch die Frechheit hat, einem Gerichtshof zuzutrauen, so etwas zu glauben? Der Angeklagte empfindet das Bedürfnis, seine Schwägerin Olga noch einmal zu sehen und zu sprechen. Dann sollte man annehmen, der Angeklagte würde so schnell als möglich nach Baden-Baden reisen. Er reiste aber zunächst nach Frankfurt am Main. Dort blieb er mehrere Tage, besuchte Verwandte und fragte den Portier des Hotels Englischer Hof, ob er ihm schöne Weiber nachweisen könne. Das tut ein Mann, der in höchster Leidenschaft für ein hochachtbares Mädchen schwärmt. Ein solcher Mann tritt, nachdem der Schuss gefallen ist, ohne seine Schwägerin gesprochen zu haben, mit größter Eile die Rückreise nach London an und wirft Bart und Perücke in den Kanal. So handelt nicht ein schwärmerischer Liebhaber, so handelt nur ein Mörder. Niemand anders als der Angeklagte hat den Mord begangen. Lediglich der Angeklagte kann in Betracht kommen. Der Staatsanwalt führte diesen Furchtbare Mordtat nicht ungesünd bleibt. Ich gebe mich der festen Hoffnung hin, dass sie die Schuldfrage in vollem Umfang bejahen werden. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Dietz Meine Herren Geschworenen, ich verkenne nicht den Ernst der Sachlage. Auch ich halte es für wünschenswert, ein solch furchtbares Verbrechen zu sühnen. Allein dies Verbrechen wird zu meinem großen Bedauern ungesünd bleiben, und zwar einfach deshalb, weil der Täter nicht festgestellt ist. Fräulein Olga Molitor hat die Überzeugung geäußert, dass der Mann, der hinter ihnen herging, der Mörder war. Dieser Mann war jedoch nach der Überzeugung der Frau von Reizenstein nicht der Angeklagte, sondern ein ganz anderer. Man hat aber zufällig den Angeklagten gegriffen, weil dieser sich vermummt hatte, und zwar in einer Weise, Der Angeklagte hat vorher ganz offen mehrere Tage in Frankfurt im Hotel Englischer Hof gewohnt und mit vielen Bekannten verkehrt. Er hat sich ganz offen einen falschen Bart und eine Perücke machen lassen und ist in dieser Vermummung nach Baden-Baden gefahren. Sie haben gehört, dass der Angeklagte aller Welt aufgefallen ist. Eine gewisse Leidenschaft macht nicht nur Menschen zu jähnen, sondern auch Rechtsanwälte zu Eseln. Heiterkeit im Zuhörerraum. Und weshalb sollte der Angeklagte den furchtbaren Mord begangen haben? Nur weil er dadurch schneller sich in den Besitz des Erbteils seiner Frau von 75.000 Mark setzen wollte? Meine Herren Geschworenen, der Angeklagte war Rechtsanwalt in Washington. Die Verteidigung in einem größeren Prozess in Amerika hätte dem Kontinent zurückkommen wird, um sich zu vermummen und seine Schwiegermutter zu erschießen, um schneller in den Besitz von 75.000 Mark zu kommen. Man hat einen Menschen gegriffen. Man stellt ihn vor Gericht, verurteilt ihn und köpft ihn. Damit ist die Sache erledigt. Das ist doch aber kein gangbarer Weg. So wird in einem Kulturstaat nicht verfahren. Man hat versucht, durch Pressartikel die Presse ist eine Großmacht. Es ist höchst erfreulich, dass die Vertreter der Presse ihre Macht nicht mißbrauchen, dass sie nicht käuflich sind, sondern nach ihrer freien Überzeugung ein Urteil abgeben. Ich erwarte von Ihnen, meine Herren Geschworenen, dass Sie nicht einen Menschen zum Tode verurteilen, dessen Schuld nicht nachgewiesen ist. Die Tatsache ist nicht aus der Welt zu schaffen, dass zwei verdächtige Männer gesehen worden sind. Die Verhandlung erinnert an den Roman Sherlock Holmes. Es ist aber nicht angänglich, einen Menschen zum Tode zu verurteilen, ohne dass man ihm die Tat nachgewiesen hat. Die ganze Handlungsweise des Angeklagten spricht dagegen. Es ist gesagt worden, wenn die Geschworenen einen Freispruch fällen, dann haben sie dem Schwurgericht das Todesurteil gesprochen. Diese Bemerkung kann und darf sie nicht überzeugt zu einem nicht schuldig kommen. Nach eingehender Rechtsbelehrung zogen sich die Geschworenen in später Nachtstunde zur Beratung zurück. Während der Plädoyers spielten sich vor dem Gerichtsgebäude die ärgsten Skandal Szenen ab. Ein vieltausendköpfiges Publikum machte unter Johlen, Pfeifen und Schreien den Versuch mit Gewalt in den Gerichtssaal, der ohne dies in geradezu beängstigender Weise überfüllt war, zu gelangen. Die zahlreichen Schutzleute und Gendarmen waren bemüht, mit blank gezogenem Säbel das Publikum zurückzudrängen. Sie waren aber diesem Ansturm gegenüber machtlos. Sehr bald kamen zwei Kompanien Infanterie angerückt. Auch das Militär wurde mit Pfeifen, Schreien, Johlen und Steinwürfen empfangen. Der befähigende Hauptmann, der selbst einen Steinwurf erhalten hatte, ließ die Aufruhrparagraphen vorlesen und befahl darauf, die Straße mit aufgepflanztem Bayonett zu säubern. Nach etwa einstündiger Beratung bejahten die Geschworenen die Schuldfrage wegen Mordes. Der Gerichtshof verurteilte, dem Wahrspruch der Geschworenen entsprechend, den Angeklagten zum Tode, dauerndem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und zur Tragung der Kosten des Verfahrens. Während der Beratung des Gerichtshofs unterhielt sich der Angeklagte lächelnd mit seinem Verteidiger. Der Angeklagte nahm das Urteil mit staunenswertem Gleichmut entgegen. Er verabschiedete sich durch Händedruck von seinem Verteidiger und ließ sich als dann ruhig abführen. Als das auf der Straße stehende Publikum das Urteil erfuhr, machte es von Neuem den Versuch, das Gerichtsgebäude zu stürmen. Als ich in später Nachtstunde aus dem Gerichtsgebäude trat, wurde ich von allen Seiten mit der geradezu vorwurfsvollen Frage belästigt, wie es möglich sei, einen Menschen aufgrund bloßer Indizien zum Tode zu verurteilen. Die Aufregung des Publikums, das die Straßen von Karlsruhe füllte, war furchtbar. Die Familie Molitor, insbesondere Fräulein Olga Molitor, die bereits am Sonnabend vor dem Urteilsspruch derartig vom Publikum beschimpft wurde, dass sie sich in eine Drosch geflüchten musste, hatte sich am letzten Verhandlungstage bei Zeiten in Sicherheit gebracht. Fräulein Olga Molitor wurde, obwohl nicht der leiseste Verdacht dafür vorhanden war, unbegreiflicherweise von einem verständnislosen Publikum als Muttermörderin bezeichnet. Da Freifrau von Reizenstein zwei verdächtige Männer in der Nähe der Mordstätte gesehen haben wollte, wurde der Wahrspruch der Geschworenen vielfach, auch von einem Teil der Presse, als ein Fehlspruch bezeichnet. Einige Pressorgane stellten gegen Olga Molitor ehrenrührige Behauptungen auf. Es kam infolgedessen, insbesondere in Karlsruhe, zu einem umfangreichen gerichtlichen Nachspiel, das mit der Verurteilung der angeklagten Redakteure zu ziemlich hohen Strafen endete. Der Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Dietz, hatte gegen das Urteil gegen Hau Revision eingelegt. Der erste Strafsenat des Reichsgerichts erkannte jedoch Ende Oktober 1907 auf Verwerfung der Revision. Ein als dann vom Verteidiger gestellter Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens wurde vom Karlsruher Landgericht und auch dem Badischen Oberlandesgericht abgelehnt. Der Großherzog von Baden begnadigte schließlich Hau zur lebenslänglichen Zuchthausstrafe. Hau verbüßt diese Strafe im Zuchthause zu Bruchsal. Ende von Abschnitt 27. Untertitelung Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.